Willkommen bei Audible. Gute Unterhaltung. Die Teppichvölker von Terry Pratchett. Aus dem Englischen von Andreas Brandhorst. Gelesen von Volker Niederfahrenhorst. Hinweis des Autors aus dem Jahr 1991. Dieses Buch hatte zwei Autoren und beide sind die gleiche Person. »The Carpet People« erschien zum ersten Mal im Jahre 1971. Der Roman war mit vielen Mängeln behaftet und die meisten davon standen in direktem Zusammenhang mit dem Umstand, dass er von einem 17-Jährigen geschrieben worden war. Das Buch verkaufte sich eher schlecht als recht, schließlich verschwand es aus den Läden und damit hatte es sich. Und dann, vor sieben Jahren, begann der Erfolg der Scheibenweltgeschichten. Viele Leser interessierten sich dafür und fragten, »Hey, was hat es mit »The Carpet People« vom selben Autor auf sich?« Der Verlag musste so viele Anfragen mit dem Hinweis darauf beantworten, es gäbe keinen Markt für jenes Buch, dass jemand eine neue Auflage vorschlug. Die von Terry Pratchett, inzwischen 43, gelesen wurde, der daraufhin sagte, »Hey, Jungs, wartet mal.« Das hier habe ich geschrieben, als ich dachte, bei der Fantasy gehe es um Schlachten und Könige. Heute neige ich zu der Ansicht, dass ich gute Fantasy damit befassen sollte, wie man Schlachten vermeidet und ohne Könige zurechtkommt. Ich nehme hier und dort einige Änderungen vor. Nun, Sie wissen sicher, was geschieht, wenn man an einem losen Faden zieht und ihn aufzurollen versucht. Sie halten das Ergebnis in der Hand. Dies ist nicht das Buch, das ich damals geschrieben habe. Es ist auch nicht die Art von Buch, die ich heute noch schreiben würde. Es handelt sich um eine Art Gemeinschaftsarbeit und, haha, ich brauche nicht mal das Honorar mit meinem Co-Autor zu teilen. Er wüsste ohnehin nichts, mit dem Geld anzufangen. Die Leser haben darum gebeten. Hier ist es. Danke. Übrigens, die Stadt Wehr ist etwa punktgroß. Terry Pratchett, 15. September 1991 Prolog Sie nannten sich Munrungs. Es bedeutete das Volk, beziehungsweise die wahren Menschen. Nun, die meisten Leute nennen sich so. Irgendwann begegnet der Stamm Fremden und gibt ihnen Namen wie das andere Volk oder, an einem schlechten Tag, der Feind. Wenn ihnen Bezeichnungen einfielen wie zum Beispiel noch mehr wahre Menschen, so käme es später zu weitaus weniger Problemen. Was keineswegs bedeuten soll, dass die Munrungs primitiv waren. Pismayr sprach in diesem Zusammenhang von einem reichen kulturellen Erbe, damit meinte er Geschichten. Pismayr kannte alle alten Geschichten und auch viele neue. Er erzählte sie, während der ganze Stamm atemlos zuhörte und die Flammen der Abendfeuer immer kleiner wurden, bis schließlich nur noch glühende Asche übrig blieb. Manchmal schienen selbst die großen Haare zu lauschen, die außerhalb der Dorfpalisade wuchsen. Bei solchen Gelegenheiten erweckten sie den Eindruck, langsam näher zu kriechen. Die älteste Geschichte war auch die kürzeste. Pismayr erzählte sie nicht oft, aber der Stamm kannte sie auswendig. Es handelte sich um eine Geschichte, die man überall im Teppich erzählte, in vielen Sprachen. Am Anfang gab es nur eine unendliche Ebene, verkündete Pismayr. Dann kam der Teppich und bedeckte die grenzenlose Flachheit. Damals war er noch jung. Es fehlte Staub zwischen seinen Haaren, die heute krumm und schmutzverkrustet sind. Damals ragten sie glatt und gerade auf. Und zu jener Zeit war der Teppich leer. Dann kam der Staub, fiel auf den Teppich, rieselte zwischen den Haaren herab und sammelte sich in dunklen Ecken an. Immer mehr Staub kam, glitt lautlos durch die wartenden Haare, bis er schließlich eine dicke Schicht bildete. Und aus jenem Staub webte uns der Teppich. Zuerst entstanden die kleinen Kriecher, die in Bauen und hoch oben in den Haaren lebten. Es folgten die Sorats, Schlussfadenbohrer, Bläser, Ziegen, Krustenknabberer und Snarks. Leben und Geräusche füllten nun den Teppich. Ja, und auch Tod und Stille. Doch es fehlte ein Faden in jenem Gespinst, das der Webstuhl des Lebens hervorbrachte. Voller Leben steckte der Teppich, aber er wusste nichts von seiner Lebendigkeit. Er konnte sein, aber er konnte nicht denken. Er hatte überhaupt keine Ahnung von der eigenen Existenz. Und deshalb wurden wir aus dem Staub erschaffen, das Teppichvolk. Wir gaben dem Teppich seinen Namen, auch den Geschöpfen, und daraufhin war das Gespinst vollständig. Ja, von uns erhielt der Teppich seinen Namen, und so erfuhr er von sich selbst. Selbst wenn der schreckliche Scheurer Hassa allen Lebens im Teppich auf uns herabtritt, Selbst wenn Schatten über uns wachsen, wir sind die Seele des Teppichs, und das ist eine wundervolle Sache. Wir sind die Frucht des Webstuhls. Natürlich ist das alles nur metaphorisch, aber ich halte es für wichtig. Was meint ihr? Kapitel 1 Alle zehn Jahre mussten sich die Stämme des Dumii-Reiches auf den Weg machen, um gezählt zu werden. So verlangte es das Gesetz. Sie zogen nicht bis zur Hauptstadt Wehr, sondern suchten einen Ort auf, den man Tregon Marus nannte. Die Zählung war immer ein wichtiges Ereignis. Tregon Marus gewann schlagartig an Bedeutung und schwoll durch die vielen Zelte außerhalb des Stadtwalls auf doppelte Größe an. Ein Pferdemarkt fand statt, und man feierte ein fünf Tage lang dauerndes Fest, bei dem man alten Freunden begegnete und viele Neuigkeiten austauschte. Hinzu kam natürlich die eigentliche Zählung. Neue Namen wurden den knisternden Schriftrollen hinzugefügt, und viele Leute stellten sich vor, wie jene Dokumente schließlich Wehr erreichten und dort sogar bis zum großen Palast des Gebieters gelangten. Die Dumi-Beamten notierten fleißig, wie viele Schweine, Ziegen und Bläser jeder besaß, und dann gingen die Leute einer nach dem anderen zum nächsten Tisch, um dort mit Fällen und Häuten die Steuern zu bezahlen. Diese Sache war nicht ganz so beliebt wie der Rest. Eine lange Schlange bildete sich, reichte ganz um Tregon Marus herum, am Osttor in die Stadt, durch die Ausfallpforte und vorbei an den Stellen, über den Marktplatz bis zum Zählhaus. Selbst Neugeborene trug man an den Beamten vorbei, deren Federkiele unermüdlich kritzelten und kratzten. Manche Stammesangehörige bekamen seltsame Namen, weil ein Schreiber Probleme mit der Autografie hatte. Für so etwas hält die Geschichte überraschend viele Beispiele bereit. Am fünften Tag bestellte der Bürgermeister alle Stammesoberhäupter auf den Marktplatz, damit sie ihre Klagen und Beschwerden vorbringen konnten. Er nahm sie nie zum Anlass, konkrete Maßnahmen zu ergreifen, aber wenigstens hörte er sich alles an und nickte verständnisvoll, wodurch sich die Leute wesentlich besser fühlten, wenn sie heimkehrten. So etwas nennt man Politik. Auf diese Weise geschah es immer. Es war eine Tradition, die bis in graue Vorzeit zurückreichte. Am sechsten Tag machten sich die Gezählten auf den Rückweg und folgten dem Verlauf der von den Dumii erbauten Straßen. Sie reisten nach Osten. Hinter ihnen führten die Straßen nach Westen, bis nach Wehr, wo eine von ihnen Zugang zur Hauptstadt bot. Hinter Wehr nannte man diese Straße die Weststraße. Sie wurde immer schmaler und kurvenreicher und endete an einem fernen Außenposten namens Läufer. Daraus bestand das Dumii-Reich. Es umfasste den groeisten Teil des Teppichs, von Holzwand bis zur Oetnis im Norden, in der naehe von Firnisholm. Im Westen grenzte es ans Wildland und die letzten Fransen des Teppichs. Und im Süden fuerhnten die Straßen bis zum Kaminland. Die fuer ihre bemalten Gesichter bekannten Bewohner von Täfelung, die kriegerischen Hibbolgs, selbst die feuerverehrenden Stämme von Läufer, sie alle zollten dem Gebieter Tribut. Einige von ihnen mochten die Dumii nicht sonderlich, vor allem deshalb, weil der Gebieter die kleinen Kriege und gut organisierten Viehdiebstähle untersagte, die in den entlegenen Gebieten eine beliebte Freizeitbeschaeftigung darstellten. Der Gebieter mochte den Frieden, unter anderem auch deshalb, weil seine Untertanen dadurch genug Zeit hatten, um zu arbeiten und ihre Steuern zu bezahlen. Im Großen und Ganzen schien der Frieden recht gut zu funktionieren. Die Munrangs zogen nach Osten und fuer zehn Jahre verschwanden sie aus der Chronik des Reiches. Manchmal stritten sie sich, aber die meiste Zeit überlebten sie friedlich und vermieden uebermaeessige Kontakte mit der Geschichte, die dazu neigt, Leute umzubringen. Und dann, eines Jahres, hoerte man nichts mehr von Tregon Marus. Der alte Grim Orgson, Stammesoberhaupt der Munrangs, hatte zwei Soehne. Glurk war der ältere von ihnen und trat schlieeesslich die Nachfolge seines Vaters an. Die Munrangs dachten langsam und besonnen und ihrer Meinung nach gab es keinen besseren Kandidaten fuer den Posten des Anfuehers. Glurk sah wie eine jueengere Ausgabe seines Vaters aus. Er hatte breite Schultern und der dicke Hals wirkte wie das Zentrum einer unwiderstehlichen Kraft. Er warf den Speer weiter als sonst jemand. Er war imstande, einen Snark zu erwuergen. Eine Halskette, an der lange, gelbe Zaehne baumelten, bewies es. Er konnte ein Pferd mit einer Hand hochheben, den ganzen Tag laufen, ohne zu ermueden und sich so nahe an grasende Tiere heranschleichen, dass sie vor Schreck starben, bevor er Gelegenheit erhielt, vom Speergebrauch zu machen. Zugegeben, er bewegte die Lippen, wenn er dachte, und seine Gedanken stießen wie Kloeße in der Suppe aneinander, aber er war nicht dumm. Nein, er verdiente es nicht, als dumm bezeichnet zu werden. Sein Gehirn schaffte es, selbst komplizierte Dinge zu verstehen. Es brauchte dazu nur etwas länger. Er ist ein Mann von wenigen Worten. Und er weiß nicht, was sie bedeuten, sagte man von ihm, aber nur dann, wenn er sich außer Hörweite befand. Eines Tages, am späten Nachmittag, stapfte er heimwärts und überquerte staubige Lichtungen. Unter dem linken Arm trug er einen Speer mit knoecherner Spitze und mit der rechten Hand hielt er den langen Stock auf der Schulter. Ein Snark mit zusammengebundenen Beinen hing daran. Snibrill, Glurks jüngerer Bruder, hielt das andere Ende des Stocks. Der alte Orxen hatte früh geheiratet und lange gelebt, woraus folgte, die breite, aus Jahren bestehende Lücke zwischen den beiden Brüdern war mit mehreren Töchtern gefüllt, und Grim Orxen hatte dafür gesorgt, dass sie aufrechte, angesehene und vor allem begüterte Munrungs heirateten. Snibrill war eher zierlich, vor allem im Vergleich mit seinem Bruder. Sein Vater hatte ihn zur Dumii-Schule in Tregon Marus geschickt, damit ein Schreiber aus ihm werde. Er kann kaum einen Speer halten, begründete Grim seine Entscheidung. Vielleicht kommt er mit einem Federkiel besser zurecht. Soll er etwas Gelehrsamkeit in die Familie bringen? Als Snibrill zum dritten Mal fortlief, beschloss Pismayr, mit Grim zu reden. Pismayr war der Schamane, eine Art Gelegenheitspriester. Bei den meisten Stämmen gab es Schamanen, aber Pismayr unterschied sich von seinen Kollegen. Zum Beispiel, er wusch die sichtbaren Körperteile mindestens einmal im Monat, womit er viele Leute erstaunte. Andere Schamanen hießen den Schmutz geradezu willkommen und schienen der Ansicht zu sein, je dreckiger, desto magischer. Er verzichtete darauf, Federn und Knochen zu tragen, und er sprach auf eine sehr individuelle Weise. Die Schamanen benachbarter Stämme aßen Pilze mit gelben Flecken, sie wuchsen tief im Haardickicht, und anschließend hörte man von ihnen Bemerkungen wie – nun das klang zumindest magisch. Pismayr hingegen benutzte Formulierungen wie »genaue Beobachtung, gefolgt von sorgfältigen Schlussfolgerungen und der präzisen Festsetzung eigener Ziele«, «so heißen die Voraussetzungen für den Erfolg eines Unternehmens. »Ist dir aufgefallen, dass wilde Bläser immer zwei Tagesmärsche von der nächsten Soratherde entfernt sind? Übrigens ist keine Pilze mit gelben Flecken.« Das hörte sich nicht sehr magisch an, aber es funktionierte viel besser und ermöglichte eine gute Jagd. Insgeheim glaubten einige Man-Rangs, das Jagdglück hänge in erster Linie von ihnen selbst ab. Pissmeier unterstützte derartige Meinungen. »Positives Denken ist ebenfalls sehr wichtig«, sagte er. Er war auch der offizielle Medizinmann, und zwar ein ziemlich guter, was die Man-Rangs nur widerstrebend zugaben, da sie an der Tradition hingen. Die medizinischen Ideen seines Vorgängers beschränkten sich darauf, Knochen in die Luft zu werfen und »Hia-Hia-Hm« zu rufen. Pissmeier mischte seltenen Staub, presste aus der Masse sogenannte »Tabletten« und wandte sich mit solchen Ratschlägen an den Kranken. »Nimm jeweils eine davon, wenn du abends zu Bett gehst und morgens aufstehst.« Gelegentlich gab er auch Empfehlungen in Hinsicht auf andere Dinge. Grimm hackte Holz vor seiner Hütte, und plötzlich stand Pissmeier hinter ihm. »Es klappt nie«, sagte er. »Du solltest Snibbrill nicht noch einmal nach Tregon schicken. Er ist ein Munrung. Kein Wunder, dass er immer wieder wegläuft. Er kann nie zu einem Schreiber werden, das liegt ihm einfach nicht im Blut. »Lass ihn hier bei uns bleiben. Ich sorge dafür, dass er lesen lernt.« »Wenn du ihm das Lesen beibringen kannst, es wäre mir durchaus recht«, Grimm schüttelte den Kopf. »Ich verstehe ihn nicht. Bläst dauernd Trübsal. Seine Mutter war so, bevor sie als verheiratete Frau etwas vernünftiger wurde.« Grimm hatte nie Lesen gelernt, doch er war von den Schreibern in Tregon Marus immer sehr beeindruckt gewesen. Sie hinterließen Zeichen auf Pergament, seltsame Schnörkel, die sich erinnerten. Darin kam eine gewisse Macht zum Ausdruck, und er wollte, dass auch ein Orksen daran teilhatte. So kam es, dass Snibbrill Pismayers Dorfschule zusammen mit den anderen Kindern besuchte, dort Zahlen sowie Buchstaben kennenlernte und auch mit den Dumii-Gesetzen vertraut wurde. Er fand großen Gefallen daran und nahm das Wissen mit solchem Eifer in sich auf, als hinge sein Leben davon ab. Was häufig tatsächlich der Fall war, behauptete Pismayr. Sonderbarerweise stellte sich bald heraus, dass er ein fast ebenso geschickter Jäger war wie sein Bruder. Allerdings benutzten sie zwei verschiedene Methoden. Glörg stellte den Tieren nach, und Snibbrill beobachtete sie. »Man muss den Geschöpfen nicht folgen«, lautete eine von Pismayers Weisheiten. »Wenn man sie lange genug beobachtet, findet man einen Ort, wo man nur zu warten braucht, bis sie zu einem kommen. Es gibt immer etwas, das man besser machen kann.« Als der alte Grimm starb, bestattete man ihn in einem Hügelgrab aus dem Staub des Teppichs, mit einem Speer an der Seite. Die Munrangs wussten nicht genau, welchen Ort man nach dem Tod aufsuchte, aber sie sahen kaum einen Sinn darin, ihn hungrig zu erreichen. Glörg wurde zum Oberhaupt der Gemeinschaft, und zu seinen Pflichten gehörte es, den Stamm für die nächste Zählung nach Tregon Marus zu führen. Doch der Gesandte aus jener Stadt war längst überfällig, und dieser Umstand weckte Besorgnis in Glörg. Er hatte es keineswegs eilig damit, die Steuern zu bezahlen, und nach Tregon zu reisen, nur um herauszufinden, warum sich der Gesandte so sehr verspätete, das hielt er für nun ja zu viel Eifer. Andererseits, auf die Dumii war immer Verlass, vor allem beim Eintreiben der Steuern. Als er an jenem Abend zusammen mit seinem Bruder heimwärts marschierte, behielt er diese Gedanken für sich. Snibbrill schnaufte und legte den schweren Stock auf die andere Schulter. Er war kleiner als sein Bruder, und rechnete damit, noch kleiner zu werden, wenn er die Last noch etwas länger aushalten musste. »Ich fühle mich, als hätte ich mir die Füße abgelaufen,« klagte er. »Was hältst du davon, wenn wir rasten? Fünf Minuten können wir bestimmt erübrigen. Außerdem, ich habe Kopfschmerzen.« »Na schön,« rumte Glörg, »fünf Minuten, länger nicht. Es wird dunkel.« Sie hatten die Dumii-Straße erreicht, und im Norden, jetzt nicht mehr weit entfernt, erwarteten sie Sicherheit und ein leckeres Abendessen. Die beiden Brüder setzten sich. Glörg vergeudete nie Zeit, griff nach einem geeigneten Staubkorn und begann damit, die Spitze seines Speers zu schärfen. Auch er blickte mehrmals über den Weg, der im verblassenden Licht schimmerte. Die Straße reichte nach Westen und bildete eine glühende Linie in der Dunkelheit. Zwischen den Haaren rechts und links davon verdichteten sich die Schatten. Sie faszinierte Snibbrill, seit er von Vater Grimm gehört hatte, dass alle Wege nach Wehr führten. Also lag nur diese Straße zwischen den Portalen des Palastes und dem Eingang seiner Hütte, dachte er. Und dann die vielen Abzweigungen. Wenn man ihnen folgte, konnte man überall hingelangen. Und wenn man sich am Straßenrand niederließ und wartete, dann sah man sicher viele interessante Leute. Alles steht mit allem anderen in Verbindung, hatte Pismayr gesagt. Snibbrill stützte den Kopf auf die Hände. Das Pochen hinter der Stirn wurde immer schlimmer. Irgendetwas schien ihm langsam das Gehirn zu zerquetschen. Auch der Teppich hatte sich heute irgendwie verkehrt angefühlt. Bei der Jagd ergaben sich gewisse Schwierigkeiten, weil die meisten Tiere verschwunden waren. Und der Staub zwischen den Haaren ruhte, rührte sich nicht in der wie erstarrten Luft. Die Sache gefällt mir nicht, sagte Glörg. Seit Tagen ist niemand mehr auf der Straße unterwegs. Er stand auf und griff nach dem langen Stock. Snibbrill stöhnte und beschloss Pismayr, um eine seiner Tabletten zu bitten. Ein Schatten erzitterte hoch oben in den Haaren und sauste nach Süden. Ein Geräusch erklang. So laut, dass es nicht nur in den Ohren vibrierte, sondern im ganzen Körper. Und etwas traf den Teppich mit schrecklicher Plötzlichkeit. Die beiden Brüder landeten im Staub, und die Haare um sie herum neigten sich in einem jähen Sturm. Glörg streckte die Hand nach der rauen Borke eines Haars aus, zog sich auf die Beine und stemmte sich den Böen entgegen. Weit oben knickte die Spitze eines Haars, schlug hin und her. Überall waren die Haare in Bewegung, von den Böen hin und her gerissen. Lautes Knirschen gesellte sich dem Heulen hinzu. Es stammte von großen Schmutzbrocken, die vom Wind getrieben durch den Haarwald walzten. Glörg hielt sich mit der einen Hand fest, und mit der anderen zog er seinen Bruder in Sicherheit. Sie duckten sich, während das Tosen andauerte, so bestürzt, dass keiner von ihnen einen Ton hervorbrachte. Von einem Augenblick zum anderen zog der Sturm nach Süden weiter und wich stummer Dunkelheit. Eine Art laute Stille folgte, brachte Verblüffung. Snibbrill blinzelte. Was auch immer gerade geschehen war, es hatte ihn von den Kopfschmerzen befreit. In seinen Ohren rauschte es. Kurze Zeit später hörte er das Pochen von Hufen auf der Straße. Das Klacken wurde zu schnell lauter, es deutete auf ein außer Kontrolle geratenes Pferd hin. Als es aus der Nacht kam, ein Reiter fehlte. Das Ross hatte die Ohren angelegt, und Panik flackerte ihm in den Augen. Schweiß glänzte auf dem weißen Fell, und die losen Zügel schwangen hin und her. Snibbrill sprang vor. Als das Pferd an ihm vorbeidonnerte, griff er nach den Zügeln, sprintete zwei Sekunden lang neben den hämmernden Hufen und schwang sich in den Sattel. Warum er das tat, begriff er nie. Vielleicht lag es an genauer Beobachtung und präziser Festsetzung von Zielen. Wie dem auch sei, er konnte sich einfach nicht vorstellen, auf eine andere Weise zu handeln. Sie ritten ins Dorf. Das Pferd hatte sich inzwischen beruhigt, trug die beiden Brüder und zog den Snark. An einigen Stellen zeigten sich große Löcher in der Palisade, und Schmutzbrocken hatten mehrere Hütten zerschmettert. Glörg sah in Richtung Orksenhütte, und Snibbrill hörte ihn stöhnen. Das Stammesoberhaupt rutschte vom Pferderücken und ging mit langsamen Schritten auf sein Heim zu, beziehungsweise auf die Reste seines Heims. Die übrigen Munrungs unterbrachen ihre aufgeregten Gespräche und wichen respektvoll zurück. Ein recht dickes Haar war gefallen und hatte an der entsprechenden Stelle die Palisade unter sich zermalmt. Seine Spitze reichte über die Trümmer der Orksenhütte hinaus. In dem durcheinander ausgeborstenen Balken und zerfetztem Stroh ragte wie trotzig der Türrahmen auf. Bertha Orksen kam mit den Kindern und warf sich Glörg in die Arme. »Piesmeier hat uns aus der Hütte geholt, bevor das Haar fiel«, schluchzte sie. »Was sollen wir jetzt tun?« Glörg klopfte ihr geistesabwesend auf die Schulter, doch sein Blick galt auch weiterhin der zerstörten Hütte. Schließlich kletterte er über den Trümmerhaufen und sah sich um. Die Menge war so still, dass alle von Glörg verursachten Geräusche laute Echos warfen. Es klirrte, als er nach einem Topf griff, der die Katastrophe wie durch ein Wunder unversehrt überstanden hatte. Langsam drehte er ihn hin und her, starrte so darauf hinab, als sähe er ihn zum ersten Mal. Dann hob er das Ding hoch über den Kopf und schleuderte es zu Boden. Anschließend schüttelte er die Faust und fluchte. Er fluchte bei den Haaren, bei den dunklen Höhlen von Unterlage, bei den Dämonen des Bodens, beim Schussfaden und bei der Kette. Er brüllte die unaussprechlichen Worte und schrie den Schwur des schlichten Redwards Hutt, der angeblich Knochen brach, was Pismeyer jedoch für Aberglauben hielt. Die Flüche segelten durch den Abend, krochen an den Haaren hinauf, erreichten die Ohren interessiert zuhörender Geschöpfe der Nacht. Sie stapelten sich aufeinander, bis sie eine Säule des Schreckens formten. Als Glörg schwieg, zitterte die Luft. Er ließ sich auf ein Trümmerstück sinken, saß dort mit hängenden Schultern und verbarg das Gesicht hinter den Händen. Niemand wagte es, sich ihm zu nähern. Die anderen Man-Rungs wechselten bedeutungsvolle Blicke, und einige hasteten davon. Snibbrill stieg ab und trat zu Pismeyer, der etwas abseits stand und seinen Ziegenledermantel trug. »Die unaussprechlichen Worte hätte er nicht sagen sollen«, murmelte der Schamane wie zu sich selbst. »Natürlich ist alles nur Aberglaube. Was jedoch nicht bedeutet, dass sie keinen Platz in der Realität haben. Oh, hallo, du hast überlebt, wie ich sehe.« »Was hat dies angerichtet?« »Der schreckliche Scheurer«, antwortete Pismeyer. »Ich dachte, das sei nur eine alte Geschichte, weiter nichts.« »Selbst alte Geschichten können Wahres enthalten. Ich bin sicher, der Scheurer steckt dahinter. Zuerst die Veränderungen des Luftdrucks. Die Tiere spürten ihn so, wie es geschrieben steht in...« Pismeyer unterbrach sich kurz. »Hab's irgendwo gelesen«, fügte er hinzu. Er blickte an Snibbrill vorbei und seine Mine erhellte sich. »Du hast ein Pferd.« »Ich glaube, es ist verletzt.« Der Schamane schritt zum Ross und untersuchte es. »Ein Dumi-Hengst«, sagte er. »Jemand soll meinen Kräuterbeutel holen.« »Etwas hat das Pferd angegriffen. Siehst du das hier?« »Keine sehr tiefe Wunde, aber sie sollte behandelt werden. Ein prächtiges Tier.« »Ja, wirklich prächtig. Und es saß kein Reiter drauf?« »Wir sind ein ganzes Stück dem Verlauf der Straße gefolgt, ohne jemanden zu sehen.« Pismeyer strich übers glatte Fell. »Wenn man das ganze Dorf mitsamt seinen Bewohnern verkauft. Der Erlös dürfte gerade genügen, um ein solches Pferd zu bezahlen. »Wem auch immer der Hengst gehörte, er lief schon vor einer ganzen Weile weg. Alles deutet darauf hin, dass er einige Tage allein in der Wildnis unterwegs war.« »Die Dumi-Hengst lassen nicht zu, dass man irgendwelche Dorfbewohner verkauft,« wandte Snibbrill ein. »Sie haben die Sklaverei verboten.« »Ich wollte damit nur sagen, dass dieses Pferd eine Menge wert ist,« erklärte Pismeyer. Er summte leise vor sich hin, während er die Hufe betrachtete. »Ich weiß nicht, woher es kommt, aber eins steht fest, jemand hat den Hengst geritten.« Der Schamane ließ das Bein los und warf einen Blick zu den Haaren. »Etwas hat ihn erschreckt.« »Nicht der Scheurer, immerhin ist er schon vor einigen Tagen fortgelaufen.« »Täuber kommen wohl kaum in Frage, denn sie hätten sich das Pferd geschnappt, und sie hinterlassen keine Kratzer, die von Klauen stammen.« »Ein Snark könnte solche Spuren hinterlassen, doch dazu müsste er aufs Dreifache der normalen Größe anwachsen.« Er zögerte kurz. »Riesensnarks, meine Güte!« Ein Schrei erklang. Für Snibberl hörte es sich an, als hätte die Nacht plötzlich Mund und Stimme bekommen. Der Schrei heulte von den Haaren jenseits der beschädigten Palisade herüber. Ein höhnisches Kreischen, das die Finsternis zerriss. Der Hengst scheute. Ein Feuer war an der größten Lücke im Schutzwall angezündet worden. Einige Jäger liefen dorthin und hielten ihre Speere bereit. Sie verharrten im Schein der Flammen. Auf der anderen Seite ragte eine große Gestalt in der Dunkelheit auf, und zwei Augenpaare glühten, das eine rot, das andere grün. Beide starrten die Dorfbewohner an, blinzelten nicht ein einziges Mal. Glörg riss einem der Männer den Speer aus der Hand und stapfte zur Palisade. »Nur ein Snark!« brummte er, holte aus und warf. Der Speer traf etwas, doch die grünen Augen glühten nur etwas heller. Dumpfes Grollen entrang sich einer nicht sichtbaren Kehle. »Verschwinde! Kehr zu deinem Bau zurück!« Pismeyer näherte sich mit einem brennenden Scheit und warf ihn nach den Augen. Diesmal kam es zu einem kurzen Blinzeln, und dann verschwand das Glühen. Damit war der Bann gebrochen. Stimmen ertönten. Die Jäger schämten sich ihrer Furcht und drängten nach vorn. »Halt!« rief der Schamane. »Narren! Wollt ihr euch etwa mit Knochensperren in die Finsternis der Nacht wagen, um ein solches Geschöpf zu jagen? Das war ein schwarzer Snark! Keiner von den braunen, die ihr kennt! Erinnert ihr euch an die Geschichten? Sie kommen aus den fernsten Ecken, aus den umgekehrten Gebieten!« Von Norden her, vom weißen Kliff der Holzwand, grollte erneut der Schrei eines Snarks. Diesmal verklang er nicht allmählich, sondern ganz plötzlich. Pismeyer blickte einige Sekunden lang in die entsprechende Richtung, wandte sich dann an Glörg und Snibrill. »Man hat uns gefunden«, sagte er. »Darum ist das Pferd fortgelaufen. Aus Furcht vor den Snarks. Und wer Snarks fürchtet, braucht sich deshalb nicht zu schämen. Ganz im Gegenteil, Angst vor Snarks ist sehr vernünftig. Sie haben jetzt das Dorf entdeckt. Was für uns bedeutet, wir können nicht hierbleiben. »Von jetzt an greifen Sie jede Nacht an, bis wir schließlich nicht mehr in der Lage sind, genug Widerstand zu leisten. Wir müssen morgen aufbrechen. Und vielleicht ist es selbst dann schon zu spät.« »Aber«, begann Glörg, »in diesem Fall gibt es kein Aber. Wir alle sind gezwungen, uns dem Gebot der Notwendigkeit zu beugen.« »Der Scheurer ist zurückgekehrt. Und mit ihm der ganze Schrecken. Versteht ihr?« »Nein«, sagte Glörg. »Dann vertraut mir«, fuhr der Schamane fort, »und hofft, dass ihr nie verstehen müsst. Habe ich mich jemals geirrt?« Das Stammesoberhaupt überlegte. »Na ja, einmal hast du gesagt, bei wichtigen Dingen meine ich. Nein, nein, ich glaube nicht.« Glörg wirkte nun sehr besorgt. »Bisher sind wir nie vor Snarks geflohen und immer mit ihnen fertig geworden. Warum sollte das diesmal anders sein?« »Diese Snarks kommen nicht allein«, ächzte der Schamane. »Ich habe ein zweites Paar Augen gesehen«, sagte Glörg unsicher. »Es stammte von jemandem, der auf dem Snark hockte,« erwiderte Pismayr. »Und jene Wesen verfügen über weitaus schlimmere Waffen als Reißzähne und Klauen. Sie sind intelligent.« Kapitel 2 »So, das wär's. Kommt jetzt!« Glörg sah noch ein letztes Mal zu den Trümmern der Hütte zurück. »Warte«, bat Snibbrill. Seine Habseligkeiten passten in einen Beutel, aber trotzdem ging er sie noch einmal durch, um sich zu vergewissern, dass er nichts vergessen hatte. Er fand ein Knochenmesser mit hölzernem Griff, ein zweites Paar Stiefel, eine Rolle mit Bogensehnen, mehrere Pfeilspitzen, ein Stück Glücksstaub. Ganz unten im Beutel ertasteten Snibbrills Finger ein kleines Bündel. Ganz behutsam holte er es hervor, um zu vermeiden, den Inhalt zu beschädigen. Er öffnete es. Zwei, fünf, acht, neun. Alles da. Der Lack glänzte, als er die kleinen Gegenstände drehte. »Hm,« brummte Glörg, »ich weiß gar nicht, warum du die Dinger mitnimmst. Einige zusätzliche Pfeilspitzen wären viel nützlicher.« Snibbrill schüttelte den Kopf und hob die Münzen. Erneut schimmerte ihr Lack. Man hatte sie aus dem Rotholz der Stuhlbeinminen angefertigt, und auf der einen Seite zeigten sie den Kopf des Gebieters, natürlich nur ein Abbild. Es handelte sich um Tarnérii, um Münzen der Dumii. In Tregon Marus hatten sie viele Felle gekostet. Pismeyer meinte, dass sie Felle symbolisierten, und auch Töpfe, Messer oder Speere. Snibbrill verstand das nicht. Er fand es erstaunlich. Offenbar liebten die Dumii den Gebieter so sehr, dass sie bereit waren, für seine hölzernen Bildnisse viele verschiedene Dinge herzugeben. Das behauptete jedenfalls der Schamane. Tief in seinem Innern zweifelte Snibbrill daran, dass sich Pismeyer mit dem Finanzwesen erheblich besser auskannte als er. Er verstaute seine Sachen im Beutel und kehrte zum Wagen zurück. Nur ein knapper Tag war vergangen, seit sich der schreckliche Scheurer angekündigt hatte. Aber dieser Tag brachte erhebliche Veränderungen. Auseinandersetzungen bestimmten ihn zu einem nicht unbeträchtlichen Teil. Den reicheren Manrangs widerstrebte es, das Dorf zu verlassen, zumal niemand ein endgültiges Ziel der Reise nennen konnte. Und Pismeyer war allein losgezogen, kümmerte sich um irgendwelche persönlichen Angelegenheiten. Am Vormittag ertönten Snark-Schreie im Süden, und jemand bemerkte Schatten, die sich hoch oben in den Haaren bewegten. Jemand anderer berichtete von Augen, die über die Palisade hinweg spähten. Diese Hinweise beendeten den Streit. Neue Stimmen wurden laut und meinten, die Manrangs seien daran gewöhnt, auf der Wanderschaft zu sein. Etwa einmal pro Jahr suchten sie sich ein neues Jagdgebiet. Wahrscheinlich hatten sie es seit Monaten geplant, dieses Dorf zu verlassen und an irgendeinem anderen Ort neue Hütten zu errichten. Wir fliehen nicht, hieß es überall. Nein, niemand konnte behaupten, dass sie flohen. Die Manrangs gingen fort, sogar recht langsam. Am Nachmittag war der Bereich im Innern der Palisade mit Wagen, Karren, Vieh und Leuten gefüllt, die diverse Möbelstücke trugen. Das rege Treiben ging zu Ende, und alle warteten auf das Zeichen von Glörk. Sein Wagen, ein Erbstück der Familie, birgte eindrucksvoller als alle anderen. Felle bedeckten das gewölbte Verdeck. Weniger als vier Ponys konnten ihn nicht ziehen. Hütten wurden so gebaut, dass sie rund ein Jahr lang hielten, aber die Wagen mussten dauerhaft genug sein, um noch von den Enkeln benutzt zu werden. Dahinter standen mehrere Packtiere, beladen mit dem Orxenvermögen an Fellen. Anschließend kamen die weniger luxuriösen Wagen, nicht so üppig ausgestattet wie das Orxengefährt, obgleich einige von ihnen kaum einen Vergleich zu scheuen brauchten. Es folgten die Handkarren und Familien, die sich nur ein Pony leisten konnten und eine Kuh mit zwei weiteren Eigentümern teilen mussten. Den Abschluss bildeten die Leute zu Fuß. Snibbrill gewann den Eindruck, dass die Personen, die ihren ganzen Besitz in einer Hand tragen konnten, nicht annähernd so niedergeschlagen waren wie jene, die einen großen Teil ihrer Habe zurücklassen mussten. Jetzt brauchten sie Pismayr. Wo steckte er? »Ist er nicht hier?«, fragte Glörg. »Nun, er weiß, dass wir aufbrechen. Bestimmt kommt er später zu uns. Und er will sicher nicht, dass wir auf ihn warten.« »Ich reite voraus und suche ihn«, schlug Snibbrill vor. Glörg öffnete den Mund, um seinen Bruder zu warnen, doch dann überlegte er es sich anders. »Richte ihm aus, dass wir in Richtung verbranntes Ende ziehen, und zwar über die alten Pfade«, sagte er. »Dort können wir uns leicht verteidigen, falls uns heute Abend jemand angreift.« Glörg wartete, bis der letzte Nachzügler die Palisade verlassen hatte, bevor er das Tor schloss. Natürlich konnte man das Dorf durch die Lücken im Wall erreichen, aber Glörg hielt es trotzdem für angemessen, das Tor zu schließen. Es war einfach richtig. Auf diese Weise konnte man glauben, eines Tages zurückzukehren. Snibbrill ließ die Kolonne immer weiter hinter sich zurück. Er ritt das weiße Pferd zwar nicht sonderlich geschickt, dafür aber mit großer Entschlossenheit. Inzwischen hatte er es Roland genannt, nach einem Onkel. Niemand stellte sein Recht in Frage, dem Hengst einen Namen zu geben oder ihn zu behalten. Im Großen und Ganzen achtete man bei den Manrangs die Gesetze der Dumii, »Doch sie glaubten auch fest an das Prinzip, wer's findet, dem gehört's.« Nach einer Weile verließ Snibbrill die Straße, und es dauerte nicht lange, bis das hohe, weiße Kliff der Holzwand über den Haaren aufragte. Die dicke Staubschicht auf dem Boden verschluckte das Pochen von Rolands Hufen, und der Teppich wurde dichter. Snibbrill fühlte die große Unermesslichkeit, die sich weit über die fernsten Grenzen des Reiches hinaus erstreckte, und er überlegte, wenn die von den Dumii gebaute Straße zu fernen Orten führte, wohin mochte man dann gelangen, wenn man dem Verlauf dieses alten Pfads folgte. Manchmal, an stillen Abenden, nahm er irgendwo Platz, um die Straße zu beobachten. Die Manrangs waren viel unterwegs, aber meistens immer in der gleichen Gegend, und die Straße blieb ständig gegenwärtig. Pismayr sprach von Orten wie Läufer, Kamin und Rand. Wie seltsam diese Namen klangen. Der Schamane war überall gewesen und hatte Dinge erblickt, die Snibbrill nie sehen konnte. Er erzählte gute Geschichten. Mehrmals glaubte Snibbrill, andere Hufe in der Nähe zu hören. Oder stammte das Pochen vielleicht von schwarzen Pranken? Offenbar spürte auch Roland etwas, denn er trabte schneller und schien jederzeit zu einem Galopp bereit zu sein. Zwischen den Haaren hatte sich Staub zu kleinen Hügeln angesammelt, und dort wuchsen Farne, die einen würzigen Duft verströmten. Eine Zeit lang wandte sich der Pfad wie ziellos zwischen den Staubhügeln hin und her und führte schließlich zu einer Lichtung, am südlichen Rand von Holzwand. Holzwand war vor vielen Jahren vom Himmel gefallen. Maß einen Tagesmarsch in der Länge und eine Wanderstunde in der Breite. Ein unvorstellbares Feuer hatte die Hälfte davon verkohlt. Snibbrill entsann sich an Pismayrs Schilderungen. Angeblich gab es in fernen Bereichen des Teppichs ein oder zwei ähnliche Objekte. Der Schamane hatte in diesem Zusammenhang ein Dumii-Wort benutzt und von Streichhölzern gesprochen. Pismayr wohnte in einem Schuppen unweit des alten Holzbruchs. Vor der Tür lagen mehrere Töpfe. Einige halbwilde Ziegen sprangen fort, als Roland die Lichtung erreichte. Von dem Schamanen war weit und breit nichts zu sehen, und das galt auch für sein kleines Pony. Aber an der Höhle hing ein frisch gegerbtes Snarkfell, und jemand lag auf einigen Farnwedeln neben einem kleinen Feuer, den Hut tief ins Gesicht gezogen. Es war ein hoher Hut, der einst blau gewesen sein mochte, doch die Zeit hatte ihn in einen formlosen, rauchgrauen Filzhaufen verwandelt. Die Kleidung erweckte den Eindruck, als hätte sie sich auf der Suche nach Wärme am Körper der Gestalt zusammengedrängt. Ein zerlumpter Mantel diente als Kopfkissen. Snibrill ließ Roland im Schatten der Haare zurück und zog sein Messer. Er schlich zu dem Schlafenden und streckte die Hand, um den Hut mit der Messerspitze anzuheben. Es kam zu jäher Aktivität, die damit endete, dass Snibrill flach auf dem Rücken lag und das eigene Messer an der Kehle spürte. Kaum eine Nasenlänge trennte ihn vom braunen Gesicht des Fremden. Der Mann öffnete langsam die Augen. »Er erwacht jetzt«, dachte Snibrill. »Meine Güte, er hat mich überwältigt, während er schlief.« »Hm?« murmelte der Fremde. »Oh, ein Munrung. Harmlos.« Er stand auf. Snibrill hatte es so eilig, empört zu sein, dass er die Furcht vergaß. »Harmlos?« »Nun, im Vergleich zu solchen Wesen«, der Fremde deutete zum Fell. »Pismayr meinte, vielleicht käme einer von euch hierher.« »Wo ist er?« »Er wollte nach Tregon Marus, müsste bald zurück sein.« »Wer bist du?« »Nenn mich Bane.« Er war sauber rasiert und hatte so glatte Wangen, wie man sie nur bei Dumii-Jungen sah. Das lange, rotblonde Haar bildete einen Zopf, der ihm den Rücken hinabreichte. Was manche Aspekte betraf, schien er kaum älter zu sein als Snibrill, doch in seinem Gesicht zeigte sich eine gewisse Härte, die auf viele Erfahrungen hinwies und von einem Lächeln gemildert wurde. Am Gürtel hing ein recht gefährlich aussehendes Kurzschwert, und ein Speer lag in der Nähe. »Ich bin Muhlen gefolgt«, sagte er. Als er die Verwirrung in Snibrills Miene sah, fügte er hinzu, »Wesen aus den ungekehrten Gebieten, ziemlich scheußliche Biester, reiten auf solchen Geschöpfen.« Weder eine Geste, die dem Fell galt. »Hattest du keine Angst vor den Augen?« Bane lachte und ergriff seinen Speer. Und dann traf Pismayr ein. Der langgliedrige Schamane ritt auf die Lichtung. Die Beine zu beiden Seiten des Ponys berührten fast den Boden. Der Alte war nicht überrascht, als es Snibrill sah. »Tregon Marus ist gefallen«, sagte er langsam. Bane stöhnte. »Ich meine... gefallen«, betonte Pismayr. »Zerstört!« »Die Tempel, der Wall, alles hin.« »Und in den Ruinen wimmelt es von Snarks.« »Der Scheurer hat die Stadt vernichtet. Sie befand sich im Epizentrum, direkt darunter.« Er seufzte müde. »Ein langer, schrecklicher Tag liegt hinter uns.« »Wohin ist der Stamm gezogen? Nach verbranntes Ende? Ausgezeichnet. Lässt sich gut verteidigen. Kommt!« Bane hatte ein kleines Pony, das zwischen den Haaren graste. Sie ritten los und hielten sich dabei dicht an dem Holzkliff. »Was hat es mit dem Scheurer auf sich?«, fragte Snibrill. »Ich erinnere mich daran, dass du Geschichten erzählt hast, über die alten Zeiten. Aber das alles ist ferne Vergangenheit. Ich habe mir eine Art Ungeheuer vorgestellt, das nur in unserer Fantasie existiert.« »Die Mule verehren es«, entgegnete Bane. »Ich bin in dieser Hinsicht eine Art Fachmann.« Falten formten sich in Snibrills Stirn. Bei den Munrangs gab es keine Götter. Sie hielten das Leben auch so schon für kompliziert genug. »Ich vermute, dass eine oder andere«, sagte Pismayr. »Ich habe gewisse alte Bücher gelesen. Die Geschichten spielen kaum eine Rolle. Es sind nur Metaphern.« »Interessante Lügen«, übersetzte Bane. »Sie beschreiben Dinge, ohne zu viel erklären zu müssen.« »Der Scheurer ist eine Art Kraft. Nun, ich glaube, es gab einmal Leute, die mehr darüber wussten. Ich erinnere mich an alte Geschichten über alte Städte, die plötzlich verschwanden. Heute sind es nur noch Legenden. Ach, so viel geriet in Vergessenheit. Wissen, das niedergeschrieben wurde und dann verloren ging.« Der Teppich war voll von kleinen Pfaden. Sie verliefen nicht gerade wie die Straße, sondern wiesen viele Kurven auf, wandten sich wie Schlangen durch die Haare. Nur wenige Reisende beschritten jene Wege, was bedeutete, dass sie selten jemandem begegneten. Trotzdem waren die Pfade nie überwuchert. Bei den Dumii hieß es, Pelun, Gott der Reisen, habe sie geschaffen. Die Manrangs glaubten, dass sie ihre Existenz dem Teppich verdankten, allerdings behielten sie diese Meinung für sich. Zwar verzichteten sie auf Götter, aber sie begegneten denen anderer Stämme mit Respekt. Unter der »verbranntes Ende« genannten »zerklüfteten Spitze von Holzwand« teilte sich der Weg, führte von dort aus nach Westen und Norden. Glörg hielt den Orksenwagen an und blickte zu den verkohlten schwarzen Graten hinauf. Er kniff die Augen zusammen, als er weit oben eine schemenhafte Bewegung bemerkte. Einige Sekunden lang schnupperte er. »Ich habe ein ungutes Gefühl«, teilte er seiner Frau mit. »Wir warten hier auf Snibbrill.« Er sprang vom Karren und ging zu Fuß in die Richtung zurück, aus der sie gekommen waren. Wieder geschah es. Aus den Augenwinkeln sah er, wie etwas davonhuschte. Nein, nur ein Schatten. Er schnupperte erneut und schüttelte den Kopf. Ein solches Verhalten gebührte keinem Stammesoberhaupt, sich von irgendwelchen Schatten erschrecken zu lassen. Er hob die Hände und wölbte sie trichterförmig vor dem Mund. »Schiebt die Wagen zu einem Kreis zusammen«, rief er. »Wir lagern hier!« Wenn man sich mit der Asche und dem nicht besonders angenehmen Anblick dieses Teils von Holzwand abfand, so gab es an dem Ort namens »Verbranntes Ende« kaum etwas auszusetzen. Zumindest bot er Sicherheit. Die Haare waren geborsten und gebrochen, als das gewaltige Etwas aus Holz herabfiel, und deshalb konnten sich Angreifer nicht unbemerkt heranschleichen. Hinzu kam die lange und hohe weiße Barriere auf der einen Seite, die zusätzlichen Schutz gewährte. Trotzdem fühlte sich hier niemand richtig wohl. Glörg trieb den Stamm an, bis die Wagen und Karren einen Wall bildeten, mit den Ponys und dem Vieh im Innern des Kreises. Dann erteilte er die Anweisung, einen Bewaffneten auf jedem Wagen zu postieren, mehrere Lagerfeuer anzuzünden und alles für die Nacht vorzubereiten. »Sorg dafür, dass die Leute beschäftigt bleiben«, so lautete eine von drei Regeln, die ihm der alte Grimm hinterlassen hatte und die ein gutes Stammesoberhaupt beachten musste. Nummer eins, du musst immer Zuversicht ausstrahlen. Nummer zwei, sag niemals »Ich weiß nicht«. Und wenn alle Stricke rissen, Nummer drei, sorg dafür, dass die Leute beschäftigt bleiben. Glörg hatte schon mehrmals im Bereich von verbranntes Ende gejagt und daher wusste er, Stille und Ödnis in der Nähe des verkohlten Holzes konnten tiefes Unbehagen schaffen. Es gab verschiedene Möglichkeiten, gegen die Furcht anzukämpfen. Arbeit, lautes Lachen oder Singen, mit dem Speer herummarschieren. Kurze Zeit später brannten Lagerfeuer im Kreis. Glörg kletterte auf seinen Wagen und blickte den Weg entlang. Natürlich blieb ein Feuer in der Nacht, aufmerksamen Augen nicht verborgen. Aber gab es etwas Besseres als ein Lagerfeuer, um die Moral zu heben? Und eine warme Mahlzeit machte Mut. Dort draußen lauerten Snarks. Ach, mit Snarks konnte man fertig werden. Es hatte sie immer gegeben, diese Feigenbiester. Snarks waren gerade gescheit genug, keine Dörfer anzugreifen. Sie fielen lieber über einsame Wanderer her und auch nur, wenn die Umstände günstig waren. Dass sie sich jetzt anders verhielten, gefiel Glörg ganz und gar nicht. Nach einer Weile kletterte er wieder vom Karren herunter und holte sein Jagdmesser. Es bestand aus dem Oberschenkelknochen eines Snarks und ließ sich auch als Schwert verwenden. Er schob es sich hinter den Gürtel und nahm von seiner Frau einen Napf mit Suppe entgegen. Aus dem Abend wurde Nacht und die Wächter nickten ein. Außerhalb des Lagers verdichteten sich die Schatten zwischen den Haaren. Ein zweiter, dunkler Kreis schien zu entstehen und den ersten zu umgeben. Der Angriff erfolgte im Süden. Etwas heulte und ein Wagen erbebte. Der entsprechende Wächter lief um sein Leben. Er hieß Gürth und war Glörgs ältester Sohn. »Zu den Waffen! Zu den Waffen! Den Kreis verteidigen!« rief Glörg, stürmte los und hielt einen Speer in jeder Hand. Er warf den ersten, ohne stehen zu bleiben, und ein dumpfes Knirschen wies ihn darauf hin, dass er getroffen hatte. »Diese Snarks sind ganz anders als jene, die du kennst«, flüsterte ein kühler Gedanke in Glörg. Sie schienen überhaupt nicht zu wissen, was Feigheit bedeutete, und sie trugen Geschöpfe auf dem Rücken, die wie Männer mit grünen Augen und langen Zähnen aussahen. Glörg zögerte kurz, und ein Pfeil streifte seinen Arm. Pferde wirrten und rissen sich los und galoppierten durch die Menge der Manrangs, ein heilloses Durcheinander entstand. Glörg beobachtete, wie ein Wagen umstürzte, und dann ragte ein Snark mit glänzendem Halsband vor ihm auf. Etwas donnerte, etwas krachte, und Taubheit breitete sich in Glörgs Arm aus und verwandelte sich in Finsternis, als sie den Kopf erreichte. Die Feuer wiesen Snibrill, Bane und Pismayr den Weg, als sie den Pfad verließen. »Wir sollten zum Reich reiten«, sagte der Schamane. »Dort ist die Situation bestimmt nicht so schlimm«, er unterbrach sich. Bane zog sein Schwert, stieg lautlos ab und schlich durch die Dunkelheit. Mit einem Wink forderte er Pismayr auf, sein Schweigen zu beenden. »Und natürlich ist wer in dieser Jahreszeit besonders hübsch«, fuhr der Schamane hastig fort, »außerdem gibt es dort viele interessante Gassen und historische...« »Kennst du Bane schon lange?«, fragte Snibrill und beobachtete, wie der Fremde lautlos mit den Schatten verschmolz. »Er ist ein alter Freund.« »Und wer?« Bane tat einen weiteren Schritt vorwärts, sprang plötzlich los und bohrte sein Kurzschwert in die Nacht. Irgendwo in der Dunkelheit stöhnte jemand oder etwas, und eine Gestalt kippte nach vorn auf den Pfad. Ein schlichtes, schwarzes Schwert rutschte ihr aus der Hand. Snibrill schnappte nach Luft und wich zurück. Die Kleidung des Wesens bestand aus schwarzem Leder, das von Knochenringen zusammengehalten wurde. Auf den ersten Blick betrachtet, schien es sich um einen Mann zu handeln, doch als Snibrill genauer hinsah, bemerkte er einen Pelz und Krallen. Das Gesicht war eigentlich kein Gesicht, eher eine Schnauze. »Mule«, erklärte Bane. »Ich rieche sie.« »Wir müssen fort von hier«, drängte Pismayr. »Solche Geschöpfe sind nie allein unterwegs.« »Aber es sieht fast normal aus«, wunderte sich Snibrill. »Ich dachte, in den umgekehrten Gebieten gibt's nur Ungeheuer und Tiere.« »Oder Kreuzungen zwischen ihnen«, sagte Bane. Etwas versperrte für ein oder zwei Sekunden den Blick auf die fernen Lagerfeuer, und ein Snark brüllte. Bevor der Schrei verklang, saß Snibrill bereits in Rolands Sattel und ritt los, gefolgt von Pismayr und Bane. Stimmen ertönten weiter vorn, und Schwarzes glitt durchs Licht. Als sie die Lichtung mit dem Kreis aus Wagen erreichten, fühlte Snibrill das Pferd die Muskeln zum Sprung spannen. Er klammerte sich fest, als Roland über einen Karren hinweg setzte, um dahinter überraschend sanft zu landen. Ein wilder Kampf fand statt, und niemand schenkte dem Neuankömmling Beachtung. An einer Stelle brannten mehrere Wagen, und züngelnde Flammen hielten die Angreifer fern. Doch einige Snarks waren ins Innere des Lagerrings gelangt und knurrten wütend, während die Verteidiger Speere warfen. Glurk lag unter der Pranke des größten Snarks, den Snibrill je gesehen hatte. Die glühenden Augen bewegten sich, und ihr Blick galt Snibrill. Er wollte fliehen, doch das Pferd unter ihm rührte sich nicht von der Stelle. Der Reiter auf dem Snark sah ihn ebenfalls und grinste grimmig. Snibrill schwang sich von Rolands Rücken und griff nach Glurks Speer. Das Ding erwies sich als ziemlich schwer. Glurk zog Speere vor, die andere Leute kaum heben, geschweige denn werfen konnten. Snibrill achtete darauf, dass die Spitze nach oben wies. Der Snark und sein Reiter drehten sich, um ihn im Auge zu behalten. Das große Geschöpf duckte sich zum Sprung. Dadurch geriet Roland hinter das Wesen. Der Hengst schob sich etwas näher. Sein Schweif zuckte von einer Seite zur anderen. Und er trat nach hinten aus. Beide Hufe trafen gleichzeitig das Ziel. Der Reiter sauste an Snibrill vorbei. Er war bereits tot. Niemand konnte so aussehen und noch leben. Der Snark knurrte überrascht, starrte Snibrill an und sprang los. Pismayr vertrat den Standpunkt, dass es eigentlich gar nicht nötig war, Tieren nachzustellen. Mit genauen Beobachtungen und sorgfältigen Schlussfolgerungen, so meinte er, konnte man auf sie warten. Snibrill reagierte aus einem Reflex heraus. Er rammte das Ende des Speers in den Boden und hielt den Schaft fest. Mitten in der Luft begriff der Snark seinen Fehler, aber da war es bereits zu spät. Er flog nicht etwa einem hilflosen Opfer entgegen, sondern der Spitze eines Speers. Das war die erste Schlacht. Kapitel 3 Als Snibrill erwachte, neigte sich die Nacht dem Ende entgegen. Er lag neben einem erlöschenden Feuer, und ein Fell diente ihm als Decke. Er spürte angenehme Wärme und dumpfen Schmerz. Hastig schloss er die Augen. Du bist wach, sagte Bane, der an einem Fass saß, den Hut über die Augen gezogen. Rolands Zügel waren an einem Haar festgebunden. Snibrill setzte sich auf und gähnte. Was ist passiert? Wie steht's mit den anderen? Oh, es geht ihnen den Umständen entsprechend. Wenigstens sind keine Toten zu beklagen. Aber viele Munrongs wurden verletzt, und dein Bruder besonders schwer. Häufig verwenden die Mule bei einem Kampf Schwerter, an deren Klingen Gift klebt. Es bewirkt einen Schlaf, aus dem man nicht wieder erwacht. Pismyre ist jetzt bei Glurk. Wenn ihm jemand helfen kann, dann er. Deine Anwesenheit würde nur stören. Bane sah das Blitzen in Snibrills Augen und fügte rasch hinzu. Übrigens, was ist los mit dir? Wir mussten dich unter einem ziemlich großen Snark hervorziehen. Snibrill brummte etwas Unverständliches und sah sich um. Im Lager ging es so friedlich zu, wie es in einem Lager friedlich zugehen konnte. Mit anderen Worten, Stimmen erklangen, und Munrongs sorgten für eine abwechslungsreiche Geräuschkulisse. Es klang fröhlich und auch trotzig. Der Angriff war abgewehrt worden. Für kurze Zeit, während das Licht des Morgens durch die Haare kroch, glaubten sich die Munrongs imstande, es mit dem Scheurer und allen Snarks aufnehmen zu können. Einige von ihnen, wie Bane, der nie zu schlafen schien, waren aufgeblieben, saßen an den Lagerfeuern und bereiteten ein frühes Frühstück vor. Bane zog wortlos etwas aus der Asche, von dem ein appetitanregender Duft ausging. »Snark-Keule, im eigenen Saft gebacken«, sagte er und schnitt die Kruste auf. »Nicht ohne Stolz weise ich darauf hin, dass ich den Eigentümer selbst getötet habe.« »Protein ist ein notwendiges Element der Ernährung«, sagte Pismeyer und kletterte vom Orxenwagen herunter. »Ich möchte ein Stück ohne Fett.« Snibbrill sah die Erschöpfung im Gesicht des alten Schamanen. Neben ihm lag der inzwischen fast leere Kräuterbeutel. Eine Zeit lang aß Pismeyer schweigend. Und dann wischte er sich den Mund ab. »Glörg ist so stark wie ein Pferd«, sagte er und beantwortete damit die unausgesprochenen Fragen. »Die Götter aller freundlichen Geschöpfe müssen bei seiner Geburt zugegen gewesen sein, ob er an sie glaubt oder nicht. Natürlich wird er geschwächt bleiben, bis die Wirkung des Gifts ganz nachlässt. Mindestens zwei Tage lang sollte er das Bett hüten, und deshalb habe ich Bertha gesagt, dass sechs Tage nötig sind. Vermutlich nörgelt und quengelt er so sehr, dass sie ihn übermorgen aufstehen lässt. Dann fühlt er sich allein deshalb besser, weil er glaubt, mir ein Schnippchen geschlagen zu haben. Positives Denken, darauf kommt's an.« Er musterte Snibbrill. »Was ist los mit dir? Du kannst von Glück sagen, mit dem Leben davon gekommen zu sein.« Pismeyer bemerkte Baines Lächeln und fügte hinzu. »Oh, ich weiß, dass solche Hinweise eigentlich sinnlos sind, aber meiner Ansicht nach sollten jene Leute, die Helden besingen, auch mal daran denken, wer nach den vollbrachten Heldentaten aufräumen muss.« Er hob seinen Kräuterbeutel. »Und zwar hiermit.« »Es sind nur verschiedene Sorten Staub und einige nützliche Pflanzen. Das ist keine Medizin. Damit kann man die Patienten nur bei Laune halten, während sie krank sind.« »Ach, wir haben so viel verloren.« »Das hast du schon einmal gesagt,« erinnerte sich Snibbrill. »Was haben wir verloren?« »Wissen. Richtige Medizin. Bücher. Kartografie. Die Faulheit betrifft nicht nur Personen, sondern auch Reiche. Wenn man sich nicht ums Wissen kümmert, verschwindet es nach und nach. Zum Beispiel das hier.« Der Schamane holte einen Gürtel hervor, der aus sieben unterschiedlich gefärbten Quadraten bestand. Riemen hielten sie zusammen. »Dieses Objekt stammt von den Schlauen.« »Los, frag mich ruhig.« Snibbrill kam der Aufforderung nach. »Ich glaube, ich habe schon einmal von Ihnen gehört, aber wer sind die Schlauen?« »Na bitte.« »Ein alter Stamm, einst der Stamm, das erste Teppichvolk.« Den Schlauen gelang es, die Fliesen zu überqueren und das Feuer zu holen. Sie brachen Holz bei Holzwand. Sie fanden heraus, wie man Lack von ein Stuhlbein schmilzt. Heute bekommt man sie nur selten zu Gesicht, aber damals waren sie immer und überall zugegen, schoben ihre großen Kessel fürs Kochen von Lack von Dorf zu Dorf. Die erstaunlichsten Dinge konnten sie damit anstellen. Wie dem auch sei, sie fabrizierten diese Gürtel aus sieben verschiedenen Substanzen. Teppichhaar, Bronze von Hochtorland, Lack, Holz, Staub, Zucker und Schotter. Jeder Schlaue musste einen anfertigen. »Warum?« »Um zu beweisen, dass er dazu fähig war.« »Mystizismus. Nun, das war vor langer Zeit. Seit Jahren habe ich keine Schlauen mehr gesehen.« »Und jetzt verwendet man ihre Gürtel als Halsbänder für schwarze Snarks. Ja, wir haben viel verloren. Zu viel wurde niedergeschrieben. Und dann vergessen.« Pismeyer schüttelte den Kopf. »Ich mache jetzt ein Nickerchen. Weckt mich, wenn wir aufbrechen.« Er schlurfte zu einem der Karren und zog sich dort eine Decke über den Kopf. »Was bedeutet das?«, fragte Snibrill. »Ein Nickerchen,« antwortete Bane, »das ist ein kurzer Schlaf.« »Nein, ich meine die Behauptung, es sei zu viel niedergeschrieben worden. Wer hat zu viel niedergeschrieben und warum?« Zum ersten Mal entdeckte Snibrill Anzeichen von Unbehagen in Banes Gesicht. »Lass dir das von Pismeyer erklären,« sagte er. »Jeder hat gewisse Dinge, an die er sich erinnert.« Snibrill beobachtete, wie Bane geistesabwesend auf Rolands Schnauze klopfte. Wer war er? Irgendwie hielt er andere Leute davon ab, danach zu fragen. Er wirkte wie ein Wilder, doch gleichzeitig ging etwas Seltsames von ihm aus. Snibrill dachte in diesem Zusammenhang an einen Topf, der über Arme und Beine verfügte und dessen Inhalt fast überkochte. Eine angemessene Beschreibung für Bane fand er. Alle seine Bewegungen erweckten den Eindruck, vorher genau überlegt und geplant zu sein. Snibrill wusste nicht, ob er einen Freund in dem Fremden sehen durfte. Er hoffte es, denn bestimmt war er ein schrecklicher Feind. Mit dem Gürtel im Schoß lehnte er sich zurück und dachte an die Schlauen. Irgendwann schlief er ein. Es erschien ihm wie Schlaf, doch er glaubte noch immer, die Geräusche des Lagers zu hören und die Umrisse von verbranntes Ende jenseits der Lichtung zu sehen. Später dachte er darüber nach. Es war wie ein Traum. Ein verschwommenes Bild in der von Rauch erfüllten Luft zeigte Snibrill den Teppich. Er flog durch die Haare, ein ganzes Stück über dem Staub. Es war Nacht und dunkel, aber trotzdem sah er gut. Über grasende Herden schwebte er hinweg, über Fremde, die Kapuzen trugen und einen Karren schoben, schlaue, über ein schlafendes Dorf. Dann änderte sich sein Kurs und er glitt zu einer einzelnen Gestalt zwischen den Haaren. Als er sich ihr näherte, wurde sie zu einer ganz in Weiß gekleideten Person. Alles an ihr glänzte weiß. Sie drehte sich um und richtete den Blick auf ihn, schien sich seiner Gegenwart durchaus bewusst zu sein. Und er sank den hellen, aufmerksam blickenden Augen entgegen. Plötzlich erwachte Snibrill und das Bild verblasste, während er sich aufsetzte und mit beiden Händen nach dem Gürtel aus sieben Quadraten griff. Kurze Zeit später brachen die Manrangs auf und Pismayr steuerte den ersten Wagen. Glörg lag darin, bleich und geschwächt, aber immer noch stark genug, um bei jeder Erschütterung hingebungsvoll zu fluchen. Manchmal grollte der schreckliche Scheurer in der Ferne. Bane und Snibrill, der sich den Gürtel um die Talie geschlungen hatte, ritten voraus. Der Teppich wechselte die Farbe. Das allein war nicht außergewöhnlich. Im Bereich von Holzwand zeigten die Haare eine dunkelgrüne und graue Tönung, doch westlich von Tregon Marus präsentierten sie sich in einem staubigen, hellen Blau. Jetzt ging das Grün allmählich in Gelb über, und die Haare wirkten dicker, knotiger. Einige von ihnen trugen Früchte, große, stachelige Kugeln, die direkt aus dem Haarstamm wuchsen. Bane schnitt eine mit dem Messer auf und zeigte Snibrill, dass sie mit dickflüssigem, süßem Sirup gefüllt waren. Nach einer Weile passierten sie eine Art Konstruktion hoch oben in den Haaren. Gestreifte Geschöpfe blickten von ihrer hohen Festung herab und summten verärgert, während sie die dahinrollenden Wagen beobachteten. »Hymetoren«, rief Pismayr, während das Brummen immer lauter wurde, »beachtet sie nicht. Sie sind friedlich, wenn man sie in Ruhe lässt. Doch wenn sie glauben, dass man es auf ihren Honig abgesehen hat, dann stechen sie.« »Sind sie intelligent?«, fragte Snibrill. »Nur alle zusammen. Einzeln sind sie dumm. Ha, das Gegenteil von uns. Übrigens, die Stiche wirken tödlich.« Nach dieser Bemerkung wagte es niemand mehr, auch nur in Richtung einer Sirupkugel zu blicken. Bane verbrachte viel Zeit damit, nach oben zu starren, mit der rechten Hand auf dem Knauf des Schwerts. Schließlich erreichten sie eine Stelle, an der sich zwei Wege kreuzten. Eine Schotterpyramide erhob sich dort, und darauf saßen ein Mann und eine Frau mit Bündeln zu ihren Füßen. Im Vergleich mit ihrer zerlumpten Kleidung schien Banes Mantel Teil eines prächtigen Festgewands zu sein. Die beiden Fremden aßen Käse. Als sich Bane und Snibrill näherten, wichen sie zunächst ein wenig zurück, doch dann entspannten sie sich. Der Mann wollte reden. Viele Worte schienen sich in ihm angesammelt zu haben. »Ich bin Caymus Cadmus«, stellte er sich vor, »habe als Haarschneider für die Sägemühle von Marus gearbeitet. Vermutlich bin ich noch immer Haarschneider, falls jemand an meinen Diensten interessiert ist. Oh, ich war unterwegs, um Haare fürs Schneiden zu markieren, und Lydia hier brachte mir das Mittagessen, und plötzlich fühlte sich alles schwer an, und dann...« Und dann genügten Worte nicht mehr, um einen Eindruck von den Geschehnissen zu vermitteln. Caymus ruderte mit den Armen, und sein Gesicht brachte entsetzend zum Ausdruck. »Als wir zurückkehrten, existierte nur noch ein kleiner Teil des Walls. Alle Häuser waren eingestürzt, wir versuchten zu helfen, aber...« »Na ja, wer den Ort verlassen konnte, machte sich auf und davon.« »Nach einer solchen Verheerung ist ein Wiederaufbau kaum möglich.« »Kurz darauf hörten wir das Heulen der wolfartigen Wesen, und hielten es für besser, uns ebenfalls auf den Weg zu machen. Mit anderen Worten, wir flohen.« Der Haarschneider nahm ein Stück Fleisch von Snibrill entgegen und biss hungrig hinein. »Ist sonst noch jemand entkommen?«, fragte Snibrill. »Entkommen? Aus einem solchen Chaos? Vielleicht einige Leute, die sich zum Zeitpunkt der Katastrophe außerhalb des Walls befanden. Bis gestern hat uns Barland Corrinson begleitet, aber er hatte es auf den Sirup der Zumbies da abgesehen, und sie erwischten ihn. Jetzt ziehen wir nach Osten, dort habe ich Verwandte, die hoffentlich noch leben.« Snibrill und seine Gefährten schenkten den beiden Flüchtlingen neue Kleider sowie Proviant, und dann verabschiedeten sie sich von ihnen. Camus und Lydia eilten so hastig davon, als hielten sie die Munrangs für einen weiteren, plötzlich erschienenen Schrecken des Teppichs. »Alle laufen weg,« sagte Snibrill. »Wir alle.« »Ja,« bestätigte Bane und blickte mit seltsamer Miene über den nach Westen führenden Weg. »Selbst die Leute dort.« Er streckte den Arm aus, und Snibrill sah einige gebeugt stapfende Personen, die einen schweren Wagen zogen. Kapitel 4 »Schlaue,« sagte Bane, »ich rate dir zu schweigen, bis du von ihnen angesprochen wirst.« »Gestern Nacht habe ich sie in einem Traum gesehen,« begann Snibrill. Das überraschte Pismeyer nicht. »Du hast einen ihrer Gürtel. Weißt du, wenn man wirklich hart an etwas arbeitet, dann bleibt ein Teil des eigenen Selbst im Werk zurück. Das gilt zumindest für die Schlauen.« Snibrill nahm den Gürtel ab und verstaute ihn im Rucksack, ohne zu wissen, was ihn dazu veranlasste. Hinter ihnen rollten die Wagen zum Rand des Weges. Der von den Schlauen gezogene Karren rumpelte weiter, bis er die Schotterpyramide erreichte. Beide Gruppen musterten sich gegenseitig. Ein kleiner Schlauer wandte sich vom Wagen ab und trat auf Snibrill und Bane zu. Aus der Nähe betrachtet stellte sich heraus, dass der Umhang des Fremden nicht völlig schwarz war. Dünne, graue Linien bildeten ein komplexes Gittermuster. Das Gesicht blieb unter der Kapuze verborgen. »Hallo«, sagte der Schlaue. »Hallo«, erwiderte Bane. »Hallo«, wiederholte die Gestalt. Anschließend stand sie reglos da und gab keinen Ton mehr von sich. »Verstehen Sie unsere Sprache?«, fragte Snibrill. »Ich denke schon«, antwortete Pismeyer. »Immerhin haben Sie sie erfunden.« Snibrill fühlte einen Blick auf sich ruhen, der seinen Ursprung unter der Kapuze hatte. Der im Rucksack ruhende Gürtel schien sein Gewicht plötzlich zu verdoppeln oder zu verdreifachen. Nach einer Weile sah der Schlaue Bane an. »Heute Abend essen wir das Festmahl der Bronze. Ihr seid eingeladen. Und natürlich nehmt ihr die Einladung an. Wir erwarten sieben Personen, wenn die Feuer der Nacht brennen. »Einverstanden«, erwiderte Bane ernst. Der Schlaue drehte sich um und kehrte zum Wagen zurück. »Heute Abend?«, fragte Pismeyer. »Das Festmahl der Bronze? So wie das Festmahl des Zuckers oder Haars?« »Erstaunlich!« »Ich wusste gar nicht, dass auch Fremde dazu eingeladen werden.« »Wer hat wen eingeladen?«, erklang eine Stimme im Orksenkarren. Der Wagen wackelte, die Plane wurde beiseite geschoben und Glörg kam zum Vorschein. »Ich habe ausdrücklich darauf hingewiesen, dass du mehr Ruhe brauchst«, sagte Pismeyer nur der Form halber. Glörg war bereits angezogen. Er wechselte einen kurzen Blick mit Bane und Snibbrill und zwinkerte ihnen zu. »Schlaue«, brummte Glörg, nachdem er ihm alles erklärt hatte. »Ich dachte, sie existieren nur in Märchen und so.« »Wie dem auch sei, man hat uns eine Gratismahlzeit angeboten, und daran gibt's sicher nichts auszusetzen. Um ganz ehrlich zu sein, ich weiß kaum etwas über diese Leute, aber ich habe noch nie von bösen Schlauen gehört.« »Bis vor kurzer Zeit hatte ich überhaupt keine Ahnung von ihnen«, murmelte Snibbrill. »Tja, du bist zu spät geboren und hast deshalb nie unseren alten Großvater kennengelernt«, erwiderte Glörg. »Er erzählte mir, dass er einmal einem Schlauen begegnete, draußen, zwischen den Haaren. Lieh ihm seine Axt.« »Hat er sie zurückbekommen?«, fragte Pismeyer. »Nein.« »Dann muss es tatsächlich ein Schlauer gewesen sein«, meinte der Schamane. »Meistens sind sie viel zu sehr mit Wichtigem beschäftigt, um an einfache Dinge zu denken.« »Angeblich war's eine gute Axt.« »Wir dürfen die Einladung auf keinen Fall ablehnen«, sagte Pismeyer. »Auf keinen Fall«, bestätigte Bane. »Aber die Sache ist ziemlich riskant«, fuhr der Schamane fort. »Die Schlauen sind sehr empfindlich und glauben an viele seltsame Dinge. Das dürft ihr nicht vergessen.« »Erklär's ihnen, General.« »Die Sieben hat bei den Schlauen eine ganz besondere Bedeutung«, sagte Bane. »Sieben Elemente im Teppich, sieben Farben.« »Die Chays«, warf Pismeyer ein, »erzähl ihnen von den Chays«. Darauf wollte ich gerade zu sprechen kommen. Die Chays sind wie Zeitabschnitte. Allerdings unterliegt ihre Länge keinen Beschränkungen. Sie können kurz sein oder auch nicht. Nur die Schlauen wissen darüber Bescheid. »Nehmen wir die Gürtel. Die sieben Quadrate symbolisieren verschiedene Chays. Das Chay des Salzes betrifft einen Zeitraum des Friedens und Wohlstands. Während des Schotter-Chays werden Reiche und Welle gebaut. Könnt ihr mir folgen.« »General«, dachte Snibrill. »So hat Pismeyer ihn genannt. Bestimmt nicht ohne Grund. Ein General ist eine Art Stammesoberhaupt der Soldaten. Oh, alle sehen mich an. Niemand von ihnen hat was gemerkt.« »Hm?«, erwiderte er und versuchte, sich an Baines letzte Worte zu erinnern. »Oh, das Festmahl heute Abend bedeutet also, dass wir im Chay der Bronze sind, oder?« »Es bedeutet seinen Anfang«, sagte Pismeyer. »Damit ist eine Zeit des Krieges und der Zerstörung gemeint.« Glörg hüstelte. »Und wie lange dauert sie?« »Das wissen nur die Schlauen. Und frag mich nicht, woher sie es wissen. Nun, heute Abend zelebrieren alle Schlauen des Teppichs das Festmahl der Bronze. Es hat etwas mit ihren Erinnerungen zu tun.« »Klingt alles ein bisschen seltsam«, kommentierte Glörg. »Mag sein. Aber das bedeutet nicht, dass es nicht stimmt.« »Du weißt viel über die Schlauen«, sagte Snibbrill. »Nein«, widersprach Pismeyer. »Man weiß nie etwas, wenn's um Schlaue geht. Geschichten fallen einem ein. Man beobachtet, sammelt hier und dort Kenntnisse, ohne jemals Gewissheit zu erlangen.« »Na schön«, Glörg erhob sich und trat aufs Kutschbrett des Orxenwagens. »Die Schlauen haben uns eingeladen und deshalb nehmen wir an dem Festmahl teil. Offenbar bleibt uns ohnehin nichts anderes übrig. Bertha kommt mit und Girth und, lasst mich mal überlegen, ja, und Damien Kautsfuß. Eine Einladung der Schlauen kann man nicht ablehnen, oder? Man muss ihr folgen, mit sechs Begleitern.« Unsicher betraten sie das Lager der Schlauen und blieben dicht beisammen. Schlaue waren immer in Gruppen unterwegs, die aus sieben, einundzwanzig oder neunundvierzig Personen bestanden. Niemand wusste, was mit überzähligen Schlauen geschah. Vielleicht wurden sie von den anderen getötet und verspeist, meinte Glörg, der eine ererbte Abneigung Axtdieben gegenüber hatte. Pismeyer gab ihm zu verstehen, dass er still sein sollte. Der älteste Schlaue in der Gruppe bekleidete den Rang des Meisters. Diese Gemeinschaft bestand aus einundzwanzig Mitgliedern, und Pismeyer deutete auf einen großen Lackkessel auf dem Wagen. Die Schlauen waren darauf spezialisiert, den Lack zu schmelzen, den man im Norden bei Firnisholm gewann. Dort ragte eine gewaltige Säule aus Rotholz auf, in der Dumii-Sprache als Einstuhlbein bekannt. Sie zogen von Dorf zu Dorf und verkauften den geschmolzenen Lack, aus dem man viele Dinge herstellen konnte, darunter Speerspitzen und Messer. Snibbrill fragte sich, wie lange es dauern mochte, bis jemand den Gürtel im Rucksack bemerkte. Wenn die Schlauen das Ding fanden, erhoben sie bestimmt Anspruch darauf, doch Snibbrill wollte sich nicht davon trennen. Sieben Feuer brannten dicht nebeneinander, und an jedem saßen drei Schlaue. Sie schienen völlig identisch zu sein. Wie halten sie sich auseinander, dachte Snibbrill. Oh, da fällt mir etwas ein, sagte Pismeyer, als die Gastgeber in großen Kochtöpfen rührten. Die Schlauen haben ein absolutes Gedächtnis. Sie erinnern sich an alles. Deshalb fällt es ihnen so schwer, mit gewöhnlichen Leuten zu reden. Ich verstehe nicht, erwiderte Snibbrill. Sie können dir Antworten geben, bevor du die Fragen gestellt hast, fuhr der Schamane fort. Manchmal sind selbst sie verwirrt. Ich bin es schon jetzt. Wie ich eben sagte, sie erinnern sich an alles, und damit meine ich wirklich alles. Alle Ereignisse, die in irgendeinem Zusammenhang mit ihnen stehen. Ihre Gehirne arbeiten nicht so wie unsere. Vergangenheit und Zukunft gehören für sie zusammen. Um es anders auszudrücken, sie erinnern sich an Dinge, die erst noch geschehen müssen. Snibbrill starrte mit offenem Mund. Dann könnten wir sie fragen, begann er. Nein, das dürfen wir nicht. Pismeyer holte tief Luft, als sich ein Schlauer näherte und ihm einen Teller reichte. Das sieht lecker aus, sagte er in einem etwas normaleren Tonfall. Sie aßen schweigend, und Snibbrill dachte, sind die Schlauen still, weil sie bereits wissen, was sie gesagt haben? Nein, das ist unmöglich. Sie müssen erst miteinander sprechen, um sich dann zu erinnern, oder? Ich bin Noral, der Ofenmeister, begann ein Schlauer. Mein Name, ja. Wir, ja. Es kam zu, ich weiß. Woher? Nach dem Essen erzählst du mir davon. Oh. Snibbrill versuchte, einen klaren Gedanken zu fassen. Pismeyer hatte recht. Es war fast unmöglich, sich mit jemandem zu unterhalten, der bereits das ganze Gespräch kannte. Wisst ihr wirklich über alle zukünftigen Ereignisse Bescheid? brachte er schließlich hervor. Im Schatten unter der Kapuze zeichnete sich ein Lächeln ab. Nicht über alle. Wie kann man alles wissen? Aber viele Dinge sind uns tatsächlich bekannt. Snibbrill sah sich verzweifelt um. Bane und Pismeyer sprachen mit anderen Schlauen und achteten nicht auf ihn. Aber, aber, angenommen, ihr kennt Zeitpunkt und Umstände des eigenen Todes. Angenommen, euch erwartet der Angriff eines wilden Tiers. Ja? fragte Noral höflich. Dann könntet ihr einfach nicht da sein, oder? Beim eigenen Tod fehlen? erwiderte der Schlaue. Das wäre ein guter Trick. Nein, ich meine, ihr könntet vermeiden... Ich weiß, was du meinst. Aber das ist unmöglich. Es ist schwer zu erklären. Besser gesagt, es ist leicht zu erklären, aber schwer zu verstehen. Wir müssen dem Faden folgen. Dem einen Faden. Und er darf nicht reißen. Gibt es überhaupt keine Überraschungen für euch? fragte Snibberl. Ich weiß nicht. Was ist eine Überraschung? Kannst du mir sagen, was mich, beziehungsweise uns alle erwartet? Ihr wisst, was geschehen ist, was geschieht und was geschehen wird. Es würde uns helfen, über die Zukunft Bescheid zu wissen. Die dunkle Kapuze wandte sich ihm zu. Das bezweifle ich. Dadurch kann das Leben sehr schwer werden. Wir brauchen Hilfe, drängte Snibberl. Er flüsterte jetzt. Wer oder was ist der schreckliche Scheurer? Wo sind wir sicher? Was sollen wir jetzt unternehmen? Kannst du uns Auskunft geben? Der Schlaue beugte sich ein wenig näher. Bist du imstande, ein Geheimnis zu hüten? fragte er in verschwörerischem Ton. Ja, antwortete Snibberl sofort. Ich meine, kannst du es wirklich für dich behalten? Selbst wenn alles in dir danach verlangt, davon zu erzählen, auch wenn das Schweigen so heiß brennt wie eine glühende Kohle in der Hand, bist du auch dann fähig, das Geheimnis zu wahren? Äh, ja. Gut, sagte der Schlaue und lehnte sich wieder zurück. Wir sind es ebenfalls. Aber lass es dir schmecken. Wird mir die Mahlzeit gefallen? Wenn ich mich richtig erinnere, warst du von ihr begeistert. Der Schlaue drehte sich halb um, zögerte und richtete den Blick erneut auf Snibberl. Den Gürtel kannst du behalten. Oh, du weißt davon? Jetzt ja. Der Mann Rang runzelte die Stirn. Hey, wart mal, das habe ich nur gesagt, weil du... Du solltest nicht versuchen, es zu verstehen, sagte Noral sanft. Snibberl aß eine Zeit lang, doch die Fragen ließen ihm keine Ruhe. Alles passiert, verkündete der Ofenmeister. Es ist wie ein Faden des Teppichs. Nichts kann verändert werden. Selbst die Veränderungen sind bereits Teil der Zukunft. Mehr brauchst du nicht zu wissen. Eine sonderbare Stimmung herrschte während der Mahlzeit, denn man konnte nie wissen, ob der jeweilige Gesprächspartner dem lauschte, was man erst in zehn Minuten sagen würde. Ein Teil des Unbehagens wich fort, als einer der schlauen Glörg eine Axt reichte. Sie stammte von seinem Großvater, obgleich Griff und Klinge mehrmals ersetzt worden waren. Bane und Pismayr schwiegen, als sie schließlich zum Lager der Manrangs zurückkehrten. Haben die Schlauen euch etwas verraten? fragte Snibberl. Nein, antwortete der Schamane. Sie verraten nie etwas, aber... Aber ihr Verhalten gibt den einen oder anderen Hinweis, ließ sich Bane vernehmen. Das können sie nicht verhindern. Was auch immer sie uns nicht sagen, brummte Pismayr, es macht ihnen große Sorgen. Kapitel 5 Eine Woche verging. Die Wagen rollten weiter nach Norden, und um sie herum veränderte sich der Teppich. Zu beiden Seiten des schmalen Wegs ragten die Haare auf, und jetzt waren sie dunkelrot. Die Fusselbüsche und das Staubgestrüpp wuchsen ebenfalls in unterschiedlichen Rotschattierungen. Snibberl hatte das Gefühl, durch ein gewaltiges, plötzlich erstarrtes Feuer unterwegs zu sein. Zum Glück blieb alles kühl und friedlich, und zum ersten Mal seit Beginn der Reise hörten sie des Nachts keine Snarks. Was natürlich dazu führte, dass einige Manrangs anhalten wollten. Zumindest für einige Wochen, sagte der Speermacher Cadmick Hargolder eines Abends. Mit mehreren anderen war er zu Glurks Wagen gekommen. Ich bin sicher, die Snarks haben uns inzwischen vergessen. Vielleicht können wir heimkehren. Snarks und Mule vergessen niemanden, erwiderte Bane. Wir müssen weiter. Nach wer? Ihr beide könnt von mir aus den Weg fortsetzen, rumte Cadmick. Was mich betrifft, was uns betrifft, betonte Glurk. Wir bleiben zusammen, solange ich Oberhaupt dieses Stammes bin. Wir sind erst in Sicherheit, wenn kein Zweifel mehr daran besteht, dass der nächste Mule sehr weit entfernt ist. Es ist vernünftig, nach wer zu ziehen. Dort dürfte es nicht so schlimm sein. Ihr habt natürlich das Recht, anderer Ansicht zu sein. Das letzte Wort hatte einen besonderen Klang. Es steckte voller unausgesprochener Drohungen. Doch das Murren verstummte nicht, bis sie dem Mule begegneten. Snibbrill und Bane marschierten auf dem Weg vor der Kolonne, achteten jedoch darauf, in Hörweite der Wagen zu bleiben. Snibbrill gab kaum einen Ton von sich und dachte über den General nach. Er hatte gelegentlich Dumii-Offiziere gesehen. Nur ab und zu, Tregon Marus war eher unwichtig und so fern der Heimat fühlten sich die Dumii nicht sonderlich wohl. Bane bewegte sich wie ein Soldat. Andererseits, Leute, die man General nannte, dürften eigentlich nicht so schäbig aussehen. Und jetzt reisten sie nach Wehr. Niemand hatte darüber gesprochen. Es schien einfach zu passieren. In Wehr ging bestimmt alles mit rechten Dingen zu. Immerhin war es der berühmteste Ort des ganzen Teppichs. In Wehr drohte gewiss keine Gefahr. Hunderte von Soldaten sorgten dort für Sicherheit. Wahrscheinlich ahnte Bane Snibbrills Überlegungen, aber er plauderte die ganze Zeit über dies und das, was ganz und gar nicht typisch für ihn war. Sie sahen den Mool erst, als sie ihn fast erreicht hatten. Er wurde von einem Snark getragen, der mitten auf dem Weg hockte. Die Hand des Reiters war nach dem Schwertknauf ausgestreckt und er wirkte sehr erschrocken. Bane zischte, riss seine Klinge hervor und fiel fast, als ihn Snibbrill an der Schulter packte. »Was soll das, du Narr?« »Sieh ihn dir an«, erwiderte der junge Mann Rung. »Bevor man handelt, sollte man genau beobachten. So lautete einer der vielen Ratschläge des Schamanen Pismayr. Der Mool verharrte auch weiterhin in völliger Reglosigkeit. Snibbrill schob sich langsam näher, klopfte dem Wesen versuchsweise auf die Schnauze und deutete dann zu den Beinen des Snarks. Staub hatte sich an ihnen angesammelt. Eine dünne Schicht aus Staub bedeckte auch den Leib des Mools. Wie eine Statue saß er auf dem Rücken des Snark und starrte ins Leere. »Aber wie«, begann Snibbrill, »keine Ahnung«, unterbrach Bane den Mann Rung. Er sprach schroffer als sonst, vielleicht deshalb, weil er sich ziemlich dumm vorkam. »Komm, du nimmst den Kopf und ich die Beine.« Sie zogen den Mool vorsichtig vom Snark herunter. Er blieb in der sitzenden Position, während ihn Snibbrill und Bane zu den Wagen trugen. Snibbrill rückte sein Messer so zurecht, dass er es jederzeit ziehen konnte. Doch derartige Vorsichtsmaßnahmen waren nicht notwendig. Der Mool schien aus Schotter zu bestehen. Pismayr war bereits beschäftigt, als sie ihn erreichten. Das Stammesoberhaupt hatte gejagt und ein Wildschwein gefangen, besser gesagt, eine entsprechende Statue. »Es gab eine ganze Herde davon«, sagte Glörk. Er klopfte mit dem Speer an das Schwein und ein Boing erklang. »Völlig verkehrt«, stellte er fest. »Ein Oink sollte ertönen, kein Boing.« Pismayr nahm Snibbrills Messer und klopfte damit auf die Brust des Mools. Das Ergebnis bestand aus einem Ping. »Jetzt müssten wir eigentlich ein »Aaah« hören«, meinte Glörk. »Sind diese Dinge tot?«, fragte Snibbrill. »Ich weiß es nicht«, erwiderte Pismayr, was zwei oder drei der nervöseren Zuschauer veranlasste, sich umzudrehen und davonzueilen. »Sieh nur!« Snibbrill kam der Aufforderung nach und starrte in die Augen des Mools. Sie standen weit offen und zeigten ein mattes Schwarz. Doch irgendwo tief in ihnen glühte ein winziger Funke, gefangen in Dunkelheit. Der Manrung schauderte und wandte sich an Pismayr. »Bemerkenswert«, sagte der Schamane, »vorzeitige Versteinerung. Ich wusste gar nicht, dass es in dieser Gegend Zänker gibt. Heute Nacht sollten wir Wächter auswählen, die besonders gut hören.« »Warum?«, fragte Glörg. »Weil wir ihnen die Augen verbinden.« »Warum?« Ein Schrei, und Irno Berius lief zum Schamanen. Er hielt einen seiner Hunde in den Armen. »Er hat gebellt«, schnaufte Berius, »und als ich nach dem Rechten sah, fand ich ihn so«. Pismayr untersuchte das Tier. »Du kannst von Glück sagen«, meinte er. »Das bezweifle ich«, erwiderte Irno. »Ich meine nicht den Hund, sondern dich.« Der Hund hatte sich zum Sprung geduckt, die Zähne gefletscht und den Schwanz eingezogen. »Zänker?«, wiederholte Snibbrill und wandte den Blick ab. »Was meinst du damit?« »Geschöpfe ganz besonderer Art«, sagte Pismayr. »Wir wissen nur, wie sie von hinten aussehen. Leider haben wir nicht die geringste Ahnung, wie Gesicht oder Schnauze beschaffen sind. Wer Gelegenheit bekam, einen Blick auf die betreffende Körperseite zu werfen, konnte uns nachher nichts mehr erzählen. Der Grund? Die betreffenden Personen oder Tiere verwandeln sich in Stein. Warum? Darauf weiß niemand eine Antwort. »Faszinierend. Habe seit Jahren nichts mehr von den Zänkern gehört. Dachte schon, sie seien alle ausgestorben.« An diesem Abend hätte es den Schamanen fast erwischt. Er war immer der Ansicht gewesen, dass Ziegenmilch für einen Philosophen wichtig war, und deshalb hatte er von Glörg kurz nach Beginn der Reise eine Ziege gekauft. Sie hieß Christobella und hasste Pismayr mit der ganzen Kraft ihres animalischen Wesens. Wenn sie nicht gemelkt werden wollte, was zweimal am Tag geschah, sorgte sie im Lager für beliebte Unterhaltung, indem sie zwischen den Wagen hin- und herhüpfte, während der keuchende Pismayr sie einzufangen versuchte. Mütter weckten ihre Kinder, damit sie zusehen konnten. Einen solchen Anblick würden sie nie wieder vergessen, hieß es. Diesmal sauste Christobella mit lautem Blöken an den Karren vorbei in den Wald aus Haaren. Der Schamane folgte ihr, eilte durch die Dunkelheit und stolperte über etwas Hartes. Weiter vorn verschmolz ein Schatten mit der Finsternis und irgendwo klimperte es. Pismayr kehrte mit der Statue einer Ziege zurück. Langsam stellte er sie ab und klopfte ihr auf die Schnauze. Es machte Ping. Jetzt sollte ein lautes Mäh ertönen, sagte der alte Schamane. Heute Nacht verlässt niemand das Lager. Zehn Männer standen mit verbundenen Augen am Rand des Kreises. Zu ihnen gehörte auch Snibbrill. Er hielt neben Roland Wache, der Scheuklappen trug. Am nächsten Abend wiederholte sich dieses Ritual. In der übernächsten Nacht erwischte es die Kuh der Witwe Malok. Das arme Tier gab ein leises Ping von sich, verzichtete auf das laute und vertraute Moo. Niemand wollte weiterziehen, und die Manrangs schoben die Wagen enger zusammen, ohne dass jemand Anweisungen erteilte. Manchmal hörten sie ein sonderbares Klirren zwischen den Haaren. In der dritten Nacht hielt Snibbrill bei einem der Karren Wache und war halb eingeschlafen, als er plötzlich dumpfes Knirschen hinter sich vernahm. Etwas Großes lauerte im Gebüsch. Er hörte deutlich, wie es atmete. Er wollte sich umdrehen, als ihm das Klimpern an die Ohren drang. »Das Geschöpf ist hier«, fuhr es ihm durch den Sinn. »Es befindet sich direkt hinter mir. Wenn ich mich jetzt umdrehe, erstarre auch ich zu Stein. Aber wenn ich mich nicht umdrehe, verwandle ich mich dann in eine Mahlzeit?« Etwa hundert Jahre stand er reglos. Nach einer Weile wurde das Schnaufen leiser, und Snibbrill riskierte einen Blick. Im trüben Licht sah er etwas Massiges, mindestens zweimal so groß wie er. Das Wesen verschwand zwischen den Büschen. »Ich sollte jemanden rufen«, dachte der Mann Rang. »Aber dann laufen die anderen durcheinander, schreien, geben sich gegenseitig Anweisungen und stolpern über alle möglichen Dinge, was dem Zenker Zeit genug gibt, im Haarwald zu verschwinden. Andererseits, ich muss irgendetwas unternehmen, sonst gibt es bald eine Statue, die Ping macht, obwohl man ein Hallo von ihr erwartet.« Er eilte zu Roland und legte ihm rasch das Zornzeug an. Für den Sattel blieb nicht genug Zeit. Anschließend führte er das Pferd so leise wie möglich in die Richtung, aus der das Klimpern kam. Kapitel 6 Der Zenker war so alt, dass er sich kaum mehr an seine Jugend erinnerte. Damals hatte es andere Zenker gegeben, aber er war stark gewesen und hatte sie vertrieben. Später hatten ihn Leute für eine Art Gott gehalten und ihm einen Tempel gebaut. Man verehrte ihn wegen seiner Zerstörungskraft, doch diese Art der Angstbewältigung erfüllt nur selten den gewünschten Zweck und versagte auch diesmal. Nachdem er Dutzende von Personen in Statuen verwandelt hatte, flohen die anderen und ließen ihn allein im Tempel zurück. Jetzt hatte er keine Gesellschaft mehr. Selbst die Tiere hielten sich vom Tempel fern. Er wanderte umher und rief immer wieder nach seinen Artgenossen im Süden. Eine Antwort blieb aus. Vermutlich war er der letzte lebende Zenker im Teppich. Manchmal versuchte er der Einsamkeit zu entkommen. In diesem Zusammenhang war ihm alles recht, wenn es nur lebte. Er verzichtete sogar darauf, es zu fressen. Trotzdem musste er immer wieder Enttäuschungen hinnehmen. Er brauchte sich nur dem anderen Leben zu nähern, und schon wurde es aus irgendeinem Grund steif, kalt und unfreundlich. Er kehrte nun zu den Ruinen seines Tempels zurück und zog den Schwanz hinter sich her. Dicht vor dem Portal nahm er plötzlich den Geruch wahr. Das fast vergessene Aroma von Gesellschaft. Snibbrill hatte den Tempel kurz zuvor erreicht und hörte, wie Rolands Hufe über hartes Holz pochten. Ein mattes Glühen zeigte dem Manrung teilweise geborstene Mauern, und zwischen den Trümmern standen und lagen viele Statuen. Einige von ihnen hielten Schachteln in den ausgestreckten Händen und verneigten sich tief. Andere waren halb umgedreht, die Hände zu den Augen gehoben. Auch wilde Tiere sah Snibbrill, und keins von ihnen bewegte sich. In der Mitte des Tempels erhoben sich die Reste eines Altars, und von dort kam das Glühen. Wahre Schätze lagen auf der Steinplatte, Salzkristalle und Gagat, Schatullen mit klarem Lack und Rotholz, mit Schnitzereien verzierte Knochenringe, Kronen aus Bronze, alles bildete einen großen Haufen. Bei dem Schatz stand eine weitere Statue, ein kleiner Krieger, kaum halb so groß wie Snibbrill. Die Enden eines prächtigen Schnurrbarts reichten fast bis zur Taille. In einer Hand hielt die Gestalt ein Schwert und einen runden Schild, in der anderen eine Halskette aus glitzernden Salzkristallen. Sie blickte nach oben, das Gesicht überrascht. Eine Kletterpflanze war an dem Krieger emporgekrochen und schmückte ihn mit lebendigen, roten Blüten. Snibbrill band Roland an einer Säule fest und erschauerte. Jemand anderer hatte sein Ross dort vor ihm angebunden, und es stand noch immer da. Es wirkte wie ein Pony, war jedoch nicht größer als ein Manrung-Hund und verfügte über sechs Beine. Snibbrill hätte es einfach hochheben können und betrachtete das seltsame Tier verblüfft. Eine dünne Staubschicht hatte sich darauf gebildet. Roland senkte den Kopf und schnüffelte verwirrt an der reglosen Schnauze. Snibbrill wandte sich schließlich ab, trat zu dem Schatz und riss voller Ehrfurcht die Augen auf. Auch Münzen lagen hier, keine Tarnerei, sondern große Holzscheiben mit seltsamen Zeichen. Er sah lange Schwerter und mit Salzsteinen besetzte Truhen, die Schotter enthielten. Er stand und starrte, sah dabei den Krieger im Augenwinkel. Eine Hand ausgestreckt. Deshalb war er gekommen, und der Zenker hatte ihn hier erwischt. Etwas klimperte, und Snibbrill sah ein Spiegelbild im glänzenden Schild der Statue. Es zeigte ihm etwas Schuppiges und Unförmiges. Das Ungeheuer steht im Portal, dachte der Mann Rang, direkt hinter mir, aber wenn ich mich jetzt umdrehe... Er griff nach dem Schild des Kriegers und hielt ihn so, dass er über die eigene Schulter sehen konnte. Das Klirren wiederholte sich. Am ledrigen Hals trug der Zenker Ketten aus Lack und Rotholz. An jeder Klaue funkelten Ringe. Arm- und Fußreifen schmückten den langen, schuppigen Schwanz. Das Klimpern erklang immer dann, wenn er den großen Kopf mit dem Schnabel bewegte. Der Zenker blickte in den Tempel und schnüffelte. Seine Augen jagten Snibbrill selbst als Abbild im Spiegel einen gehörigen Schrecken ein. Sie waren groß, blau und trüb. Wenn man solche Augen sah, dachte er, konnte man sich verlieren oder zu Stein erstarren. Roland wierte und verstummte jäh. Es gab eine neue Statue im kalten Saal. Alles in Snibbrill drängte danach, sich zu dem Zenker umzudrehen, aber er hielt diesen Verlangen Stand und überlegte fieberhaft, während das Klirren und Klimpern langsam näher kam. Einige Sekunden später glaubte Snibbrill eine Lösung gefunden zu haben. Er gab dem Drängen nach und drehte sich um, wobei er den Schild vor die Augen hob. Darunter sah er die Beine des Zenkers. Sie endeten in knochigen Füßen mit langen Krallen, die immer näher kamen. Er hätte sich in Stein verwandeln sollen, dachte Snibbrill. Er hat sich selbst in die Augen gesehen. Das mit dem Schild war zweifellos eine gute Idee gewesen und leider die einzige, die er hatte. Langsam wich er zurück. Und dann verharrte der Zenker, weil er einen anderen Zenker sah. Der Schild präsentierte ihm ein schuppiges, grünes Gesicht. Eine Halskette reichte übers rechte Ohr hinweg. Endlich hatte das Wesen die Gesellschaft eines Artgenossen gefunden. Unglücklicherweise konnte es sich nicht lange daran erfreuen, denn Snibbrill zitterte so sehr, dass er den Schild neigte. Das grüne Gesicht verschwand. Nach einem Moment stiller Enttäuschung heulte der Zenker kummervoll, ein Geräusch, das laut durch den Haarwald hallte. Ein großer Fuß stampfte, dann sank das Wesen zu Boden, legte eine Pfote auf die Augen und schluchzte hingebungsvoll. Gelegentlich hob und senkte sich der Schwanz und schlug auf den Holzboden. Genau dort schien das Schluchzen zu beginnen. Es hatte seinen Ursprung in der Schwanzspitze, und auf dem Weg zum Schnabel schwoll es immer mehr an. Es klang nicht nur entsetzlich, sondern auch beschämend. Nichts hätte so viele Tränen haben sollen. Snibbrill beobachtete, wie sich eine Lache bildete, die immer größer wurde und die Statue eines Haarschweins an der Wand erreichte, die daraufhin in Bewegung geriet, ihre Schnauze zuckte. Und noch weiter dehnte sich die Lache aus, wurde zu einem kleinen Teich. Einige andere Statuen erwachten aus ihrer Starre, als sie von dem Nass berührt wurden, doch die Ältesten blieben reglos, verharrten unter der dicken Schicht aus Staub und Kletterpflanzen. Zwischen ihren Beinen schwammen kleine Geschöpfe und versuchten tapfer in die Freiheit zurückzukehren. Snibbrill schöpfte die Tränen mit dem Schild und bespritzte Roland damit. Dann kam das kleine Pony an die Reihe. Verdutzt sah es zu dem Manrung auf. Er eilte zum Krieger am Schatz und wiederholte dort die Behandlung. Zunächst geschah nichts. Mehrere Sekunden verstrichen, bis schließlich ein Lied zuckte. Die ausgestreckte Hand mit der Halskette senkte sich. Einen Augenblick später war der kleine Krieger plötzlich sehr lebendig. Er ließ die Kette fallen und starrte Snibbrill überrascht an. Dann bemerkte er den Zänker in einem ganz persönlichen Meer aus Tränen. Die Hand tastete zum Hals, entdeckte dort die Ranke einer Schlingpflanze. Er bedachte Snibbrill mit einem nachdenklichen Blick. Seit wann bin ich hier, Fremder? Keine Ahnung. Dies ist das dritte Jahr nach dem zweiten Zählen während der Herrschaft des Gebieters Targon von Wehr. »Bist du ein Dumii?«, fragte die erlöste Statue und befreite sich von der Ranke. »In gewisser Weise?« »Ich nicht«, verkündete der Krieger stolz. »Wir zählen nicht. Aber ich habe von Targon gehört. Während seines siebenundzwanzigsten Herrschaftsjahres kam ich hierher.« »Dann hast du etwa ein Jahr an diesem Ort verbracht«, sagte Snibbrill. »Ein Jahr«, murmelte der kleine Mann. »Seit einem Jahr bin ich fort. Viel zu lange.« Er verbeugte sich würdevoll. »Ich bitte tausendmal um Entschuldigung, Fremder. Du sollst belohnt werden. Ich, Brokando, Sohn von Brock, des Herrn von Wagnis, verspreche es. Ja, dir gebührt Belohnung.« »Ich habe dich nicht gerettet, um dafür belohnt zu werden«, erwiderte Snibbrill. »Ich wollte nur, dass der Zenker endlich damit aufhört, alles in Statuen zu verwandeln.« »Was führt dich hierher?«, fragte Brokando, und es glitzerte in seinen Augen. »Der Schatz, nicht wahr?« »Nein. Was hältst du davon, wenn wir diesen Ort verlassen?«, er deutete zum weinenden Zenker hinüber. »Wenn das Wesen dort beschließt, den Blick auf uns zu richten«, Brokando zog sein Schwert. »Ein Jahr meines Lebens«, rief er, »das wird er büßen.« Snibbrill sah zu dem Geschöpf hinüber. Es lag jetzt still. »Ich glaube, du kannst dem Zenker kaum mehr etwas antun«, sagte er. »Er ist schon jetzt ein Häufchen Elend, besser gesagt ein großer Haufen Elend.«, Brokando zögerte. »Vielleicht hast du recht. Eigentlich hat es gar keinen Sinn, sich an einem dummen Tier zu rächen. Und was das hier betrifft«, er winkte, und seine Geste galt dem schimmernden Schatz. »Ich habe den Gefallen daran verloren. Sollen die Sachen hier liegen bleiben?«, er schniefte. »Mir scheint, solche Dinge eignen sich nur für Zenker. Obwohl...« »Die Heilsketche...« »Nein!« Snibbrill hatte einige Gegenstände gesehen, die sehr verlockend aussahen. Außerdem, Brokando schien vor allem deshalb auf Schätze verzichten zu können, weil ihn zu Hause genug Reichtum erwartete. Trotzdem verzichtete der Manrung darauf, Einwände zu erheben. Es klimperte leise, als der Zenker den Kopf hob. Snibbrill griff hastig nach dem Schild, doch er rutschte ihm aus den Händen und klapperte die Treppenstufen hinunter. Das große Geschöpf streckte eine Pranke danach aus, drehte das Objekt und sah erneut sein Spiegelbild. Zu Snibbrills großer Überraschung begann der Zenker damit, leise zu gurren und zu schnurren. Erneut sank er zu Boden, hielt den Schild dabei in den Vorderläufen und wiegte ihn hin und her. Und dann, mit einem letzten Klirren, starb das Wesen friedlich in einem Tempel, der vor einer Ewigkeit zu seinen Ehren erbaut worden war. Später behaupteten Benkelsänger und Geschichtenerzähler, den Zenker habe der Tod ereilt, als er sein Spiegelbild im Schild sah. Man glaube nie, was Lieder behaupten. Oft sollen ihre Texte nur gut klingen. Die Balladen behaupteten, der Zenker sei durch seinen reflektierten Blick zu einer Statue erstarrt. Aber sein Tod war weitaus komplizierter. Das ist bei den meisten Dingen der Fall. Snibbrill und Brokando zerrten das Geschöpf über die Stufen und begruben es unter dem Altarstein. Der Manrung erinnerte sich an Christobella und die anderen Tiere im Lager, nahm eine Schatulle aus dem Schatz und füllte sie mit den Tränen des Zenkers. Er wollte auch die übrigen Statuen ins Leben zurückrufen, doch der Krieger riet davon ab. »Jene Leute haben die Zenker verehrt, heißt es«, sagte er, »sie gehörten zu einem grausamen Volk. Sollen sie in ihrem derzeitigen Zustand bleiben, um der Gerechnigkeit willen?« Als sie vortritten, sagte Snibbrill, »gegen eine kleine Belohnung hätte ich nichts einzuwenden, wenn es dir recht ist.« »Natürlich!« »Mein Stamm braucht einen Ort, wo er für eine Weile bleiben kann, um die Wagen zu reparieren und so weiter. Einen Ort, wo man nicht dauernd über die Schulter sehen und nach Gefahren Ausschau halten muss.« »Kein Problem. Meine Stadt steht dir zur Verfügung. Dort wird man euch herzlich willkommen heißen.« »Sind bei euch alle so klein wie du?«, fragte Snibbrill, ohne vorher nachzudenken. »Wir Deftminen haben genau die richtige Größe«, erwiderte Brokando. »Es ist nicht unsere Schuld, wenn alle anderen Leute viel zu groß geraten sind.« Nach einer Weile, als sie sich dem Lager der Munrangs näherten, meinte Snibbrill, »Weißt du, ich glaube gar nicht, dass du ein Jahr verloren hast. Wahrscheinlich verstrich gar keine Zeit für dich, während du eine Statue gewesen bist. Woraus folgt, in gewisser Weise hast du ein Jahr gewonnen. Alle anderen sind älter geworden.« Brokando dachte darüber nach. »Bin ich trotzdem verpflichtet, dich zu belohnen?« »Ich denke schon«, sagte Snibbrill. »Na gut.« Kapitel 7 Sie trafen gerade rechtzeitig im Lager ein, um den Einsatz einer Suchgruppe zu verhindern. Brokando stand sofort im Mittelpunkt des allgemeinen Interesses, was ihm offenbar sehr gefiel. Außerdem schien er daran gewöhnt zu sein. Snibbrill war mehr oder weniger vergessen. Mehr oder weniger. »Wo bist du gewesen?«, fragte Pismeyer mit einer Mischung aus Erleichterung und Ärger. »Einfach so fortzugehen. Weißt du denn nicht, dass sich da draußen Mule herumtreiben?« »Tut mir leid«, erwiderte Snibbrill. »Die Ereignisse überstürzten sich.« »Nun, jetzt spielt's ohnehin keine Rolle mehr«, brummte der Schamane. »Was passiert da drüben? Haben die Tölpel überhaupt keine Ahnung, wie man einen König begrüßt?« »Ich glaube nicht«, sagte Snibbrill. »Er ist recht tapfer und leicht erregbar, außerdem hört er einem kaum zu.« »Klingt ganz nach einem König«, meinte Pismeyer. Brokando befand sich im Zentrum einer Menge aus schwatzenden, starrenden Manrangs. Er lächelte gutmütig. »Tja, da stand ich nun«, erzählte er, »nur einen Schritt vom Schatz entfernt«, und plötzlich klimperte etwas. »Das Ungeheuer näherte sich mir von hinten, und ich«, Mit den Ellbogen bahnte sich Pismeyer einen Weg durch das Gedränge, nahm den Hut ab und verbeugte sich so tief, dass sein Bart den Boden berührte. In dieser Haltung verharrte er und bot dem überraschten Brokando sein weißes Haupt dar. »Ich grüße dich, o König«, sagte der Schamane. »Es ehrt uns sehr, dass der Sohn einer so vornehmen Familie unseren Stamm für würdig... äh... für würdig hält. Wir sind bereit, alles mit dir zu teilen, kühner Herr. Ich bin Pismeyer, ein bescheidener Philosoph. Das ist...« Mit offenem Mund beobachtete das Stammesoberhaupt einen Pismeyer, der noch immer verneigt vor dem Zwergenkrieger stand. »Na los, worauf wartest du noch? Das Protokoll ist sehr wichtig. Verbeug dich vor dem König!« »Was ist ein König?«, fragte Glörg und blickte sich verwirrt um. »Zeig Respekt«, riet ihm der Schamane. »Wieso? Mein Bruder hat ihn gerettet, oder?« Snibbrill sah Bane, der weiter hinten stand, mit verschränkten Armen und grimmiger Miene. Er verband keine sehr angenehmen Erinnerungen mit der Schule in Tregon Marus, aber er hatte dort einige Dinge gelernt und wusste, die Dumii verabscheuten Könige. Sie zogen Gebieter vor, weil man sie leichter loswerden konnte. Auf dem Rückweg vom Tempel hatte er Brokando gefragt, was er mit dem Hinweis gemeint habe, sein Volk zähle nicht. Es bedeutete, der Krieger und sein Volk hielten nichts von den Dumii. »Ich hasse sie«, sagte Brokando offen. »Ich habe gegen sie gekämpft, weil sie überall gerade Straßen anlegen, Dinge nummerieren und Karten von Orten zeichnen, die nicht auf Karten erfasst werden sollten. Sie machen aus allem etwas, das gezählt werden kann. Sie würden die Haare des Teppichs in säuberlichen Reihen wachsen lassen, wenn sie könnten. Schlimmer noch, sie gehorchen Befehlen. Sie gehorchen lieber Befehlen, als nachzudenken. Auf diese Weise funktioniert ihr Reich. Oh ja, die Dumii sind fair, beim Kampf und bei allem anderen. Aber sie wissen nicht, wie man lacht. Und wenn's nach ihnen ginge, dann stünde alles in Reih und Glied. Dann gäbe es überhaupt keinen Spaß mehr im Leben.« »Und jetzt sollte der Krieger einem Dumii vorgestellt werden.« Brokando überraschte Snibbrill. Er trat auf Glörg zu und schüttelte ihm freundlich die Hand. Als er sprach, klang seine Stimme ganz anders als im Tempel. Es war die Art von Stimme, die einem dauernd auf den Rücken klopft. »Du bist also das Oberhaupt dieses Stammes, wie?« fragte er. »Bemerkenswert. Dein Bruder hat mir viel von dir erzählt. Dein Job muss ziemlich schwer sein. Und ich vermute, man braucht dazu jede Menge Geschick, nicht wahr?« »Lul, äh«, erwiderte Glörg verblüfft, »kommt darauf an.« »Tja, an Führungsgeschick mangelt es dir bestimmt nicht, da bin ich ganz sicher. Faszinierend. Und dann die ungeheure Last der Verantwortung, die auf deinen Schultern ruht. Hast du eine besondere Ausbildung hinter dir?« »Äh, nein«, gestand Glörg. »Vater starb. Daraufhin gab mir jemand seinen Speer und sagte, jetzt bist du der Anführer.« »Im Ernst? Diese Sache sollten wir später ausführlich erörtern.« »Brokando drehte sich halb um.« »Und das ist Pismayr, nicht wahr?« »Oh, richte dich ruhig wieder auf. Philosophen brauchen sich nicht zu verbeugen.« »Ausgezeichnet.« »Und wen haben wir hier?« »General Bainius Catricks nehme ich an.« »General«, dachte Snibbrill. Bain nickte. »Wie viel Zeit ist verstrichen, euer Majestät?« fragte er. »Fünf Jahre, glaube ich,« antwortete der König. »Das heißt sechs.« »Ihr kennt euch?«, fragte Snibbrill. »Ja«, bestätigte Brokando. »Die Dumii schickten immer wieder Heere zu uns und bestanden höflich darauf, dass wir uns als freiwillige Untertanen des Gebieters dem Reich anschließen. Wir lehnten ab und wollten nicht gezählt werden.« »Ich glaube, ihr hattet vor allem etwas gegen das Zahlen von Steuern«, sagte Bain ruhig. »Warum sollten wir zahlen, ohne etwas dafür zu bekommen?« »Die Gegenleistung besteht darin, dass euch das Reich verteidigt.« »Wir haben es immer ganz gut geschafft, uns allein zu verteidigen«, betonte Brokando. »Und zwar gegen alle«, er lächelte. »Schließlich schickte man den General hier zu uns, damit er den Vorschlag wiederholte.« »Mit etwas mehr Nachdruck«, fuhr er fort. »Wenn wir uns nicht dem Reich anschlössen«, meinte er, »bliebe kaum jemand von uns übrig, der gezählt werden kann.« »Und du hast geantwortet, dass es dann kaum mehr jemanden gäbe, der eine Zählung vornehmen könnte.« Snibberills Blick glitt zwischen den beiden Männern hin und her. Er merkte plötzlich, dass er die Luft anhielt, und ließ den Atem langsam entweichen. »Und was geschah dann?«, fragte er. Bain zuckte die Schultern. »Ich entschied mich gegen einen Angriff«, sagte er, »weil ich nicht einsah, warum gute Leute sterben sollten.« Ich kehrte nach Wehr zurück und teilte dem Gebieter mit, Brokandos Volk gebe bessere Verbündete ab als unwillige Untertanen. Außerdem, nur ein Narr wäre bereit, jene Stadt anzugreifen. »Ich habe mich immer gefragt, wie die Antwort des Gebieters lautete«, brummte Brokando. Bain blickte an seiner zerschlissenen Kleidung herab. Er schrie ziemlich lange. Eine nachdenkliche Pause folgte. »Sie griffen an«, sagte Brokando schließlich. »Nach deiner, äh, Versetzung.« »Und, haben sie gewonnen?« »Nein.« »Na bitte«, kommentierte Bain. »Narren.« »Tut mir leid«, murmelte Brokando. »Schon gut. Es war nur eine von vielen Meinungsverschiedenheiten zwischen mir und dem Gebieter.« Snibbrill ergriff beide an den Schultern. »Hey, vielleicht seid ihr Erzfeinde, aber das bedeutet nicht, dass ihr keine Freunde sein könnt, oder?« Während der Abendmahlzeit sagte Glörg zu seiner Frau, »Er ist sehr liebenswürdig, zeigte großes Interesse an mir. Ich habe einen König kennengelernt. Er ist sehr wichtig. Ich glaube, man nennt ihn Protokoll.« »Ein guter Name klingt vornehm.« »Und Pismeyer ist angeblich Philosoph.« »Dieses Wort höre ich jetzt zum ersten Mal. Was ist ein Philosoph?« »Er hat's mir erklärt«, verkündete Glörg. »Jemand, der denkt.« »Nun, du denkst. Ich hab oft gesehen, wie du da gesessen und gedacht hast.« »Ich denke nicht immer«, erwiderte Glörg bescheiden. »Manchmal sitze ich einfach nur da.« Er seufzte. »Wie dem auch sei, es geht nicht nur ums Denken. Nachher muss man auch fähig sein, auf unterhaltsame Art davon zu erzählen.« Kapitel 8 Der Stamm wandte sich nach Westen. Allgemeine Fröhlichkeit herrschte während der Reise nach Wagnis, und Brokando ritt neben dem Orksenwagen an der Spitze. Für die gute Stimmung gab es einen Grund. Immerhin begaben sie sich nun zu einem Ort, den nur ein Narr angreifen würde. Die meisten Manrangs begegneten dem kleinen König mit Ehrfurcht. Doch Glörg wurde schnell zu einem unkritischen Royalisten. Brokando spürte den Respekt des Zuhörers und benutzte ihm gegenüber den Tonfall, den Adlige für gewöhnliche Leute reserviert haben. Nach dem Gespräch ist der Bürgerliche bester Laune, obwohl er sich kaum daran erinnern kann, was man ihm gesagt hat. Snibbrill blieb die meiste Zeit über auf der anderen Seite des Wagens, hörte mit dem einen Ohr Brokando zu und horchte mit dem anderen nach Hinweisen auf den schrecklichen Scheurer. Im Nordflügel des Palastes ließ mein Vorgänger Brok, dem Gründer Kone, einen Tempel erbauen. Die Schlauen brauchten sieben Jahre, um die Säulen aus Lack und Holz herzustellen und das große Mosaik des Teppichs zu legen. Wir bezahlen noch immer dafür. Salz und Gagat zieren die Wände. Der Altar besteht aus Rotholz und Bronze. Eigentlich bildet er den Mittelpunkt des gegenwärtigen Palastes, der von meinem Urgroßvater errichtet wurde, dem siebten Brok, der zum Anlass seiner Krönung das hölzerne Portal hinzufügte. Oh, und dann die Schatzkammern, ich glaube, es sind mindestens neun, und nur der regierende König darf sie betreten. Die Krone, stammt vom Holzschnitzer Tarma, hatte sieben Zacken, alle mit Salzkristallen geschmückt. Wir hatten einen Läufer in unserer Hütte, sagte Glörg. Auf diese Weise ging es weiter. Glörg folgte dem Defmenen interessiert durch die Schatzkammern und das Arsenal, durch die Bankettsäle und Gästezimmer. Unterdessen näherte sich die Kolonne einem sicherheitverheißenden Ort namens Wagnis. Allmählich veränderte sich wieder die Farbe des Teppichs. Aus dem Rot wurde erst Violett und dann dunkles Blau. Die Manrangs lagerten im Schatten blauer Haare, jagten kleine, mit Panzern ausgestattete Geschöpfe, die in Staublöchern hausten. Viele von ihnen überlegten sich, wenn Wagnis wirklich so paradiesisch war, wie Brokandos Schilderungen vermuten ließen, so sollten sie besser mit dem Essen und Trinken aufhören, damit sie genug Platz im Bauch hatten, wenn die Feste begannen. Der Pfad verwandelte sich allmählich in eine Straße, nicht in eine der großen, weißen Straßen, wie die Dummiesi bauten, sondern in eine, die aus Holzplanken auf einer Unterlage aus festem Staub bestand. Rechts und links wuchsen nun dünnere Haare, und Snibbrill bemerkte viele Stummel. Damit nicht genug. Manrangs säten nicht. Sie verschmähten kein Gemüse, wenn sie sich welches besorgen konnten, und sie wussten, was wo wuchs und welche Haare genießbare Samen hervorbrachten. Aber selbst wenn sich der Stamm für längere Zeit an einem Ort niederließ, was in der Nähe wuchs, blieb dem Zufall überlassen. Die einzige Ausnahme bildete Pismayers Kräutergarten. Die Gründe dafür hielt ein Manrang für offensichtlich. Wenn man etwas pflanzte, musste man innehalten und beobachten, wie es wuchs. Dann wurde es notwendig, nicht nur Tiere abzuwehren, sondern auch hungrige Nachbarn, die zufällig vorbeikamen. Mit anderen Worten, dann blieb einem nichts anderes übrig, als Zeit zu vertrödeln, wie Glörg es nannte. Für Manrangs war Gemüse etwas, mit dem man Fleisch ein zusätzliches Aroma gab. Doch im blauen Land von Jabonia, im Bereich der kleinen Stadt Wagnis, hatten die Deftmenen den Teppich zu einem Garten gestaltet. Hier gab es Haare, die selbst Pismayer zum ersten Mal sah. Ihre Stämme waren nicht so dick wie die in den anderen Regionen, sondern wesentlich schmaler, und viele Früchte hingen an den Zweigen. Zwischen ihnen hatte man den Staub zu Beten angehäuft, und dort gediehen verschiedene Gemüsesorten. Man zeigte den reisenden Knollen, die nach Pfeffer und Ingwer schmeckten, auch sogenannte Meisterpilze, die getrocknet und ein ganzes Jahr lang gelagert werden konnten, ohne ihren herzhaften Geschmack zu verlieren. Der Weg führte über die Gärten hinweg, und an seinem Rand bildeten kleinere Haare, Büsche und Hecken. Dies war ein Land, in dem Ordnung herrschte. »Mir ist nie aufgefallen, dass es hier so aussieht«, meinte Bain. Brokando brummte leise, »Eins steht fest. Ohne lagernde Dumii-Heere sieht es hier wesentlich besser aus.« Die Männer unter meinem Kommando waren immer angewiesen, Rücksicht auf das Land zu nehmen. Andere Soldaten zeigten weniger Respekt. »Wo sind die Bewohner?«, fragte Glörg. »Zugegeben, eine gut gebackene Wurzel schmeckt nicht schlecht. Aber solche Sachen wachsen wohl kaum, indem man einfach nur pfeift. Als Bauer muss man dauernd im Boden herumstochern und so.« Von Bewohnern war weit und breit nichts zu sehen. Das Obst hing schwer in den Büschen zu beiden Seiten der Straße, aber niemand pflückte es, sah man einmal von den Munrung-Kindern ab. Sonst befand sich niemand in der Nähe. Snibbrill griff nach seinem Speer. Er kannte verschiedene Arten der Stille, und dies war die Stille der Jagd. Es gab eine Stille, die von etwas geschaffen wurde, das um sein Leben fürchtete. Eine andere Stille ging auf kleine Geschöpfe zurück, die sich nicht bewegten. Eine dritte Stille verdankte ihrer Existenz großen Geschöpfen, die auf eine Gelegenheit warteten, kleine Geschöpfe zu packen. Manchmal blieb es einfach deshalb still, weil niemand da war. Ja, und dann gab es da noch eine Stille, eine sehr scharfe und heiße Stille, die von etwas stammte, das beobachtete. Bain zog sein Schwert, und Snibbrill dachte, auch Soldaten kennen sich mit den verschiedenen Arten der Stille aus. Sie wechselten einen Blick. Sollen wir die Wagen hier zurücklassen? fragte Snibbrill. Wir sind sicherer, wenn wir zusammenbleiben. Man teile niemals die eigene Kraft. Die erste Regel der Taktik. Die Karren rollten langsam weiter, und alle spähten zu den Haaren. Die Büsche weiter vorn und rechts, sagte Bain, ohne den Kopf zu drehen. Ja, ich glaube auch, erwiderte Snibbrill. Dort verbirgt sich jemand und beobachtet uns. Nur eine Person, denke ich, sagte Snibbrill. Ich könnte sie von hier aus mit dem Speer erledigen, kein Problem, sagte Glörg. Bain schüttelte den Kopf. Nein, wer auch immer sich dort versteckt, er soll uns einige Fragen beantworten. Wir schleichen uns von beiden Seiten an den Burschen heran und überraschen ihn. Snibbrill schlich links an den Haaren vorbei und Bain näherte sich von der anderen Seite. Für einen Mann seiner Größe konnte sich Glörg erstaunlich leise bewegen. Wie durch Magie erschien er vor dem Busch mit wurfbereit erhobenem Speer. Fertig? Fertig. Ja. Bain griff nach einer Staubflade und zog. Ein kleiner Junge blickte zu drei grimmig dreinblickenden und kampfbereiten Männern auf. Äh... Und zehn Minuten später... Einige Deftmenen arbeiteten bei den Staubbeeten zwischen den Haaren. Sie wirkten weder besonders glücklich noch gut genährt. Wächter standen in der Nähe, und schon von Weitem sah Snibbrill ihre langen Schnauzen. Weiter vorn erhob sich Wagnis. Die kleine Stadt war auf einem großen Stück Schotter errichtet worden. Ein Weg führte mehrmals um den Schotterbrocken herum und bildete eine lange Spirale, die schließlich an dem Ort endete. Unten gab es ein Tor, das jedoch kaum einen praktischen Zweck erfüllte. Niemand konnte dem Verlauf der Straße folgen, wenn es dem Willen der Leute weiter oben widersprach. Etwas bewegte sich im Staub neben Snibbrill, und Glörg kroch zu ihm. Der Junge hatte Recht, sagte er. Überall wimmelt's von Mulen und Snarks. Es sind so viele, dass man sie gar nicht zählen kann. Haben sie die Stadt unter ihre Herrschaft gebracht? fragte Snibbrill. Glörg nickte. Das kommt davon, wenn der König dauernd unterwegs ist, um nach irgendwelchen Schätzen zu suchen, meinte er missbilligend. Er sollte zu Hause bleiben und sich um seine Pflichten kümmern. Komm, sagte Snibbrill, kehren wir zum Lager zurück. Die Wagen standen weiter hinten im Gebüsch, und einige Manrungs hielten Wache. Pismeyer, Bain und Brokando saßen im Halbkreis und beobachteten, wie der Junge einen Napf Suppe nach dem anderen lehrte. Sein Magen schien unbegrenzt viel Nahrung aufnehmen zu können. Während er aß, beantwortete er ehrfurchtsvoll Brokandos Fragen. Mein eigener Bruder, knurrte der kleine Krieger, als Snibbrill und Glörg eintrafen. Wenn man nicht mal den Angehörigen der eigenen Familie trauen kann, wem dann? Kaum bin ich einige Tage fort... Ein Jahr, warf Bain ein. Und schon ernennt er sich zum König. Anti-Rock hat mir nie gefallen. Drückte sich dauernd herum und murmelte leise vor sich hin. Außerdem hielt er nichts vom Sport. Aber wie gelangten Mule in die Stadt? fragte Snibbrill. Er ließ sie herein, sag's ihm, Strephon. Der Junge war etwa sieben und wirkte völlig eingeschüchtert. Ich, ich, sie waren... Alle haben gekämpft, brachte er hervor. Na los, na los, heraus damit! Vielleicht solltest du dir ein wenig die Beine vertreten, schlug Bain vor. Dann fällt es dem Knaben möglicherweise leichter, mit uns zu reden. Ich bin sein König! Genau das meine ich. Wenn sie direkt vor einem stehen, führen Könige manchmal zu einer Sprachstörung. Was hältst du davon, die Wache zu inspizieren oder so? Brokando grummelte, stapfte mit Glörg und Snibbrill davon. Ha! Brüder, klagte er, bereiten einem nur Probleme, nicht wahr? Man kann ihnen nicht trauen. Drücken sich dauernd herum, planen Verschwörungen und wollen einem den Thron stehlen. Glörg fühlte sich verpflichtet, Solidarität mit dem inoffiziellen Verband älterer Brüder zu zeigen. »Snibbrill hat nie sein Zimmer aufgeräumt«, sagte er vorwurfsvoll. Als sie zurückkehrten, trug Straphon Baines Helm und schien nicht mehr annähernd so verunsichert zu sein wie vorher. Der General gab ihm einen angeblich sehr gefährlichen Auftrag und der junge eilte begeistert fort. »Wenn ihr's in der Erwachsenensprache hören wollt«, begann Baine, »dein Bruder nahm die Krone, als du verschwunden bliebst. Er war nicht sehr beliebt. Auseinandersetzungen fanden statt, und als eines Tages Mule kamen, er lud sie in die Stadt ein. »Der Kerl muss den Verstand verloren haben«, entfuhr es Brokando. Er glaubte, sie als Söldner in seine Dienste nehmen zu können. Sie sollten für ihn kämpfen. »Oh, sie kämpften tatsächlich.« »Es heißt, dein Bruder sei noch immer König, aber seit einer ganzen Weile hat ihn niemand mehr gesehen.« Die Mule kümmern sich ums Regieren. Viele Leute ergriffen die Flucht, und die anderen sind Sklaven, mehr oder weniger. Bauen Schotter ab oder müssen auf den Feldern arbeiten und so. »Ich kann mir nicht vorstellen, dass Mule an Gemüse interessiert sind«, sagte Snibbrill. »Sie essen Fleisch.« Pismeyer saß mit dem Rücken an einem Wagenrad in eine Decke gehüllt. Das ständige Reisen vertrug er nicht besonders gut. Die anderen hatten ihn fast vergessen. Sein Hinweis stimmte die übrigen Männer sehr nachdenklich. Es lag nicht allein an den Worten. Alle aßen Fleisch. Aber der Schamane verlieh ihnen einen besonderen Klang, der vermuten ließ, dass es sich in diesem Fall nicht um gewöhnliches Fleisch handelte. »Sie essen Tiere«, sagte Pismeyer, und in seinem Gesicht zeigte sich ein Kummer, den Snibbrill dort noch nie zuvor gesehen hatte. »Unglücklicherweise halten sie alle nicht Mule für Tiere. Ich weiß nicht, wie ich es ausdrücken soll. Wisst ihr, was das Wort Mule in der Mulesprache bedeutet? Na? Man kann es mit wahre Menschen übersetzen.« »Das sorgte für noch mehr Betroffenheit.« »Wir greifen heute Abend an«, knurrte Brokando entschlossen. »Ich lasse nicht zu, dass jemand meine Untertanen verspeist.« »Äh«, sagte Glöck. »Genau«, bestätigte Bane. »Genau. Nicht einmal 5000 Soldaten könnten Wagnis erobern.« »Stimmt«, brummte Brokando. »Deshalb«, »ähh«, wiederholte Glöck. »Ja«, fragte Brokando. Ein Schatten der Sorge fiel auf die Miene des Stammesoberhaupts. »Ich habe eben ein oder zweimal das Wörtchen »Wir« gehört und glaube, in diesem Zusammenhang sollten wir etwas klären. Ich möchte niemandem zu nahe treten, aber als Belohnung für deine Rettung erlaubst du uns nun eine Stadt anzugreifen, die nicht einmal von 5000 Soldaten erobert werden könnte? »Außerdem soll mein Stamm gegen eine Mühlhorde kämpfen. Wir Manrangs haben jetzt kein Zuhause mehr, und du erwartest von uns, dass wir deine Stadt für dich retten? Habe ich das alles richtig verstanden?« »Guter Mann«, erwiderte Brokando, »ich wusste, dass ich mich auf dich verlassen kann. Ich brauche ein halbes Dutzend unerschrockene Männer.« »Ich kann dir einen Verblüfften anbieten«, sagte Glöck. »Wir müssen ihm helfen«, warf Snibbrill ein. »Der Stamm ist müde und hat es satt, dauernd wegzulaufen. Außerdem, was geschieht, wenn wir jetzt nichts unternehmen? Früher oder später müssen wir gegen die Mule kämpfen. Warum nicht hier und jetzt?« »Wir sind dem Feind zahlenmäßig weit unterlegen«, wandte Bane ein. »Und ihr seid keine Soldaten.« »Nein«, entgegnete Glöck, »wir sind Jäger.« »Bravo«, rief Brokando. Glöck gab Snibbrill einen Stoß mit dem Ellbogen. »Haben wir uns gerade freiwillig bereit erklärt, praktisch in den sicheren Tod zu gehen?« »Ich glaube schon.« »Das Königsein ist erstaunlich«, meinte Glöck. »Wenn wir diese Sache überleben, probiere ich's vielleicht aus.« Die Nacht begann. Ein blauer Dachs brach früh zur Jagd auf, begegnete einer langen Reihe von Kriegern und Jägern und watschelte hastig davon. Die Deftmenen flüsterten miteinander. Einige von ihnen wollten singen, während sie in die Schlacht zogen, so verlangte es die Tradition. Brokando wies immer wieder darauf hin, dass sie diesmal heimlich in den Kampf zogen. Doch einige unerschütterliche Traditionalisten bestanden auf ihrem Recht, friedliche Lieder zu singen, die zweifellos den Feind verwirren würden, wie sie betonten. Schließlich setzte sich Brokando durch, indem er seinen Status als König nutzte und damit drohte, jeden hinrichten zu lassen, der nicht gehorchte. Glöck war sehr beeindruckt. Als Snibbrill glaubte, bereits seit einer Ewigkeit im dunklen Teppich unterwegs zu sein, erreichten sie wieder die Straße. Weiter vorn, im flackernden Schein von Fackeln, erhoben sich die Mauern der Stadt Wagnis. Kapitel 9 Die Schlauen hatten Wagnis erbaut. Sie holten Rotholz und glänzenden Lack von Einstuhlbein, um die Straßen zu pflastern. Vom Kaminland aus führten sie große Karawanen an, die erlesenen Gagat transportierten, bestimmt für Kuppeln und Gesimse. Außerdem Zinder und Asche für Ziegel und Mörtel. Im fernen Hochtorland der Wortgorner tauschten sie Lackwaren gegen gehämmerte Bronze für Türen und Säulen. Schwitzende Pferde zogen große Salz- und Zuckerkristalle durch den Haarwald, bestimmt für Wände und Dächer. Des Weiteren brachten die Schlauen unterschiedlich gefärbte Haare aus allen Teilen des Teppichs herbei. Aus einigen davon entstanden Bretter und Dachsparren, doch andere pflanzte man in der Nähe des Ortes. Alles. Überall gab es Gärten. Im verblassenden Licht des Abends wirkte alles friedlich. Doch zweimal mussten sich die Munrangs und ihre Begleiter verbergen, als Patrouillen aus Mulreitern vorbeikamen. »Sie beherrschen meine Stadt«, ächzte Brokando. »Ich hoffe, du hast einen Plan«, sagte Bane. »Es gibt einen anderen Weg hinein«, erwiderte der Zwergenkönig. »Das wusste ich nicht«, »tatsächlich nicht«, Brokando gab sich erstaunt. »Na, so was! Erst gaben wir uns so viel Mühe, einen geheimen Zugang zu bauen, und dann vergaßen wir, den Gebieter davon zu unterrichten. Erinnere mich daran, ihm eine Nachricht zu schicken, jetzt nach rechts, zu dem kleinen verborgenen Weg da drüben.« »Welchen Weg meinst du?« Brokando lächelte. »Gut, nicht wahr?« Der Weg sah nach einem Wildpfad aus und führte in Schlangenlinien an den Haaren vorbei. »In diesem Bereich wuchsen noch dichtere Staubbüsche.« »Gepflanzt«, erklärte Brokando. Als es fast ganz dunkel geworden war, erreichten sie eine kleine Lichtung mit einer weiteren Tempelruine. »Hier bleiben die Tempel nicht lange von Bestand, oder?«, fragte Snibbrill und sah sich um. An manchen Stellen standen Statuen von Staub bedeckt. »Dieses besondere Exemplar wurde bereits als Ruine gebaut«, sagte Brokando. »Von den Schlauen, für einen meiner Vorfahren, der dort drüben mit dem Vogelnest auf dem Kopf und den hoch erhobenen Armen.« Er zögerte und sah den General an. »Du bist ein Dumii. Und ich habe dich zum geheimen Ort geführt. Ich sollte dir eine Augenbinde anlegen lassen.« »Nein«, entgegnete Bane. »Wenn du willst, dass ich für dich kämpfe, musst du auf eine Augenbinde verzichten.« »Aber eines Tages kommst du vielleicht mit einem Heer zurück.« »Ich bedauere sehr, dass du so denkst«, sagte Bane steif. »Ich bedauere es nicht«, brummte Brokando. »Als König muss ich so denken.« »Das ist doch Unsinn«, warf Snibbrill ein. »Warum Zeit mit einer Augenbinde vergeuden?« »Reine Vorsichtsmaßnahme«, verteidigte sich der Zwerg. »Früher oder später müssen wir lernen, einander zu vertrauen«, sagte Snibbrill. »Euch bleibt gar nichts anderes übrig. Ihr seid doch Ehrenmänner, oder?« »So einfach ist das nicht«, klagte Brokando. »Dann macht es einfach«. Er begriff plötzlich, dass er geschrien hatte. Selbst Glörg war verdutzt. »Dies ist nicht der geeignete Zeitpunkt für einen Streit«, fügte Snibbrill etwas ruhiger hinzu. Brokando nickte. »Ja, na schön. Vielleicht hast du recht. Ich bin sicher, er ist ein ehrenwerter Mann. Zieht an Broks Arm!« »Wie bitte?«, fragte Bane. »Hinter dir! Die Statue, zieh an ihrem Arm!« Der General zuckte mit den Schultern und streckte die Hand nach dem Arm aus. »Zum ersten Mal greift ein Dumii nach der Hand eines Deftmenen«, sagte er. »Wohin das wohl führen mag?« Etwas knirschte unter ihren Füßen. Eine Platte des Tempelbodens geriet in Bewegung und schob sich beiseite. Darunter kamen Stufen zum Vorschein. »Auf diese Weise gelangen wir zum Palast?«, Brokando lächelte jetzt wieder. Sie starrten in die Dunkelheit hinab. »Sollen wir etwa in die Unterlage?«, brachte Glörg schließlich hervor. »Ja.« »Aber dort unten lauern grauenhafte Ungeheuer.«, Brokando winkte ab. »Das sind nur Geschichten, mit denen man Kinder erschreckt. Da unten gibt es nichts Furchterregendes.« Er trat über die Stufen. Bane machte Anstalten, ihm zu folgen, blieb noch einmal stehen und sah zu den Manrunks zurück. »Was ist los?«, fragte er. »Nun«, begann Snibbril. »Was soll ich sagen? Geschöpfe aus uralten Sagen und Legenden leben dort unten. »Tunorks. Die grässlichen Graber. Schattenwesen ohne Namen. Geschöpfe, die an den Wurzeln des Teppichs nagen. Die Seelen der Toten. Alles Schlimme. Ungeheuer, vor denen man sich fürchtet, wenn man klein ist.« Er sah zu den anderen Manrunks hinüber, die nun zusammenrückten. »In einer solchen Situation müssen wir alle das Alte vergessen«, dachte er. »Keine Sorge«, sagte Snibbril und versuchte, wie ein zuversichtlicher Anführer zu klingen. »Kommt! Wer als Letzter?« »Wer interessiert sich für den Letzten?«, erklang eine Stimme ziemlich weit hinten. »Wir möchten sehen, was mit dem Ersten passiert!« Am Ende der Treppe stolperte Snibbril und fiel in weichen Staub. Brokando entzündete eine Fackel, die aus einem Gestell an der Höhlenwand stammte. Die anderen Manrunks folgten langsam. Schließlich betätigte der Zwergenkönig einen Hebel und oben knirschte es, als sich der Zugang wieder schloss. Dunkelheit kroch in eine Höhle, in der es plötzlich sehr eng geworden war. Nur rötlicher Fackelschein verhinderte völlige Finsternis. »Sind alle da?«, fragte Brokando. Er wartete keine Antwort ab, schob sich durch einen Spalt und verschwand. »Es ist sicher sehr unangenehm, festzustellen, dass die schlimmsten Albträume plötzlich Wirklichkeit werden«, überlegte Snibbril. »Aber wenn nichts geschieht, das kann sogar noch unangenehmer sein.« Das Licht der Fackel glitt über braune Wände, aus denen kleine, glitzernde Haare wuchsen. Gelegentlich kamen sie an den Zugängen anderer Tunnel vorbei, aber nirgends lauerten irgendwelche Ungeheuer mit langen Reißzähnen. Der Weg führte nach unten, und plötzlich trübte sich der Fackelschein. Snibbril zuckte zusammen, und dann begriff er, dass sie nun eine gewaltige Höhle unter dem Teppich erreicht hatten. Die Wände waren so weit entfernt, dass sie das Licht nicht mehr reflektierten. Es blieb nicht bei diesem einen großen Gewölbe, sie wanderten durch einige weitere, und manchmal führte der schmaler werdende Pfad an großen Haarsäulen hinauf, wurde dabei so steil, dass unachtsame Gefahr liefen, aus dem Gleichgewicht zu geraten und zu fallen. Ab und zu spiegelte sich das Licht irgendwo an einer fernen Wand wieder. An einer Stelle schrumpfte der Pfad so sehr zusammen, dass man die Füße nicht mehr nebeneinander setzen konnte, und kalte Luft wehte aus einem tiefen Abgrund herauf. Genau dort rutschte Snibbril aus. Bane ging direkt hinter ihm und war geistesgegenwärtig genug, die Hand auszustrecken und den Munrung an den Haaren zu packen, als er in die Tiefe zu stürzen drohte. Doch dadurch verlor er die Fackel. Sie fiel in die bodenlose Kluft, wurde dabei erst zu einem Fleck und dann zu einem winzigen Punkt, bevor die Finsternis ihr Licht völlig schluckte. Etwas bewegte sich in den schwarzen Tiefen der Unterlage, und sie hörten, wie es fortkrabbelte. »Was war das?«, fragte Snibbril. »Wahrscheinlich ein Silberfisch«, antwortete Brokando. »Seine Zähne sind größer als ein Mann, und er hat Dutzende von Beinen.« »Du hast doch gesagt, hier unten gäbe es nichts Furchterregendes«, rief Glöck. »Und?«, erwiderte Brokando überrascht, »wer fürchtet sich vor ihnen?« Wenn es weitere Geschöpfe in dem dunklen Abgrund gab, so bemerkten sie die Wanderer weit oben vermutlich gar nicht, oder sahen sie nur als kleine Flecken an den Haarwurzeln. Nach einer Weile winkte Brokando, und sie verharrten am Rand einer anderen Kluft. Eine schmale Brücke reichte darüber hinweg, und auf der gegenüberliegenden Seite waren die Umrisse einer Tür zu erkennen. Der König hob seine Fackel. »Wir sind jetzt direkt unter dem Felsen.« Die Decke der Höhle wies eine deutliche Wölbung auf. Sie neigte sich unter dem großen Gewicht darüber nach unten. »Abgesehen von den Königen der Stadt Wagnis, seid ihr die einzigen, die hier von Kenntnis haben«, fuhr Brokando fort. »Nach dem Bau des geheimen Zugangs brachte Brok alle Arbeiter um, damit niemand etwas verraten konnte.« »Ach, gehört das dazu, König zu sein?«, fragte Glöck. »Früher schon«, gestand Brokando, »heute natürlich nicht mehr.« »Ha«, kommentierte Bane. Sie überquerten die Brücke, und Brokando öffnete die Tür. Dahinter zeigte sich eine Wendeltreppe. Schwaches, grünes Licht kam von oben. Der Aufstieg war lang und die Treppe so schmal und steil, dass man aufpassen musste, nicht auf die Hände der Person zu treten, die einem folgte. Der unstete Fackelschein ließ die Schatten von Riesen über die Wände tanzen. Es wirkte gespenstisch und unheimlich. Aber Snibberl hieß diesen Anblick trotzdem willkommen. Er verabscheute die Finsternis unter dem Teppich. Kurz vor dem Ursprung des grünen Lichts endete die Wendeltreppe an einer Plattform, die genug Platz für alle Wanderer bot. In der Wand saß Snibberl eine weitere Tür. »Wo?«, begann Glöck. Brokando schüttelte den Kopf und hob den Zeigefinger an die Lippen. Stimmen erklangen hinter der Tür. Kapitel 10 Drei verschiedene Stimmen ertönten, und zwar so laut, dass die betreffenden Personen nur einen Meter von der verborgenen Tür entfernt sein konnten. Snibberl versuchte, sich passende Gesichter vorzustellen. Eine Stimme klang dünn, schrill und jammernd. »Noch einmal hundert? Aber erst vor ein paar Tagen hast du fünfzig bekommen!« »Und jetzt brauchen wir noch einmal hundert!« Er widerte eine leisere, fast sanfte Stimme, bei der es Snibberl kalt über den Rücken lief. »Ich rate dir, dieses Dokument zu unterzeichnen, euer Majestät. Anschließend wählen meine Wachen hundert aus, und damit hat es sich. Es werden keine Sklaven aus ihnen, sondern... Assistenten.« »Ich frage mich, wieso du sie dir nicht einfach nimmst«, entgegnete die erste Stimme verdrießlich. »Du bist der König«, lautete die Antwort. »Es muss richtig sein, wenn der König es befiehlt, mit Unterschrift und Siegel.« Snibberl glaubte zu hören, wie Bane in der Dunkelheit grinste. »Aber es kehrt nie jemand zurück«, sagte Stimme 1. Die dritte Stimme kam dumpfem Grollen gleich. »Es gefällt Ihnen so sehr in unserem Land, dass Sie unbedingt bleiben wollen.« »Das glaube ich nicht«, sagte Stimme 1. »Was eigentlich keine Rolle spielt«, etwas schärfer fügte Stimme 2 hinzu, »unterschreib«. »Nein, ich weigere mich, ich bin der König.« »Ich habe dir den Thron gegeben«, sagte Stimme 2 leise. »Ich kann ihn dir auch wieder nehmen.« Eine kurze Pause. »Eure Majestät.« »Ich beschwere mich bei John O'Release über dich«, heulte Stimme 1. »Es sollte vermutlich eine Drohung sein, aber sie klang nicht sehr überzeugend.« »Ja, er wird alles über dich erfahren.« »John O'Release«, schnurrte Stimme 2, »glaubst du etwa, die anderen scheren sich darum, was hier geschieht?« »Unterschreib endlich.« »Oder möchtest du, dass Gorash hier einen anderen Verwendungszweck für deine Hände findet?« »Ja«, ertönte Stimme 3, »ich mach eine Halskette daraus.« Brokando wandte sich um, während die Stimmen jenseits der Tür abwechselnd drohten oder klagten. »Mein Bruder«, sagte er, »das Jammern erkenne ich sofort.« »Hier ist der Plan. Wir stürmen durch die Tür und bringen möglichst viele Mule um.« »Hältst du das für einen besonders klugen Plan?«, fragte Bane. »Klingt gut, wenn ihr mich fragt«, sagte Glöck. »Aber es sind hunderte von Feinden in der Stadt, nicht wahr?«, gab Bane zu bedenken. »Mein Volk wird sich gegen die Unterjoche erheben und sie überwältigen«, zischte Brokando. »Verfügen deine Untertanen über Waffen?«, fragte Bane. »Nein, aber die Mule haben welche«, entgegnete Brokando. »Die Deftminen brauchen sie ihnen nur abzunehmen.« Bane stöhnte. »Uns allen steht der Tod bevor. Dies ist keine Taktik. Man nennt so etwas aus dem Stehgreif improvisieren.« »Und wenn schon?«, Brokando hob den Fuß zur Tür und drückte. Das hölzerne Portal bewegte sich ein wenig und verharrte wieder. »Was ist los?«, fragte Snibrill. »Etwas befindet sich auf der anderen Seite«, erwiderte Brokando. »Etwas, das dort nichts zu suchen hat. Hilf mir mal!« Mehrere Schultern stemmten sich gegen die Tür. Sie hielt den gemeinsamen Bemühungen nur kurz stand, bevor sie aufflog. Jemand schrie. Für einen Moment erstarrte alles im Saal. Ein Thron hatte die Geheimtür blockiert und lag nun auf dem Boden. Darunter war ein dünner Deftmene eingeklemmt und jammerte kläglich. Weiter hinten standen zwei Mule und starrten verblüfft zum offenen Zugang. Der eine war groß und breitschultrig und sein blasses Gesicht blieb halb unter einem Lederhelm verborgen. In der einen Hand hielt er eine zusammengerollte Peitsche. »Stimme drei«, dachte Snibrill. »Er sieht sogar, wie jemand aus, der Gorash heißt.« Der zweite Mule war ein ganzes Stück hagerer, trug einen langen, schwarzen Umhang und grinste wie ein Wolf nach dem Mittagessen. »Stimme zwei«, vermutete Snibrill. »Er sollte einen Namen haben, in dem sich der Buchstabe »s« mehrmals wiederholt. »Einen Namen, den man zischen kann.« Die beiden Gruppen musterten sich. Dann lief Borkando wie ein wütender Hahn los und holte mit seinem Schwert aus. Der dünne Mule sprang zurück und zog entmutigend schnell die eigene Klinge. Gorash hob die Peitsche, musste jedoch feststellen, dass sich Bane plötzlich zwischen ihm und dem König befand. Die Munrangs beobachteten das Geschehen interessiert. Es schien zwei verschiedene Methoden des Schwertkampfs zu geben. Borkando verwandelte sich in eine Art mobile Windmühle, trieb den Gegner mit purer Entschlossenheit und Kraft zurück. Im Gegensatz dazu wirkten Banes Bewegungen weniger spektakulär und maschinenhaft. »Stehen bleiben, stoßen, parieren. Tick, tock, tick.« »Sollen wir Ihnen nicht helfen?«, fragte Snibrill. Glörg schüttelte den Kopf. »Nein, zehn zu zwei ist nicht fair.« Die Tür in der gegenüberliegenden Wand öffnete sich und mindestens zwölf Mule stürmten in den Thronsaal. »So ist es besser, nicht wahr?«, meinte Snibrill. Glörg warf seinen Speer und einer der Wächter schrie. »Ja, viel besser!«, bestätigte er. Snibrill stellte fest, dass man mit Speeren gut gegen Schwerter kämpfen konnte, solange man sie nicht warf. Wenn man damit zustieß, mussten die Klingen parieren. Als noch mehr Wächter hereinkamen, gelangte Snibrill zu einer weiteren Erkenntnis. Es brachte auch Vorteile, dem Feind zahlenmäßig unterlegen zu sein. Zum einen wurde es dadurch einfacher, einen Gegner zu treffen. Und da es so viele von ihnen gab, war niemand allzu versessen darauf, aktiv am Kampf teilzunehmen. Warum etwas riskieren, wenn man die Möglichkeit hatte, alles Gefährliche anderen Leuten zu überlassen? »So denken die Deftmenen«, dachte Snibrill, als er mit einem Speer zuschlug. Er zerbrach auf dem Kopf eines Mules. »Man wähle immer einen größeren Feind, denn er ist leichter zu treffen.« Plötzlich stand er Rücken an Rücken mit Bane, der noch immer auf seine Tick-Tock-Art kämpfte, wie jemand, der den ganzen Tag auf diese Weise verbringen konnte. »Mein Speer ist zerbrochen.« »Dann nimm ein Schwert.« Bane parierte den Hieb eines verzweifelten Wächters. »Es liegen genug auf dem Boden.« »Aber ich weiß nicht, wie man damit umgeht.« »Ganz einfach. Das stumpfe Ende gehört in die Hand, das Spitze stößt man in den Gegner.« »Sicher steckt noch mehr dahinter.« »Ja, man darf die beiden Enden nicht miteinander verwechseln.« Und dann war es vorbei. Die wenigen überlebenden Wächter traten sich gegenseitig auf die Füße, so eilig hatten sie es, den Saal zu verlassen. Gorash lebte nicht mehr. Der dürre Muhl wich einem letzten Hieb des Generals aus und sprang durch die offene Tür in den Geheimgang. Man konnte hören, wie er die Treppe hinunterlief. Snibbrill blickte auf sein Schwert, Blut klebte an der Klinge und er hoffte, dass es nicht von ihm selbst stammte. »Eigentlich war's gar nicht so schwer«, meinte Glörk. »Draußen gibt es hunderte von weiteren Gegnern«, sagte Bane düster. Brokando trat zum Balkon. Frühes Morgenlicht glitt über die Haare, als der Zwerg die Hände hob und sie trichterförmig vor dem Mund wölbte. »Ich bin zurück! Brokando!« Er packte einen toten Muhl, zerrte ihn zum Balkon und schob ihn übers Geländer. Es standen bereits einige Deftmähnen unten auf dem Platz. Sie jubelten. Der König rieb sich die Hände. »Helft mir mit dem Thron«, sagte er. Zu dritt richteten sie ihn auf, und darunter kam Antirock zum Vorschein. Glörk zerrte ihn auf die Beine und hielt ihn einem schlaffen Bündel gleich fest. »Gib mir die Krone«, sagte Brokando in einem Tonfall, der nichts Gutes verhieß. »Damit meine ich das Ding auf deinem Kopf, das Ding, das dir nicht zusteht. Wir hielten dich für tot! Und jetzt freust du dich offenbar sehr über meine Rückkehr«, brummte Brokando. Ein Blick in sein Gesicht genügte, um entsetzt zu sein. »Jemand musste dich als König vertreten! Ich wollte nur das Beste für unser Volk!« Draußen kam es zu Unruhe. Ein Muhl taumelte durch die Tür mit einem Pfeil in seinem Leib. Er fiel, und fünf oder sechs Deftmähnen stiegen über ihn hinweg. Entschlossene Schritte führten sie zu Antirock. Sie schenkten Brokando keine Beachtung, packten seinen Bruder und trugen ihn zum Balkon. »Das kannst du nicht zulassen«, rief Snibbrill. Vier Deftmähnen ergriffen Antirock an Armen und Beinen und schwangen ihn hoch über den Dächern von Wagnis. Sie sangen »Und eins? Und zwei?« »Warum nicht?« fragte Brokando. »Er ist dein Bruder.« »Hm? Oh, ja, na schön.« Und zu den Deftmähnen »Lasst ihn los!« »Ich sage nicht, ihr sollt ihn fallen lassen, das könntet ihr falsch verstehen. Wisst ihr, ich darf nicht erlauben, dass Untertanen Verwandte von mir vom Balkon werfen.« »Gut«, lobte Snibbrill. »Ich erledige es selbst«, fügte Brokando hinzu. »Nein«, ertönte es aus mehreren Kehlen und besonders laut aus der von Antirock. »War nur ein Scherz«, behauptete Brokando und versuchte, seine Enttäuschung zu verbergen. »Ach, wenn man damit anfängt, auf andere Leute zu hören. Vielleicht bekomme ich jetzt sogar Gewissensbisse, wenn's darum geht, Verräter von hohen Felsen zu stürzen, obgleich das eine königliche Tradition ist. Ach, wie dem auch sei. »Ei, lasst ihn gehen«, Antirock sank auf Hände und Knie. »Bitte nicht, die Leute würden mich umbringen.« »Meinst du vielleicht die Leute, deren Familienangehörige du an die Mule verkauft hast?«, fragte Brokando. »Was hältst du davon, deinem Freund zu folgen?« Er deutete zur Tür hinterm Thron. Antirock riss entsetzt die Augen auf. »Gormalisch ist in den Tunnel geflohen?«, heulte er. »Ach, so heißt er«, brummte Brokando. »Der Name passt zu ihm. Ich schlage vor, du redest mit ihm über die guten alten Zeiten.« Er nickte den Vieren zu, die bestrebt gewesen waren, die Amtszeit des unrechtmäßigen Königs auf eine recht drastische Weise zu beenden. »Helft ihm, wenn er sich nicht aus freiem Willen entschließen kann, meinen Rat zu beherzigen.« Die Deftmähnen näherten sich mit zornig blitzenden Augen. Antirock warf seinem Bruder einen flehentlichen Blick zu, zögerte kurz und sprintete dann zum hölzernen Portal. Mit einem Knall schloss es sich hinter ihm. »Soll er Gormalisch töten oder sich von ihm umbringen lassen? Es ist mir Schnuppe.« »Wer weiß. Vielleicht findet er sogar einen Weg nach draußen.« Brokando seufzte. »Was uns betrifft, kümmern wir uns um die letzten Mule. Ich schätze, wir haben jetzt nicht mehr viel Widerstand von ihnen zu erwarten.« »Und wenn es uns gelingt, einige von ihnen Leben zu fassen, euer Majestät?«, fragte ein Deftmähne. »Der König wirkte müde.« »Wir haben hier nicht viele Kerker. Vielleicht lässt sich das Problem lösen, indem ihr vermeidet, Mule am Leben zu lassen.« »Es gehört sich nicht, einen wehrlosen Feind zu töten«, sagte Bane streng. »Ach«, knurrte Brokando, »man lernt nie aus. Ich habe das immer für eine besonders gute Gelegenheit gehalten, Feinde zu erledigen.« Kapitel 11 Snibbrill saß vor den Palaststellen und beobachtete, wie Roland den Inhalt eines Futtersacks erforschte. Die Deftmähnen brachten ihre sechsbeinigen Reittiere in kleinen Boxen unter, die dem weißen Ross nicht genug Platz boten, und deshalb musste es auf dem Hof bei den Wagen angebunden werden. Im Thronsaal fand ein Fest statt, und wenn Snibbrill aufmerksam lauschte, konnte er hören, wie Pismayr die Flötenharfe spielte. Die vom Schamanen geschaffenen Klänge ließen sich leicht erkennen, selbst dann, wenn die Zwerge auf ihren Instrumenten spielten. Es gelang ihnen mit geübtem Geschick, Takt und Melodie zu meiden. Eigentlich seltsam, fand Snibbrill. Je mehr Mühe sich Pismayr bei der Flötenharfe gab, desto schriller wurden die Töne. Als Snibbrill nach draußen gegangen war, sorgte Glörg für viel Spaß, indem er eine Sitzbank hob und die zwanzig darauf hockenden Deftmähnenkinder durch den Saal trug. In den großen Kaminen brannten wärmende Feuer, und Teller wurden geleert und wieder gefüllt. Niemand dachte an die dunklen Haare jenseits der Stadt, die im Nachtwind seufzten, und an die Zwergengruppen, die Mule jagten. Snibbrill rieb sich die Schläfen. Er hatte erneut Kopfschmerzen, und Pismayrs Musik brachte keine Linderung. Geistesabwesend streichelte er Roland und blickte über Wagnis hinweg zum dunklen Haarwald. Tja, hier sind wir, sagte er. Ich weiß nicht einmal, welche Richtung man einschlagen muss, um zu unserem alten Dorf zurückzukehren. Brokando meinte, wir könnten so lange bleiben, wie wir möchten. Angeblich gibt es hier uneingeschränkte Sicherheit. Er sagte, einige große Leute seien bestimmt nützlich. Aber Bane will morgen nach Wehr aufbrechen, nur für den Fall, wie er sich ausdrückte. Und mir tun die Ohren weh. Es ist ein großer Teppich, dachte er. Brokando und Bane sind, naja, sympathisch. Aber sie sehen alles aus völlig verschiedenen Perspektiven. Man nehme nur die Doomii. Oft wird deutlich genug, warum die Deftmen sie nicht mögen. Sie sind so fair, und zwar auf eine einfallslose Weise. Und mit ihrer fantasielosen Art, mit dem Tick-Tock-Kampf, haben sie ein großes Reich geschaffen. Bane verabscheut Könige. Aber die Deftmenen kämpfen so, als fänden sie großen Gefallen am Königtum. Sie belasten sich nicht mit zu vielen Regeln, genießen ihr Leben und sind bereit, für ihren König durch dick und dünn zu gehen. Man kann nicht erwarten, dass so unterschiedliche Völker gut miteinander zurechtkommen. Roland wurde unruhig. Snibbrill hob den Kopf und hörte, wie das Flüstern des Nachtwinds verstummte. Die Haare rührten sich nicht mehr. Er spürte ein Prickeln in den Füßen. Und die Kopfschmerzen wurden schlimmer. Der Teppich schien zu warten. Roland wieherte und zerrte an der Leine. In den Boxen traten die Ponys aus. Hunde bellten in der Stadt. Snibbrill erinnerte sich an dieses Gefühl. Aber hier kann es nicht passieren, dachte er. Hier sind wir sicher, oder? Und? Nein, es gibt keine absolute Sicherheit. Der schreckliche Scheuerer kann überall zuschlagen. Er fuhr herum und eilte die Palaststufen hinauf. Der Scheuerer! rief er. Doch in dem Lärm verstand ihn niemand. Einige Feiernde winkten ihm fröhlich zu. Snibbrill stürmte zu den Musikanten und riss einem verblüfften Deftmähnen die Trompete aus der Hand. Er wusste nicht, wie man damit umging, blies einfach mit voller Kraft hinein. Ein lautes und ziemlich disharmonisches Blöken rückte ihn ins Zentrum der allgemeinen Aufmerksamkeit. »Fühlt ihr es nicht?« rief er. »Der Scheuerer kommt!« »Hierher?« fragte Pismeyer. »Fühlt ihr es nicht?« »Fühlt ihr es nicht?« Ungeduld und Schmerz ließen Snibbrill am ganzen Leib beben. Erstaunte Blicke trafen ihn. Die Mehrheit der Anwesenden hielt ihn für übergeschnappt. »Zu den Wagen!« rief Pismeyer. »Ich spüre überhaupt nichts!« sagte Brokando. »Außerdem, hier in Wagnis sind wir vor jedem Feind geschützt!« Der Schamane deutete nach oben. Große Kronleuchter hingen an der Decke und sie schwangen jetzt langsam hin und her. Es fällt Königen nicht immer leicht, eine neue Idee zu ergreifen. Aber wenn sie sie einmal gepackt haben, lassen sie nicht wieder los. »Lauft los!«, donnerte Brokando. »Nach draußen!« Die Munrungs eilten bereits durchs Portal. Tische stürzten um, als sich das Fest in eine Massenflucht verwandelte. Mütter griffen nach ihren Kindern und bahnten sich mit hysterischem Eifer einen Weg durch die Menge. Pismeyer hielt sich an einer Säule fest, um nicht von dem Strom aus Leibern mitgezerrt zu werden. »Die Ponys!«, schrie er, um das Getöse zu übertönen. »Spannt sie vor die Wagen!« Die Bewegungen der Kronleuchter waren jetzt noch deutlicher zu erkennen. Ein Krug stürzte von einem Tisch und zerbrach. Die Kerzen fielen aus den wild schwingenden Lampen. In der Ferne pochte es dumpf, und eine heftige Erschütterung erfasste den Schotterbrocken, auf dem sich Wagnis erhob. Der schwere Balken über dem Portal erbebte und gab nach. Glöck trat vor, schob mit sanftem Nachdruck einige Fliehende beiseite, stemmte die Schultern an den Oberbalken und stützte sich mit einer Hand am Türpfosten ab. Deftmänen sausten unter seinen Armen hinweg und krochen zwischen den Beinen des großen Munrungs nach draußen. Snibbrill führte die laut wiehernden Ponys aus den Ställen. Die Wagen hatten sich kaum in Bewegung gesetzt, als sie auch schon mit Männern, Frauen und Kindern gefüllt waren, und es kamen noch mehr Flüchtlinge. Viele von ihnen schleppten Besitztümer, die sie offenbar für unverzichtbar hielten. Der Thronsaal stand bereits in Flammen. Snibbrill hob vier Deftmänen auf Rolands Rücken, schickte das Pferd den Wagen hinterher und schwamm gegen die Flutwelle der Fliehenden zum Saal. Glörg war inzwischen fast auf die Knie gesunken, und sein Gesicht hatte eine violette Tönung gewonnen. Am Hals traten die Adern hervor. »Komm!«, Snibbrill ergriff ihn am Arm. »Das ganze Gebäude stürzt ein!« »Nein!«, brachte Glörg mühsam hervor. »Pissmeier und die anderen sind noch drin!« Neuerliche Erschütterungen erfassten den Saal, und Risse bildeten sich in einer Säule. Glörg ächzte leise. »Verschwinde von hier!«, klang es tief aus seiner Kehle. »Ich kann das Ding nicht mehr lange halten!« Der Boden zitterte. »Ich... ich hole Leute und Stützbalken und so weiter!«, erwiderte Snibbrill. »Bin gleich wieder da! Bleib hier! Geh nicht fort!« Glörg stöhnte, als Snibbrill davonhastete. Pissmeier wankte durch den Rauch mit einem Stofffetzen vor dem Gesicht. Er führte einige verwirrte Deftmenen zu Glörg und bedeutete ihnen, unter dem Arm des Manrunks nach draußen zu kriechen. »Warum bist du noch her?«, fragte der Schamane. »Bin bald Teil einer Geschichte!«, antwortete das Stammesoberhaupt. Bane kam aus den wallenden Schwaden und drückte sich ein Tuch auf Mund und Nase. »Kommt! Brokando hat die Geheimtür geöffnet.« »Hilf mir mit diesem Narren!«, sagte Pissmeier. »Scheint eingeklemmt zu sein!«, brummte Bane. »Bin gleich ein Held!«, schnaufte Glörg. »Ah, sei still!«, zischte der Schamane. »Das kommt davon, wenn man einen leeren Kopf mit irgendwelchen Geschichten füllt. Und überhaupt, welch dumme Idee, sich so in die Tür zu stellen!« Glörg drehte langsam den Kopf. »Wie bitte?« »Nur ein echter Narr kommt auf eine solche Idee!«, sagte Pissmeier. Auf der gegenüberliegenden Seite des Saals stürzte die Decke ein. »Du eingebildeter, hochmütiger und dreimal Verfluchter!«, begann Glörg. Er streckte das eine Bein, dann auch das andere und stemmte den Oberbalken des Portals hoch über den Kopf. Dann trat er vor und hielt den Zeigefinger unter Pissmeiers Nase. »Ich habe vielen Deftmähnen das Leben ge...« Es gelang ihm nicht, den Satz zu beenden, bevor er fiel. Der Schamane nickte zufrieden. »Na bitte, es hat geklappt. Beeilen wir uns. Es dauert nicht mehr lange, bis auch die Wände nachgeben.« Sie ergriffen Glörg an den Armen und wichen beiseite, als der Oberbalken auf den Boden prallte und zerbarst. Pissmeier blickte zur Decke hoch. »Schnell!« Brokando stand an der Tür zur Treppe. »Kommt!« Glörg hustete, und Pissmeier drückte ihm einen Lappen in die Hand. »Auf Mund und Nase halten!«, wies er das Stammesoberhaupt an. »Feuchte Tücher helfen gegen den Rauch. Das ist eine wichtige Sicherheitsinformation.« »Riecht nach Wein!«, entgegnete Glörg mühsam, als sie ihn durch das Holzportal dirigierten. »Konnte kein Wasser finden!«, erklärte Pissmeier. »Und jetzt? Die Treppe runter!« Die ganze Decke stürmte. Sie liefen die Stufen hinunter und trugen Glörg dabei wie einen Rambock zwischen sich. Das Donnern und Krachen ließ allmählich nach, und schließlich war nur noch das Geräusch ihrer hastigen Schritte zu hören. »Noch nicht aus den Haaren!«, schnaufte Brokando. »Wie meinst du das?«, keuchte Pissmeier. »Keine Fackeln!« Der Schamane hatte nur genug Atem für ein kurzes Schnaufen. Sie erreichten die kleine Tür am Ende der Treppe, blieben dort im Dunkeln liegen und schnappten nach Luft. »Nun, eins steht fest«, erklang Brokandos Stimme. »Wir können nicht zurück. Die Tür befindet sich jetzt unter einem Berg aus Schutt.« »Kannst du im Dunkeln den Weg zur Statue finden?«, fragte Bane. »Ich bin nie zuvor hier unten gewesen.« »Bestimmt gibt es noch andere Ausgänge«, vermutete Pissmeier. Er dachte an die tiefen Abgründe und gewaltigen Höhlen in Unterlage, an die Geschichten von den dort lauernden Ungeheuern. Natürlich hielt er ihre Existenz für ausgeschlossen. Er erzählte jene Geschichten, weil die Weitergabe verbaler Mythologie für eine sich entwickelnde Kultur sehr wichtig war, aber er glaubte nicht an übernatürliche Schauerwesen. Pissmeier schauerte plötzlich und hoffte, dass sie ebenso wenig an ihn glaubten. Er hörte, wie sich die Tür mit einem leisen Knarren öffnete. »Wenn wir zusammenbleiben und bei jedem Schritt aufpassen, müssten wir eigentlich sicher sein«, sagte Brokando. Seine Stimme vibrierte. »Wir sind vier. Wer würde es wagen, uns anzugreifen?« »Viele.« »Abgesehen von vielen, meine ich.« Glörg wurde mit jeder verstreichenden Stunde schwerer. Vorsichtig trugen sie ihn in der Finsternis über schmale Pfade und durch gewaltige Höhlen, die nur durch eine leichte Veränderung in der Luft als solche erkennbar waren. Sie schleppten ihn mit dem Kopf oder mit den Füßen voran, lehnten ihn gelegentlich an einer Haarwurzel, um nach neuen Wegen zu suchen. Sie kletterten zwischen seltsamen Gewächsen und passierten Löcher, die so tief waren, dass ein warmer Wind aus ihnen heraufwehte. Schließlich legten sie eine Rast ein. Ihre Wanderung schien endlos zu sein, und niemand von ihnen konnte abschätzen, ob sie die Entfernung zum Ziel um eine nennenswerte Strecke verkürzt hatten. »Was befindet sich unter Unterlage?«, fragte Brokando. »Der Boden«, kam Pismeiers Stimme aus der Schwärze. »Und darunter?« »Nichts, nur der Boden. Tiefer geht's nicht. Genauso gut könntest du fragen, was sich über dem Teppich befindet.« »Da du es schon ansprichst, was befindet sich über dem?« »Woher soll ich das wissen? Wir haben hier unten zu viele Probleme, um zu überlegen, wie's dort oben aussieht.« »Der Teppich kann nicht ohne Ende sein.« »Für mich ist er groß genug«, brummte Pismeier. Brokando spürte, wie sich die Luft vor seinem Gesicht bewegte. Es war sehr sonderbar, sich in absoluter Finsternis mit anderen Leuten zu unterhalten. Vielleicht saßen sie derzeit unmittelbar am Rand eines tiefen Abgrunds, ohne etwas davon zu ahnen. Der Tastsinn musste die ganze Orientierungsarbeit übernehmen. »Pismeier?«, fragte er. »Ja?« »Ich habe gerade an die Mule gedacht. Kommen Sie hierher?« »Es ist dein Tunnel. Daher solltest du in der Lage sein, dir diese Frage selbst zu beantworten.« »Wie dem auch sei, was könnte den Mulen daran gelegen sein, einen solchen Ort aufzusuchen? Vermutlich gefiel es ihnen hier nicht mehr als uns.« »Stimmt.« Einige Sekunden blieb es still. »Warst du das?« »Ich dachte, du hättest gesprochen.« »Brokando?« »Pismeier?« »Bain?« »Was?« Gommelichs Stimme erklang dicht neben Pismeiers Ohr. »Wir können im Dunkeln sehen.« Sie leisteten keinen Widerstand. »Wie sollten sie ihre Waffen verwenden, wenn sie nicht wussten, ob sie damit Freund oder Feind trafen?« Die Dunkelheit erwies sich jetzt als besonders schlimm. An zweiter Stelle auf der Liste unangenehmer Dinge kamen die Klauen, die sie so mühelos festhielten, als seien sie Spielzeuge in den Händen eines Kindes. »Na sowas?« »Sagte Gommelichs irgendwo in der Nähe.« »Welch eine Überraschung!« »Ist mein Bruder bei dir?« fragte Brokando. Der Mul zögerte, bevor er antwortete. »In gewisser Weise so. Ihr werdet nun meinen Anweisungen gehorchen. Der kleine König hält sich an Pyrgishs Schwanz fest, der Alte am Gürtel des Königs und der Dumii-Soldat am Gürtel des Alten. Wer loslässt und zu fliehen versucht, steht.« Für einen König konnte Brokando bemerkenswert schnell zählen. »Aber was ist mit Au?« »Entschuldigung«, sagte Pismeyer, der noch schneller zählen konnte. »Hab ich dich getreten? Oh, reiner Zufall. Nun, es stimmt leider. Gommelich hat alle drei von uns erwischt.« »Aber wir können...« »Au!« »Oh, ja.« »Natürlich, ja. Ich verstehe. Du hast recht.« Brokandos Stimme gewann jetzt einen aufgeregt verschwörerischen Klang, der normalerweise sofort dafür gesorgt hätte, dass jeder Lunte roch, der nicht selbst wie ein Mul stank. »Alle drei von uns, ja, völlig klar. Du hast uns alle erwischt. Übrigens, wie gut können Mule in der Dunkelheit sehen? Vermutlich nicht hundertprozentig, oder?« »Oh nein«, ächzte Pismeyer innerlich, »jetzt müssen sie Verdacht schöpfen.« »Au!« »Entfuhr es Gommelich.« »Mulabschaum«, zischte Bane. »Wenn wir wieder oben sind, werde ich dir zeigen, was...« Es klatschte in der Finsternis. »Wenn du wieder oben bist, wirst du genau das tun, was ich dir sage«, knurrte Gommelich. »Los geht's.« »Gut gemacht«, dachte der Schamane. »Auch Bane kann schnell zählen.« Sie marschierten hintereinander, aber nicht sehr lange. Offenbar hatten sie sich bereits in der Nähe eines Wegs nach oben befunden. Pismeyer spürte, wie man seine Hand zu einer Leiter führte. »Wir sind dabei, Unterlage zu verlassen«, dachte er. »Wenn Glörg erwacht...« »Woher soll er wissen, welchen Weg wir genommen haben?« Er kletterte einige Sprossen nach oben und ließ sich fallen. »Oh, mein Bein! Oh, oh, oh!« Seine Stimme hallte laut durch die Gewölbe von Unterlage. »Was ist los mit deinem Bein, Alter?« fragte Gommelich. »Nichts«, sagte Pismeyer und begann erneut damit, an der Leiter hinaufzuklettern. »Wenn Glörg mich nicht gehört hat, sind wir erledigt.« Auf dem Teppich war es bereits Nacht. Sie erreichten eine Lichtung weit von Wagnis entfernt. Offenbar war es ein Treffpunkt für die überlebenden Mule. Man fesselte die Gefangenen mit Lederriemen und stieß sie neben einem Busch zu Boden. Einige Snarks warfen ihnen hungrige Blicke zu. Die Mule berieten sich in ihrer Sprache und gelegentlich starrte einer von ihnen zu den am Boden liegenden Gefangenen. »Kannst du sie verstehen?« fragte Pismeyer. »Nur einige Worte«, erwiderte Bain. »Ich nehme an, man will uns zu einem Ort bringen, der Gargetass heißt. Was auch immer das bedeuten mag.« »So nennen die Mule das Hochtorland«, sagte der Schamane. »Die Heimat der Wortgorner.« »Die Wortgorner?«, wiederholte Brokando. »Sie sind unsere Todfeinde.« »Ich dachte, diese Ehre gebührt den Dumii«, entgegnete Pismeyer. »Wir haben mehrere Todfeinde«, sagte Brokando, »falls sie mal knapp werden sollten.« Pismeyer schwieg. Er lag ein wenig abseits der beiden anderen Gefangenen und konnte hinter das Snark-Rudel sehen. Im matten Schein des Lagerfeuers beobachtete er einen Wächter, der neben dem überwucherten Zugang zur Unterlage stand. Sein Snark war an einem Staubbusch festgebunden. Hinter dem ahnungslosen Mule wuchs langsam ein Arm aus einem Strauch. Er verharrte dicht über dem Kopf und nahm behutsam den Helm ab. Der Mule drehte sich um und begegnete einer Faust. Der Arm packte den Bewusstlosen, bevor er zu Boden fallen konnte, und zog ihn ins Gebüsch. Einen Moment später erschien die Hand beim Snark und begann damit, die Leine zu lösen. Das Wesen hob den Kopf, und Pismeyer sah entsetzt, wie es die Augen zusammenkniff, doch es kam nicht dazu, laut zu knurren. Die Hand formte eine Faust, die den Snark zwischen den Augen traf. Das Geschöpf seufzte leise und kippte langsam um. Bevor der Snark ganz zu Boden sinken konnte, spannte sich die Leine und zog ihn hinter den Busch. Pismeyer entspannte sich. Aus irgendeinem Grund glaubte er plötzlich, dass bald alles in Ordnung kommen würde. Er hatte allen Anlass, zuversichtlich zu sein, denn schlimmer konnte ihre Situation kaum werden. Kapitel 12 Die ganze Nacht über waren sie nach Süden unterwegs. Die meisten Mule ritten, doch die Gefangenen und ihre Wächter mussten zwischen den Snarks laufen. Irgendwann dämmerte der Morgen, und im Licht des neuen Tages ragten keine violetten Haare auf, sondern rote. Für Pismeyer und seine Gefährten bildeten die nächsten Tage ein Durcheinander aus laufenden Füßen und Muldstimmen. Es kam zu weiteren farblichen Veränderungen bei den Haaren. Aus scharlachroten Tönen wurden orangefarbene, und orangefarbene Schattierungen wichen schlichtem Schwarz. Die Gefangenen holten sich blutige Blasen an den Füßen, und eine gewisse Benommenheit erfasste sie. Zweimal überquerten sie weiße Dumii-Straßen, und zwar spätabends, wenn keine Gefahr bestand, jemandem zu begegnen. Wie Schatten huschten sie an schlafenden Dörfern vorbei. Und dann gelangten sie zu einem Ort über dem Teppich. Die Haare krümmten sich unter dem Gewicht des Hochtorlands der Wortgorner. Zuerst war es ein Glimmen zwischen den Haaren, und eine Stunde später ragte es weit auf. Nie zuvor hatte Pismeyer etwas so Gewaltiges gesehen. Er kannte es aus Büchern, aber Beschreibungen auf Pergament wurden diesem Phänomen einfach nicht gerecht. Man musste ganz neue Wörter erfinden, um einen Eindruck von den Ausmaßen dieses Gebildes zu vermitteln. Etwas Größeres schien überhaupt nicht existieren zu können. Nun, der Teppich war riesig, aber er war auch alles, und daher zählte er nicht. Angesichts seiner enormen Ausmaße konnte man überhaupt nicht von Größe im eigentlichen Sinn sprechen. Das Hochtorland hingegen war klein genug, um kolossal zu sein. Es wirkte bereits nahe, wenn man es aus weiter Ferne beobachtete, und es glänzte. Es bestand aus Bronze. Snibbrill wusste, alles Metall im Teppich kam von dort. Die Wortgorner tauschten es bei den Schlauen gegen Nahrungsmittel, denn im Hochtorland wuchs nichts. »On. Epen. Nie«, sagte Pissmeier leise, als die Gruppe im Schatten des Bronzelands rastete. Brokando war sofort eingeschlafen, er hatte von allen die kürzesten Beine. Jetzt erwachte er halb. »Was?« fragte er. »So lautet der wortgornische Kampfschrei«, antwortete Pissmeier. Er klang an die Ohren vieler Leute, und nachher hörten sie meistens nichts mehr. »On. Epen. Nie«, so steht's auf dem Hochtorland geschrieben, in großen, metallenen Buchstaben. Ich habe Bilder gesehen. Man braucht einen ganzen Tag, wenn man um einen dieser Buchstaben herumgehen will. »Wer hat sie geschrieben?«, fragte Brokando und beobachtete die Wächter. »Die Wortgorner glauben, der Scheuerer steckt dahinter«, sagte Pissmeier. »Das ist natürlich Unfug. Bestimmt gibt es eine natürliche Erklärung. Die Wortgorner behaupten auch, es gäbe noch andere Buchstaben, und zwar »unter dem Land«. Sie gruben Tunnel und fanden sie. Einige von ihnen lauteten »Ööö«, er versuchte, sich zu erinnern. »Äh, Sabbath, Tu. Die Wortgorner halten das für sehr wichtig.« »Riesenbuchstaben entstehen nicht von allein«, sagte Brokando. »Vielleicht doch, wer weiß.« Sie schauten zum Land auf. Unten verlief eine Straße. Sie war breiter als gewöhnliche Dumii-Straßen, doch im Schatten der weit emporragenden Wand wirkte sie winzig. »Weiß jemand was über die Wortgorner?«, fragte Pissmeier. »Ich habe von Ihnen gelesen, kann mich jedoch nicht daran erinnern, jemals einem begegnet zu sein.« »Sie sind wie die Dumii, allerdings ohne ihren speziellen Charme«, sagte Brokando. »Danke«, erwiderte Bane würdevoll. »Nun, wer die ganze Zeit über auf Metall wohnt, neigt vermutlich zu einer sehr düsteren und mystischen Perspektive in Bezug auf das Leben«, überlegte Pissmeier laut. »Auf welcher Seite stehen Sie?«, fragte Brokando. »Auf welcher Seite Sie stehen? Auf Ihrer eigenen, nehme ich an.« Die Mule wanderten ziellos umher und schienen auf etwas zu warten. »Ich schätze, es geht bald da hinauf«, murmelte Brokando. »Aber wie?« »Dumii-Patrouillen haben alle Seiten des Hochtorlands untersucht, ohne einen Zugang zu finden«, sagte Bane. »Pissmeier blickte noch immer nach oben.« »Oh, ich glaube, des Rätsels Lösung ist der erstaunliche Mechanismus dort.« Weit über ihnen zeigte sich ein Fleck an der Wand. Er wurde langsam größer, stellte sich schließlich als eine große Plattform heraus, die neben der Bronze nach unten glitt. Köpfe spähten über ihren Rand. Die Plattform landete neben dem Snarkrudel, und Pissmeier sah, dass es sich um ein schlichtes Quadrat aus Haarplanken handelte, ausgestattet mit einem Geländer. Von jeder Ecke reichte eine Bronzekette nach oben und verschwand im Dunst. Vier Männer standen dort, jeder von ihnen so groß wie Bane. Sie trugen Helme und Brustplatten aus gehämmter Bronze, und lange Bronzeschwerter hingen an ihren Gürteln. Die Schilde bestanden ebenfalls aus Bronze und waren so rund wie das Hochtorland. Das Haar glänzte in der Farbe des Metalls. Hinzu kamen kurze, kantig anmutende Bärte und Augen, die ruhig geradeaus blickten. »Zu viel Metall«, dachte Pissmeier. »Es reicht bis in die Seele.« »Äh«, flüsterte Brokando, als man sie zur Plattform trieb, »du hast nicht zufällig jemanden gesehen oder gehört, der uns folgt, oder? Zum Beispiel euer Stammesoberhaupt, der große Bursche?« »Keine Spur von ihm, seit wir Unterlage verließen«, erwiderte Pissmeier, »und ich habe mit großer Aufmerksamkeit Ausschau gehalten und gelauscht.« »Mist«, »oh nein, das sind keine schlechten Nachrichten, sondern gute. Es bedeutet, er ist irgendwo da draußen. Wenn ich etwas gesehen oder gehört hätte, so könnte es nicht Glörk gewesen sein. Immerhin ist er ein Jäger.« »Guter Hinweis! Au!« Eine Peitsche traf Brokandos Bein, als die Mule ihre nervösen Reittiere auf die Plattform führten. Als alle an Bord waren, holte einer der bronzenen Wächter ein Horn hervor und blies hinein. Die Ketten spannten sich mit lautem Rasseln, und die Plattform knirschte und wackelte, als sie aufstieg und nach oben glitt. Die Snarks beanspruchten eine Menge Platz und drängten Pissmeier ans Geländer, wodurch er Folgendes beobachten konnte. Unten an der Metallwand löste sich ein Schatten von einem Staubbusch, huschte zur aufsteigenden Plattform und versuchte, sich an ihrer Unterseite festzuhalten. Der Schatten sprang, aber im gleichen Augenblick schwang die Plattform zur Seite, und deshalb konnte Pissmeier die Plattform nicht mehr schlafen. Immer höher ging es hinauf, durch einige dichte Dunstschwaden, und plötzlich blickte der Schamane über den Teppich hinweg. Unter ihm ragten die Spitzen der Haare aus watteartigem Nebel. Schwindel erfasste ihn, und er versuchte, sich davon abzulenken, indem er seinen Gefährten einen Vortrag hielt. Bei den Deftmenen heißt es, das Hochtorland sei vor vielen Jahren vom Oben herabgefallen. Die Wortgorner waren ein kleiner Stamm, der in diesem Bereich lebte. Sie erkletterten die Bronze und ließen sich auf ihr nieder. Und die Mule? Warum sind sie hier? Darüber möchte ich lieber nicht nachdenken, gestand Pissmeier. Die Wortgorner neigen zwar zur Sturheit, aber sie stehen nicht in dem Ruf, gemein zu sein. Die Plattform glitt weiter nach oben, bis sie schließlich an einem Bronzetor verharrte. Die hiesigen Bewohner legen offenbar großen Wert darauf hinweg. Nicht gestört zu werden, meinte Bain. Hinter ihnen zischte Gormelisch. Werft noch einen letzten Blick auf den Teppich. Ihr seht ihn nie wieder. Oh, Melodrama! kommentierte Pissmeier. Glaubst du vielleicht? begann Gormelisch. Dem dritten Wort folgte ein schmerzerfüllter Schrei. Brokandos Zähne bohrten sich in Gormelischs Bein. Der wütende Mule packte den Zwergenkönig, stapfte mit ihm zum Rand der Plattform und hob Brokando dort hoch über den Kopf. Nach kurzem Zögern kamen die Arme wieder herab. »Nein«, sagte Gormelisch langsam, »nein. Bald wirst du dir wünschen, dass ich dich in die Tiefe geworfen hätte. Es wäre eine Gnade, dich zum Teppich hinabfallen zu lassen in den sicheren Tod. Und gerade jetzt bin ich nicht in der richtigen Stimmung, dir gegenüber gnädig zu sein.« Er warf den zitternden Brokando zu den anderen Gefangenen, als das Fallgatter in Bewegung geriet. »Ich habe nicht etwa aus Furcht gezittert,« betonte der kleine König, »es war nur ziemlich kalt da oben.« Die Mule betraten das Hochtorland. Pismeyer sah ein breites Metallplateau und in der Ferne schienen sich Hügel zu erheben. Sie kamen an Käfigen mit dicken Gitterstangen vorbei, hinter denen Snarks hockten. Braune Exemplare aus dem Holzwandland, rote aus dem Westen und schwarze mit besonders langen Zähnen. Was auch immer ihre Farbe sein mochte, sie alle hatten nur eins im Sinn. Heißhungrig zarrten sie am Gitter und gierige Blicke folgten den Gefangenen. Sie setzten den Weg fort, und der Schamane beobachtete Pferche, in denen man Snarks zuritt. An die Gehege schlossen sich weitere Käfige an, ein ganzes Stück größer als die ersten. Sie enthielten seltsame Wesen. Die Geschöpfe waren riesig. Geradezu absurd winzig erscheinende Flügel wuchsen aus tonnenförmigen, dicken Körpern. Lange Hälse trugen Köpfe, die sich langsam drehten, als die Gruppe vorbeimarschierte. Das andere Ende bestand aus einem stummelförmigen Schwanz. Die Beine schienen nicht dick genug zu sein, um ein derartiges Gewicht zu tragen. Oh, sie waren dick, aber bei solchen Wesen erwartete man Beine, deren Dicke sich mit den Stämmen von Riesenhaaren vergleichen ließ. Eins dieser Geschöpfe schob den Kopf durchs Gitter und sah auf Pismayr herab. In den großen, glänzenden Augen lag sonderbare Intelligenz, und darüber wölbten sich lange, buschige Brauen. Ein Pohn, sagte er, meine Güte, ein Pohn, aus dem fernen Osten, wo die Fransen des Teppichs den Boden berühren. Die größten Lebewesen des Teppichs. Wenn uns einige von ihnen helfen würden... Ich fürchte, sie gehorchen den Mulen, sagte Bane. Der Pohn sah ihnen nach. Kurze Zeit später erreichten sie die kantigen Metallhügel und schritten durch eine dunkle Pforte. Drinnen übergab man sie der Obhut anderer Mule, deren Haut dunkler zu sein schien. Pismayr und seine Begleiter wurden durch ein Tunnellabyrinth geführt, und überall erklang das Klopfen und Pochen von Hämmern. Es ging immer tiefer hinab in den Berg aus Metall, bis sie schließlich ein nur matt erhelltes Gewölbe mit mehreren Türen erreichten. Eine der Türen stand offen, und man stieß die Gefangenen in den Raum dahinter. Sie fielen auf einen feuchtkalten Boden, und als sie sich wieder erhoben, erschien Gormelichs grinsendes Gesicht am Gitter. Rötlicher Fackelschein verlieh seinen Zügen etwas Fratzenhaftes. Genießt den Komfort des Verlieses. »Gormelichs, solange ihr Gelegenheit dazu habt. Bald beginnt für euch die Arbeit in den Stollen. Dort schlaft ihr nicht. Seid aber vor dem schrecklichen Scheurer geschützt.« »Warum redet der Kerl auf diese Weise?«, murmelte Pismayr. »Schon wieder Melodrama?« »Ich bin überrascht, dass er kein Ha-Ha-Ha-Ha hinzufügt.« »Gormelichs,« rief Bain. Der Mühl kehrte ans Gitter zurück. »Ja, unbedeutender Abschaum?« »Unbedeutender Abschaum,« wiederholte der Schamane. »Der Bursche hat so viel Fantasie wie ein Leib Brot.« »Wenn wir hier herauskommen, werde ich dich finden und töten,« verkündete Bain im Plauderton. »Das wollte ich dir nur sagen. Damit du später nicht behauptest, niemand hätte dich gewarnt.« Gormelichs trat einen Schritt zurück und intonierte, »Ich habe nur Verachtung für deine Drohungen übrig.« Pismayr nickte zufrieden. »Habs doch gewusst,« dachte er. Sie nahmen in der Dunkelheit Platz und lauschten dem fernen Hämmern. »Wir sind hier also in einem Bergwerk,« brummte Brokando nach einer Weile. »Hierher hat man meine Untertanen verschleppt, damit sie Metall abbauen.« »Nicht nur deine Untertanen,« erwiderte Pismayr, »nach den Geräuschen zu urteilen, schuften ja auch noch viele andere Leute.« Er starrte in die Finsternis und dachte an Glörg. Vielleicht hatte er sich den dahin huschenden Schatten nur eingebildet. Und Snibbrill, nun, möglicherweise war es ihm tatsächlich gelungen, den Thronsaal zu verlassen, bevor die Decke einstückte. Stöße mit einem Speer rissen sie recht unsanft aus dem Schlaf. Zwei Mule standen in der Tür und grinsten. »Drei für die Stollen, wie?« »Ja,« knurrte es draußen. Pismayr spitzte die Ohren. »Der da ist ziemlich klein, und dann haben wir noch einen alten.« »Nun, wir lassen den Älteren immer den Vortritt, nicht wahr?« »Sehen wir uns die Gefangenen an,« ertönte die Stimme im Gewölbe. Man zerrte die Gefangenen hoch und prüfte ihre Fesseln, stieß sie dann durch die Tür. Draußen stand ein in Bronze gekleideter Wortgorner und bot einen ehrfurchtgebietenden Anblick im Halbdunkel. »Ihr Dummköpfe,« fuhr er die Mule an, »seht nur die Riemen, sind viel zu locker.« Er trat vor und griff nach Pismayr's Händen. Der Schamane sah in vertraute, braune Augen und bemerkte ein kurzes Zwinkern. »Wir haben sie besonders fest verknotet,« erwiderte einer der Mule empört. »Ach, tatsächlich? Und was ist das hier?« Die beiden Wächter kamen näher und blieben zu beiden Seiten des Wortgorners stehen. Einer begann, »Ist doch alles in Ordnung mit den Fesseln?« Der Wortgorner hob ruckartig die Arme und packte die haarigen Hälse mit knotigen Händen. Aus der Stimme des ersten Muls wurde ein ersticktes Gurgeln. Unmittelbar darauf schwang die Gestalt in Bronze die Arme nach vorn, und die Schädel der beiden Wächter prallten gegeneinander. Bewusstlos sanken die Mule zu Boden. Glörg nahm den Helm ab. »Tja, so sieht man sich wieder,« sagte er. Er widerstand nicht der Versuchung, einen kleinen Freudentanz zu vollführen. Anschließend setzte er den Helm wieder auf. »Wir haben dich in Unterlage zurückgelassen.« »Wie kommst du hierher?« »Ich habe dich gesehen, nicht wahr?«, fragte Pismeyer. »Ich meine, du warst es, oder?« »Wir sollten uns zuerst in Sicherheit bringen, bevor wir Geschichten erzählen,« sagte Glörg. Er zog ein Messer hinter dem Gürtel hervor und zerschnitt die Riemen. Pismeyer und die anderen rieben sich die taub gewordenen Handgelenke. Glörg zerrte die beiden Mule in den Kerker und schloss die Tür. Brokando wies vergeblich darauf hin, dass man Feinde am besten dann umbrachte, wenn sie bewusstlos waren. Glörg kehrte mit den Schwertern der Wächter zurück. »Es sind scheußliche Dinger, aber besser als gar nichts, wenn's zu einem Kampf kommt. Versucht, wie Gefangene auszusehen, wenn euch jemand beobachtet. Hier unten wimmelt's von den verschiedensten Leuten. Vielleicht fallt ihr überhaupt nicht auf.« Der als Wortgörner verkleidete Glörg führte die Gruppe an. Zweimal begegneten sie Mulewächtern, die ihnen erst Beachtung schenkten, als es bereits zu spät für sie war. »Wohin gehen wir?«, fragte Pismeyer. »Ich habe Freunde gefunden.« »Wir sollten die übrigen Gefangenen befreien,« sagte Brokando. »Es sind Tausende,« erwiderte Glörg. »Und es gibt hier auch einige Tausend Mule. Zu viele.« »Ja,« bestätigte Bane. »Wir müssen raus hier. Erst dann können wir helfen.« »Und sag jetzt bloß nicht, viele hierher verschleppte Deftmenen bedeuten, dass ein Heer in den Reihen des Feindes wartet.« »Vielen Gefangenen geht es eher schlecht,« sagte Glörg. »Sie sind gar nicht zu einem Kampf in der Lage, wenn ihr meine Meinung hören wollt.« »Wir haben es hier mit Deftmenen zu tun,« verkündete Brokando stolz. Glörg blickte um eine Ecke, bevor er seine Begleiter mit einem Wink aufforderte, ihm zu folgen. »Ich weiß,« erwiderte er, »und ich bleibe dabei. Es geht hier nicht darum, einen Schlüsselbund zu finden, einige Türen aufzuschließen und zu rufen. »Ha, ha, ha, getreue Untertanen, jetzt wird's Zeit für euch, die Ketten abzustreifen.« »Dies ist die Wirklichkeit.« »Und ich habe gelauscht. Wisst ihr, warum die Mule Wagnis angriffen?« »Sie wollten ein stolzes Volk unterwerfen und versklaven,« sagte Brokando sofort. »Nein, es ging ihnen um Schotter.« »Um Schotter?« Darauf wurde Wagnis erbaut, nicht wahr? Steinsplitter. Und die Mule brauchen Dutzende von solchen Splittern, um ein wenig Metall aus ihnen zu gewinnen. »Meine prächtige Stadt!« »Schotter,« sagte Glörg. »Mein Palast!« »Schotter!« »Metall,« sagte Bane. Die Mule versuchen, möglichst viel Metall zu bekommen. »Waffen aus Metall sind Lack und Holz weit überlegen.« »Aber warum die ganze Mühe?«, fragte Pismayr. »Wer ist nur wenige Tagesreisen entfernt?«, sagte Bane. »Das ist der Grund. Wir müssen die Hauptstadt des Reiches warnen.« »Hier entlang!«, sagte Glörg. Mit »hier« meinte er eine lange, aus der Bronze gehauene Höhle. Etwas Licht kam durch einige Löcher in der Decke und zeigte ihnen matte Schatten an den Wänden. Die Luft war recht warm und roch nach Tieren. Pismayr und die anderen hörten, wie sich große Geschöpfe bewegten, außer dem dumpfes, schnaufendes Atmen. Etwas bewegte sich und zwei grüne Augen glühten im Halbdunkel. »Was wollt ihr hier?«, fragte der Mühlwächter. »Ah«, sagte Glörg, »ich habe die Gefangenen gebracht.« »Ha, ha, ha!« Der Mühl musterte die vier Gestalten argwöhnisch. »Weshalb?«, fragte er. Glörg blinzelte verwirrt. »Mö, genug geredet.« »Ha, ha, ha!«, sagte er schließlich und schlug dem Wächter auf den Kopf. Das Glühen verschwand aus den grünen Augen. »Nach einer Weile gehen mir die Ideen aus«, sagte Glörg. Pismayrs Augen hatten sich inzwischen ans Zwielicht gewöhnt. Die Höhle war groß, aber sie wirkte nicht annähernd so groß, wie es eigentlich der Fall sein sollte. Und das lag an den großen Geschöpfen in ihr. »Es sind Pohnen, nicht wahr?«, fragte Brokando. »Man kann sie kaum mit anderen Wesen verwechseln, oder?«, erwiderte Pismayr. »Warum sind sie hier?« »Sie drehen die Räder für die Plattform«, erklärte Glörg. »Man verwendet sie für schwere Arbeiten. Und wisst ihr was?« »Sie sind intelligent«, der Schamane winkte ab. »Das behaupten die alten Geschichten.« »Zugegeben, sie sehen intelligent aus. Aber im Vergleich zum Körper ist der Kopf zu klein. Ihr Gehirn kann kaum größer sein als eine getrocknete Erbse.« »Aber es ist eine sehr kluge getrocknete Erbse«, wandte Glörg ein. »In der vergangenen Nacht habe ich mich versteckt. Die Pohnen können sich mit einer Art Sprache verständigen, die aus lautem Pochen und hupenden Lauten besteht. Seht nur!« Ein kleiner Kopf senkte sich ihm entgegen, und zwei funkelnde Augen blinzelten. »Äll«, begann Glörg, »stampf zweimal, wenn du mich verstehst!« »Bumm! Bumm!« Selbst der Munrung wirkte überrascht. »Dies sind Freunde. Ihr helft uns, einverstanden?« »Bumm! Bumm! Das bedeutet ja«, übersetzte Glörg. »Ah, tatsächlich«, erwiderte Pissmeier. »Da drüben liegt der Sattel.« Das Ding sah eher aus wie ein kleines Schloss. Die Gurte bestanden aus rotem Tuch, mit Bronzebeschlägen geschmückt, und darüber wölbte sich ein Dach mit Vorhängen und kleinen Glocken. Der »Sattel« wies gepolsterte Sitze auf, und am verzierten Geschirr bildeten bronzene Buchstaben den Namen »Landzunge«. Während die anderen den Sattel holten, schob sich Pissmeier etwas näher an das große Geschöpf heran und hob die Hand. »Wie viele Finger zeige ich dir?«, fragte er skeptisch. »Bumm! Bumm! 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 Bumm!« »Ein reiner Zufallstreffer!« Der Pohn sank auf die Knie, damit man ihm den Sattel auf den Rücken setzen konnte. Dann öffnete er das Maul und trompetete. Es klang wie das Knarren einer sich langsam öffnenden Tür, ums Tausendfache verstärkt. Und es blieb nicht allein dabei. Zarte Untertöne zitterten und vibrierten in dem Geräusch. »Sprache«, dachte Pissmeier. »Ohne Worte, aber es ist trotzdem Sprache.« Ich frage mich, ob das ebenfalls eine Erfindung der Schlauen ist. Früher hatten auch wir eine Sprache ohne Worte. In gewisser Weise haben wir sie noch immer. Wir sagen »Hm« und »Hm« und »Äh«, oder? »Nein, was denke ich da? Diese Wesen sind Tiere.« Die anderen Ponen beantworteten das ohrenbetäubende Knarren mit Blöken und Trillern. Glöck bedeutete seinen Gefährten, auf Langzunges Rücken zu klettern. »Das haben die Mule bestimmt gehört«, meinte Pissmeier. »Und wenn schon«, erwiderte Glöck, »die Ponen wollen jetzt heimkehren.« »Soll das heißen, sie hatten jederzeit die Möglichkeit, diesen Ort zu verlassen?«, fragte Brokando und beobachtete, wie die riesigen Wesen ihre Ställe verließen und eine lange Reihe bildeten. »Es gefiel ihnen hier, als das Hochtorland den Wortgornern gehörte«, antwortete Glöck. »Sie mögen interessante Dinge. Aber jetzt interessieren sie sich nicht mehr für die Mule. Stattdessen halten sie uns für faszinierend.« »Jetzt hör mal, Glöck«, sagte Pissmeier. »Ich will keineswegs behaupten, dass es dir an Intelligenz mangelt, aber ich bezweifle, ob du in der Lage bist, innerhalb so kurzer Zeit eine ganz neue Sprache zu lernen und«, Glöck grinste von einem Ohr bis zum anderen. »Ich wusste, was mich hier erwarten würde. Ich meine, ich wusste es schon vorher.« »Aber wie?« »Genug geredet, ha, ha, ha«, unterbrach Glöck den Schamanen. »Ich erkläre dir später alles. Übrigens, sei freundlich.« Sie sagte, dass die Ponen Leute wie uns gut verstehen können. »Ich fasse es nicht«, murmelte Pissmeier. Ein Pon schnaubte ihm ins Ohr. »Es bedeutet, dass man dich für interessant hält«, sagte Glöck. »Wen hast du eben mit »Sie« gemeint?«, fragte Pissmeier. »Das wirst du bald erfahren.« Glöck vergnügte sich prächtig, auf eine stille Art und Weise. Sein ganzes Leben lang hatte Pissmeier mehr gewusst als er. Und nun genoss er es selbst, einmal in die Rolle des Herrn Antwort zu schlüpfen. Am anderen Ende der Höhle fanden sie eine große und massive Bronzetür. Die ersten beiden Ponen marschierten einfach hindurch und rissen sie aus den Angeln. Draußen begann die Herde mit einem flotten Trab, und Langzunge führte sie an. Er trompetete, und daraufhin wurde aus dem Trab ein Galopp. Die Wesen wirkten schwerfällig und fast komisch, bis man erkannte, dass die hüpfenden Bälle durch ein Haus marschieren konnten, ohne es zu bemerken. Pissmeier und seine drei Begleiter auf Langzunges Rücken wurden so hin und her geschüttelt wie Erbsen in einem großen Topf. Der Schamane beobachtete einige Mule, die auf Snarks ritten, und der Herde mit wurfbereiten Speeren folgten. Langzunge sah sie ebenfalls, denn er trompetete erneut, und diesmal klang es zornig. Drei Ponen wandten sich den Mulen zu, die plötzlich begriffen, dass sie keine wehrlosen Geschöpfe verfolgten, sondern... Pissmeier richtete sich im Sattel auf. »Sie sind über die Mule hinwegmarschiert,« sagte er. »Wie meinst du das?« fragte Brokando. »Sind sie vielleicht gesprungen?« »Nein, sie haben sich nicht die Mühe gemacht, zu springen oder den Verfolgern auszuweichen.« »Sie verabscheuen Mule,« sagte Glörg, »sie verabscheuen sie noch mehr als wir, weil sie uninteressant sind.« Weiter vorn wölbte sich ein Torbogen. Zahlreiche Mule und Wortgörner hatten sich dort eingefunden. »Sie brauchen nur die Plattform hinabzulassen, dann sind wir erledigt,« rief Pissmeier. »Unmöglich,« erwiderte Glörg und streckte die Hand aus. »Er bewegt sie.« Neben dem Tor sah Pissmeier nun ein großes Tretwerk, und darin befand sich ein Pohn. Mehrere Mule schlugen mit Peitschen und Stöcken nach ihm, doch er rührte sich nicht von der Stelle und trompetete nur. Langzunge brüllte eine Antwort. »Die Pohnen sind entschlossen, ihren Artgenossen zu befreien,« sagte Glörg. »Übrigens, sie hassen spitze Dinge noch mehr als Mule, und deshalb sollten wir mit Speeren und so vorsichtig sein.« Einige Pohnen stürmten dem Tretwerk entgegen und schleuderten achtlos alle Mule beiseite, die so dumm waren, sie anzugreifen. Zähne zerfetzten Gitterstangen. Der bis eben gefangene Pohn schüttelte sich, hob ein Bein und zerstampfte zwei Mule, die ihm besonders zugesetzt hatten. Anschließend sprang er durchs Tor. »Sind sie übergeschnappt?« entfuhr es Pismeier erschrocken. »Ein solches Gewicht hält die Plattform bestimmt nicht aus.« »Das wird sich gleich herausstellen,« sagte Glörg, als Langzunge auf die Planken wankte. Die anderen Pohnen folgten ihm, und Pismeier beobachtete, zwar nutzten sie jede Gelegenheit, um auf Mule zu treten, aber sie verschonten die Wortgörner. »Offenbar haben sie sich einen Rest von Interesse an den Wortgörnern bewahrt,« dachte der Schamane. Er rechnete damit, dass die Plattform unter dem enormen Gewicht brach, aber aus irgendeinem Grund hielten die Planken stand. Dafür geschah etwas anderes. Oben klirrte es, und das halb zerstörte Tretwerk drehte sich so schnell, dass es zu einem Schemen wurde. Die Ketten rasselten nicht nur, sie heulten an den Rollen der Flaschenzüge. Die Bronzewand raste vorbei. Nur Glörg verharrte in Gelassenheit. Pismeier duckte sich, fest davon überzeugt, dass ihnen tief unten ein verheerender Aufprall bevorstand. Brokando hielt sich irgendwo fest, kniff die Augen zu und stöhnte. Bane saß steif da und schien ihr Schicksal ebenfalls für besiegelt zu halten. Und dann sprangen die Pohnen von der Plattform, einer nach dem anderen. Die winzigen Flügel entfalteten sich. Eigentlich waren sie viel zu klein, um so große Wesen zu tragen, aber sie erfüllten trotzdem ihren Zweck. Die Schwingen wirbelten, schlugen rasend schnell in der Art eines Kolibris. Dadurch blieben die Pohnen in der Luft und schwebten langsam zu den Haaren des Teppichs hinab. Nur Langzunge stand auch weiterhin auf der Plattform, die jetzt langsamer wurde und mit einem dumpfen Donnern im Staub landete. Der Pohn trabte sofort los, während um ihn herum seine Artgenossen wie Fallobst im Haarwald niedergingen. Pismeier, Bane und der Zwergenkönig starrten Glörg verdutzt an. »Du hast gewusst, dass wir überleben würden«, sagte Pismeier vorwurfsvoll. »Ich habe es gehofft«, erwiderte Glörg. »Ganz sicher war ich nicht. Obgleich Kuleina meinte, ich brauchte mir keine Sorgen zu machen.« »Kuleina«, wiederholte Pismeier. »Ist sie die Sie?« Er wusste nicht, was er davon halten sollte. Pismeier war daran gewöhnt, bei fast allen Dingen mehr zu wissen als Glörg. Und diese neue Entwicklung gefiel ihm gar nicht. Ein weiterer Pohn landete in der Nähe. »Sie sind wesentlich leichter, als es den Anschein hat«, dachte Pismeier. »Mit Flügeln ausgestattete Balance. Kein Wunder, dass sie von spitzen Dingen nicht viel halten.« »Kuleina ist schwer zu beschreiben«, sagte Glörg. »Ich schätze, sie gehört zum Volk der Schlauen.« »Bist du nicht sicher?«, fragte Pismeier, seine Verwunderung wuchs. »Frag sie selbst«, schlug Glörg vor. »Wir sind jetzt zu ihr unterwegs.« Langzunge senkte den Kopf und stapfte an den Haaren vorbei. »Nein«, erklang Baines Stimme, »wir dürfen keine Zeit verlieren und müssen so schnell wie möglich nach Wehr.« »Zuerst kehren wir nach Wagnis zurück«, sagte Brokando. »Wehr ist nur einige Tagesreisen entfernt. Der Gebieter muss von den jüngsten Ereignissen erfahren.« »Vielleicht weiß er schon Bescheid«, erwiderte Pismeier düster. Glörg schüttelte den Kopf. »Nein«, »woher willst du das wissen?« »Nun, wir wissen von der Mühlstreitmacht«, sagte Glörg mit Nachdruck. »Wir ziehen nach Wehr, um die Bewohner der Hauptstadt zu warnen. Aber vorher müssen wir mit Kulaina sprechen.« »Mit der Schlauen?«, fragte Pismeier. »Warum?« »Um ihr zu erzählen, was wir gesehen haben«, erklärte Glörg. Er lächelte schief und kratzte sich am Kopf. »Damit sie sich daran erinnern kann, was wir ihr jetzt sagen. Und damit sie imstande ist, mir vor zwei Tagen davon zu berichten, als ich ihr zum ersten Mal begegnete.« Brokando öffnete den Mund, aber Pismeier kam ihm zuvor und hob die Hand. »Schlaue erinnern sich nicht nur an die Vergangenheit, sondern auch an die Zukunft«, sagte er. »Aber sie sprechen nie davon.« »Diese Schlaue bildet eine Ausnahme«, stellte Glörg fest. »Sieh mich nicht so an! Hältst du es etwa für möglich, dass ich eine solche Geschichte erfunden habe?« Kapitel 13 »Es war nicht schwer, euch zu folgen«, sagte Glörg. »Ich meine, zwanzig Personen hinterlassen Spuren. Kein Problem. Ich musste nur aufpassen, euch nicht direkt über den Weg zu laufen. Und dann dachte ich, sie ziehen in einer geraden Linie nach Süden. Warum eilst du nicht voraus, um das Gelände zu erkunden und zu sehen, was geschieht? Eine Person kann wesentlich schneller sein als zwanzig, oder? Außerdem, ich hatte mir einen Snark besorgt. Die Biester sind eigentlich gar nicht so übel, wenn man sie mit der richtigen Mischung aus Freundlichkeit und Gemeinheit behandelt. »Tja, und so lernte ich schließlich Kulaina kennen. Sie ist sehr seltsam.« »Ich fürchte, in deinem Bericht gibt es die eine oder andere Lücke«, bemerkte Pismeyer. »Ich zeige euch, wo sie wohnt«, fuhr Glörg fort. »Ich, äh, vermutlich kann man den Ort nur sehen, wenn sie es zulässt.« »Ich kenne nichts Vergleichbares und, und da war sie plötzlich und sie sagte mir, wohin ihr unterwegs seid und wie ich mich an der Plattform festhalten kann und wie man einem Wortgörner die Rüstung abnimmt und wie man die Ponen befreit und dass sie fliegen können und alles.« »Woher wusste sie davon?«, fragte Brokando. »Sie wusste davon, weil wir es ihr erzählen werden«, sagte Glörg. »Um ganz ehrlich zu sein, wie sowas klappt, ist mir ein Rätsel.« »Die Schlauen erinnern sich an Vergangenheit und Zukunft«, sagte Bane. »Aber sie dürfen nicht von zukünftigen Ereignissen erzählen«, entfuhr es Pismeyer, »sonst könnten entsetzliche Dinge passieren.« »Ich weiß nicht«, sagte Glörg vorsichtig, »so wie ich die Sache sehe, Eure Befreiung erscheint mir nicht sonderlich schlimm.« »Wir müssen zum Stamm zurück«, sagte Pismeyer. »Und zu meinem Volk«, fügte Brokando hinzu, »es braucht uns.« »Ich habe darüber nachgedacht«, sagte Glörg. »Zweihundert Munrungs und dreitausend Deftmähnen, zusammen und bewaffnet. Warum sollten sie unsere Hilfe benötigen? Es gehören einige sehr tüchtige Burschen zum Stamm, und außerdem ist Snibberl bei ihnen, oder?« »Äh«, sagte Brokando, »ja, das hoffen wir.« »Na bitte, und deine Untertanen wissen, wie man kämpft. Wir sind vier, befinden uns in einer unbekannten Gegend, in der es von Feinden wimmelt. Wir brauchen Hilfe.« »Wie dem auch sei, zuerst reden wir mit Kuleina.« »Aber sie hat dir alles erzählt, und uns gelang die Flucht«, wandte Brokando ein. »Wir können uns ein anderes Mal bei ihr bedanken.« »Nein«, widersprach Pismeyer, »wenn Glörg recht hat. Wenn Kuleina ihm die Zukunft schilderte und wir nicht zu ihr gehen, dann könnte praktisch alles passieren.« »Meine Güte, vielleicht rollt sich der Teppich zusammen oder so. Wir müssten mit dem Schlimmsten vom Schlimmen rechnen.« »Du meinst schlimmer als«, begann Brokando unsicher. »Schlimmer als alles, was du dir vorstellen kannst«, sagte Glörg. Sie dachten darüber nach. »Offenbar vertraut sie dir sehr«, kommentierte Bane. Die Ponen liefen den ganzen Tag. Die vier Reisenden auf Langzungsrücken dösten oder beobachteten schweigend, wie die Schatten länger wurden. Die meiste Zeit über blieben sie mit ihren eigenen Gedanken beschäftigt. Staubbüsche wuchsen dicht zwischen den Haaren und in ihnen summten und klickten verborgene Wesen. Hoch oben bildeten Fusseln, apfelgrüne, flaumartige Vorhänge, und daran wuchsen Flusenblumen. Ihre Blütenblätter glänzten in tausend verschiedenen Tönen, die von Grün über Olivfarben bis hin zu einem matten Gelb reichten. Ein intensiver Duft ging von ihnen aus, wehte über Lichtungen und roch nach der Farbe Grün. »Das ist interessant«, sagte Pismeyer irgendwann und setzte sich auf. Es geschah zum ersten Mal seit mindestens einer Stunde, dass jemand von ihnen sprach. »So etwas sieht man nicht oft«, fügte er hinzu und streckte den Arm aus. Auf der gegenüberliegenden Seite der Lichtung stand ein Wildschwein im grünen Gebüsch und beobachtete sie aufmerksam. Von mehreren Blicken getroffen, drehte es sich um und verschwand hastig im Haarwald. »Ein ganz normales Wildschwein«, brummte Bane. »Aber es war braun«, sagte Pismeyer, »und es hätte grün sein sollen. Fast alle frei lebenden Geschöpfe im Teppich nehmen die Farbe der Haare an, zwischen denen sie geboren werden, zur Tarnung.« »Vielleicht hat es sich in dieser Region verirrt«, vermutete Bane. »Nein«, »Glörg lächelte, »es wurde hierher gebracht. Wir sind fast da. Eine Überraschung erwartet euch. Ihr werdet staunen.« Die Ponen änderten den Kurs und folgten dem Verlauf eines anderen Pfades. Sie bahnten sich einen Weg durch die Flusenvorhänge und zahllose kleinere Geschöpfe in allen Farben des Teppichs ergriffen die Flucht vor den Kolossen. Und dann traten die Ponen durch. Die Haare drängten sich am Rand einer großen Lichtung zusammen und reflektierten das matte Glühen eines Objekts in der Mitte des offenen Bereichs. Es handelte sich um einen unbehauenen Zuckerkristall. Er ragte so weit auf wie der große Palast von Wagnis, war weißer als Bein und glitzerte kalt im grünen Halbdunkel. Das durch die vielen Staubfladen filternde Licht schien allein dem Würfel zu gelten, und in seinem Innern tanzte etwas Weißes. An einigen Stellen schimmerte der Kristall wie polierter Lack und zeigte Spiegelbilder der Geschöpfe in seiner Nähe. Pissmeier sah Staubhasen und Schussfadenbohrer in allen Farben, Dutzende von Wildschweinen, Sorats mit langen Hälsen, dicke Bläser, Krustenknabberer, Ziegen mit spiralförmig gewundenen Hörnern, außerdem Tiere, die er nicht kannte. Ein mit Schuppen ausgestattetes Etwas, aus dessen Rücken lange Stacheln wuchsen, und ein langes Wesen, das nur aus Beinen zu bestehen schien. Ein seltsames Geräusch drang an seine Ohren, es klang nach tausend leckenden Zungen. Langzunge und die anderen Pone legten einen Sprint ein. Glörg und seine Gefährten wurden fast aus dem Sattel geworfen. Kleinere Geschöpfe wichen rasch beiseite. »Es ist wundervoll«, flüsterte Brokando. Bain starrte mit offenem Mund, und selbst Pissmeier war beeindruckt. Sie kletterten von Langzungsrücken und näherten sich langsam dem Kristall. Die Tiere leckten auch weiterhin am Zucker und schenkten ihnen kaum Beachtung. Glörg setzte sein Messer an, löste ein Stück aus der glatten Wand und steckte es in den Mund. »Nicht übel«, sagte er einige Sekunden später und warf Bain einen Splitter zu. Der General biss vorsichtig davon ab. »Zucker«, murmelte er. »Nur ein einziges Mal habe ich so etwas probiert. In der Nähe des Kaminlands gab es einen Kristall. Der Gebieter ließ sich kleine Teile davon servieren. »Schmeckt wie Honig. Und doch anders«, meinte Brokando. »Woher kommt der Zucker?« »Er kommt aus der gleichen Richtung wie Schotter, Salz und Asche. Von oben«, antwortete Pissmeier. »Mehr wissen wir nicht.« Instinktiv blickten sie an den Haaren hinauf. Brokando beendete das Schweigen. »Wenigstens bleiben uns Probleme in Hinsicht auf die nächste Mahlzeit erspart. Gebratener Bläser oder gebackener Bohrer, wir können frei wählen. Kein Wunder, dass hier alle Farben vertreten sind. Der Kristall lockt die Tiere von weit her an.« Er seufzte leise. »Es scheint kaum fair zu sein, sie zu tun.« »Steck das Messer weg«, ertönte eine Stimme. Pissmeier verschluckte sich am Zucker. Eine Gestalt stand etwas abseits. Sie war recht groß, hatte das für schlaue, typische, schmale Gesicht und wirkte geisterhaft im Mattenschein des Kristalls. Langes, weißes Haar umwogte den Kopf. Man konnte kaum feststellen, wo es endete und wo das lange, weiße Gewand begann. Eine junge Frau. Doch wenn sie sich bewegte, verschwand die Jugend manchmal. Wich Greisenhaftigkeit oder mittlerem Alter. Die Zeit huschte schattengleich über ihre Züge. Die rechte Hand hielt das Halsband eines weißen Snarks, der drohend mit dem Schwanz wedelte. »Äh«, sagte Glörg, »das ist Kuleina.« Die Schlaue wanderte an ihnen vorbei und klopfte Langzunge an die Flanke. Der lange Hals des Ponen geriet in Bewegung und kleine Augen blickten auf Kuleina hinab. Das riesige Wesen zögerte nur kurz, bevor es sich auf dem Boden ausstreckte und den Kopf senkte. Kuleina drehte sich um und lächelte. Wodurch es zu einer jähen Veränderung kam, die ganze Lichtung schien das Lächeln zu erwidern. »Da seid ihr also«, sagte die Schlaue, »erzählt mir von euren Abenteuern. Ich weiß, dass ihr hier seid, um mir alles zu schildern, denn ich erinnere mich daran. Folgt mir, ich gebe euch zu essen.« Pismeyer und die anderen folgten der weißen Gestalt über die Lichtung. Kuleina führte sie zu ihrem Heim, besser gesagt zu einem ihrer Heime. Sie wohnte unter einem aus Staubfladen bestehenden Dach, das auf vier langen Stangen ruhte. Es gab weder Wände noch Türen, keinen Graben und keine Palisade, die des Nachts Schutz gewährte. Sogar eine Feuerstelle fehlte. Über dem Dach hing ein großes Hymetornest. Viele Tiere lagen in der Nähe und dösten friedlich. Als sich Glörg und seine Begleiter näherten, summten die Hymetoren, verließen ihr Nest und bildeten einen zornigen Schwarm. Die vier Neuankömmlinge duckten sich und hoben die Arme schützend vors Gesicht. Kuleina pfiff. Sofort unterbrachen die brummenden Geschöpfe ihren Angriff, flogen über das Haupt der Schlauen hinweg und kehrten zum Nest zurück. Glörg sah den einen oder anderen Stachel. Sie hat die Hymetoren zurückgeschickt, flüsterte Brokando. Sie pfiff und daraufhin gehorchten sie ihr. Auf dem Boden des Unterstands lag Obst bereit und einige Schüsseln enthielten grüne Flüssigkeit. Das kenne ich, sagte Glörg. Saft aus den grünen Haaren. Sehr lecker. Sie setzten sich. Pismeyer rutschte unruhig hin und her. Kuleina lächelte. Sprich deine Gedanken laut aus, sagte sie. Ich erinnere mich daran, dass du kein Blatt vor den Mund genommen hast. Aber du musst die Worte jetzt sprechen. Schlaue verraten nichts von der Zukunft, platzte es aus Pismeyer heraus. Das ist allgemein bekannt. Sie geben nie Auskunft. Andere Leute dürfen nicht erfahren, was geschehen wird, sonst können die schrecklichsten Dinge passieren. Du hast... Ich erinnere mich, dich an dieser Stelle unterbrochen zu haben, sagte die Schlaue. Ja, ich kenne die Regeln. Und genau das sind sie. Regeln. Weiter nichts. Nun, Pismeyer, ich bin nicht wie die anderen Schlauen. Hast du jemals die Bezeichnung Tunork gehört? Oh, ich weiß, dass sie dir bekannt ist. Ja, so nennt man Schlaue, die sich an noch mehr erinnern, zum Beispiel an... Oh, meine Güte! Pismeyer riss die Augen auf. Ich hab das nur für Geschichten gehalten und die Tunorks für Ungeheuer. Es sind tatsächlich nur Geschichten, was aber keineswegs bedeutet, dass sie nicht wahr sind. Was die Regeln betrifft, sie gelten nicht für mich. Es sind nur Regeln. Ausnahmen bestätigen sie, und ich bin eine solche Ausnahme. Städte sind mir eigentlich gleich, aber die Zerstörung des Teppichs, das Schmelzen von Bronze, die Herstellung metallener Waffen, das Herumtrampeln im Staub... Kuleiner schüttelte den Kopf. Nein, das gehört sich nicht. Morgen zieht ihr nach Wehr, bevor die Mule Wagnis verlassen. Es wird zu einem Kampf kommen, und ihr müsst ihn gewinnen. Was das Wie betrifft, kann ich euch keinen Rat geben. Wichtig ist, ihr müsst den Sieg erringen, unbedingt. Ihr könnt hier übernachten. Habt keine Angst. Nichts kommt hierher, von dem ich nicht vorher wüsste. Warum hilfst du uns? fragte Bane. Schlaue erinnern sich daran, was geschehen ist und was geschehen wird. Nie sprechen sie darüber. Weshalb bist du anders? Kuleiner neigte den Kopf zur Seite. Hast du mich gehört? fragte Bane. Ja, und ich erinnere mich an die Antwort, die ich dir gegeben habe. Weißt du, es gibt so viel. So viel. Die Schlaue unterbrach sich und trat beiseite. Nach einigen Schritten drehte sie sich um. Pismayr sollte Folgendes erfahren. Manchmal wird ein Schlauer geboren, der sich von den Übrigen unterscheidet. Die betreffende Person ist so selten wie mein Albino-Snark. Und sie erinnert sich an alles. Das gilt für alle Schlauen, sagte Bane. Nein, widersprach Kuleiner. Die meisten Schlauen erinnern sich an die Dinge, die geschehen. Wir Tun-Orgs erinnern uns auch an das, was geschehen könnte. Ich weiß, was passiert, wenn ihr den Kampf von Wehr nicht gewinnt. Ich kenne alle Möglichkeiten. Für jede Sache, die geschieht, gibt es Millionen von Alternativen. Ich lebe in ihnen allen. Ich erinnere mich an euren Sieg. Und ich erinnere mich an eure Niederlage. Ich erinnere mich an triumphierende Mule und ich erinnere mich daran, wie ihr euren Erfolg feiert. Beides ist für mich Wirklichkeit. Beides ist für mich real und Teil der gleichen Vergangenheit. Die anderen Schlauen erinnern sich an den Faden der Geschichte. Aber ich erinnere mich auch an die nie gesponnenen Fäden. Für mich sind alle Möglichkeiten und Alternativen Realität. Ich existiere in ihnen. Aber warum? fragte Bane. Jemand muss so leben wie ich, um die zahllosen Realitäten real werden zu lassen. Kuleiner trat in die Schatten. Ihre Stimme kam von einem fernen Ort. Nichts geschieht von ganz allein. Historische Strukturen bilden sich nicht von selbst. Sie werden geformt. Von Personen und Entscheidungen. Von vielen anderen Dingen. Nichts ist zu klein, um in völliger Bedeutungslosigkeit zu verharren. Alles kann sich verändern. Die Stimme verklang. Nach einer Weile stand Bane auf und starrte in die Dunkelheit. Sie ist fort. Ich frage mich, ob sie jemals ganz an einem Ort sein kann, sagte Pismeyer. Was tun wir jetzt? Ich lege mich aufs Ohr, erwiderte Glörg. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Aber ich bin müde. Immerhin haben wir einen anstrengenden Tag hinter uns. Bane erwachte mehrmals und glaubte, irgendwo in weiter Ferne dumpfes Grollen und Schreie zu hören. Doch wenn er lauschte, wurde es vollkommen still. Pismeyer träumte. Von Haaren, die sich unter den Böen eines orkanartigen Winds duckten. Von zehntausend Augen, die grün, rot und weiß glänzten. Von Kuleiner, deren Haar einem Banner gleich wogte, die durch eine laute Finsternis wanderte und alles erlebte, nicht nur Vergangenes und Zukünftiges, sondern auch Mögliches und Denkbares. Glörg träumte ebenfalls. Von geschmeidigen Körpern, die durchs Gebüsch eilten. Der Teppich schien lebendig zu werden. Ein ähnlicher Vorgang wurde von etwas ausgelöst, das in einen Becher fiel. Wellen entstanden, dehnten sich immer weiter aus. In tiefen Höhlen schlafende Geschöpfe erwachten und knurrten. Glörg sah Fingerhut, weit jenseits von Firnisholm, eine gewaltige silberne Kuppel. Er sah heißes Glühen, während die Schlauen Lack bei Firnisholm gewannen und in den Kesseln schmolzen. In seinem Traum glitt er wie ein Phantom durch den Haarwald, bis er zur endlosen Ebene gelangte. Ganz plötzlich endete der Teppich und flache Grenzenlosigkeit folgte. Vergeblich hielt er nach Haarenausschau, sah nur Staubbälle, die im ewigen Wind dahinrollten. Am letzten Haar stand Kuleina mit wehendem Umhang. Ruckartig richtete sich Glörg auf. Der Morgen hatte begonnen. Gelbes Licht glänzte auf die Lichtung herab, und in diesem Schein wirkten die Haare wie Bronze. Rokando schlief noch. Pismayr und Bane sprachen leise miteinander. Ein Blick genügte. Es waren keine gewöhnlichen Träume, sagte der Schamane. Nein, von normalen Träumen kann wohl kaum die Rede sein. Die Schlaue lebt alle ihre Existenzen gleichzeitig, und wir empfingen Echos. Ich habe Kuleina durch den Teppich wandern sehen, meinte Glörg, und ich glaube, Snibbrill ist mir ebenfalls erschienen. Mir zeigten die Bilder die Gebiete des Kaminlands und das Feuer am Himmel, sagte Pismayr. Überall wimmelte es von Geschöpfen aller Art, sagte Glörg. Brokando drehte sich um und öffnete die Augen. Eine Zeit lang hörte er den Gefährten zu, dann nickte er. Ich befand mich wieder im Hochtorland, in einer kuppelförmigen Höhle. Sie enthielt einen Thron aus Bronze, und darauf saß ein Wortgorner mit gelbem Bart und einer Krone auf dem Kopf. Zwei Mule standen vor ihm, und ich schwöre, einer von ihnen war Gormalisch. Sie lachten und griffen nach der Krone, doch der Wortgorner rührte sich nicht, stützte das Kinn auf die Hand und schwieg. Das muss König Stagbert gewesen sein, vermutete Glörg. Ich habe die Gespräche der wortgornischen Wachen belauscht. Die Mule erschienen, nachdem der schreckliche Scheurer in der Nähe zugeschlagen hatte, und sie behaupteten, er sei eine Dumii-Waffe. Sie boten sich als Verbündete an, und inzwischen sind sie zu den Herren des Hochtorlands geworden. Den schrecklichen Scheurer kann man nicht beherrschen, stellte Pismayr fest. Um es noch einmal deutlich zu sagen, er ist ein natürliches Phänomen. Die Mule finden immer unsere schwachen Punkte, brummte Glörg. Er sah zu Bane, der bisher geschwiegen hatte. »Und was hast du geträumt?«, fragte er. »Ich...« Bane schien erst jetzt richtig wach zu werden. »Von nichts. Ich habe traumlos geschlafen.« Kuleiner war verschwunden, im Gegensatz zu den Ponen. »Sie finden dies alles interessant,« sagte Glörg. »Es gefiel ihnen, für die Wortgörner zu arbeiten. Manchmal kamen Leute und lasen ihnen Geschichten vor und so. Es muss ziemlich schwer sein, zwar ein Gehirn zu haben, aber keine Hände.« »Wir sollten jetzt den Weg nach Wehr fortsetzen,« ließ sich Bane vernehmen. »Ich schätze, in dieser Hinsicht bleibt uns kaum eine Wahl.« »Oh, es stehen viele Möglichkeiten zur Wahl,«, sagte Pismayr. »Es ist nur... wir müssen entscheiden, nach Wehr zu reisen.« Glörg sattelte Langzunge. »Sicher stehen uns interessante Erlebnisse bevor,« teilte er dem Ponen mit. Es klang nicht sehr begeistert. Bane sah sich noch einmal auf der Lichtung mit dem Zuckerwürfel um. »Sie ist hier. Irgendwo.« »Irgendwo und überall,« meinte Pismayr. »Überall dort, wo es eine Entscheidung zu treffen gilt.« Banes Blick reichte in die Ferne. »Wie mag es sein, über alle möglichen Geschehnisse Bescheid zu wissen?«, fragte er. »Schrecklich,« antwortete der Schamane. »Komm jetzt!« »Bane! Es wird Zeit!« Kapitel 14 Nach dem Sturm hatte Snibbrill die Suche geleitet. Sie waren zwischen den Trümmern des Palastes herumgeklettert, hatten sich auch in die Finsternis von Unterlage gewagt und dort die Namen der Vermissten gerufen, ohne Antwort zu bekommen. Glörg und die anderen blieben verschwunden. Pismayr hätte in diesem Zusammenhang vermutlich darauf hingewiesen, dass es manchmal besser war, nichts zu finden als etwas. Schließlich entdeckten sie Spuren auf einer fernen Lichtung. Viele Geschöpfe schienen sich an diesem Ort aufgehalten zu haben. Snibbrill gewann den Eindruck, dass sich dort jemand im Gebüsch verborgen hatte, aber er war nicht ganz sicher, denn durch den Sturm war Staub aufgewirbelt worden, der nun überall eine mehr oder weniger dicke Schicht bildete. Aber die noch erkennbaren Spuren führten nach Süden. Die Manrungs halfen Brokandos Volk dabei, einigermaßen Ordnung zu schaffen, und dabei stellte sich heraus, der Felsen bzw. Schotterbrocken, auf dem Wagnis ruhte, hatte seine Position verändert und sich ein wenig zur Seite geneigt. Dennoch herrschte so etwas wie vorsichtige Zuversicht bei den Zwergen. Wenn der schreckliche Scheurer noch einmal zuschlug, mochte von der Stadt überhaupt nichts mehr übrig bleiben, aber ihre Bewohner kannten jetzt den Weg in die Unterlage, die ihnen Schutz bot vor dem Chaos im Teppich. Snibbrill dachte darüber nach, als er auf Rolands Rücken durch den Haarwald ritt und nach weiteren Spuren Ausschau hielt. Wir können uns jederzeit in die Unterlage zurückziehen, überlegte er. Wir können damit aufhören, Leute zu sein, indem wir blind durch die Dunkelheit stapfen. Die Deftmenen glauben, kein Feind sei zu groß, als dass man nicht gegen ihn kämpfen könne, aber den Scheurer haben wir noch nicht einmal gesehen. Die Dumii denken ganz anders. Sie denken, wenn ein Feind zu groß ist, so suche man sich einen kleineren. Vielleicht hat Pismayr recht. Den schrecklichen Scheurer können wir nicht aufhalten. Aber wir können unsere Furcht vor ihm besiegen. Ich reite nach Wehr, teilte er an jenem Abend dem Stamm mit. Die Manrungs starrten ihn erschrocken an. Glörg war nach wie vor das Stammesoberhaupt, vorausgesetzt er lebte noch. Wenn nicht, dann musste Snibbrill die entsprechenden Pflichten wahrnehmen, denn Glörgs Kinder waren noch sehr jung. Niemand wollte erneut den Anführer verlieren. Du darfst uns nicht verlassen, sagte Dodor blind, Schuhmacher des Stammes. Du trägst die Verantwortung für uns alle. Wer ist wichtig, erwiderte Snibbrill. Ohne das Reich wären wir einfach nur Jäger. Die Manrungs wechselten erstaunte Blicke. Wir sind einfach nur Jäger, meinte Blind. Ja, aber wenigstens wissen wir das, entgegnete Snibbrill. Außerdem, inzwischen geht's bei uns viel kultivierter zu. Das stimmt, pflichtete ihm Kruli Wulf bei, der fast so alt war wie Pismeyer. Als Kind habe ich häufig gesehen, wie die Leute mit Keulen und Knüppeln aufeinander einschlugen. Heute ist das viel seltener der Fall. Heute streiten sie sich nur. Was jedoch nicht bedeutet, dass wir besser geworden sind, wandte Blind ein. Kruli Wulf kratzte sich am Kopf. Oh, ich weiß nicht. Die heutigen Manrungs sind größer und sie jammern nicht so häufig. Und wenn schon, schnaufte Blind. Die Deftmenen haben nichts mit den Dumii zu tun und sie kommen trotzdem gut zurecht. Die Deftmenen kämpfen gegen die Dumii, warf Snibbrill ein. Es ist erstaunlich, wie sehr Dinge abfärben, wenn man gegen jemanden kämpft. Zum Beispiel die Idee, nicht dauernd irgendwelche Leute umzubringen. Ein Deftmene hob die Hand. Da hast du recht, sagte er. Damals warf der König seine Gegner vom Felsen. Das tut er noch immer, fügte ein anderer Deftmene hinzu. Ja, aber er lacht dabei nicht mehr so laut. Und er meint, es geschehe zu ihrem eigenen Besten. Na bitte, brachte Snibbrill rasch hervor. Die Art der Dumii wirkt sich auf euch aus, obwohl ihr sie für eure Feinde haltet. Ich reite nach Süden. Vielleicht finde ich die anderen. Vielleicht kann uns das Reich helfen. Ja, aber du bist das Stammesoberhaupt, begann Blind erneut. Und deshalb habe ich das Recht, Entscheidungen zu treffen, sagte Snibbrill scharf. Wer kommt mit mir? Einige der jüngeren Manrangs hoben die Hände. Ein Deftmene stand auf. Müssen wir uns wahrscheinlich einem weit überlegenen Gegner zum Kampf stellen? Kann durchaus sein, sagte Snibbrill. Dann begleiten wir dich. Viele Deftmene nickten, und ein anderer fragte, Bekommen wir Gelegenheit, bis zum Tod zu kämpfen? Vielleicht bekommt ihr die Chance, bis zum Tod des Feindes zu kämpfen, erwiderte Snibbrill. Ist das genauso gut? Sogar noch besser. In Ordnung, lautete die Antwort. Dann begleiten wir dich nach Süden. Schließlich erklärten sich 350 Deftmenen und 50 Manrangs bereit, Snibbrill zu folgen. Auf dem Felsen genossen ihre Familien ein hohes Maß an Sicherheit, sah man einmal von dem schrecklichen Scheurer ab. Aber trotzdem musste jemand bleiben, um sie zu schützen. Man konnte nie wissen. 400, dachte Snibbrill. Und wer weiß, mit wie vielen Gegnern wir es zu tun bekommen. Andererseits, wir kennen die Anzahl der Feinde nicht. Vielleicht genügen 400. Man wähle immer einen größeren Gegner, weil er leichter zu treffen ist. Wir müssen jetzt nach Wehr, denn dort hat alles begonnen, in gewisser Weise. Dort kam zum ersten Mal jemand auf den Gedanken, dass man sich nicht unbedingt gegenseitig auf den Kopf schlagen muss, um die Dinge voranzubringen. Kapitel 15 Zwei Tage später In einem Wäldchen aus roten Haaren am Rand des blauen Lands kämpften sieben Schlaue gegen Mule. Nie zuvor waren Angehörige des Volkes angegriffen worden, das sich an alles erinnerte. Die Verteidiger besaßen keine Waffen, sah man von denen ab, die sie für den Verkauf hergestellt hatten. Ein besonders listiger Mule führte dieses Rudel an. Er wollte nicht nur Schwerter aus Lack und dergleichen erbeuten, sondern hielt die Schlauen auch für leichte Beute. Es dauerte nicht lange, bis er damit begann, seine Entscheidung zu bereuen. Die Schlauen führten zwar keine Waffen bei sich, aber sie besaßen Werkzeuge. Und ein Hammer lässt sich als Waffe verwenden, wenn man damit nicht auf einen Nagel schlägt, sondern auf Mulköpfe. Die Angegriffenen standen an ihrem großen Kessel und setzten sich zur Wehr. Aus Schöpfkellen wurden Keulen, aus brennenden Haarsplittern Speere. Doch sie waren dem Feind zahlenmäßig unterlegen. Sie wussten um ihren bevorstehenden Tod. Sie erinnerten sich daran. Und es gab einen stummen Beobachter, der ebenfalls Bescheid wusste. Die Thunorg Kuleina stand tief im Schatten zwischen den Haaren. Wie soll man beschreiben, auf welche Weise ein Thunorg Dinge sieht? Ebenso gut könnte man versuchen, einem Fisch die Sterne zu erklären. Folgender Hinweis muss als Beschreibung genügen. Kuleina sah den Kampf im gleichen Augenblick mindestens eine Million Male. Und immer verloren die Schlauen. Doch unter all den Ergebnissen des Kampfes gab es ein Resultat, das sich von den übrigen unterschied. Und so einzigartig war wie eine weiße Perle an einem schwarzen Strand. Die Thunorg drehte sich um, während sie gleichzeitig in Reglosigkeit verharrte. Konzentrierte sich auf jene Möglichkeit. Plötzlich stürmten Gestalten zwischen den Haaren hervor. Praktisch von einem Augenblick zum anderen sahen sich die Mule einem neuen Gegner gegenüber. Die Deftmenen und Munrangs hatten eine überaus wirkungsvolle Kampfmethode entwickelt. Die größeren Munrangs standen hinter den kleinen Deftmenen und kämpften über sie hinweg. Kein Feind konnte auf zwei verschiedenen Ebenen Widerstand leisten. Die Auseinandersetzung dauerte nicht lange. Nach einigen Minuten flohen die überlebenden Mule und einige Deftmenen folgten ihnen. Und dann war es vorbei. Diese Realität, so selten wie eine weiße Perle auf einem schwarzen Strand, wurde zur dominierenden Wirklichkeit. Weil eine Person, die wählen konnte, eine Wahl traf. Der Ofenmeister Artan, Oberhaupt dieser schlauen Gruppe, sah entsetzt auf, als ein weißes Ross durch die Reihen der Retter trabte. Jemand saß auf dem Rücken des Pferds. »Wie ist das möglich?«, entfuhr es Artan. »Wir hätten sterben sollen. Wir alle!« »Wolltet ihr sterben?«, fragte Snibrill. »Ob wir es wollten? Das spielt dabei überhaupt keine Rolle!« Artan ließ seinen Hammer fallen. Irgendwo im Haarwald ertönte der Schrei eines Mules. »Ihr habt den Lauf der Ereignisse verändert!«, fuhr der Ofenmeister fort. »Das hat bestimmt schreckliche Folgen!« »Nicht unbedingt«, widersprach Snibrill. »Nichts muss geschehen. Man kann Dinge passieren lassen, aber das ist etwas ganz anderes.« »Wir ziehen nach Wehr. Mit wir meine ich Mungrunks, Deftmenen und einige Flüchtlinge, die wir unterwegs aufgelesen haben. Was haltet ihr davon, uns zu begleiten?« Artan wirkte sowohl empört als auch verärgert. »Wir? Du erwartest von uns Schlauen, dass wir kämpfen?« »Eben habt ihr gekämpft.« »Ja«, gestand Artan, »weil wir wussten, dass wir keine andere Möglichkeit hatten.« »Dann schlage ich vor, ihr kämpft noch einmal, und zwar mit der Absicht zu siegen«, sagte Snibrill. Er drehte sich um, als ein Manrung mit einem Schlauen in den Armen näher trat. »Unser Geraden ist tot, und auch ein Deftmene«, berichtete der Neueinkömmling. »Darüber hinaus gehört ein Schlauer zu den Opfern, aber diese junge Frau hier lebt noch.« »Das ist Derna«, sagte Artan, »Meine Tochter! Eigentlich sollte sie tot sein. In gewisser Weise muss sie tot sein.« »Wir haben Medizin«, erwiderte Snibrill ruhig. »Aber wir können Derna auch begraben, wenn du möchtest.« Er richtete einen erwartungsvollen Blick auf den erbleichenden Ofenmeister. »Nein«, hauchte Artan. »Gut«, Snibrill lächelte dünn. »Wir hätten ohnehin versucht, deine Tochter vor dem Tod zu bewahren. Nachdem wir sie mit unseren Arzneien behandelt haben, wirst du uns begleiten.« »Aber ich weiß gar nicht, was die Zukunft bringt«, stotterte der Schlaue. »Ich erinnere mich nicht.« »Ganz einfach. Ihr habt entschieden, mit uns nach Wehr zu ziehen«, sagte Snibrill. »Ich erinnere mich nicht daran, was geschehen wird.« »Ihr habt uns begleitet«, betonte Snibrill. Erleichterung glättete Artans Züge. Plötzlich wirkte er so glücklich wie ein Kind, das ein neues Spielzeug erhalten hat. »Tatsächlich?« fragte er. »Warum nicht?«, erwiderte Snibrill. »Es dürfte besser sein als der Tod.« »Aber so denken Toon Orks«, sagte Artan. »Die Zukunft ist die Zukunft und nicht«. Er unterbrach sich verwirrt. »Glaubst du etwa, dass die Zukunft noch nicht feststeht, dass sie unterschiedliche Möglichkeiten enthält?« »Zwischen denen man wählen kann«, sagte Snibrill. »Aber das Schicksal...« »Oh, das Schicksal kann man selbst in die Hand nehmen, wenn die Hand damit umzugehen weiß«, sagte der Manrung. »Das weiß ich aus eigener Erfahrung.« Er hob den Kopf, als er ein seltsames Geräusch hörte. Es war so leise, dass es nur ein Jäger hörte, der selbst die leisesten Geräusche bemerken musste, wenn er am Leben bleiben wollte. Für ein oder zwei Sekunden glaubte er, eine weiße Gestalt in der Dunkelheit zu erkennen. Die Erscheinung lächelte kurz und verschwand. Man bestattete Geridan im Haarwald, zusammen mit dem deftmenischen Adligen Parleon, Sohn von Leondo, getötet von einem Snark. Auch den gefallenen Schlauen legte man dort zur letzten Ruhe. Die übrigen Schlauen drängten sich zusammen, und Snibrill hörte, wie sie stritten. Er wusste, wie sich die Gemeinschaft entscheiden würde. Artans Gefährten erinnerten sich nicht mehr, und daraus folgte, es gab jetzt nur noch eine Zukunft für sie, und zwar die, die er dem Ofenmeister gegeben hatte. Es blieb ihnen gar nichts anderes übrig, als sich damit abzufinden. Sie nutzten den Rest des heißen Lacks, um Schwerter und Speerspitzen herzustellen. Die Gegenstände bildeten einen großen Haufen, der rasch schrumpfte, als Munrungs und Deftmenen daran vorbeischritten. Die Schlauen folgten ihnen und ließen Wagen und Kessel zurück. Eine Million Mal verloren die Schlauen Kampf und Leben. Doch das geschah woanders. In einer Alternativen-es-hätte-sein-können-Welt. Hier lebten sie. Hier berichtete die Geschichte von ihrem Sieg. Und die Geschichte wird von den Lebenden geschrieben. Kapitel 16 Sie folgten dem Verlauf schmaler Pfade, die sich durch den Haarwald wandten, vorbei an dichten Staubbüschen. An manchen Stellen waren gewaltige Haare abgeknickt, und ihre umgestürzten Stämme versperrten den Weg. Fusseln formten natürliche Barrieren. Oft mussten Munrungs, Deftmenen und Schlaue Messer und Schwerter verwenden, um eine Gasse durch die Hindernisse zu schneiden. Einmal, in einem Dickicht aus orangefarbenen Haaren, sauste etwas aus den Staubgespinsten und bote sich dicht neben Snibrils Kopf in einen Haarstamm. Ein Speer. Weit oben bewegte sich eine Gestalt und schwang am langen Faserstrang einer Kletterpflanze, von Deftmenen Pfeilen umschwirrt. Sie fanden nie heraus, wer oder was den Speer geworfen hatte. Doch kurze Zeit nach diesem Zwischenfall entdeckten sie etwas anderes. Eine Stadt. Sie fehlte auf allen Karten des Teppichs. Schon seit einer ganzen Weile waren sie auf überwucherten Straßen unterwegs und merkten es erst, als sie die Statuen fanden. Kleine blaue Staubblumen wuchsen an ihnen, und um sie herum hatten sich Fusseln angesammelt, aber sie erhoben sich nach wie vor im Zentrum einer verlorenen Stadt. Die Skulpturen stellten vier Könige dar. Hölzerne Kronen ruten auf hölzernen Köpfen, und die ausgestreckten Arme deuteten in alle vier Himmelsrichtungen. Farnkraut gedieh an den Füßen, und kleine Geschöpfe hatten sich in den Armbeugen und Falten der hölzernen Gewänder niedergelassen. Wenn man neben den Statuen verharrte und aufmerksam Ausschau hielt, wenn man darauf achtete, wie die Haare und Staubhügel aufragten, dann erkannte man die Konturen der Stadt. Das Alter hing wie eine Rauchwolke über ihr. Haare wuchsen aus den Ruinen von Gebäuden, und das Pflaster der Straße verbarg sich unter einer dicken Staubschicht. Kletterpflanzen und Ranken hatten ebenfalls einen Beitrag zum allgemeinen Verfall geleistet, mit ihren Wurzeln Mauern durchlöchert und zum Einsturz gebracht. Ausläufer von ihnen reichten bis in geheimnisvolle Gewölbe hinab. Insekten summten und zirpten in geborstenen Torbögen. Haarpollen glitzerten in der Luft. »Kennt ihr diesen Ort?« fragte Snibrill. Niemand kannte ihn, nicht einmal Artan. »Manchmal gehen Orte verloren«, sagte der Ofenmeister. »Die Bewohner verlassen ihn. Haare wachsen, Straßen verschwinden unter Staubbüschen.« »So wie die Statuen aussehen«, murmelte Snibrill, »vielleicht hielten die Bewohner ihre Stadt für ewig.« »Dann haben sie sich geirrt«, erwiderte Artan schlicht. »Und jetzt existiert jenes Volk nicht mehr«, dachte Snibrill, »oder es sind nur noch einige der Fremden übrig und jagen in den Resten ihrer Stadt. Niemand weiß, wer sie waren und was sie vollbrachten. Man hat sie einfach vergessen. So darf es uns nicht ergehen.« Die Schlauen waren jetzt sehr schweigsam. »So muss es sich anfühlen, plötzlich zu erblinden«, fuhr Snibrill durch den Sinn. »Wir sind an eine unbekannte Zukunft gewöhnt. Aber sie?« Einige Stunden später erreichten sie eine Dumii-Straße. Sie war weiß und bestand aus Haarstreifen, die Kante an Kante lagen. In regelmäßigen Abständen zeigten sich geschnitzte Fingersymbole in den Haarplanken. Alle Finger deuteten nach Wehr. Eine Zeit lang folgten sie dem Verlauf der Straße. Gelegentlich mussten sie nach rechts oder links ausweichen, weil Bewegungen des Teppichs das lange Band des Weges zerrissen hatten. Und dann fanden sie die Legion, beziehungsweise das, was von ihr übrig war. Dumii-Soldaten lagen oder saßen zwischen den Haaren am Straßenrand. Einige von ihnen schliefen, andere verbanden ihre Wunden. In Tregon Marus hatte Snibrill viele Soldaten gesehen, aber dabei handelte es sich um Wächter mit makellosem Erscheinungsbild. Dies hier waren Krieger, die zerrissene und in vielen Fällen blutbesubelte Uniformen trugen. Sie sahen kaum auf, als Snibrill zu ihnen ritt. Den wenigen Dumii, die den Kopf hoben, fielen sofort die Deftmenen auf, und sie stießen ihre Kameraden an. Hier und dort griff jemand nach seinem Schwert. Die Zwerge schnitten finstere Minen, brummten vor sich hin, rückten zusammen und beobachteten die Legionäre misstrauisch. Snibrill drehte sich im Sattel. »Reist euch zusammen und seid friedlich!« rief er scharf. »Warum?« erklang eine verdrießliche Deftmenenstimme. »Das sind Dumii!« »Mule wären euch lieber, wie?« Snibrill dirigierte Roland zu einigen Soldaten, die neben einem umgestürzten Haar saßen. »Wo ist euer Kommandeur?« fragte er. Ein Dumii musterte ihn von Kopf bis Fuß. »Wir haben keinen mehr,« antwortete er. »Der General fiel in der Schlacht.« Kurze Stille schloss sich an. »Du fragst dich bestimmt, wer wir sind,« sagte Snibrill. »Dazu bin ich viel zu müde,« erwiderte der Soldat und lehnte sich an ein Haar. »Steh auf und nimm Haltung an!« Snibrill überlegte, wer diesen Befehl gegeben hatte, und begriff plötzlich, dass die Anweisung von ihm selbst stammte. Sein Erstaunen wuchs, als er sah, dass der Soldat gehorchte. »Bring mich zum ranghöchsten Offizier,« verlangte Snibrill. »Ich darf kein Bitte hinzufügen,« dachte er, »und ich darf ihm keine Zeit geben, einen klaren Gedanken zu fassen. Er ist daran gewöhnt, Befehle zu empfangen. Er gehorcht lieber, als über etwas nachzudenken.« »Äh, das wäre Feldwebel Kareos, falls er noch lebt.« »Bring mich zu ihm, und zwar sofort!« Der Soldat betrachtete die traurigen Reste der Legion. Falten bildeten sich in seiner Stirn. »Ich will mit dem Feldwebel sprechen,« fauchte Snibrill. Der Legionär straffte die Gestalt. »Ja, Herr.« Snibrill folgte dem Soldaten an mürrisch dreinblickenden Kriegern vorbei, zu einem untersetzten Mann, der auf dem Boden saß. Der eine Arm steckte in einer Schlinge, und das Gesicht wirkte sehr blass. Er war viel zu deprimiert, um sich dafür zu interessieren, wer der Neuankömmling war. »Feldwebel Kareos«, stellte er sich müde vor, »von der fünfzehnten Legion, beziehungsweise von ihrem Rest. Wir waren in Ultima Marus stationiert und erhielten den Befehl, so schnell wie möglich nach Wehr zurückzukehren.« »Unterwegs kam es zu einem Sturm«, sagte Snibrill automatisch. Und kurz darauf griffen Mule an, die auf Snarks ritten. »Ja, auch das stimmt. Woher weißt du das?« »Oh, ich kann gut raten«, meinte Snibrill. »Wie viele von euch sind übrig?« »Etwa dreihundert einsatzfähige Soldaten. Hinzu kommen viele Verwundete.« »Ich kenne einen sicheren Ort für die Verletzten. Er ist nur zwei Tagesreisen von hier entfernt, und eine kleine Eskorte würde genügen.« »Eine kleine Eskorte«, brummte der Feldwebel. »Das bezweifle ich. Es wimmelt überall von Muhlen.« »Hinter uns gibt es keine mehr«, betonte Snibrill. »Ein Teil meiner Gruppe begleitet eure Verwundeten, und der Rest folgt euch nach Wehr.« Der Feldwebel starrte in den Staub und überlegte. »Eins steht fest. Wir könnten Hilfe gebrauchen.« »Wie heißt das Paradies, in dem angeblich keine Gefahr droht?« »Wagnis!« »Hast du sie nicht mehr alle?« Laute Stimmen ertönten auf der Straße. Snibrill und der Soldat eilten zum Weg, wo sich Dumii und Deftmenen gegenüberstanden. Die Manrangs hatten alle Mühe, sie voneinander zu trennen. Snibrill bahnte sich einen Weg durch die Menge und blieb vor zwei Gestalten stehen. Ein Krieger und ein Zwerg wälzten sich am Boden, holten immer wieder aus und schlugen zu. Snibrill beobachtete den Ring- und Boxkampf eine Weile und stieß dann seinen Speer in den Boden. »Hört auf!« rief er. »Ihr seid Soldaten! Ihr sollt nicht kämpfen!« Die beiden Streithähne hielten inne und versuchten, in den eben gehörten Worten einen Sinn zu erkennen. »Ich verstehe euch nicht!« donnerte Snibrill, und seine Stimme halte von den Haaren wieder. »Überall um uns herum gibt es Feinde, und ihr fallt übereinander her! Warum?« »Sie sind hier!« brummte ein Dumii. »Er hat mich schmutzig genannt!« klagte der am Boden liegende Deftmene. »Du bist schmutzig!« erwiderte Snibrill. »Ebenso wie der Dumii!« »Niemand von uns ist sauber!« »Steht auf und...« Er unterbrach sich. Die Dumii starrten an ihm vorbei zu atern und den Schlauen. Snibrill hörte das Flüstern in den Reihen der Legionäre. »Sie haben kämpfende Schlaue auf ihrer Seite!« Er blickte zum Ofenmeister, dessen Gesichtsausdruck von Kummer kündete. Snibrill trat zu ihm. »Verrate ihnen bloß nicht, dass ihr keinen Blick mehr in die Zukunft werfen könnt!« raunte er ihm zu. »Sie wissen, was geschehen wird!« »Und sie sind auf der Seite der Deftmenen und Mangrangs!« »Warum sollten wir für sie kämpfen, wenn sie uns so behandeln?« fragte ein Zwerg. Snibrill fuhr herum und packte den verblüfften Deftmenen am Kragen. »Ihr kämpft nicht für die Dumii, sondern für euch selbst!« Der kleine Mann war überrascht, aber keineswegs eingeschüchtert. »Wir haben immer für uns selbst gekämpft,« sagte er, »und wir haben uns nie zählen lassen!« »Aber die ganze Zeit über hat euch das Reich Sicherheit gewährt. Die Dumii sorgten dafür, dass in mehr als der Hälfte des Teppichs Frieden herrschte. Sie haben euch geschützt!« »Unsinn! Denkt darüber nach! Überall in der Nähe eures Lands gibt es Dumii-Städte. Wenn sich die Dumii verteidigten, so verteidigten sie auch euch! Sie opferten sich auf dem Schlachtfeld, damit ihr allein zum Vergnügen kämpfen konntet!« Snibrill bebte vor Zorn. Stille folgte seinen Worten. Er setzte den Deftmenen auf dem Boden ab. »Ich reite nach Wehr,« verkündete Snibrill. »Die Entscheidung, ob ihr mitkommt oder nicht, liegt ganz bei euch!« Niemand verzichtete darauf, nach Wehr zu reisen, abgesehen von einer kleinen Gruppe, die Verwundete nach Wagnis bringen sollte. Zwei Schlaue schlossen sich ihr an, und ihre Präsenz beruhigte die Dumii. Vielleicht glaubten sie, dass Schlaue nur sichere Orte aufsuchten. Sie hätten das getan, wenn sie schlau gewesen wären. Alle anderen setzten den Marsch auf der Straße fort. Snibrill stellte fest, dass er den Befehl hatte. Die Munrungs wollten ihm folgen, und die Deftmenen glaubten, jemand, der auf so eindrucksvolle Weise die Beherrschung verlor, musste wohl ein König sein. Was die Dumii betraf, sie waren daran gewöhnt, Feldwebel Kareus zu gehorchen, und Feldwebel Kareus ritt neben Snibrill. Eigentlich werden die meisten Heere von den jeweiligen Feldwebeln angeführt. Die Offiziere sind nur dazu da, der ganzen Sache etwas mehr Stil zu geben und zu verhindern, dass der Krieg in einer Art banale Massenschlägerei ausartet. Kareus drehte sich halb im Sattel um und blickte zu den Deftmenen zurück. »Freut mich, dass wir wieder über Kavallerie verfügen«, sagte er, »obgleich die Kavalleristen selbst auf ihren, äh, Rössern kleiner sind als unsere Infanteristen.« Er hatte aber ein paar Mal gegen sie gekämpft. »Ziemlich zähe, Hu... Burschen. Gehörte zu Banias Truppe. Er achtete die Deftmenen, ließ sie in Ruhe. Den Leuten in Wehr gefiel das nicht sonderlich, aber er meinte immer, es sei die Mühe wert, einige Feinde in Reserve zu haben, du weißt schon, um nicht aus der Übung zu kommen.« »Ich glaube, er mochte sie.« »Seltsame kleine Hu... Burschen.« »Banias«, wiederholte Snibrill vorsichtig. »Ja. Äh, was geschah mit ihm? Hat er irgendetwas angestellt?« »Kennst du ihn?« »Ich... habe von ihm gehört«, erwiderte Snibrill behutsam. »Er tötete jemanden. Einen Attentäter.« »Mir hat man's folgendermaßen erzählt. Irgendein Mistkerl versuchte, den jungen Gebieter während der Krönung umzubringen. Versteckte sich hinter einer Säule mit einem Bogen. Banias entdeckte ihn und warf sein Schwert. Erwischte ihn gerade noch rechtzeitig.« Der Kerl war sofort tot, und sein Pfeil verfehlte Targon nur knapp. Komische Sache. Banias konnte Targon nicht ausstehen. Hatte sich deshalb schon mehrmals Probleme eingehandelt, hielt es nicht für richtig, dass jemand Titel und Macht des Gebieters erbt. Seiner Ansicht nach sollte der Herrscher des Reiches gewählt werden, so wie früher. Ihm lag immer viel an Aufrichtigkeit, dem General. »Tja, es kam häufig zu Auseinandersetzungen, aber nach diesem besonderen Zwischenfall wurde er verbannt.« »Warum denn?«, fragte Snibrill. »Niemand, der weniger als fünfzig Schritte vom Gebieter entfernt ist, darf ein Schwert ziehen«, erklärte der Feldwebel. »Er hat ihm das Leben gerettet.« »Trotzdem. Wir haben Regeln, die unter allen Umständen beachtet werden müssen«, entgegnete Karius. »Wo kämen wir sonst hin?« »Aber«, später ließ der Gebieter das entsprechende Gesetz ändern und schickte jemanden, um den General zurückzuholen. »Hat der betreffende Banias gefunden?« »Ich denke schon.« »Als er wieder in der Stadt erschien, war er am Pferd festgebunden und hatte einen Apfel im Mund.« Der General schien wegen seiner Verbannung ein bisschen verärgert zu sein. »Die Deftmenen sind verrückt. Und die Dumii sind zu vernünftig«, dachte Snibrill. »Ihre Vernunft kommt einer ganz besonderen und stillen Form von Wahnsinn gleich. Wenn man beides miteinander vereinen könnte, das Ergebnis wären normale Leute, so wie ich.« »Wir könnten ihn jetzt gut gebrauchen«, sagte der Feldwebel. »Ja«, pflichtete ihm Snibrill bei. »Äh, wie soll ich mich nun verhalten? Ich meine, wir müssen irgendwo lagern und übernachten. Welche Befehle gibt man da?« Der Feldwebel musterte ihn freundlich. »Sag einfach, schlagt hier das Lager auf«, antwortete er. Kapitel 17 Hier und dort bildete der Schein von Lagerfeuern helle Flecken in der Nacht. Die Angehörigen von vier verschiedenen Völkern verbrachten nun die zweite Nacht zusammen. Bisher war noch niemand getötet worden. Snibrill und der Feldwebel sorgten dafür, dass an jedem Lagerfeuer mindestens ein Munrung saß und als Schlichter eingreifen konnte. »Hätten wir nur mehr Schlaue, die auf unserer Seite kämpfen«, klagte Kareus. »Eben, als meine Jungs übten, habe ich einen von ihnen beim Umgang mit dem Bogen beobachtet. Bestimmt hielt er eine solche Waffe zum ersten Mal in der Hand, aber...« Er betrachtete sie eine Zeit lang, setzte einen Pfeil auf die Sehne und traf das Zentrum der Zielscheibe, einfach so. »Dann ist es vielleicht besser so, dass Sie nicht kämpfen«, erwiderte Snibrill. »Überlassen wir das den Leuten, die dabei nicht ganz so gut sind.« »Nach welchem Plan gehen wir vor?« »Nach welchem Plan?«, wiederholte der Feldwebel. »Keine Ahnung. Ich kämpfe einfach nur.« »Daraus besteht mein Leben. Bin immer Soldat gewesen. Ich weiß nur, was uns der Kurier mitgeteilt hat. Alle Legionen sollen nach Wehr zurückkehren.« »Alle fünfzehn?«, fragte Snibrill und rieb sich die Schläfen. Irgendetwas schien Druck auf seinen Kopf auszuüben. Karreus sah ihn überrascht an. »Fünfzehn? Es gibt keine fünfzehn Legionen.« »Oh, man bezeichnet uns als die Fünfzehnte. Aber viele schieden aus dem Dienst aus, wurden nicht mehr gebraucht, verstehst du. Wir sind nur noch ein kümmerlicher Rest. So ist das in einem Reich. Erst kämpft man gegen alle, und dann herrscht plötzlich überall Frieden, und es gibt Gesetze, und man braucht keine Soldaten mehr. »Wie viele sind übrig?«, fragte Snibrill. »Drei.« »Drei Legionen? Und die Anzahl der Soldaten?« »Etwa dreitausend.« »Mehr nicht?« Karreus zuckte mit den Schultern. »Inzwischen dürften's noch weniger sein, und vermutlich sind sie überall verstreut.« »Aber das genügt nicht um...« Snibrill unterbrach sich und hob die Hände langsam zum Kopf. »Sag deinen Leuten, sie sollen sich hinlegen,« brachte er hervor. »Sie sollen die Lagerfeuer löschen und sich hinlegen.« Einige der angebundenen Pferde begannen zu wieren. »Warum?«, fragte der Feldwebel. »Was ist?« »Außerdem müssen sie kampfbereit sein,« fügte Snibrill hinzu. Jemand schien auf seinem Kopf herumzutreten. So fühlte er sich an. Er konnte kaum mehr denken. Irgendwo zwischen den Haaren heulte ein Tier. Karreus musterte ihn wie einen Kranken. »Was ist?«, begann er. »Bitte! Ich kann es nicht erklären! Gib die Anweisung weiter!« Der Feldwebel eilte fort und rief den Korporalen Befehle zu. Die Deftmenen und Manrangs kamen ihnen sofort nach. Unmittelbar darauf schlug der schreckliche Scheurer zu. Es geschah im Süden, nicht sehr weit entfernt. Der Druck nahm so sehr zu, dass ihn auch die Dumii spürten. Die Haare neigten sich, kippten von einer Seite zur anderen, als ein jäher Sturm Staub durch den Teppich wehte. Die Soldaten, die zunächst gezögert hatten, wurden von den Böen erfasst und umgeworfen. Und dann donnerte es. Es folgte eine besondere Art von Stille, die es den Leuten ermöglichte, sich folgender Erkenntnis zu stellen. Zwar zitterten sie am ganzen Leib und lagen im Schmutz, aber erstaunlicherweise lebten sie noch. Karreus kroch umher, fand seinen Helm unter einem Busch und schob sich an Snibberl heran. Er wagte es noch nicht aufzustehen. »Du hast es gefühlt,« sagte er, »noch vor den Tieren. Auch die Mule sind dazu imstande,« entgegnete Snibberl. »Sie spüren es eher als ich. Sie rufen den Scheurer nicht herbei, aber sie wissen, wann und wo er zuschlägt. Und sofort danach greifen sie an, nutzen die allgemeine Verwirrung aus.« Snibberl und Karreus blickten zu den Haaren hinüber. »Zu den Waffen!«, rief der Feldwebel. Ein Deftmene hob die Hand. »Zu welchen Waffen?«, fragte er. »Ihr sollt eure Waffen für den Kampf bereithalten!« »Oh, gut!« Wenige Sekunden später kamen die Mule. Aber wenige Sekunden genügten. Etwa hundert Angreifer stürmten ins Lager und rechneten damit, dort auf verwirrte, verletzte und unvorbereitete Gegner zu stoßen. Stattdessen fanden sie verwirrte und verletzte, aber auch zornige und gut vorbereitete Kämpfer vor. Sie waren überrascht. Allerdings nur für kurze Zeit. Und es war die letzte Überraschung ihres Lebens. Der Mule-Angriff veränderte alles. Deftmene und Dumii hatten immer gekämpft, aber nie Seite an Seite. Es fiel sehr schwer, auf jemanden zornig zu sein, der am vergangenen Abend verhindert hatte, dass man von den Streitexten und Speeren des Feindes getroffen wurde. Das kleine Heer setzte den Weg auf der Straße fort und sang. Zugegeben, es wurden drei verschiedene Lieder gesungen und auch die Melodien unterschieden sich sehr, aber das Ergebnis war nicht ohne eine gewisse Harmonie, falls man keinen Wert darauf legte, den Text der einzelnen Lieder zu verstehen. Manchmal singen die Burschen ein Lied über mich, sagte der Feldwebel, hat sieben Strophen. Einige von ihnen sind ziemlich unverschämt, und eine ist absolut unmöglich. Ich höre einfach nicht hin. Übrigens, hast du gemerkt, dass die Schlauen in der letzten Nacht weggelaufen sind? Oh, ich glaube nicht, dass sie weggelaufen sind, erwiderte Snibbrill. Zumindest nicht in dem Sinne. So etwas passiert ihnen nicht. Ich nehme an, sie haben einfach entschieden, sich mit anderen Dingen zu beschäftigen. Nach dem Kampf haben sie sich beraten, rummte der Feldwebel. Vielleicht haben sie einen Plan, begann Snibbrill. Er unterbrach sich. Sie hatten inzwischen eine Gegend erreicht, die direkt vom schrecklichen Scheuerer heimgesucht worden war. Überall zeigten sich geknickte und umgestürzte Haare. Zu beiden Seiten der Straße ragten die traurigen Reste eines geborstenen Torbogens auf. Tote Soldaten lagen in der Nähe. Und die Leiche eines Muls. Die Legionäre schwärmten stumm aus und beobachteten die Haare. Eine Gruppe erhielt den Auftrag, die Gefallenen zu begraben. Ohne dich wäre es uns vielleicht ebenso ergangen, sagte Karius. Wenn du etwas fühlst, wie viel Zeit bleibt dann noch? Ein oder zwei Minuten, antwortete Snibbrill. Vielleicht etwas mehr. Kommt darauf an, ob es ruhig ist. Was empfindest du dabei? Irgendetwas scheint mir langsam den Kopf zu zerquetschen. Wo sind wir hier? Dies ist, beziehungsweise war eins der großen Tore, die Zugang gewähren zum Land von Wehr. Die Stadt befindet sich weiter vorn. Ich habe mich immer gefragt, wie sie aussieht, sagte Snibbrill. Ich auch, meinte der Feldwebel. Soll das heißen, du hast die Hauptstadt des Reiches nie gesehen? Nein. Ich bin in der Provinz geboren und aufgewachsen. Als Soldat kam ich viel herum, aber nie bis nach Wehr. Soll ziemlich eindrucksvoll sein. Eine Stadt mit vielen Sehenswürdigkeiten, Karrius seufzte. Wir erreichen sie in einigen Stunden. Wer, murmelte Snibbrill. Kapitel 18 Wehr war an und zwischen fünf riesigen Haaren erbaut. Eigentlich bestand die Metropole aus drei Städten, jeweils eine in der anderen. Jenseits des dicken Außenwalls erstreckte sich das kaiserliche Wehr, eine Stadt, deren breite Straßen mit Holz und Salz gepflastert waren. Statuen säumten die Alleen, die einen prächtigen Anblick boten mit ihren prunkvollen Bauten und Denkmälern, die an alte Schlachten, glorreiche Siege und sogar an die eine oder andere ruhmvolle Niederlage erinnerten. Nur wenige Personen wohnten im kaiserlichen Wehr, fast ausschließlich Kustoden, Gärtner und Dutzende von Bildhauern. Es handelte sich in erster Linie um eine Stadt zum Anschauen. Hinter einer Barriere aus Zugang Zugespitzten Haarpfählen begann Kaufmannswehr. Die meisten Leute hielten diesen Bereich für die eigentliche Hauptstadt. Normalerweise wimmelte es auf den dortigen Straßen von Verkaufsständen, Marktbuden und Besuchern aus allen Teilen des Teppichs. Händler und Besucher versuchten mehr oder weniger geschickt, sich auf eine Weise übers Ohr zu hauen, die man Geschäfte abschließen nannte. Hier hörte man viele verschiedene Sprachen, oft ziemlich laut. Das kommerzielle Herz des Reiches. Die Dumi'i hatten ihr Herrschaftsgebiet mit dem Schwert ausgedehnt und sie bewahrten es mit Geld. Diese Erfindung stammte von ihnen. Vor der Existenz des Geldes bezahlte man mit Kühen und Schweinen, was nicht besonders gut funktionierte. Man musste die Tiere füttern und dauernd für ihre Sicherheit sorgen. Und manchmal starben sie einfach. Dann erfanden die Dumi'i das Geld. Kleine Gegenstände, die man leicht aufbewahren und in einer Socke unter der Matratze verstecken konnte, was mit Kühen und Schweinen nicht so leicht gewesen wäre. Und Geld hatte die sonderbare Fähigkeit, sich in Schweine und Kühe verwandeln zu können. Außerdem war Geld mit Bildern vom Gebieter und anderen Dingen geschmückt, die interessant aussahen. Zumindest interessanter als Kühe und Schweine. Pismayr hatte einmal darauf hingewiesen, dass die Dumi'i auf diese Weise für Stabilität in ihrem Reich sorgten. Wenn man erst einmal damit begann, das Dumi'i-Geld zu verwenden, es war so praktisch und nie mute es die ganze Nacht, so dauerte es nicht lange, bis man sparte, irgendwelche Dinge auf dem nächsten Markt verkaufte, sich niederließ und die Nachbarstämme nicht mehr so häufig überfiel wie früher. Mit dem Geld konnte man ganz neue Sachen erwerben. Bunte Tücher, andere Arten von Obst und Bücher. Schon nach kurzer Zeit eignete man sich die Art der Dumi'i an, weil dadurch das Leben leichter wurde. Oh, natürlich pries man das Leben der guten alten Zeit, vor Geld und Frieden und so. Man wies darauf hin, wie angenehm es gewesen war, am Abend schwer bewaffnet aufzubrechen und für eine ganz besondere Art von Unterhaltung zu sorgen. Aber eigentlich war niemand versessen darauf, in jene Zeit zurückzukehren. »Ökonomischer Imperialismus«, hatte Pismayr einmal gesagt und dabei nach einer Handvoll Münzen gegriffen. »Eine wundervolle Idee. Ebenso einfach wie wirkungsvoll. Sobald man alles in Bewegung gesetzt hat, geht's von allein weiter. Weißt du, der Gebieter garantiert den Wert des Geldes. Mit anderen Worten, jedes Mal, wenn jemand eine Münze als Bezahlung annimmt, verwandelt er sich in einen kleinen Soldaten, der das Reich verteidigt. Erstaunlich, nicht wahr?« Snibbrill verstand nicht, was der Schamane damit meinte, aber es schien sehr wichtig zu sein. Etwas abseits vom regen Kaufmannswehr gab es einen dritten, vom Rest getrennten Ort, nicht größer als ein kleines Dorf. Wehr. Das ursprüngliche Wehr. Die Siedlung, in der die Dumii begonnen hatten. Niemand wusste, wie und warum das Schicksal diesen kleinen Stamm ausgewählt und ihm die Möglichkeit gegeben hatte, den größten Teil des Teppichs zu erobern. Heutzutage gab es kaum mehr jemanden, der Altwehr besuchte. Vielleicht verschwand der Ort bald, um Platz zu schaffen für noch mehr Statuen und Denkmäler. Snibbrill sah Altwehr erst viel später. Zunächst fiel sein Blick auf den Außenwall, der sich endlos nach rechts und links zu erstrecken schien. Oben glänzten die Rüstungen von patrouillierenden Wächtern. Alles wirkte friedlich, als gäbe es den schrecklichen Scheurer überhaupt nicht. Karius nahm den Helm ab und rieb ihn mit dem Ärmel. Es könnten sich Probleme ergeben, wenn wir versuchen, die Deftmenen ins Innere der Stadt mitzunehmen, flüsterte es Snibbrill zu. Ich fürchte, da hast du recht, bestätigte der. Ich schlage vor, wir lagern hier draußen und du solltest mich begleiten. Snibbrills Blick glitt über den Wall. Alles ganz ruhig und friedlich, bemerkte er. Ich habe hier mit einem Krieg gerechnet. Warum hat man euch zurückbeordert? Genau das will ich herausfinden, sagte der Feldwebel. Er spuckte sich in die Hand und versuchte, sein Haar zu glätten. Irgendetwas geht hier nicht mit rechten Dingen zu. Du kannst spüren, wann der Scheurer zuschlägt, stimmt's? Ja. Auf eine ähnliche Weise erahne ich Schwierigkeiten. Unangenehmes steht uns bevor, ich fühle. Snibbrill folgte Karius durch die Straßen. Alles wirkte normal. Besser gesagt, alles sah mehr oder weniger so aus, wie die Dinge Snibbrills Meinung nach aussehen sollten, wenn normale Zustände herrschten. Wehr schien wie Tregon Marus zu sein, nur größer, viel größer. Snibbrill versuchte nicht, den Anschluss zu verlieren, während er hinter dem Feldwebel herritt und sich so gab, als wäre er mit allem vertraut. Wenn er früher, in jüngeren Jahren, an die Hauptstadt gedacht hatte, war sie ihm in seiner Fantasie mit einem besonderen Glanz darüber erschienen. Es lag daran, wie die Leute über Wehr sprachen. Damals hielt er das Zentrum des Reiches für einen überaus exotischen Ort, voller Wunder und Rätsel. Und jetzt erwies sich Wehr als eine ganz gewöhnliche Stadt, die nur wesentlich größer war als andere ganz gewöhnliche Städte. Der Unterschied betraf in erster Linie ein Meer an Bewohnern und Statuen. Karreus führte Snibbrill zu einer Kaserne am Rand des kaiserlichen Wehr, und dort näherten sie sich einem draußen stehenden Tisch. Ein Dumii saß hinter hohen Stapeln von Papier. Kuriere griffen nach Zetteln und eilten fort, doch andere Leute kamen und brachten neue. Gewisse Anzeichen im Gesicht des Mannes deuteten darauf hin, dass er einem Nervenzusammenbruch nahe war. Ja? fragte er. Ich bin... Ich weiß nicht, wer du bist. Dauerns kommen und gehen, Leute. Ich schätze, du hast keine Papiere, oder? Nun, natürlich hast du keine. Der kleine Mann schob verärgert einige Dokumente hin und her. Man erwartet von mir, dass ich hier die Übersicht wahre, aber wie soll das in einem solchen Durcheinander möglich sein? Verwaltet man so einher, frage ich dich? Nun, heraus damit. Name und Rang. Name und Rang. Der Feldwebel hob die Hand. Ein oder zwei Sekunden lang glaubte Snibbrill, das dem dürren Burschen am Tisch eine Ohrfeige drohte, aber stattdessen salutierte Kareus. Feldwebel Kareus, 15. Legion, sagte er. Wir lagern vor der Stadt. Was von uns übrig ist, meine ich. Verstehst du? Ich bitte um Erlaubnis, die Kaserne aufsuchen zu dürfen. Wir haben blutige Kämpfe hinter uns, und zwar gegen... 15. Legion, 15. Legion, murmelte der kleine Mann und kramte in seinen Unterlagen. Man hat uns zurückbeordert, fügte Kareus hinzu. Ein Kurier kam und überbrachte uns den Befehl, sofort nach Wehr zurückzukehren. Unterwegs mussten wir dauernd kämpfen. Hier ist vieles anders geworden, sagte der Mann. Sein Tonfall wirkte auf Snibbrill fast so wie ein bevorstehender Angriff des schrecklichen Scheuerers. Wie meinst du das? fragte er schnell. Der Mann sah ihn an. Wer ist das? fragte er argwöhnisch. Hat was von... einem Eingeborenen... Hör mal, sagte Kareus geduldig. Wir haben einen weiten Weg hinter uns, weil... Oh, die Angelegenheit mit dem Scheurer, brummte der Dürre. Alles geklärt. Es wurde eine Vereinbarung getroffen. Eine Vereinbarung? wiederholte Snibbrill. Mit dem schrecklichen Scheurer? Ein Friedensabkommen mit den Mullen. Weißt du denn überhaupt nichts? Snibbrill öffnete den Mund, und Kareus ergriff ihn am Arm. Oh, sagte er betont laut und deutlich. Gut, ausgezeichnet. Nun, wir möchten dich nicht länger stören. Komm, Snibbrill. Aber dieser Herr muss sich um seine wichtigen Zettel kümmern und kann nicht noch mehr Zeit für uns erübrigen, sagte der Feldwebel. Warum hast du mich daran gehindert, weitere Fragen zu stellen? fragte Snibbrill, als er Feldwebel Kareus folgte. Weil wir von dem Schreiber selbst dann nicht mehr erfahren, wenn wir drohen, ihm die verdammten Zettel in den Mund zu stopfen. Wir sehen uns eine Zeit lang um, sperren Augen und Ohren auf, sondieren die Lage. Und vielleicht kehren wir später zurück und zwingen den dürren Burschen, seine Zettel zu essen. Ich habe hier nicht viele Soldaten gesehen, sagte Snibbrill. Nur einige Wächter, bestätigte der Feldwebel, als sie über die Straße eilten. Vermutlich sind die übrigen Legionen noch nicht eingetroffen, spekulierte Snibbrill. Ich frage mich, ob wir sie hier überhaupt erwarten dürfen, murmelte Kareus. Was soll das heißen? Du bist mit deinem Stamm und den Deftmenen zu uns gestoßen, sagte der Feldwebel dumpf. Andernfalls hätten wir wahrscheinlich nicht überlebt. Glaubst du etwa, die anderen Legionen existieren nicht mehr? Das könnte sein. Und wir sind nicht einmal tausend, dachte Snibbrill. Wie soll man Frieden mit Mulen schließen? Sie zerstören einfach alles. Was hat sie dazu veranlasst, ein Abkommen mit den Dumii zu treffen? Die Streitmacht lagerte zwischen den Haaren. Ein Deftmene beschrieb die Situation mit folgenden Worten. Es war alles andere als leicht, sich wohlzufühlen, solange man sich von Feinden umgeben wusste, die zu den eigenen Verbündeten zählten. Wenigstens lächelte er bei diesen Worten. Einige Gruppen brachen auf, um Feuerholz zu sammeln. Sie fanden nicht nur Äste und Zweige, sondern auch noch etwas anderes. Pohnen. Man zählte insgesamt zwölf. Pohnen konnten sich gut im Teppich verstecken, aufgrund ihrer Größe. Viele Leute glauben, dass sich kleine Dinge besonders gut verstecken lassen, aber fast ebenso leicht ist es, Objekte zu verbergen, deren Größe über ein gewisses Maß hinausgeht. Die Pohnen wirkten wie Hügel und verrieten sich nur durch ihr Wiederkäuen sowie ein gelegentliches leises Rülpsen. Sie alle senkten den Kopf, um die Entdecker zu betrachten, rülpsen und wandten den Blick ab. Die riesigen Wesen schienen auf jemanden zu warten. Auf dem Schild stand Apotheke. Was bedeutete, der Laden gehörte einem früheren Chemiker, der Kranken, Kräuter und so weiter verkaufte, damit es ihnen besser ging oder wenigstens nicht schlechter als vorher. Der Apotheker hieß Eulenglas. Er summte leise vor sich hin, während er im Hinterzimmer arbeitete. Vor einer Weile hatte er eine neue Art blauer Flusen gefunden und zerrieb sie nun zu einem Pulver. Bestimmt konnte man damit etwas heilen. Welche Krankheiten kamen in Frage? Einige Versuche an vielversprechenden Kunden sollten ihm Antwort geben. Eine Hand berührte ihn an der Schulter. Hm? murmelte Eulenglas. Er drehte sich um. Er spähte über den Rand seiner Brille hinweg, die aus zwei sorgfältig geschliffenen Lackscheiben bestand. Pismayr? fragte er erstaunt. Sprich leise, mahnte der Schamane. Wir sind durch die Hintertür hereingekommen. Niemand soll wissen, dass wir hier sind. Oh, oh, ich verstehe. Keine Sorge, es ist niemand im Laden. Eulenglas sah an Pismayr vorbei zu Glörg, Bane und Brokando. Potz, Blitz, sagte er, und nach so langer Zeit. Willkommen. Mein Haus ist dein Haus. Plötzlich runzelte er besorgt die Stirn. Was ich natürlich nur in einem übertragenen Sinne meine, in dieser Hinsicht möchte ich Zweifel vermeiden. Ich meine, ich bewundere deine direkte Art, außerdem deine Aufrichtigkeit, Ehre und Würde, aber ich kann dir mein Haus nicht wirklich überlassen. Immerhin habe ich nur dieses eine, und deshalb möchte ich betonen, dass die eben zitierte Redewendung nur dazu dient, Gastfreundschaft zum Ausdruck zu bringen und außerdem ... Eulenglas hatte offensichtliche Schwierigkeiten, den Satz zu beenden. Glörg klopfte Pismayr auf die Schulter. Er ist ebenfalls Philosoph, nicht wahr? fragte er leise. Das hast du gut erkannt, erwiderte Pismayr. Eulenglas, herzlichen Dank. Der Apotheker gab den verbalen Kampf auf und lächelte erleichtert. Wir sind hungrig, fügte Pismayr hinzu, und wir brauchen ... Informationen, sagte Bane. Was ist hier geschehen? Was möchtet ihr zuerst, essen oder antworten? Essen, platzte es aus Glörg heraus. Die anderen warfen ihm finstere Blicke zu. Entschuldigt, ich dachte, er hätte mich gefragt. Fühlt euch wie zu Hause und macht es euch bequem, Eulenglas zögerte. Obwohl, wenn ich davon spreche, dass ihr euch wie zu Hause fühlen sollt, so meine ich ... Ja, ja, besten Dank, sagte Pismayr hastig. Der Apotheker trat zu einem Schrank, während Glörg die vielen Töpfe und Krüge im Zimmer betrachtete. Einige davon enthielten Dinge, die seinen Blick erwiderten. Eulenglas und ich sind gemeinsam zur Schule gegangen, erzählte Pismayr. Irgendwann nahm er sich vor, den Teppich zu untersuchen. Er wollte feststellen, woraus er besteht und welche Eigenschaften unterschiedliche Haare haben. Es ging ihm darum, mehr über seltene Tiere und so weiter herauszufinden. Pismayr hingegen beschloss, sich mit Personen zu befassen, sagte Eulenglas. Er holte einen Leib Brot und Butter hervor. Und er wurde zum Tod verurteilt, weil er den letzten Gebieter ... Wie hast du ihn genannt? Er hat's verdient, sagte Pismayr. Er wollte mir kein Geld geben, um die Bibliothek zu erhalten. Dort fielen die Bücher auseinander. Meine Aufgabe bestand darin, sie für die Nachwelt zu bewahren. Sie enthalten Wissen. Der Gebieter meinte, wir brauchen keine alten Bücher, weil wir schon genug wissen. Ich habe versucht, ihn darauf hinzuweisen, dass eine Zivilisation Bücher als Grundlage für allgemeine Bildung und einen fundierten Meinungsaustausch benötigt. Ich versuche gerade, mich daran zu erinnern, wie du den Gebieter damals genannt hast. Einen ignoranten Hohlkopf, der nicht einmal so intelligent ist wie Fleischpastete, sagte Pismayr. Er scheint mir übertrieben, allein deshalb jemanden zum Tode zu verurteilen, kommentierte Glörg und legte das Brot auf den Teller. Immer wieder drehte er den Kopf und starrte zu dem Krug hinter ihm im Regal. Das Gefäß enthielt etwas Haariges. Er wurde zum Tod verurteilt, weil er sich entschuldigte, sagte Eulenglas. Warum sollte man jemanden bestrafen, weil er sich entschuldigt? Pismayr meinte, es täte ihm leid. Nach sorgfältigem Nachdenken sei er zu dem Schluss gelangt, der Gebieter hätte doch die Intelligenz von Fleischpastete. Zu dem Zeitpunkt befand er sich bereits auf der Flucht. »Ich kann am besten denken, wenn ich schnell laufe«, verkündete Pismayr stolz. »Du hast den Gebieter beleidigt?«, vergewisserte sich Brokando. »Meine Güte! Ich wusste gar nicht, dass du berühmt bist!« »Außerdem hatte er recht«, fügte Bane hinzu. Targons Vater war eine Schande fürs Reich. »Wo hast du dich die ganzen Jahre über versteckt?« Eulenglas zog sich einen Stuhl heran. »Wenn ich versteckt sage, meine ich natürlich...« »Oh, in einem kleinen Dorf, von dem du nie etwas gehört hast«, sagte Pismayr. »Hast du was dagegen, wenn ich diesen Krug woanders hinstelle?«, fragte Glöck. »Ich mag es nicht, wenn mich...« Bane versuchte, wieder das zentrale Thema in den Vordergrund zu rücken. »Was passiert in wer?« »Nur wenige Wächter sind an den Toren postiert. Warum?« »Weiß hier niemand, wie dort draußen die Lage beschaffen ist?« »Das Reich wird angegriffen. Mein Reich!« »Wenn niemand das Stück Käse dort drüben möchte«, Glöck streckte die Hand aus, »dann nehme ich es!« »Wir haben von den jüngsten Ereignissen gehört«, sagte Eulenglas. »Aber der Gebieter vertritt den Standpunkt, dass uns hier keine Gefahr droht. Dieser Meinung sind auch seine neuen Berater.« »Berater?« Pismayr verschluckte sich fast an diesem Wort. »Du hast nicht zufällig eingelegtes Gemüse, oder?«, fragte Glöck. »Berater«, sagte Bane leise. »Hat jemand die neuen Berater gesehen?« »Ich glaube nicht«, erwiderte Eulenglas. »Soweit ich weiß, wurde General Wageruss degradiert, weil er die Legionen zurückrief. Der Gebieter meinte, er hätte unnötige Aufregung verursacht, und die Palastwachen lassen niemanden eintreten.« »Gibt es noch mehr von diesen Gurken?« »Es ist Ihre Taktik«, sagte Bane. »Das wisst ihr ja. Sie arbeiten von innen. Wie in Wagnis und später im Hochtorland.« »Was, Gurken?«, fragte Glöck überrascht. »Ja, aber nicht in wer«, sagte Pismayr. »Nicht hier. Das ist unmöglich. Nicht im Zentrum der Macht.« »Wer käme auf die Idee, im Zentrum der Macht nach Ihnen zu suchen?«, fragte Bane. »Ich hätte es auch für ausgeschlossen gehalten, dass Sie in Wagnis sind«, sagte Brokando. »Reden wir noch immer über Gurken?«, fragte Glöck. »Ja, aber nicht wer«, beharrte Pismayr. »Glaubst du?« »Das hätte ich auch von Wagnis gesagt«, erwiderte Brokando. »Seit einer Weile ist kaum mehr jemandem Zutritt erlaubt«, fügte Eulenglas hinzu. »Wir sprechen nicht von Gurken, oder?« In Glöcks Stimme erklang nun leiser Zweifel. »Was sollen wir jetzt tun?«, fragte Pismayr. Glöck hob eine Gurke. »Wie wär's, wenn wir sie in Stücke schneiden?« Banes rechte Hand tastete nach dem Schwert. »Ja«, knurrte er, »ich wusste, dass es früher oder später dazu kommen würde.« »Einst war Wehr eine großartige Stadt. Wir haben für Ideale gekämpft. Und als wir das Ziel erreicht hatten, ruten wir uns auf den Kissen der errungenen Erfolge aus. Keine Anstrengungen mehr. Weder Stolz noch Ehrlichkeit. Nur junge, dicke Gebieter und dumme Höflinge. Ich lasse nicht zu, dass es auf diese Weise weitergeht. Wer hat Besseres verdient?« »Gehen wir«, er stand auf. »Hey, wohin willst du?«, fragte Pismayr. »Hast du vor, mit gezücktem Schwert in den Palast zu stürmen und alle Mule zu töten, die dir über den Weg laufen?« Brokandu erhob sich ebenfalls. »Gut überlegt«, lobte er. »Ein ausgezeichneter Plan. Freut mich, dass wir diesen Punkt geklärt haben. Kommt!« »Das ist doch lächerlich«, entfuhr es Pismayr. »Von einem Plan kann überhaupt nicht die Rede sein. Du bist ein vernünftiger Mann, Glörg. Sag's ihnen!« »Es ist lächerlich«, brummte Glörg. »Na bitte«, seufzte Pismayr. »Wir beenden die Mahlzeit«, sagte Glörg. »Und dann greifen wir den Palast an. Mit leerem Magen kämpft es sich nicht gut.« »Sind denn alle übergeschnappt?«, ächzte Pismayr. Bane wandte sich an ihn. »Erinnerst du dich an ihre Worte?« »Nichts ist zu klein, um in völliger Bedeutungslosigkeit zu verharren. Eine Person, am richtigen Ort und zur richtigen Zeit.« »Wir sind zu dritt«, stellte Brokandu fest. »Umso besser.« »Ach, was soll's«, Pismayr seufzte erneut. »Ich komme mit. Wenn auch nur, um zu verhindern, dass ihr etwas zu Dummes anstellt.« »Darf ich euch begleiten?«, fragte Eulenglas. Bane lächelte. »Stellt euch einmal vor, was fünf Personen leisten können.« »Wenn wir uns irren, wenn keine Mule im Palast sind, dann wissen wir wenigstens, dass hier alles in bester Ordnung ist. Aber wenn wir uns nicht irren, welche anderen Möglichkeiten stehen uns offen? Sollen wir durch die Stadt laufen und schreien? Sollen wir versuchen, eine Streitmacht zusammenzustellen? Wir müssen die Sache jetzt klären.« »Die Mauern des Palastes sind ziemlich hoch und dick«, gab Pismayr zu bedenken. »Ein Pohn lässt sich durch nichts aufhalten«, sagte Bane, »und das gilt auch für mich.« Stille folgte. »Ich habe immer wieder darüber nachgedacht«, beendete Brokandu das Schweigen. »Und jetzt weiß ich endlich Bescheid.« »Worüber weißt du Bescheid um Himmels Willen?«, fragte Pismayr verärgert. »Ich kenne nun die Antwort auf die Frage, warum den Dumii die Eroberung des Teppichs gelang«, sagte Brokandu. »Weil ab und zu jemand so dachte wie Bane.« Nach einer Weile fragte Glörg, »Hat jemand eine Idee, wie wir in den Palast gelangen?« Kapitel 19 Auch Snibbrill machte neue Erfahrungen. Er lernte die Macht der Feldwebel kennen. Karius hatte die Palastküche gefunden, und zwar aus gutem Grund. Ein Feldwebel verstand sich immer darauf, die nächste Küche zu entdecken. In diesem Fall handelte es sich um einen niedrigen, langen Raum mit sechs Kaminen und einer rußgeschwärzten Decke. Und dann fand er den Chefkoch, der ein alter Freund war. »Das ist Rührgut«, sagte Karius, und stellte Snibbrill einem großen Mann mit rotem Gesicht vor. Eine Narbe reichte ihm über die Nase, und eine schwarze Klappe bedeckte das linke Auge. Außerdem fehlte ihm ein Arm. »War früher Soldat, so wie ich.« »Ist er auch Feldwebel gewesen?«, fragte Glörk. »Ja«, bestätigte Rührgut und lächelte, wodurch die Narbe in Bewegung geriet und ebenfalls zu lächeln schien. Als er um den Tisch herum trat, saß Snibbrill ein Holzbein. Der Koch folgte seinem Blick. »Habe an Dutzenden von Feldzügen teilgenommen«, erklärte er. Eines Tages trug mich Karius vom Schlachtfeld und meinte, »Rührgut, alter Knabe, zieh dich besser in den Ruhestand zurück, solange noch was von dir übrig ist, das nach Hause geschickt werden kann. Freut mich, dich wiederzusehen, Kumpel.« »Es geschehen seltsame Dinge, Rührgut«, sagte der Feldwebel. »Und ob? Es gibt viele hohe Tiere, die ihren Posten verloren haben. Seit zwei Wochen hat niemand den Gebieter gesehen. Scheint seine Gemächer überhaupt nicht mehr zu verlassen. Lässt sich die Mahlzeiten bringen.« »Und die neuen Berater«, sagte Snibbrill, »was hat es mit ihnen auf sich?« »Bisher haben sie darauf verzichtet, sich in der Öffentlichkeit zu zeigen.« Rührgut kratzte sich mit einer Schöpfkelle am Rücken. »Aber einmal bin ich mit nem Tablett im Palast gewesen. Und der Geruch...« »Rochst zufälligerweise nach Muhlen?«, fragte Snibbrill. Einige andere Köche kamen näher und hörten interessiert zu. Sie alle ähnelten Rührgut. Es waren insgesamt sechs, aber Arme, Beine, Augen und Ohren reichten nur für vier voll ausgestattete Personen. Hinzu kamen zahllose Narben in allen Formen und Farben. »Ja«, sagte Rührgut, »ich hab's oft genug mit Muhlen zu tun bekommen, um zu wissen, wie sie riechen. Die Sache gefällt uns nicht. Aber wir sind hier nur ein paar Leute. Wenn wir Hilfe hätten...« Karreus und Snibbrill wechselten einen Blick. »Hilfe befindet sich bereits hier im Palast,« sagte Snibbrill. Er sah sich die Köche genau an. Sie waren alle recht kräftig gebaut. »Ihr seid Feldwebel gewesen,« sagte er. »Man sieht's sofort.« »Tja, weißt du, als Feldwebel lernt man gewisse Dinge hinzukriegen,« erwiderte Rührgut. »Zum Beispiel sorgt man dafür, dass man nach der Pensionierung eine ruhige Kugel schieben kann,«, »dass man's den ganzen Tag über warm hat und regelmäßige Mahlzeiten bekommt.« »Alte Feldwebel findet man überall.« »Ich schlage vor, wir gehen jetzt, und...«, begann Snibbrill. Er starrte in die Dunkelheit am Ende der russigen Küche. »Wer ist das?« »Wen meinst du?« Die Köche drehten sich um. Snibbrill zögerte. »Dort drüben stand jemand,« murmelte er. »Eine Frau, in weiß gekleidet. Ein weißes Tier hockte neben ihr, und sie sagte...« Er unterbrach sich. »In dieser Küche gibt's keine Frauen,« brummte Rührgut, »weil sie sich mit der Kunst des Feldwebelseins nicht so gut auskennen wie wir.« Snibbrill schüttelte sich. »Vermutlich habe ich mir die Gestalt nur eingebildet,« dachte er. »Wir haben viel hinter uns.« »Feldwebel Karius, was hältst du davon, wenn du zurückkehrst und die Streitmacht holst?« »Um wer anzugreifen?«, fragte Karius. »Um die Stadt zu verteidigen,« korrigierte Snibbrill. »Gegen wen sollen wir kämpfen?« »Bis ihr wieder hier seid, habe ich bestimmt Gegner für euch gefunden. Was die Köche betrifft, habt ihr Waffen?« Rührgut grinste. Er nahm ein Beil von einem großen Holztisch, holte damit aus und schmetterte es auf den Hackklotz, der daraufhin in zwei Teile zerbrach. »Wer?«, fragte er. Die Wächter am Palasttor waren nervös. Der derzeitige Dienst gefiel ihnen nicht, aber Befehl war Befehl, selbst wenn man nicht genau wusste, woher die Anweisungen kamen. So dachten Dumii, wir haben Regeln, die unter allen Umständen beachtet werden müssen, wo kämen wir sonst hin? Die Wächter wurden noch nervöser, als vier schwer bewaffnete Schlaue mit einem Karren am Tor erschienen. Einer der Soldaten trat vor. »Halt!«, sagte er. Der zweite Wächter stieß ihn an. »Das sind Schlaue.« »Ich schätze, Schlaue darf man nicht einfach so auffordern, anzuhalten. Bestimmt kommen sie aus gutem Grund hierher.« »Stimmt«, bestätigte einer der Schlauen. »Aber einer von ihnen ist eine Gurke«, sagte der erste Wächter skeptisch. »Ich nehme an, auch Schlaue müssen ab und zu etwas essen.« »Und außerdem sind's nur vier«, fuhr der argwöhnische Dumii fort. »Es sollten zumindest sieben sein.« »Wir sind krank gewesen«, antwortete ein Schlauer. Ein anderer fügte hinzu, »obwohl, wenn wir in diesem Zusammenhang von wir sprechen, so bedeutet das«, ein Schlauer trat ihm auf den Fuß. Der erste Wächter gab nicht so einfach auf. »Ich glaube, ihr seid gar keine richtigen Schlauen«, sagte er. Die Gestalt mit der Gurke wandte ihm die Kapuze zu. »Ich kann's beweisen, indem ich für dich einen Blick in die Zukunft werfe.« »Ach, tatsächlich?« Der angebliche Schlaue nahm einen Knüppel vom Karren. »Jemand gibt dir was auf die Rübe«, sagte er. »Schlag nicht so fest zu wie sonst«, Bane schob die Kapuze zurück. »Er ist kein Feind, nur ein Hindernis.« Glörg schlug den Wächter so sanft wie möglich nieder. Der zweite Soldat schickte sich an, sein Schwert zu ziehen, und außerdem öffnete er den Mund, um zu schreien. Doch er blieb stumm, als er etwas Spitzes am Rücken spürte. »Lass das Schwert fallen«, befahl Pismayr. »Und wenn wir Fallen sagen, so meinen wir damit nach unten«, Eulenglas hüpfte auf und ab. »Ach, ist das aufregend!« Rührgut klopfte an eine breite, verzierte Tür. Hinter ihm schoben zwei Köche einen großen Servierwagen. Eine weiße Tischdecke reichte auf allen Seiten fast bis zum Boden. Ein Höfling öffnete das Portal. »Das Essen«, sagte Rührgut, »sollen wir's hineinbringen?« »Oh, der Koch«, erwiderte der Höfling, »na schön.« Der Wagen rollte ins Gemach, und dort saßen zwei Wächter auf einer Bank. Sie schienen nicht sehr glücklich zu sein. Hinter ihnen gab es eine weitere Tür, der Höfling öffnete sie. Sie führte in einen anderen Raum, in dem sich offenbar niemand aufhielt. In der gegenüberliegenden Wand war noch eine Tür zu sehen. »Lass den Wagen dort stehen«, sagte der Höfling, »und dann ab und zurück in die Küche.« »In Ordnung«, bestätigte Rührgut. Die Köche schoben den Wagen ins nächste Gemach und verließen den Raum. Hinter ihnen schloss der Höfling die Tür. »Hast du dich nie gefragt, was jetzt passiert?«, fragte Rührgut. »Es gehört nicht zu meinen Pflichten, über die Angelegenheiten des Gebieters nachzudenken«, entgegnete der Höfling scharf. »Und einem Koch stehen derartige Überlegungen gewiss nicht zu.« »Aber vielleicht darf sich ein Feldwebel darüber Gedanken machen.« Rührgut nahm den Hut ab. »Ihr dort, nehmt Haltung an!« Die beiden Wächter standen stramm, bevor ihnen die eigene Reaktion bewusst wurde. Weitere Köche kamen herein, und jeder von ihnen trug einen scharfkantigen Gegenstand. »Das ist«, begann der Höfling. Plötzlich wurde ihm klar, dass er den Raum mit sechs großen, kräftig gebauten und bewaffneten Männern teilte, die es vielleicht nicht mochten, angeschnauzt zu werden. »Gegen die Befehle«, beendete er den Satz. »Wir haben den Servierwagen ins Nebenzimmer geschoben. So lautete der Befehl«, stellte Rührgut fest. Er hinkte zur Tür und lauschte dort. »Jetzt warten wir ab, was passiert.« Die lange Tischdecke formte eine Art mobiles Zelt. Snibbrill hörte, wie sich die Tür hinter ihm schloss. Kurze Zeit später öffnete sich eine andere. Es roch nach Muhlen, und diesmal war der Geruch noch schlimmer als sonst. Die Geschöpfe stanken wie ein Pelzmantel, der dringend gereinigt werden müsste. Der Servierwagen geriet in Bewegung. Erneut schloss sich eine Tür hinter Snibbrill, und es klang irgendwie endgültig. Der Muhlgeruch wurde immer stärker, und jetzt erklangen auch Stimmen. »Das Essen, Herr«, sagte ein Muhl. »Ich habe keinen Hunger«, antwortete jemand. Ein verdrießliches Nörgeln lag in jener Stimme und bot Hinweis darauf, dass die betreffende Person als Kind zu viele Süßigkeiten und zu wenige Ohrfeigen bekommen hatte. Die Eigentümer solcher Stimmen waren an ein Leben ohne Ecken und Kanten gewöhnt. »Der Herr muss essen«, erwiderte ein Muhl, »sonst bleibt nichts übrig vom Herrn.« »Was geschieht draußen? Warum sagt mir niemand, was draußen geschieht? Warum gibt es Leute, die sich nicht an meine Anweisungen halten?« Snibbrill glaubte zu hören, wie jemand mit dem Fuß aufstampfte. Bisher hatte er geglaubt, dass Leute so etwas nur in Geschichten machten. »Es wütet noch immer der Bürgerkrieg«, die Stimme eines anderen Muhls. »Du hast Feinde auf allen Seiten, Herr.« »Nur wir können dich schützen. Du musst uns erlauben, für deine Sicherheit zu sorgen. Beauftrag den schrecklichen Scheurer, meine Feinde zu vernichten!« Der Gebieter dachte Snibbrill entsetzt. »Nur vornehme Leute können so grob sein.« »Bald, bald«, ließ sich ein dritter Muhl vernehmen. »Früher oder später rufen wir ihn, so wie in Wagnis. In der Zwischenzeit kämpfen meine Krieger für dich. Wir bitten den Scheurer um Hilfe, wenn uns nichts anderes übrig bleibt.« »Ich bin von Feinden umgeben!«, heulte der Gebieter. »Ja, ja«, sagte ein Muhl. Er sprach wie zu einem kleinen Kind. »Und alle müssen mir gehorchen!« »Ja, ja«, bestätigte der Muhl in angemessenem Rahmen. »Du weißt ja, was mit Feinden passiert«, zischte der Gebieter. »Sie werden fortgeschickt! Zu einem schlimmen Ort!« »Unser altes Dorf war eigentlich gar kein so schlimmer Ort«, dachte Snibbrill. »Pismayr wies des Öfteren darauf hin, dass es bei uns jede Menge von schlichtem Luxus gab. Und der Gebieter? Ich habe ihn mir ganz anders vorgestellt, viel edler und würdevoller.« »Jetzt bin ich hungrig! Seid ihr damit fertig, meine Mahlzeit zu kosten?« »Noch nicht ganz, Herr.« »Aber es ist kaum mehr was übrig!« »Selbst im letzten Bissen könnte sich Gift verbergen«, antwortete ein Muhl. Er schien mit vollem Mund zu sprechen. »Ja«, sagte der Gebieter unsicher, »ja, das stimmt natürlich. Ich habe den Köchen nie getraut, ihnen fehlen zu viele Körperteile. Wie dem auch sei, wie wär's mit einer Kruste?« »Ich glaube, das können wir riskieren. Wir geben sogar ein bisschen Bratensauce hinzu.« »Haben wir den ganzen weiten Weg zurückgelegt, um so etwas zu verteidigen?«, dachte Snibbrill. Und dann fragte er sich, »was hielte Bane davon?« Er würde sagen, »er ist der Gebieter, was auch immer er sonst sein mag. Wir müssen ihm helfen.« Und Pismeyer? Von ihm könnte man diese Worte erwarten. »Hör zu und beobachte aufmerksam. Agiere anschließend auf der Grundlage der gesammelten Informationen, ohne dabei etwas zu überstürzen. Aber ein solcher Rat nutzt kaum etwas.« »Und Brokandos Reaktion?« »Oh, ich höre seinen Schrei.« »Angreifen!« Glörg verliere nicht einmal Zeit mit einem Schrei. »Na schön. Ich hoffe, nur Rührgut ist noch immer da draußen.« Bane spähte um eine Ecke und winkte den anderen zu. »Wir dürfen nicht zu verschwörerisch wirken,« sagte Pismeyer. »Wenn wir uns so verhalten, als hätten wir ein Recht darauf, hier zu sein, dann schöpfen die Wächter bestimmt keinen Verdacht.« Hinter ihm erklang die Stimme eines sehr kleinen Schlauen. »Ich habe es satt, dauert um herzuschleichen. Ein solches Verhalten ist einem König unangemessen.« Bane streifte den Umhang ab. »Eigentlich blieben die Wächter erstaunlich gelassen. Wenn man bedenkt,« meinte Pismeyer. »Wenn man was bedenkt,« fragte Glörg. »Dass wir sie niedergeschlagen haben. Ich glaube, sie wollten gefesselt werden. Der Wachdienst schien ihnen nicht sehr zu gefallen.« »Trotzdem, sie standen wache,« erwiderte Brokando. »Sie befolgten ihre Befehle. Wie dumm von ihnen. Was würde aus den Deftmenen, wenn sie bereit wären, dauernd irgendwelche Befehle zu befolgen?« »Dann könnten sie über den ganzen Teppich herrschen,« antwortete Pismeyer. »Ha«, machte Brokando, »es ist gefährlich, Befehlen zu gehorchen, weil man sich daran gewöhnt. Und dann hängt alles davon ab, wer die Befehle erteilt.« Sie erreichten ein weiteres Tor, an dem zwei Wächter standen. Glörg schloss die Hand fest um seinen Knüppel. »Nein«, sagte Bane, »ich versuche es auf meine Weise.« Er trat vor. »Soldaten, Augen geradeaus. Und stillgestanden. Sehr gut. Ausgezeichnet.« An die Adresse seiner Begleiter gerichtet, fügte Bane hinzu, »Kommt.« Einer der beiden Wächter runzelte die Stirn. »Wir sind angewiesen, niemanden passieren zu lassen,« brachte er unsicher hervor. »Wir sind nicht niemand,« erwiderte Bane. »Und das ist ein Befehl.« Der Soldat straffte die Schultern. »Ja, Herr. Verstanden, Herr.« »Sprich nicht mit mir. Ich bin überhaupt nicht hier.« Der Wächter klappte den Mund auf und schloss ihn wieder. »Gut. Weiter geht's, Leute.« Eulenglas klopfte dem Soldaten auf die Schulter. »Wenn wir nicht hier sagen, so meinen wir das natürlich nur im übertragenen...« Pismeyer packte ihn am Kragen. »Komm!« Vier Mule standen im Zimmer und starrten Snibbrill verblüfft an. Darüber hinaus war ein junger Mann zugegen, kaum älter als der Munrung, und erstaunlicherweise reagierte er schneller als die Mule. Als er sprach, hatte er die Überraschung bereits überwunden und das Stadium heißbrennenden Zorns erreicht. Der Gebieter hob eine pummelige Hand, an deren Wurstfingern zahlreiche Ringe glänzten. »Das ist kein Koch!« heulte er. »Ich kenne ihn nicht! Warum ist er hier?« Snibbrill ließ seinen Speer fallen und griff nach dem Arm des Herrschers. »Kommt mit!« sagte er. Nach kurzem Zögern fügte er hinzu. »Herr!« Er hob das Schwert und sah die Mule an. »Einer gegen vier!« brummte er. »Mit anderen Worten, mir fällt es viermal leichter als euch, einen Gegner zu treffen. Und wer weiß, wer zuerst von meiner Klinge erreicht wird!« Die Mule rührten sich nicht von der Stelle, und einer von ihnen lächelte. Der Gebieter wandte sich in Snibbrills Griff hin und her. »Sehr klug von dir, Herr!« lobte der lächelnde Mule. »Ich bin gekommen, um dich zu retten!« entfuhr es Snibbrill. »Das sind Mule! Sie zerstören dein Reich!« »Dem Reich droht keine Gefahr!«, erwiderte der Gebieter selbstgefällig. »Und der schreckliche Scheurer?« fragte Snibbrill verdutzt. »Jona Relish und seine Leute beherrschen den Scheurer,« sagte der Herrscher. »Er schlägt nur zu, um meine Feinde zu vernichten, stimmt's?« »Ja, Herr«, bestätigte der recht große Jona Relish. »Dieser Mule ist nicht wie Gormelish,« dachte Snibbrill. »Er scheint sehr intelligent zu sein.« »Der schreckliche Scheurer zerstört überall!«, rief er. »Was bedeutet, dass ich viele Feinde habe?«, sagte der Gebieter. Die Mule kamen jetzt näher, und plötzlich erschien es weniger attraktiv, die Erfolgswahrscheinlichkeit beim Kampf auf die Art der Deftmenen zu berechnen. »Weg mit dem Schwert!«, rief Jona Relish, »und lass den Herrn los!« »Wenn du nicht gehorchst, rufen wir den schrecklichen Scheurer!«, »Jetzt sofort?«, fragte Snibbrill. »Ja.« »In diesem Augenblick?« »Ja.« »Nur zu?« »Nein!«, wimmerte der Gebieter. Snibbrill hatte keine Kopfschmerzen. »Dazu seid ihr überhaupt nicht imstande. Es sind nur leere Drohungen, Herr. Die Mule haben ebenso wenig Einfluss auf den schrecklichen Scheurer wie ich.« Er blickte sich um, und in einer Ecke des saalartigen Zimmers bemerkte er ein Loch im Boden. Haarfransen zeigten sich am Rand. »Ihr seid von Unterlage hochgeklettert,« stellte er fest. »Schlau von euch!« »Die Dumii sind daran gewöhnt, Befehlen zu gehorchen. Es war also nur nötig für euch, das Zentrum der Macht zu erreichen und diesen, diesen Idioten einzuschüchtern.« Die Wangen des Gebieters glühten. »Dafür lasse ich dich, Henry!«, begann er. »Ach, sei still!«, schnauzte Snibbrill. Die Mule zogen ihre Schwerter und stürmten auf ihn zu. Aber vier gegen einen brachte auch Nachteile mit sich. Es bedeutete, jeder der vier wartete darauf, dass die anderen drei zuerst angriffen. In diesem Fall wurde nicht ausgeholt, zugestoßen und pariert. So etwas geschieht nur, wenn man allein aus Spaß mit dem Schwert kämpft. Wenn es ernst wird, sieht's aus, als treten zwei Windmühlen mit scharfen Kanten gegeneinander an. Es geht nicht darum, möglichst eindrucksvoll zu sein. Man versucht vielmehr, der anderen Person möglichst viele Wunden beizubringen und selbst unverletzt zu bleiben. Snibbrill wich zur Tür zurück und wehrte die gegnerischen Hiebe so gut wie möglich ab. Ein Mule rief etwas in seiner Sprache und zwei Köpfe erschienen im Loch. Snibbrill trat gegen die Tür. »Mach auf, rühr gut!« Die Tür schwang auf. Das Zimmer dahinter war leer und Snibbrill zerrte den Gebieter hinein. Die Mule waren so dumm, ihm zu folgen. Hinter der Tür warteten die Köche. Sie traten, beziehungsweise humpelten, vor. Rührgut schmetterte seine Schöpfkelle auf den Kopf eines Mules. »Sieben gegen vier! Das ist nicht fair!« kommentierte er. »Drei von uns haben gar keine Gelegenheit, jemanden zu schlagen!« »Schnappt sie euch, Jungs!« »Da drüben kommen noch mehr aus dem Loch!« rief Snibbrill und hielt den Gebieter fest. »Gut!« »Was geht hier vor?« winselte der Herrscher. »Was geht hier vor?« Er wirkte nicht mehr wütend, sondern ängstlich und noch viel jünger. Jetzt tat es Snibbrill fast leid. Die Köche waren enttäuscht. Die meisten Mule liefen in den Raum des Gebieters zurück und sprangen dort ins Loch. Sie hatten es so eilig, sich in Sicherheit zu bringen, dass sie übereinander hinwegkletterten. Rührguts Küchentruppe kippte einen schweren Tisch um und schob ihn über die Öffnung im Boden. Rührgut wischte sich die Hand an der Schürze ab. »Na bitte!« sagte er. »Das wäre erledigt!« »Ich fürchte, es ist erst der Anfang«, erwiderte Snibbrill. »Vielleicht befinden sich tausende von Mulen direkt unter uns.« »Alle müssen mir gehorchen«, kreischte es. »Ich bin der Gebieter!« Die Feldwebel drehten sich um und musterten ihn. »Wir sollten den Herrscher schützen«, brummte einer von ihnen. »Wir könnten ihn ins Loch werfen zu seinen Freunden«, meinte Rührgut. »Bei ihnen wäre er gut aufgehoben.« In den kleinen Schweinsaugen des Gebieters funkelte es, und der Blick glitt zwischen Rührgut und dem Tisch hin und her. Schließlich starrte es Snibbrill an und rief »Wachen!« Die Tür zum Flur schwang auf und zwei Bewaffnete kamen herein. »Nehmt diese Männer fest«, keifte der Gebieter. »Ach«, entgegnete Bane, »und warum?« In einer Stunde kann sich viel ändern. Sie holten das Heer in die Stadt und verwendeten zu diesem Zweck eine vom Gebieter unterzeichnete Anweisung. Auf diese Weise sparten sie sich viele Erklärungen. Der Herrscher unterschrieb aus freiem Willen. Nachdem ihn Glörg auf Folgendes hingewiesen hatte, wenn er nicht aus freiem Willen unterzeichne, so musste er mit sehr unangenehmen Konsequenzen rechnen. Anschließend hielten sie Kriegsrat. »Ich habe befürchtet, dass es dazu kommt«, verkündete Bane. »Einst wurde der Gebieter gewählt. Doch Targon sorgte dafür, dass er Titel und Macht auf seinen dämlichen Sohn übertragen konnte. Kaum jemand erhob Einwände.« »Meine Güte! Genauso gut könnte man Könige einführen!« »Das geht zu weit«, protestierte Brokando. »Entschuldige, du hast recht. Bei euch Deftmenen gibt es schon seit langer Zeit, Könige. Ihr wisst, worauf es bei einem guten König ankommt.« »Fangt jetzt nicht an, euch zu streiten«, warf Snibbrill ein. »Wir sollten uns stattdessen überlegen, was die Mule anstellen.« »Ist doch ganz klar«, erwiderte Bane, »sie warten auf den schrecklichen Scheurer, um anzugreifen, wenn es bei uns drunter und drüber geht. Sie sind nur ein wenig ungeduldig geworden.« »Vielleicht haben wir Glück«, sagte Eulenglas. »Wenn ich hier von Glück spreche, so meine ich natürlich«, »es wird passieren«, Bane deutete bedrückt auf eine Karte. »Wenn man das Dorf und Wagnis und Wehr mit Strichen verbindet, so entsteht eine gerade Linie.« »Und was folgt daraus?«, fragte Snibbrill. »Unheil«, antwortete Pismeyer düster, »wo steckt der Gebieter?« »Glörg und die Köche haben ihn in der Küche eingesperrt«, sagte Bane, »der richtige Ort für ihn. Dort kann er sowohl essen als auch schreien.« Er blickte auf einen Zettel. »Insgesamt besteht unser Heer aus nicht mehr als 1500 einsatzfähigen Kämpfern.« »Es sind sogar noch weniger«, sagte der Schamane. »Die Frauen, Kinder und Alten dürfen nicht allein und schutzlos in der Stadt bleiben. Denk an Tregon Marus. Gebäude stürzen ein. Wir müssen die Bewohner in Sicherheit bringen und sie schützen.« »Und wenn wir die Frauen bewaffnen?«, schlug Brokando vor. »So ein Unsinn«, schnaufte Bane. »Frauen wissen nicht, wie man kämpft.« »Deftmenische Frauen schon«, »ach«, »und gegen wen kämpfen sie?« »Gegen deftmenische Männer«, sagte Brokando. »Eigentlich ist die Idee gar nicht so schlecht«, murmelte Pismeyer nachdenklich. »Die Faust meiner Oma war weit und breit gefürchtet. Wo sie zuschlug, hatten Zähne keine Zukunft mehr. Ihr wäre es bestimmt nicht schwergefallen, einen Mool gründlich durch die Mangel zu drehen.« »Ich verbiete es«, sagte Bane kategorisch. »Kämpfende Frauen? Dann wird kein Krieg geführt, dann gibt es schlicht und einfach ein ordinäres Durcheinander. Nein, kommt nicht in Frage. In dieser Hinsicht lehne ich jeden Kompromiss ab, euer Majestät.« »Bring die Frauen meinetwegen in Sicherheit, aber damit hat es sich.« »Meine Güte, sie haben nicht die geringste Ahnung von Taktik und so.« »Na schön«, Brokando nickte. »In Ordnung, keine kämpfenden Frauen.« Bei den letzten Worten zuckte der Hauch eines Lächelns in seinen Mundwinkeln. »Außerdem gibt es nicht genug Waffen«, fügte Bane hinzu. »Zum Palast gehört auch ein großes Arsenal«, sagte Eulenglas. »Ja, aber als wir uns dort umsahen, fanden wir nur ein Loch im Boden«, erwiderte Bane. »Die Mule haben alles fortgeschafft.« »In dem Fall«, begann Brokando, »willst du jetzt vorschlagen, die Mule anzugreifen, um ihnen die Waffen abzunehmen, oder?« fragte Bane kühl. »Nun«, »nein«. Bane schlug mit der flachen Hand auf den Tisch. »Sie sind dort draußen, und sie sind unter uns. Ich weiß es. Sie warten. Um anzugreifen, nachdem der schreckliche Scheurer zugeschlagen hat. Das ist ihre Strategie.« »So gehen die Mule vor, wenn es ihnen nicht gelingt, sich beim Feind einzuschleichen und ihn zu besiegen, ohne dass er etwas davon merkt.« Snibbrill hatte aufmerksam zugehört. Als er schließlich sprach, schien er niedergeschriebene Worte vorzulesen. So fühlte es sich an. Die Silben lagen ihm bereits auf der Zunge. Er brauchte nur den Mund für sie zu öffnen. »Ich kann helfen«, sagte er. Alle sahen ihn an. »Ich weiß, wann der schreckliche Scheurer zuschlägt«, fuhr er fort. »Ich spüre es. Zwar nicht so deutlich wie die Mule, aber eher als die meisten Tiere.« »Er hat recht«, warf Feldwebel Karius ein. »Ich hab's selbst erlebt.« »Das wäre tatsächlich eine große Hilfe«, sagte Bane. »Ich glaube, ihr versteht nicht ganz«, Snibbrill gestikulierte. »Wie verhalten sich die Mule vor einem Angriff des Scheurers?« »Woher soll ich das wissen?«, erwiderte Bane. »Sie legen sich hin und heben die Hände über den Kopf, wenn sie vernünftig sind. Und anschließend greifen sie den verwirrten Gegner an.« Er dachte darüber nach. »Wenn sie ihn für verwirrt halten«, Snibbrill nickte. »Es könnte klappen«, sagte Pismeyer. »Wie heißt es so schön? Gefahr erkannt?« »Gefahr gebannt«, Stille folgte. Und dann sagte Brokando, »Gefahr gebannt? Bedeutet das, wir bekommen überhaupt keine Gelegenheit, gegen die Mule zu kämpfen?« Kapitel 20 Sie gewannen die Schlacht Mehr stand nicht in den Geschichtsbüchern, die später geschrieben wurden, nachdem man Neuwehr aus den Trümmern der alten Stadt erbaut hatte. Die entsprechenden Berichte drehten sich vor allem um Banes Wahl zum Präsidenten, denn er galt als ehrlich, tapfer und fantasielos. Die Dumii misstrauten der Fantasie, sie sahen in ihr die Saat der Unzuverlässigkeit. Die Verfasser der Geschichtsbücher nahmen nicht an den Geschehnissen teil, sie wussten nicht, wie alles geschah. Und sie wussten auch nicht, wie es sonst noch hätte kommen können. Zuerst musste das Problem der Waffen gelöst werden. Rührgut kümmerte sich darum. Zum Beispiel Speere. Wenn man Küchenmesser ans Ende von Stöcken band, konnte niemand einen Unterschied feststellen. Erst recht dann nicht, wenn man von so einem Ding getroffen wurde. Außerdem eine Handvoll Nägel in einem Stück Haar ergab eine Keule, die alles andere als exklusiv war. Man konnte jeden damit schlagen. Die Feldwebel trommelten alle kampffähigen Männer und Jungen in der Stadt zusammen und unterwiesen sie im Umgang mit den improvisierten Kriegswerkzeugen. Glerk verbrachte viel Zeit damit, ihnen zu helfen. Rührgut meinte einmal, er sei von Natur aus ein Feldwebel, was auch immer das bedeutete. Brokando erhielt den Auftrag, sich um die Frauen und Kinder zu kümmern. Er lächelte, als er sein Einverständnis erklärte, was Snibbrill verdächtig erschien. Bain war praktisch überall und verteilte Befehle. Er schmiedete Pläne und beaufsichtigte die besonderen Arbeiten, die außerhalb des Wehrwalls stattfanden. Pismeyer und Eulenglas vertrieben sich die Zeit mit einem Spiel. Dabei ging es darum, kleine Figuren von Kriegern auf einem in Quadrate unterteilten Brett zu bewegen. Angeblich spielte der Schamane, weil er sich dadurch leichter konzentrieren konnte. Es gab auch noch einen zweiten Grund. Eulenglas neigte zu hohen Wetteinsätzen und verlor fast immer. Snibbrill kam sich nutzlos vor. Schließlich fand er Bain auf dem Wall. Der General lehnte über dem Haupttor an der Brüstung und blickte zum Haarwald. Mit Signalhörnern ausgestattete Wächter standen in der Nähe, um die Stadt zu warnen, falls es zu einem Angriff kommen sollte. »Ich sehe nichts«, sagte Snibbrill. »Wir haben Patrouillen ausgeschickt und sie kehrten zurück, ohne etwas vom Feind gesehen zu haben.« »Ich halte nicht nach Muhlen Ausschau«, erwiderte Bain. »Nach wem dann?« »Hm?« »Oh«, »nach niemandem.« »Du suchst nach einer in Weiß gekleideten Gestalt, nicht wahr?« vermutete Snibbrill. »Ich habe sie ebenfalls gesehen.« »Sie muss die Dinge beobachten, wenn sie geschehen sollen.« Bain riss sich zusammen. »Die Sache gefällt mir nicht«, brummte er leise. »Es ist zu ruhig.« »Ich ziehe die Ruhe dem Lärm vor.« »Was macht dein Kopf?« »Alles bestens«, sagte Snibbrill. »Kein Druckgefühl, keine Schmerzen.« »Bist du ganz sicher?« »Ja.« »Hm.« Bain betrachtete die besonderen Verteidigungsanlagen. Alle Bewohner der Stadt, die nicht woanders gebraucht werden, hatten dort gearbeitet, Gräben ausgehoben und den Staub dammartig aufgehäuft. Vom Haarwald her war davon nichts zu erkennen. »So ist wer früher gewesen«, sagte er, »nur ein Graben und ein Wall, überall von Feinden umgeben.« »Glörg glaubt, dass die Mule weitergezogen sind. Bestimmt haben sie uns gehört. Warum haben sie überhaupt angegriffen?« »Jeder versucht, sich zu beschäftigen«, entgegnete Bain. Es klang ein wenig mürrisch. »Hör mal, alles ist bereit«, sagte Snibbrill. »Zumindest so bereit, wie es unter den gegebenen Umständen möglich ist. Die Löcher sind blockiert, es können uns also keine Mule in den Rücken fallen.« »Was geschieht jetzt?« »Du hast den Gebieter einsperren lassen. Was passiert nachher mit ihm?« »Du glaubst, dass es ein Nachher gibt«, fragte Bain. »Es gibt immer ein Nachher«, betonte Snibbrill. »Darauf wies Kulei nahm einen Bruder hin. Man muss jedoch das richtige Nachher wählen.« Er kratzte sich am Kopf, hinter dem Ohr juckte etwas. »Wir können nur für eine gewisse Zeit bereit sein«, murmelte Bain. Snibbrill rieb sich erneut das Ohr. »Bain!« »Falls man überhaupt von Bereitschaft reden kann. Nach dem, was du erzählt hast, habe ich gehofft, die Schlauen würden uns helfen. Aber sie sind einfach weggelaufen.« »Bain?« Der Doomie drehte sich um. »Was ist los?« Snibbrill gewann den Eindruck, dass etwas versuchte, ihm die Ohren in den Schädel zu pressen. »Der Scheurer?«, fragte Bain. Snibbrill nickte. Und selbst das tat weh. »Wie viel Zeit bleibt uns?« Snibbrill hob die Hand und streckte alle Finger. Bain schritt über den Wehrwald zum nächsten Wächter und nahm sein Signalhorn. Staub! Es ist seltsam. Die Leute wissen von der Existenz eines Alarmsignals. Aber wenn es wirklich einmal erklingt, ruft es die sonderbarsten Reaktionen hervor. Männer, Frauen und Kinder verlassen die Häuser, wandern verwirrt umher und sagen, »Jemand spielt mit dem Alarmsignal herum nicht wahr?« oder »Wer hat das Alarmsignal ausgelöst? Es soll doch nur bei einem Notfall erklingen!« Genau das geschah jetzt. Bain blickte in die Straßen hinab, die sich mit verwunderten Bürgern von Wehr füllten, und er stöhnte. »Es geht gleich los!«, rief Bain. »Uns bleiben nur wenige Minuten!« Ein Doomieh hob unsicher die Hand. »Ist dies eine weitere Übung?«, fragte er. Während der vergangenen Tage hatte es viele Übungen gegeben. »Nein!« »Oh, na gut!« Wenige Sekunden später ertönten überall Befehle. Snibbrill sank auf die Knie, als sich Wehr allmählich leerte. »Gruppe 3, zum großen Platz! Von den Gebäuden fernhalten!« »Verbände, Verbände! Wer hat die Verbände?« »Und denkt daran! Die Mule können auch von unten kommen! Aus Unterlage!« Snibbrill wünschte sich nichts sehnlicher, als in irgendein Loch zu kriechen und es hinter sich zu verschließen. Sein Kopf fühlte sich flach an. »In Ordnung! Und jetzt die Pohnen aufmarschieren lassen!« Er musste fort. Snibbrill gab dem Drang nach. Die anderen beachteten ihn nicht, als er fast die Leiter hinunterfiel und zu Roland taumelte. Mühsam schwang er sich auf den Rücken des Pferds und schloss sich dem Strom der Flüchtlinge an, die Wehr verließen. Kurz darauf fühlten die Tiere den schrecklichen Scheurer. Die Pohnen befanden sich bereits außerhalb der Stadt und trompeteten. Pferde wirrten, einige von ihnen rissen sich los und galoppierten in Richtung Haarwald. Hunde und Katzen liefen zwischen den Beinen der Dumii-Bürger herum. »Sie wollen ebenfalls weg!«, dachte Snibbrill. Die Häuser begannen zu zittern. Es blieb zunächst still, als sich die über Wehr hinwegwölbenden Haare krümmten. Dann knarrte und knirschte es ohrenbetäubend laut, als tausende von Haaren von einem gewaltigen Gewicht nach unten gedrückt wurden. »Der Scheurer ist direkt über uns!«, dachte Snibbrill. Die Flüchtlinge mussten jetzt nicht mehr aufgefordert werden, sich zu beeilen. Die Haare über der Stadt kamen näher und näher, krachten und splitterten unter dem enormen Druck. »Wir schaffen es nicht rechtzeitig!« Roland sauste wie ein Pfeil durch den Torbogen. Wände stürzten ein, der Boden bewegte sich wie die Haut eines Tieres, und Häuser brachen auseinander. Wehr verwandelte sich in einen Trümmerhaufen. Ein Knacken in Snibbrills Ohren verschaffte ihm solche Erleichterung, dass er fast geschluchzt hätte. Er sah zur Stadt zurück. Noch immer stürzten Wände ein, während der Teppich unter dem schrecklichen Scheurer erbebte, aber fast allen Bewohnern war es gelungen, Wehr zu verlassen. Einige Soldaten passierten das Tor, und hinter ihnen wurde das prächtige Portal zu einer Ruine. »Direkt über uns!«, dachte Snibbrill, »als ob uns etwas umbringen wollte. Aber Pismeyer hält den Scheurer für ein natürliches Phänomen, das wir nicht verstehen. Wäre es besser, wenn wir von etwas getötet werden, das überhaupt nichts von unserer Existenz weiß?« Außerhalb der Stadt waren einige Leute zu sehen, und es gab keine Möglichkeit, die Ponen zu verbergen. Snibbrill blickte zum Haarwald. Mule kamen dort zum Vorschein. Rasch zwang er Roland herum und ritt zur Stadt zurück. Bane sah auf, als das Pferd über den Graben im Staub sprang. »Es sind Tausende!« »Wir warten, bis sie näher gekommen sind«, erwiderte Bane. Weitere Mule und Snarks erreichten die Lichtung. Snibbrill blickte am Graben entlang. In diesem Bereich bestand die Streitmacht der Verteidiger aus Dumii-Bogenschützen. Gelassen lagen sie hinter dem Staubwall und beobachteten, wie die schwarze Horde heranrückte. »Sind Sie jetzt nahe genug?« »Nein, noch nicht«, sagte Bane. »Feldwebel Kareus, gib das Bereitschaftssignal.« »Ja, Herr!« Snibbrill erkannte einzelne Geschöpfe. Bane kratzte sich am Kinn. »Noch nicht«, wiederholte er, »noch nicht. Die erste Salve ist besonders wichtig.« Etwas schimmerte auf dem Staubhügel hinter ihnen. Snibbrill und Bane drehten sich um und bemerkten eine weiße Gestalt, die zu den Muhlen hinübersah. Eine Sekunde später verschwand sie. »Feldwebel Kareus«, fragte Bane ruhig. »Herr!« »Es ist soweit.« Kareus straffte die Schultern und grinste. »Ja, Herr! Gruppe 1! Wartet noch, wartet noch! Gruppe 1! Feuer! Gruppe 1 zurücktreten! Gruppe 2 nach vorn! Gruppe 2! Feuer! Gruppe 1 auf zweite Salbe vorbereiten! Gruppe 1 nach vorn! Gruppe 1! Feuer!« Nicht viele Leute hatten Dumii-Bogenschützen in Aktion gesehen. Besser gesagt, es gab viele Augenzeugen, aber da die Pfeile in ihre Richtung unterwegs gewesen waren, hatten sie kaum Gelegenheit gefunden, sich Einzelheiten für einen späteren Bericht zu merken. Bei der von den Dumii verwendeten Methode ging es schlicht und einfach darum, dem Feind möglichst viele Pfeile zu schicken. Die Bogenschützen brauchten nicht gut zu sein, nur schnell. Wenn man ihnen zusah, gewann man den Eindruck, eine Art Maschine zu beobachten. Die Angreifer heulten. Auch das gehörte zur Dumii-Taktik. Man setzt die erste Reihe außer Gefecht, dann hat der Gegner genug damit zu tun, nicht über die eigenen Gefallenen zu stolpern. Bogenschützen eilten im Graben hin und her. Nur eine recht kleine Gruppe nahm die Mule auch weiterhin unter Beschuss. Snibbrill eilte ebenfalls los. Überall hatten mit Bogen bewaffnete Dumii auf den Feind gewartet, und nur an einer Stelle war es dem Gegner gelungen, den Graben zu erreichen. Dort fanden nun zwei Kämpfe statt. Deftmenen traten gegen Mule an, und andere Deftmenen kämpften gegen die ersten, um ebenfalls eine Gelegenheit zu erhalten, gegen Mule zu kämpfen. Die Deftmenen hatten eine ganz besondere Technik entwickelt, um mit Gegnern fertig zu werden, die dreimal so groß waren wie sie selbst. Sie liefen an ihnen hoch, hielten sich in Höhe der Schultern mit einer Hand fest und nutzten die andere, um irgendwelche Waffen zu schwingen. In diesem Fall bedeutete es, dass die Mule nach ihren eigenen Köpfen schlugen. Es erfolgten zwei weitere Vorstöße, bevor der Feind langsam ahnte, dass nicht alles nach Plan lief. Die Mule sammelten sich dicht vor dem Haarwald, und es waren noch immer zu viele. »Wir könnten den ganzen Tag so weitermachen«, sagte Brokando. »Nein«, widersprach Bane. »Wir haben nicht einen einzigen Verteidiger verloren«, »mag sein. Aber möchtest du zu den Mulen gehen und sie bitten, uns die Pfeile zurückzugeben?« »Oh«, »unser Vorrat genügt, um einen weiteren Angriff abzuwehren, und damit hat es sich.« »Wenn's zum Nahkampf kommt«, »der Gegner hat mehr Hände als wir.« »Dann schlagen wir ihm eben ein paar ab«, meinte Brokando, »was nichts an unserer zahlenmäßigen Unterlegenheit ändert. Außerdem haben die Mule mehr und bessere Waffen.« »Gut«, brummte Brokando, »wir lieben Herausforderungen.« »Da kommen sie wieder«, sagte Snibrill. »Das heißt, es sind nur einige wenige. Seht nur.« Sechs Snarks lösten sich aus den Reihen des Feindes und verharrten auf halbem Weg zwischen dem Muleher und der Stadt. »Sie wollen mit uns reden«, vermutete Bane. »Können wir ihnen trauen?«, fragte Glörk. »Nein.« »Gut. Es wäre mir gar nicht recht, solchen Wesen zu trauen.« »Aber wir sollten uns anhören, was sie zu sagen haben«, sagte Pismayr. »Es kann nie schaden mit der...« Sie ritten zu den Mulen, und Snibrill erkannte ihren Anführer, der eine Krone aus Salzkristallen trug und sie mit einem herrischen Blick bedachte. Banes Interesse galt vor allem Gormel Leash, der zu den Begleitern des hochnäsigen Anführers zählte. »Nun«, fragte Bane, »was habt ihr uns mitzuteilen?« »Ich bin Jonery Leash«, stellte sich der Mule mit der Krone vor. »Ich bete euch Frieden.« »Ihr könnt unmöglich den Sieg erringen. Die Zeit arbeitet für uns.« »Wir haben jede Menge Waffen, und es fehlt uns auch nicht an Soldaten, die mit ihnen umgehen können«, erwiderte Bane. »Was ist mit Nahrungsmitteln?«, fragte Jonery Leash. Der General achtete nicht darauf. »Erläutere dein Friedensangebot.« »Werft eure Waffen weg.« »Anschließend setzen wir das Gespräch fort.« »Ich soll zuerst mein Schwert wegwerfen?« Bane klang so, als zöge er diese Möglichkeit ernsthaft in Betracht. »Ja, du hast keine Wahl.« Jonery Leashs Blick glitt von Gesicht zu Gesicht. »Das gilt für euch alle. Wenn ihr es ablehnt, meine Bedingungen anzunehmen, seid ihr des Todes.« »Ihr sechs sterbt hier, und die anderen teilen euer Schicksal nur wenig später.« »Du darfst nicht auf ihn hören«, platzte es aus Snibrel heraus. »Denk an Wagnis und das Hochtorland.« »Ich soll mein Schwert wegwerfen«, murmelte Bane. »Eigentlich gar keine so schlechte Idee.« Er zog die Klinge aus der Scheide und hob sie. »Gormelish?« Banes Arm bewegte sich so schnell, dass er zu einem Schämen wurde. Einem Messer gleich zuckte das Schwert durch die Luft und bohrte sich in den Hals des Muls. Gormelish riss entsetzt die Augen auf und rutschte stumm vom Rücken seines Snarks. »Auf diese Weise werfen wir in Wehr unsere Schwerter weg«, verkündete Bane. »Ich habe ihn gewarnt. Aber er wollte nicht auf mich hören.« Er trieb sein Pferd an und ritt zur Stadt. Die anderen folgten ihm und hatten Mühe, nicht den Anschluss zu verlieren. John Rilish blieb wie erstarrt. »Das entsprach keineswegs der Dumi-I-Art«, sagte Pismayr. »Ich bin überrascht.« »Nein«, erwiderte Bane. »Gormelish war überrascht.« »Du bist nur erstaunt gewesen.« »Er wollte sein Schwert ziehen. Hast du das nicht gesehen?« »Die Muhle bereiten sich auf einen neuen Angriff vor«, warf Glörg ein. »Ich bin überrascht«, Pismayr verbesserte sich sofort. »Es erstaunt.« »Ich habe mich, dass sie bisher noch nicht versucht haben, sich von Unterlage hochzugraben.« »Einige haben es versucht«, Glörg lächelte humorlos. »Sie erschienen direkt unter Rührgutsgruppe und bekamen allen Grund, es zu bereuen.« Bane sah die Verteidiger an und bemerkte die Sorge in ihren Gesichtern. »Der nächste Angriff«, brummte er. »Nun gut. Die Muhle sollen ihn nicht vergessen.« »Bereitet die Ponen auf den Einsatz vor. Diesmal setzen wir alles ein.« »Alles?«, vergewisserte sich Brokando. »Na schön.« Er ritt mit seinem Pony am Graben entlang. Sie warteten. »Wie viele Nahrungsmittel haben wir?«, fragte Snibbrill nach einer Weile. »Vier oder fünf Mahlzeiten für jeden von uns«, antwortete Bane geistesabwesend. »Das ist nicht viel.« »Vielleicht ist es mehr als genug«, sagte der General. Sie warteten. »Das Warten ist der schlimmste Teil«, meinte Pismeyer. »Nein«, entgegnete Eulenglas, dem man kein Schwert anvertraut hatte. »Ich schätze, am schlimmsten ist es, wenn einem scharfe Klingen in den Leib gestoßen werden. Das Warten ist nur langweilig.« »Nun, wenn ich in diesem Zusammenhang von Langeweile spreche, so meine ich«, »Da kommen Sie«, Glöck griff nach seinem Speer. »Der Angriff erfolgt jetzt nicht mehr an verschiedenen Stellen gleichzeitig, sondern nur noch an einer«, stellte Bane fest. »Na gut. Hat jemand ein Schwert für mich?« Und so begann die entscheidende Schlacht. Sie bestand aus Angriffen und Gegenangriffen. Überall wimmelte es von Pfeilen und Speeren. Schwerter schlugen zu, zerschnitten Teile von Körpern. Später zeichneten Historiker Karten, schoben darauf bunte Rechtecke umher und fügten ihnen große Pfeile hinzu, um zu verdeutlichen, hier überraschten die Deftmenen eine große Mühlgruppe. Dort zerstampften die Ponen einige Snarks. An jener Stelle gerieten Rührguts Irreguläre in Bedrängnis und kamen nur durch den mutigen Vorstoß der Munrangs mit dem Leben davon. Es gab auch Kreuze. Hier tötete Bane einen hochrangigen Muhloffizier. Dort erledigte Eulenglas einen Snark, und zwar durch Zufall. Die Karten zeigten nicht die Furcht, den Lärm und die allgemeine Aufregung. Nachher ist es besser. Aus gutem Grund. Wenn es ein persönliches Nachher gibt, so hat man den Beweis dafür, noch am Leben zu sein. Die meiste Zeit überweist niemand, was passiert, bis es vorbei ist. Unter gewissen Umständen kann man nicht einmal feststellen, wer gewonnen hat, bis man schließlich Gelegenheit findet, die Überlebenden zu zählen. Snibrill duckte sich, schlug zu und parierte. Auf diese Weise bahnte er sich einen Weg durch das Chaos. Wohin er auch gelangte, überall schien er von Muhlen umringt zu sein. Einer traf ihn an der Schulter, doch er merkte es erst später. Irgendwann fand er sich in einem Bereich wieder, der etwas mehr Platz bot. Doch auch hier war er auf allen Seiten von Muhlen umgeben. Sie holten mit ihren Schwertern aus. »Wartet!« Dort war John Rilish, Anführer der Mule, die Pfote erhoben. »Noch nicht! Sorgt dafür, dass uns niemand stört!« Der Mulanführer blickte auf Snibrill herab. »Du warst dort draußen, zusammen mit den anderen. Und du hast versucht, den kleinen, dicken Gebieter zu retten.« »Ich bin neugierig. Warum setzt du den Kampf fort? Eure Stadt ist zerstört. Ihr könnt unmöglich siegen. Wer ist erst dann zerstört, wenn wir nicht mehr dafür kämpfen?« erwiderte Snibrill. »Wie meinst du das?« »Wer ist... ist überall,« erklärte Snibrill. »Wer ruht in uns?« »Dann bin ich gespannt, ob wir die Stadt in euch finden,« sagte John Rilish bedeutungsvoll. Hinter ihm erklang lautes Trompeten, und die Gruppe stob auseinander, als ein Pohn durchs Getümmel stampfte. Snibrill wich rasch zur Seite aus, und als er zurücksah, war der Mulanführer irgendwo im Durcheinander verschwunden. Es zeichnete sich tatsächlich eine Niederlage der Verteidiger ab. Man spürte es ganz deutlich. Für jeden überwältigten Mul erschienen zwei neue auf dem Schlachtfeld. Snibrill rollte einen Hang hinunter und sah Bane, der gegen zwei Feinde kämpfte. Als der Munrung wieder auf die Beine kam, sank ein Mul in den Staub, und ein Rückhandschlag tötete den anderen. »Wir verlieren,« sagte Snibrill, »wir brauchen ein Wunder!« »Mit Wundern gewinnt man keine Schlacht,« erwiderte Bane. Sechs Mule kletterten über die Trümmer eines halb zerstörten Gebäudes. »Für den Sieg braucht man zahlenmäßige Überlegenheit.« Weiter hinten ertönte ein Signalhorn. Die Mule drehten sich um. Ein zweites Heer rückte an. Es war eher klein, aber es mangelte ihm nicht an Entschlossenheit. Brokando führte es an, und seine Stimme übertönte den Lärm. »Man hält es am anderen Ende, Verehrteste. Ich bitte euch, meine Damen, drängelt nicht so. Sei vorsichtig mit dem Speer, du könntest jemanden verletzen.« »Das ist doch der Sinn der Sache, oder?« fragte eine alte Frau, die sich eigentlich nicht einmal in der Nähe eines Schlachtfelds befinden sollte. »Du hältst ihn falsch herum,« erwiderte Brokando, »das spitze Ende gehört nach vorn.« »Dann geh aus dem Weg, junger Mann, damit ich von diesem Ding Gebrauch machen kann.« Die Mule starrten verblüfft. Snibbrill schlug zwei von ihnen nieder, bevor die anderen reagieren konnten. Und daraufhin war es bereits zu spät für sie. Bane hatte schon geschicktere Kämpfer gesehen, doch das konnte kaum überraschen. Immerhin beschränkte sich die Zeit der geheimen Ausbildung auf zwei Tage. Rührgut hatte Brokando dabei geholfen. Den Frauen von Wehr fehlte es zweifellos an Kampferfahrung, aber ihre Entschlossenheit schuf einen guten Ausgleich. Außerdem erwies es sich sogar als ein Vorteil, dass sie nicht wie richtige Soldaten ausgebildet waren. Dumii lernten, das Schwert in der Tick-Tock-Art zu benutzen, und sie probierten nur ungern neue Methoden aus. Die Frauen hingegen bewiesen großen Einfallsreichtum. Zum Beispiel hämmerten sie das Ende des Speers in die Kniebeugen eines Gegners und stachen zu, wenn der Feind das Gleichgewicht verlor und fiel. Mit anderen Worten, die Damen von Wehr kämpften gemeiner. Trotzdem rückten die Mule immer weiter vor. Die Verteidiger mussten zurückweichen, und schließlich verlagerte sich der Kampf in die Ruinenstadt. Bane und seine Gefährten erlitten eine Niederlage. Sie wurden geschlagen und besiegt. Wehr blieb ein Trümmerfeld, und es entstand keine Republik. Die Überlebenden flohen in alle Himmelsrichtungen, und damit endete die Geschichte der Zivilisation. Für immer. Tief im Haarwald wanderte die Thunorg-Kuleina, ohne einen Fuß vor den anderen zu setzen. Sie wandelte von Zukunft zu Zukunft, und sie ähnelten sich alle. Niederlage. Das Ende des Reiches. Das Ende fantasieloser Leute, die glaubten, es gäbe bessere Mittel und Wege als den Kampf. Bane tot. Snibbrill tot. Der Tod holte sie alle. Und sie starben umsonst. Kuleina bewegte sich nun ohne zu laufen. Schneller und immer schneller eilte sie durch die zahllosen Alternativen der Zukunft. Tausendfaches Vielleicht flog an ihr vorbei. Es handelte sich um Möglichkeiten, die noch keine endgültige Gestalt angenommen hatten, denen die Substanz der Realität fehlte. In ihnen siegten die Mule und zerstörten, was Hoffnung gab. Winzige Chancen genügten nicht, um die Situation zu verändern. Irgendwo und irgendwann mussten sich all die Ereignisse zutragen. Aber nicht hier und jetzt, beschloss Kuleina. Und dann fand sie eine andere Zukunft. Nur eine einzige, stellte die Thun Ork verblüfft fest. Normalerweise waren die verschiedenen Zukunftsformen in Bündel aus Hunderten von Alternativen unterteilt, die sich nur in winzigen Details voneinander unterschieden. Doch in diesem besonderen Fall stand die andere Zukunft ganz allein da. Eigentlich hatte sie gar kein Recht zu existieren. Sie repräsentierte den überaus unwahrscheinlichen Fall, dass die Verteidiger gewannen. Sie symbolisierte eine Chance von eins zu einer Million. Fasziniert beobachtete Kuleina die Einzelheiten. Ein seltsames Volk, die Dumii. Sie hielten sich für vernünftig. Für so praktisch wie eine Schaufel. Doch in einer großen Welt voller Chaos, Dunkelheit und Phänomenen, von denen sie nicht einmal etwas ahnten, verhielten sie sich so, als glaubten sie an ihre kleinen Erfindungen wie Gesetz und Gerechtigkeit. Sie hatten nicht genug Fantasie, um aufzugeben. Es war erstaunlich, dass es für sie überhaupt eine einzige Zukunftschance gab. Kuleina lächelte und setzte den Weg fort, um sich die Sache aus der Nähe anzusehen. Man verändert Dinge, die man betrachtet. Die Mule zogen sich zurück, wenn auch nur mit der Absicht, sich neu zu gruppieren. Immerhin, die Dumii konnten nicht fliehen. Für sie gab es keinen Platz mehr, der Sicherheit bot. Snibbrill dachte an Jonner Rilish. Wahrscheinlich stellt er sich vor, wie wir auf ihn warten und uns dabei das eigene Ende ausmalen. Glörg und Bane lehnten erschöpft an den Resten einer Mauer. Drei Dumii-Frauen leisteten ihnen Gesellschaft. Eine von ihnen hatte ein hübsches Gewand zerschnitten und benutzte einige Streifen, um Glörgs Arm zu verbinden. Wenigstens wird man von uns sagen, dass wir im Kampf gestorben sind, brummte Glörg. Au! Halt still, murrte die Frau. Ich bezweifle, dass die Mule großes Interesse an Geschichte haben, überlegte Bane laut. Wenn sie gewinnen, gibt es keine Bücher mehr und auch keine Geschichte. Woraus folgt, niemand wird Zeit damit vergeuden, Geschichtsbücher zu schreiben. Das scheint mir besonders schlimm zu sein, murmelte Snibbrill. Entschuldigt bitte, ließ sich eine der Frauen vernehmen. Ich bin Lady Saralyn Vortex, die Witwe des verstorbenen Majors Vortex. Ich erinnere mich an ihn, erwiderte Bane, ein ausgezeichneter Soldat. Ich wollte nur sagen, dass es schlimmere Dinge gibt als das Fehlen von Geschichtsbüchern, junger Mann, sagte Lady Vortex. Sterben ist das Schlimmste. Die Geschichte kommt auch allein zurecht. Ich, äh, wir alle sind euch dankbar dafür, dass ihr uns ein wenig geholfen habt, sagte Bane mühsam. Wir haben euch nicht ein wenig geholfen, entgegnete Lady Vortex scharf. Wir haben Seite an Seite gekämpft. Überall in den Ruinen von Wehr saßen Verteidiger in kleinen Gruppen und kümmerten sich um die Verwundeten. Zwei Ponen waren getötet worden. Sie konnte man leicht zählen. Snibbrill dachte daran, dass er Brokando und Pismayr schon seit einer ganzen Weile nicht mehr gesehen hatte. Bewegung kam in die Reihen des Feindes. Snibbrill seufzte. Der nächste Angriff, sagte er und stand auf. Geschichte, wie? Glörg nahm seinen Speer. Noch einmal treten wir gegen den Feind an, um letzten Ruhm zu erringen. Lady Vortex griff nach einem Schwert und in ihren Augen funkelte es zornig. Es muss sich erst noch herausstellen, ob es wirklich der letzte Ruhm ist, sagte sie in einem Tonfall, der in Snibbrill fast Mitgefühl für die Mule weckte, die es mit dieser Frau zu tun bekamen. Sie wandte sich an Bane. Wenn wir dies alles hinter uns haben, junger Mann, müssen wir ein ernstes Gespräch führen, sagte sie scharf. Wir Frauen kämpfen, und das bedeutet, wir verlangen einen Teil der Zukunft für uns. Die Mule kamen. Aber sie schienen es nicht so eilig zu haben wie vorher. Die vorderen Reihen näherten sich, doch die hinteren wurden langsamer. Verwirrte Stimmen erklangen und verwunderte Blicke glitten zum Haarwald. Die Formation des Gegners geriet durcheinander. Die Verteidiger staunten, ohne zu verstehen. Warum greifen sie nicht an? fragte Glöck. Snibbrill beobachtete die Schatten zwischen hohen Haarstämmen. Da kommt jemand, sagte er. Weitere Mule? Ich kann's nicht genau erkennen. Ein Kampf beginnt. Meine Güte, Snibbrill blinzelte. Es sind Schlaue. Tausende von Schlauen, und sie rücken gegen die Mule vor. Bane sah zu den Verteidigern. Dann können wir den Feind doch noch besiegen. Er holte Tiefluft. Also los! Die Mule befanden sich plötzlich zwischen den Fronten, und ihnen blieb nicht einmal eine Chance von eins zu einer Million. Die Schlauen kämpften wie irre. Besser gesagt, sie verhielten sich wie Leute, die versuchten, möglichst rational, vernünftig und vor allem wirkungsvoll zu kämpfen. Dabei verwendeten sie die besten Waffen, die sie herstellen konnten. Sie schnitten und schnitten. Wie Chirurgen, sagte Pismayr später. Warum zogen die Schlauen in die Schlacht? Weil sie sich zu folgender Erkenntnis durchgerungen hatten. Die beste denkbare Zukunft ist die, die man sich selbst schafft. Nachher stellte sich heraus, dass der Ofenmeister Athan zu den Gefallenen gehörte. Wenigstens hatte er nichts von seinem bevorstehenden Tod gewusst. Schlaue kommunizieren auf sonderbare Weise, und zwar über den ganzen Teppich hinweg. Athans neue Ideen sprangen wie ein Lauffeuer von einem Schlauen zum nächsten. Man muss die Zukunft nicht hinnehmen. Man kann ändern, was geschehen wird. Und dann war es vorbei. Der Gebieter schien spurlos verschwunden zu sein, aber niemand suchte besonders aufmerksam nach ihm. Und irgendwie gingen alle davon aus, dass es Baines Anweisungen zu befolgen galt. Es hört nicht mit dem Ende des Kampfes auf, dachte Snibbrill. Eigentlich fängt es dann erst richtig an. Ganz gleich, ob man gewonnen hat oder nicht, es ergeben sich viele Probleme. Tausende von Überlebenden haben nur Proviant für einen Tag und keine Unterkunft. Außerdem streifen noch immer Mule durch den Haarwald. Das Reich ist in einem ähnlichen Zustand wie wir, es gleicht einem Trümmerhaufen. Und das Hochtorland wird noch immer vom Feind beherrscht. Nahrung ließ sich leicht beschaffen. Überall lagen tote Snarks. Glorke wies zu Recht darauf hin, dass es dumm gewesen wäre, ihr Fleisch zu verschmähen. Baines verbrachte den ganzen Tag damit, in den Ruinen des Palastes zu sitzen, den vielen Leuten zuzuhören, die ihn besuchten, und gelegentlich Befehle zu erteilen. Er schickte eine Gruppe nach Wagnis mit dem Auftrag, die restlichen Munrung-Wagen zu holen. Jemand schlug ein Fest vor, und Baines reservierte einen Tag dafür. Und dann brachte man John a Relish. Er war von einem Speer verletzt worden, sogar ziemlich schwer. Doch Glorks Snarkfleisch-Sammler hatten ihn lebend gefunden. Sie zerrten ihn zu Baine, wenn auch nur deshalb, weil sich der Mule aus eigener Kraft kaum auf den Beinen halten konnte. »Wir sollten ihn vor Gericht stellen, nach dem alten Brauch«, meinte Pismayr. »Und danach töten wir ihn«, sagte Glorke. »Ein Gerichtsverfahren würde zu lange dauern«, rummte Baine. »John a Relish?« Trotz seiner Wunden hob der Mule stolz den Kopf. »Ich werde euch zeigen, wie ein Mule stirbt«, zischte er. »Das wissen wir bereits«, erwiderte Baine in einem sachlichen Tonfall. »Ich möchte Folgendes von dir wissen.« »Warum? Warum habt ihr uns angegriffen?« »Wir dienen dem schrecklichen Scheurer, und er hasst das Leben im Teppich.« »Der Scheurer ist ein natürliches Phänomen«, dozierte Pismayr. »Ein natürliches Phänomen, das sich mithilfe wissenschaftlicher Beobachtung und Deduktion enträtseln lässt.« John a Relish knurrte. »Werft ihn in irgendeinen Kerker«, sagte Baine. »Ich will keine Zeit damit vergeuden, ihm zuzuhören.« »Ich glaube, wir haben hier gar keinen Kerker«, sagte Glorke. »Dann soll er einen bauen, und wirf ihn anschließend hinein.« »Wir sollten ihn hinrichten!« »Nein«, widersprach Baine. »Du bist zu oft und zu lange mit Brokando zusammen gewesen.« Brokando schnaufte. »Du weißt doch, wer oder was er ist. Warum sollten wir darauf verzichten, ihn zu tö...« Er kam nicht dazu, den Satz zu beenden. »Es spielt keine Rolle, wer er ist. Es kommt nur darauf an, wer wir sind.« Alle drehten sich um, auch John a Relish. »Die Worte stammen von mir«, merkte Snibrel verblüfft. »Ich wusste gar nicht, dass ich sie laut ausgesprochen habe. Naja, da wir schon mal dabei sind.« »Nur das ist wichtig«, fuhr er fort. »Deshalb wurde Wehr erbaut, um nicht mehr zu kämpfen, um keine Angst mehr vor der Zukunft zu haben.« »Wir haben uns dem Reich nie angeschlossen«, sagte Brokando. »Wenn euch die Umstände zwangen, eine Wahl zu treffen, für welche Seite habt ihr euch dann entschieden?«, fragte Snibrel. »Außerdem, ihr wart Teil des Reiches, ohne es zu wissen. Ihr seid immer so stolz auf eure Unabhängigkeit gewesen, dass euch überhaupt nicht klar geworden ist, längst Teil einer größeren Gemeinschaft geworden zu sein.« »Ohne das Reich würdest du vielleicht noch immer irgendwelche Leute von Felsen stürzen.« »Ich stürze keine Leute von Felsen.« John Rilishs Blick wanderte zwischen Brokando und Snibrel hin und her. Der Mool wirkte fasziniert. »Warum hast du damit aufgehört?«, fragte Snibrel. »Weil... es schien nicht richtig zu...« Brokando verschluckte sich fast an den letzten Worten. »Ach, was weiß ich!« John Rilish konnte es kaum fassen. »Von diesen Leuten bin ich besiegt worden? Von Schwachen, die sich dauernd streiten?« »Erstaunlich, nicht wahr?« Bane winkte. »Bringt den Kerl fort und schließt ihn irgendwo ein.« »Ich verlange einen ehrenvollen Tod!« »Jetzt hör mal!« Banes Stimme klang wie Bronze. »Ich habe Gormelish umgebracht, weil Wesen wie er überhaupt nicht existieren sollten. Was dich betrifft, bin ich nicht ganz sicher. Aber wenn du mich noch einmal ärgerst, töte ich dich auf der Stelle.« »Und nun? Fort mit ihm!« John Rilish öffnete den Mund und schloss ihn wieder. Snibbrill starrte Bane überrascht an. »Es ist keine leere Drohung,« dachte er, »er würde ihn tatsächlich töten. Nicht aus Wut oder Zorn, sondern weil die Umstände es verlangen.« Er begriff plötzlich, dass er lieber gegen Brokando oder John Rilish gekämpft hätte. Bane konnte ein überaus unangenehmer Gegner sein. »Snibbrill hat recht,« sagte Pismayr, als man den stummen Muhl wegführte. »Es gibt zu viel vom Alten. Es kommt nun darauf an, ein stabiles Fundament für das Neue zu schaffen. Denn sonst gibt es bald überhaupt nichts mehr. Wir haben nicht gekämpft, um anschließend mit neuen Auseinandersetzungen zu beginnen. »Das Reich...« »Ich weiß nicht, ob es wieder ein Reich geben wird,« sagte Bane. »Wie bitte?« entfuhr es Pismayr. »Das Reich ist unverzichtbar.« »Vielleicht können wir es durch etwas Besseres ersetzen,« sagte Bane. »Ich denke schon seit einer ganzen Weile darüber nach. Viele kleine Länder und Städte durch ein Bündnis miteinander vereint. Das wäre doch nicht schlecht, oder?« »Und eine Stimme für Frauen,« rief Lady Vortex irgendwo aus der Menge. »Möglicherweise sogar das,« räumte Bane ein. »Alle sollten an der Gestaltung der Zukunft beteiligt werden.« Er sah auf. Weiter hinten standen die Schlauen. Sie hatten bisher geschwiegen. Niemand kannte ihren Namen. »Alle,« wiederholte Bane. Ein Schlauer trat vor, schob die Kapuze nach hinten und gab sich dadurch, als Frau zu erkennen. »Ich muss mit dir reden,« sagte sie. Alle anwesenden Schlauen schlugen nun die Kapuzen zurück. »Ich bin Teryllin, die Minenmeisterin. Wir brechen jetzt auf. Wir glauben jetzt wieder eine Zukunft zu fühlen. Dadurch sind uns erneut Erinnerungen ans Kommende möglich.« »Äh,« begann Bane, »wir haben einen neuen Faden gewählt.« »Ich verstehe nicht ganz.« »Wir sind wieder Schlaue. Richtige Schlaue. Wir erinnern uns an den Beginn einer neuen Geschichte. Und deshalb möchten wir zu unserem normalen Leben zurückkehren.« Teryllin lächelte. »Ich erinnere mich an diese Worte.« »Oh,« kommentierte Bane und wirkte verlegen. Er war ein Mann, der vor allem an die praktischen Dinge dachte und sich jetzt mit etwas auseinandersetzen musste, das eine Menge Theorie erforderte und ihn zudem von Angelegenheiten ablenkte, die er für wichtiger hielt. »Na schön, gut. Freut mich für euch, wenn wir irgendwie helfen können. Wir werden uns wiedersehen. Wir sind sicher.« »Ausgezeichnet. Nochmals besten Dank.« Die Schlauen schritten zur Tür. Snibbrill folgte ihnen nach draußen und hörte, wie die Leute im Saal ihren Streit fortsetzten. Man nannte so etwas »Diskutieren«. Es war Morgen. Die Schlauen eilten durch die Ruinen der Stadt, und Snibbrill musste sich beeilen, um zu ihnen aufzuschließen. »Teryllin«, sie drehte sich um. »Ja.« »Warum geht ihr fort? Warum bleibt ihr nicht?« Falten bildeten sich in Teryllins Stirn. »Wir haben versucht, eigene Entscheidungen zu treffen. Artan erzählte uns, es sei möglich, eine Wahl zu treffen. Wir bemühten uns, seinen Rat zu beherzigen, aber...« »Es ist schrecklich. Wie werdet ihr damit fertig, zu leben und nicht zu wissen, was geschieht?« »Sich an jedem Morgen zu fragen, ob man den Abend erlebt.« »Das triebe uns in den Wahnsinn. Nun, wir sind schlaue. Wir müssen unserer Natur gehorchen. Wir haben dabei geholfen, eine neue Geschichte zu schaffen. Und jetzt erinnern wir uns wieder.« »Wir halten das für normal«, erwiderte Snibbrill. »Seltsam. Überaus seltsam. Ein derartiger Mut.« »Wie dem auch sei. Leb wohl. Du hast entschieden, wer zu verlassen.« »Ja, ich... Woher weißt du das?« Teryllin lächelte glücklich. »Wie ich schon sagte. Wir erinnern uns wieder.« Snibbrill fand Roland dort, wo er den Hengst angebunden hatte. Sein Rucksack enthielt jetzt nicht mehr viel. Der Glücksstaub war irgendwann und irgendwo verloren gegangen, ebenso wie die Münzen. Er trug das zweite Paar Stiefel. Und sonst? Eine Decke, einige Messer, ein Seil und ein Speer. Viel mehr brauchte man eigentlich gar nicht. Pismayers Stimme erklang hinter ihm, als er das Pferd sattelte. »Du verlässt uns?« »Oh, ich habe dich gar nicht gehört.« »Ich bin lange bei den Manrangs gewesen. Ihr wisst, wie man sich an etwas heranschleicht. Und wie man sich fortschleicht.« »Ich bin sicher, die Leute bringen hier alles in Ordnung«, sagte Snibbrill. »Wenn sie auch weiterhin diskutieren«, fügte Pismayers hinzu, »sie dürfen nicht damit aufhören, diskutieren.« »Diskussionen sind wichtig«, Snibbrill drehte sich um. »Ich möchte mehr über den Teppich herausfinden. Wer oder was ist der schreckliche Scheurer? Wo endet alles? Du hast gesagt, man sollte sich immer Fragen stellen.« »Ja, und deinen Fragen mangelt es gewiss nicht an Bedeutung.« »Glaubst du, Baines Ideen bewähren sich?« »Wer weiß. Es ist an der Zeit, etwas Neues auszuprobieren.« »Ja«, Snibbrill schwang sich auf Rolands Rücken. »Die Schlauen halten uns für mutig und stark, weil wir imstande sind, Entscheidungen zu treffen. Sonderbar, sie können das nicht. Sie empfinden die Ungewissheit als eine unerträglich schwere Last.« »Und wir haben sie für etwas Besonderes gehalten. Erstaunlich, was man so alles lernt.« »Habe ich das nicht immer gesagt?«, erwiderte Pismayers. »Ich möchte noch mehr herausfinden. Und ich breche jetzt auf, weil...« »Wenn ich nicht sofort losreite, bleibe ich hier. Vermutlich für immer.« »Ich möchte alle die Dinge sehen, von denen du mir erzählt hast. Stuhlbein, Kamin, Rand.« »Berichte mir davon«, sagte Pismayers. »Ich habe nur darüber gelesen.« Snibbrill sah ihn groß an. »Als ich klein war, hast du mir viele Geschichten über den Teppich erzählt. Bedeutet das etwa, es ist alles erfunden?« »Oh, die Geschichten sind wahr. Sonst wären sie nicht niedergeschrieben worden.« Pismayers hob und senkte die Schultern. »Auch ich habe mir einmal gewünscht, auf Reisen zu gehen. Fand jedoch nie die Zeit dazu.« »Wenn du Gelegenheit hast, dir die eine oder andere Notiz zu machen...« »Verstehe, klar, natürlich. Wenn ich Gelegenheit dazu habe, nun... leb wohl.« »Gleichfalls.« »Und grüß die anderen von mir.« »Insbesondere deinen Bruder.« »Du weißt ja, wie das ist.« »Vielleicht. Leb wohl. Kehr irgendwann zurück, um uns von deinen Abenteuern zu erzählen.« Pismayers sprach immer lauter, und bei den letzten Worten schrie er fast. Snibbrill ritt bereits fort. Als der Munrung kaum mehr war als ein Fleck in der Ferne, drehte er sich noch einmal um und winkte. Pismayers wanderte zu den Ruinen des Palastes, wo noch immer die erregten Stimmen der Diskutierenden zu hören waren. Ein ganzes Stück von Wehr entfernt hielt Snibbrill an und atmete die Teppichluft tief ein. Er war ein wenig traurig, aber er wusste auch, es gab einen Ort, zu dem er zurückkehren konnte. Er lächelte und klopfte Roland auf den Hals. Hoffnung und Zuversicht stiegen in ihm auf, als er das weiße Pferd zu einem Galopp antrieb und zwischen den Haaren verschwand. Über das, was folgt von Terry Pratchett Meine Bildung begann in der Bibliothek, wo ich jedes Buch las, das mir in die Hände fiel. Es dauerte nicht lange, da wollte ich Schriftsteller werden, unter anderem. Ich las Bücher darüber und lernte, die Chancen, mit dem Schreiben seinen Lebensunterhalt zu bestreiten, waren eher gering. Aber ich erfuhr auch, wenn ich einen Job bei einer Zeitung ergattern konnte, bekäme ich jede Woche meinen Lohn. Sofort schrieb ich an die Bugs Free Press, die lokale Wochenzeitung, ohne die große Teile von South Bugs nicht richtig geboren, verheiratet, begraben, vor Gericht verurteilt, informiert oder als Produzent des lustigsten Kürbisses bei der Obst- und Gemüseschau gefeiert worden wären. Es war 1965 und man hatte mir erzählt, es sei sehr, sehr schwer, im Journalismus Fuß zu fassen. Trotzdem schickte ich dem Herausgeber Arthur Church einen sorgfältig formulierten Brief. Darin verlieh ich meiner Hoffnung Ausdruck, im kommenden Jahr die Schule mit Bestnoten zu verlassen und fragte nach einer Möglichkeit, für die Zeitung zu arbeiten. Mein Brief enthielt bereits ein Stück Journalismus, da er korrekt war, ohne gänzlich der Wahrheit zu entsprechen. Ich war nicht sicher, dass ich Bestnoten bekommen würde, ich hoffte es nur. Ich hoffte auch, der erste Mensch auf dem Mond zu sein. Arthurs Antwort lautete im Wesentlichen, ich weiß nicht, was nächstes Jahr sein wird, aber ich weiß, dass wir derzeit eine Stelle frei haben. Ganz plötzlich sah ich mich einem Jobangebot gegenüber. Es gab nur ein kleines Problem. Meine Eltern wussten nicht, dass ich mich bei der Zeitung beworben hatte, und sie waren derzeit in Urlaub. Sie hatten mich allein zu Hause gelassen, da ich siebzehn war und mich selbst versorgen konnte, solange es genug Konserven gab und der Korb für schmutzige Wäsche noch ausreichend Platz bot. Als sie zurückkehrten, teilte ich ihnen mit, dass mir eine Stelle bei der Zeitung angeboten worden sei. Zum Glück nahmen sie es gut auf. Mein Vater freute sich, dass sein Sohn den Rest seines Lebens nicht damit verbringen musste, sich in einer ölverschmierten Werkstatt Autos von unten anzusehen, und meine Mutter rechnete damit, dass ich in zehn Jahren Chefredakteur der Times wäre. Am folgenden Montag ging ich wie üblich zur Schule, wobei ich allerdings auf die Uniform verzichtete, und verkündete dort, dass ich nicht mehr am Unterricht teilnehmen würde. Herzlichen Dank! Dann marschierte ich durch die Tür hinaus, die nur Lehrer und Besucher benutzen durften. Ich machte mich auf den Weg zur Redaktion, um mein Leben fortan der Aufgabe zu widmen, Worte in die richtige Reihenfolge zu bringen. An meinem ersten Tag sah ich eine Leiche und entdeckte, dass mein neuer Job viel interessanter war als Mathematik. Ich stellte außerdem fest, dass man sich selbst dann noch übergeben kann, wenn der Magen längst leer ist. Später in der Woche begann offiziell meine Lehre bei Arthur Church. Mein Vater war zugegen, als der Vertrag unterschrieben wurde. Immerhin war ich noch nicht volljährig. Und daraufhin gehörte ich der Zeitung, mehr oder weniger. Ich war ungeschult und damit ein Passivposten. Um mein Gehalt zu erkennen, brauchte ich ein Mikroskop. Meine journalistische Karriere entfaltete sich mit einer gewissen Routine. Die Zeitung erschien jeden Freitag, wodurch die Tage nicht allzu anstrengend waren, auch wenn immer irgendwo eine Gerichtsverhandlung stattfand, die einen Journalisten benötigte, oder auch nicht. Recht wurde auch dann gesprochen, wenn kein Journalist anwesend war. Allerdings muss Recht für alle sichtbar gesprochen werden. Und deshalb war es erforderlich, dass ein standfester Repräsentant der Bugs Free Press in seiner Jeepjacke im Saal saß und alles in Steno aufschrieb. Für mich allerdings bestand die erste Zeit aus Laufereien, der Ablage von Nägelzetteln und allgemeinem Saubermachen. Für alle jene, die nach der Ära des Drucks mit Bleisatz geboren sind, Nägel sind Nägel, die aus einem kleinen Holzboden ragen. Auf jedem Schreibtisch gab es einen solchen Nagel, das damalige Äquivalent des heutigen elektronischen Papierkorbs, aus dem man Dokumente wiederherstellen kann. Alle aussortierten Artikel oder Notizen kamen auf den Nagel. Für den Fall, dass man sie später wieder brauchte, sollte sich die Nachrichtenlage ändern. Nägel waren die Ablage für alle jene Informationen, die irgendwann noch einmal nützlich sein konnten. Und gelegentlich floss dort auch Blut, wenn man beim Ablegen der Zettel nicht aufpasste. Meine nächste Aufgabe bestand darin, die wöchentliche Folge der Geschichte zu schreiben, die später als The Carpet People, die Teppichvölker, publiziert werden sollte. Sie ist noch immer in Großbritannien erhältlich und wird, nach 42 Jahren, bald ihr amerikanisches Debüt erleben. Die Aufgabe kam mir zu, weil sonst niemand Uncle Jim's Corner, Uncle Jim's Ecke, übernehmen wollte und ich der neueste Rekrut war. Diese Kinderseite in der Zeitung brachte eine Story und Geburtstagsgrüße für jene Kinder, deren Eltern den Weitblick gehabt hatten, Uncle Jim auf das freudige Ereignis hinzuweisen. Wir mussten unsere Aufmerksamkeit auch den Nachrichten über High Wycombe widmen, sofern es überhaupt berichtenswertes gab, denn Arthur Church hielt diesen Ort für den Mittelpunkt des Universums. Er war in High Wycombe aufgewachsen und liebte das Städtchen mit stiller Leidenschaft. So groß war seine stille Leidenschaft, dass es eines Befehls von ganz oben bedurfte, um auf der Titelseite Platz für die Mondbilder der ersten Apollo-Missionen zu schaffen, was natürlich auf Kosten lokaler Schlagzeilen ging. Er tröstete sich mit dem Gedanken, naja, der Mond scheint auch über High Wycombe. Arthur brachte mir journalistische Ethik bei. Und der Chefreporter George Topley wies mich sanft darauf hin, dass diese Ethik manchmal nicht genügte. Es waren gute Männer. Ich bin dankbar, ihnen begegnet zu sein, auch wenn ich sie in meiner jugendlichen Unerfahrenheit manchmal für mürrische Dinosaurier hielt. Heute, ein knappes halbes Jahrhundert später, weiß ich, dass mürrische Dinosaurier durchaus ihre Daseinsberechtigung haben. Addendum Mit 17 arbeitete Terry Pratchett für die Lokalzeitung Bugs Free Press und leistete dort unter anderem Beiträge für die Kinderseite, die nicht nur Geburtstagsgrüße für junge Leser brachte, sondern auch Fortsetzungsgeschichten. Auf dieser Seite erschienen zum ersten Mal die winzigen Teppichbewohner. Nicht ganz in der Form, wie wir sie aus die Teppichvölker kennen, aber schon auf dem Weg dorthin. In den Wochen vor Weihnachten 1965 erlebten sie ein Abenteuer, das die Grundlage für Terrys ersten Roman bildete. 8. Oktober 1965 Liebe Leser Es begann alles, als jemand die Asche von seiner Zigarette klopfte. Die heiße Asche fiel und fiel, bis sie den dicken Teppich erreichte, der den Boden des Zimmers bedeckte. Der erste der pelzigen Teppichbewohner, der davon erfuhr, war Snibrill, der gerade an einem der Teppichhaare lehnte, für ihn groß wie Bäume, und Flöte spielte. Für das Teppichvolk war der Teppich größer als ein Wald und voller Städte, Dörfer und Schlösser. Es gab alle Arten von kleinen Tieren und sogar schlaue, haarige Räuber in den dichten Regionen, wo nicht oft sauber gemacht wurde. Der Teil, in dem Snibrill lebte, war allerdings ziemlich arm und zerfranst, und die Leute versuchten zurechtzukommen, indem sie die riesigen Haare fällten, zersägten und in den Städten verkauften. Plötzlich fiel ein brennender Felsen vom Himmel, größer als ein Haus – es war eigentlich nur ein bisschen Asche, erinnert ihr euch? – krachte bei Snibrill auf den Boden und entzündete die nächsten Haare. »Feuer! Feuer!«, rief Snibrill. Er sprang auf und versuchte, in alle Richtungen gleichzeitig zu laufen. »Feuer!« Alle blickten aus ihren Häusern und machten sich eilig daran, Eimer voll Wasser zu holen und ihren Besitz – Betten, Decken, Teekannen – an einen sicheren Ort zu tragen, der von den Flammen nicht erreicht wurde. Überall gab es schreckliches, rotes Licht, brennende Teppichteile fielen, und zahlreiche Teppichgeschöpfe sprangen, liefen, flogen und krochen so schnell wie möglich vom Feuer fort. Sie drängten sich dabei gegenseitig aus dem Weg und vergaßen völlig ihre guten Manieren. Snibrill wurde fast von einem stacheligen großen Pohn zu Boden geworfen, der an ihm vorbeistürmte und ihm den Eimer aus der Hand stieß. »Was ist los?«, rief er dem Bürgermeister des Dorfes zu, der über seine goldene Kette stolperte und überall hin Wasser verschüttete, nur nicht aufs Feuer. »Ich glaube, wir sollten Hilfe von den anderen Dörfern holen,«, erwiderte der Bürgermeister so laut wie möglich, um das Prasseln der Flammen zu übertönen. »Allein schaffen wir es nicht! Unsere Häuser brennen nieder, und was soll dann aus uns werden?« »Unsinn!«, rief Snibrill und ergriff einen weiteren Eimer. »Wir machen es nur nicht richtig! Folge mir!« Kurze Zeit später hatte er alle Dorfbewohner zwischen dem Feuer und der Pumpe in einer Reihe aufgestellt. Während die Kinder die Pumpe betätigten, gaben alle anderen die Wassereimer weiter, bis sie Snibrill erreichten, der das Wasser in die Flammen schüttete. Es dauerte nicht lange, bis vom Feuer nur noch glühende Asche übrig war, die in großen Pfützen zischte. »Es brennt nichts mehr,«, erklärte Snibrill. »Wenn man nachdenkt, kommt man besser zurecht.« Die Leute nahmen ihre Äxte und gingen in den Teppich, um Haare zu fällen und ihre Häuser wieder aufzubauen. Fortsetzung 15. Oktober 1965 Der Teppich zerfranste, das war allgemein bekannt. Im Dorf am Rand des Teppichs, unweit des gefallenen Streichholzes, bereiteten sich die Leute darauf vor, ihre Heimat zu verlassen. Die einzige Frage lautete, wohin sollten sie gehen? Snibrill ritt an den Wagen entlang, die auf der Hauptstraße des Dorfes standen, beladen mit Stühlen, Öfen, Betten und vielen anderen Gegenständen, die darauf festgebunden werden konnten, und das war fast alles, was die Teppichbewohner besaßen. Snibrill band seinen Rabauken, ein ziemlich unruhiges Tier, das wie eine Heuschrecke aussah, am Pfosten vor dem Rathaus fest und trat ein. Das ganze Dorf hatte sich dort versammelt, wartete auf ihn und den weißhaarigen Alten, den er mitbrachte und der sich während des Rittes verzweifelt auf dem Rücken des Rabauken festgehalten hatte. Liebe Leute, sagte Snibrill, dies ist der Eremit Pismayr, der in einer Höhle in Unterlage wohnt. Er glaubt, uns helfen zu können. Immer langsam, junger Mann, rief Pismayr. Der Großvater meines Großvaters war Robinson der Wanderer, von dem ihr alle gehört habt. War das nicht der Mann, der über den ganzen Teppich gewandert sein soll? fragte Snibrill. Ja, über den ganzen Teppich und wieder zurück. Bevor er starb, erzählte er meinem Großvater von seiner Reise. Er meinte, es gäbe ein Land, in dem niemand lebt und das sich gut für Teppichbewohner eignen würde. Und wo liegt dieses Land? fragte Glörg, der Jäger. Pismayr streckte den Arm aus. Dort drüben, auf der anderen Seite des Teppichs. Auf der anderen Seite des Teppichs, entfuhr es Glörg. Es würde bedeuten, dass wir um den Rand herum gehen müssen, oder? Nein, so lange reichen unsere Vorräte nicht, widersprach Snibrill. Wir müssen durch die Mitte. Wie damals der Großvater von Pismayrs Großvater. Was er geschafft hat, können wir ebenfalls schaffen. Ich weiß, der Teppich ist unerforscht, voller Gefahren, fremder Länder und so weiter. Aber ich denke, uns bleibt keine andere Wahl. Der Teppich kann und muss durchquert werden. Eine Stunde später ritt Snibrill mit seinem Rabauken zum ersten Wagen in der langen Reihe. Er blickte zurück und beobachtete, wie alle auf die Karren kletterten und sich traurig in dem Dorf umsahen, das sie nun verließen. Viele von ihnen fragten sich, was sie in den unerforschten Weiten des Teppichs wohl erwarten mochte. »Folgt mir!«, rief Snibrill und winkte mit seiner Mütze. »Über den Teppich!« »Über den Teppich!«, ertönte es von den Wagen, die knarrend losrollten. »Über den Teppich!« Fortsetzung 22. Oktober 1965 Snibrill und Glörg ritten mit ihren Rabauken über ein gefallenes Teppichhaar und beobachteten, wie die beladenen Wagen weit unter ihnen dahin rumpelten. Zwar waren sie noch nicht lange unterwegs, aber die Teppichhaare standen bereits dichter beisammen. Die Schatten zwischen ihnen schienen immer dunkler zu werden. »Es ist sehr still«, sagte Snibrill nachdenklich. »Wenn es doch nur lauter wäre«, knurrte Glörg. »In dieser Stille bekomme ich ungute Vorahnungen. Hör nur!« »Meinst du das Knarren der Karren?«, fragte Snibrill nach einer Weile. »Nein. Es ist etwas anderes.« Snibrill lauschte. Und tatsächlich, hinter dem Knarren hörte er etwas anderes. Weit entfernt und sehr leise, wie ferner Trommelschlag. »Teppichmelder«, sagte Glörg. »Die Nachricht von unserer Reise wird von Trommel zu Trommel über den Teppich weitergegeben. Es wird Ärger geben, merkt ihr meine Worte. Wer auch immer dort trommelt, er mag uns nicht in seinem Gebiet.« »Trommeln allein genügen nicht, um uns aufzuhalten.« »Ich fürchte, es wird nicht bei Trommeln bleiben. Ich spür's in den Knochen.« Snibrill lenkte seinen Rabauken vom Haar hinunter und zu den Wagen. Bis zum ersten Karren ritt er, wo Pismeyer auf dem Kutschbock saß und seine Pfeife rauchte. Snibrill wandte sich im Sattel um. »Hier lagern wir! Stellt die Wagen im Kreis auf!« Kurze Zeit später waren die Tiere abgespannt und die Karren bildeten einen großen Kreis. Hier und dort, auf den Wagen und im Schatten, saßen Männer mit langen, dünnen Bogen, die die Jäger vom gefallenen Streichholz berühmt gemacht hatten. Lagerfeuer wurden angezündet und es dauerte nicht lange, bis es nach Suppe und gebratenem Fleisch roch, das von dem Tag stammte, als Glörg mit einigen Bogenschützen im Haardickicht auf Jagd gegangen war. »Schmeckt gut, diese Suppe!« sagte Glörg und schlürfte laut. »Ich frage mich, wie die Jagd in den unbekannten Gebieten des Teppichs verlaufen mag. Tja, ich sage immer, was in Wefts Namen war das?« Für einen Augenblick herrschte Stille, in der nur ein kleines Kind weinte, das sich an der Suppe verschluckt hatte. Überall im Kreis der Wagen schwieg man und griff nach den Bogen. Dann war es wiederzuhören. Ein langes, dünnes Heulen, das zwischen den Haaren des dunklen Teppichs wiederhallte. In den Schatten jenseits des Feuerscheines starrten den Teppichbewohnern viele unheilvoll rote Augenpaare entgegen. Fortsetzung nächste Woche 29. Oktober 1965 Glörg schnappte sich seinen Bogen und blickte in die Dunkelheit jenseits des Wagenkreises. »Snarks!« »Was ist ein Snark?« fragte Snibrill und legte einen Bolzen in seine Armbrust. »Jagen in Rudeln!« schnaufte Glörg. Die Sehne seines Bogens surrte. »Bestehen hauptsächlich aus Krallen und Zähnen. Können Licht nicht ausstehen und hassen alle, die Licht mögen. Beeilung mit den Pfeilen!« Snibrill beobachtete, wie die Leute die traditionelle Teppichgefechtsformation einnahmen. Eine Gruppe von Bogenschützen stand bei den Lagerfeuern und entzündete das Ende der Pfeile. Sehnen surrten und mit einem Wusch stieg ein halbes Dutzend Pfeile über der Lichtung auf und drängte die Dunkelheit zurück. In ihrem Licht schossen die anderen Bogenschützen auf alle Snarks, die sie sahen. Gewöhnlich war diese Taktik recht erfolgreich. Glörg saß auf einem Wagen und fluchte jedes Mal, wenn er das Ziel verfehlte. Seine Frau reichte ihm einen Pfeil nach dem anderen. Snibrill und Gerth, Glörgs ältester Sohn, er war 29 und schien damit schon ziemlich alt zu sein, standen dort nebeneinander, wo die Snarks einen Wagen umgestoßen hatten und in den Kreis zu gelangen versuchten. Snibrill hörte, wie es draußen im Haarwald knackte und knirschte, als weitere Angreifer auf den Wagenkreis zustürmten. Wieder flogen brennende Pfeile empor. Snibrill griff nach einem Bolzen für seine Armbrust und stellte fest, dass er schon alle verschossen hatte. »Wir brauchen Hilfe!« rief er und sprang zusammen mit Glörg auf den nächsten Wagen. Eine Masse aus schwarzen Körpern drängte knurrend und fauchend durch die Lücke. Plötzlich hielten die Snarks inne und beobachteten die Teppichleute mit bedrohlich roten Augen. Pfeile prallten von ihrer harten Haut ab, ohne Schaden anzurichten. Der größte Snark, Anführer des Rudels, sprang mitten in die Lichtung. »Er sucht nach einem Gegner, mit dem er sich messen kann«, wandte sich Glörg leise an Pismayr. »Und dieser Gegner könnte ich sein.« »Das ist vermutlich gar nicht nötig«, erwiderte Pismayr und streckte den Arm aus. Da trat jemand mit einem großen Tranchiermesser in den Schein des Feuers. Snibrill. Das Oberhaupt des Snarks schien zu lachen, und die beiden Kontrahenten umkreisten sich gegenseitig. Angreifer und Verteidiger beobachteten, wie der Anführer des Snarks die Muskeln spannte. Doch als er sprang, duckte sich Snibrill und warf das Messer mit aller Kraft nach dem dunklen Leib, der über ihn hinwegflog. Hinter ihm prallte der Snark auf den Boden, rutschte auf seiner Schnauze noch ein Stück weiter und blieb reglos liegen. Tod. Die anderen Snarks heulten, schlichen näher und starrten Snibrill böse an. »Genug«, erklang eine Stimme. Jemand schwang aus der Dunkelheit heran, packte Snibrill am Haar und setzte ihn auf einen Wagen. Dann schwang er zurück und ließ sich von der Teppichliane dicht vor die Snarks fallen. Wer immer es auch war, er legte sich einen glänzenden, langen Stock auf die Schulter und zielte. Fortsetzung nächste Woche 5. November 1965 Die Snarks krochen näher, als der Fremde das Metallrohr hob. Es knallte laut, eine Rauchwolke entstand und der Fremde fiel nach hinten. Doch vor ihm fielen sechs Snarks. Die anderen heulten laut und stoben davon. Der Fremde stand auf, pustete auf das Metallrohr und ging auf Snibrill und die anderen zu. »Ich heiße Bane«, begann er, aber Glörg unterbrach ihn sofort. »Ja, du bist ein Wanderer. Nur Wanderer tragen die alten Waffen des schiandianischen Reiches. Ich bin stolz, dir zu begegnen.« »Danke. Und du bist Glörg, auf dem ganzen Teppich als tapferer Jäger bekannt. Und hier haben wir Snibrill, einen Teppichbewohner mit mehr Fantasie als die meisten anderen. Und das ist Pismayr, klügster des Teppichvolkes.« Bane sah sie an und lächelte. »Ich folge euch seit Zentimetern.« »Wir haben niemanden gesehen«, wandte Snibrill ein. »Man sieht mich nicht, wenn ich nicht gesehen werden will.« »Ihr sprecht laut und schirmt den Schein eurer Feuer nicht ab. Ihr könnt von Glück sagen, dass ihr es mit nichts Schrecklicherem als einigen Snarks zu tun bekommen habt.« Pismayr erbleichte. »Soll das heißen, es gibt dort draußen noch schlimmere Geschöpfe?« »Dies ist nicht die Zeit für lange Gespräche. Legt euch schlafen, damit wir beim ersten Tageslicht aufbrechen können. Nehmt einige Snarks mit. Wenn das Fleisch lange genug geschmort wird, schmeckt es recht gut.« Die Reise geht weiter. Früh am nächsten Morgen brachen die Teppichbewohner wieder auf und legten eine möglichst große Entfernung zwischen sich und die Lichtung. Snibrill ritt ganz vorn in der langen Kolonne aus Wagen und Bain schritt neben ihm. Er trug einen verbeulten Hut aus Snark-Leder, einen kleinen Rucksack und sein Gewehr an einem Riemen über der Schulter. »Früher einmal«, sagte er, »als die Stadt Schiandia vom Land unter dem Bücherschrank aus über den halben Teppich herrschte, waren die ursprünglichen Wanderer, Forscher und Entdecker. Sie bewahrten am Teppichrand so etwas wie Ordnung. Damals war dieser Weg, über den wir nur mühsam vorankommen, eine breite Straße, auf der viele Händler, Kaufleute und Soldaten unterwegs waren. Doch nach dem großen Kampf zwischen Schiandia und dem Volk des südwestlichen Stuhlbeins zerfiel das Reich. Heute gibt es nur noch wenige Wanderer, und die meisten versuchen nicht mehr, ihre alten Waffen an die Söhne weiterzugeben. Wir, die wir noch übrig sind, werden oft für Streuner gehalten, und eigentlich sind wir das auch. Was ist mit Schiandia geschehen? Die Stadt existiert noch, ebenso wie die des südwestlichen Stuhlbeins, und Heere beider Seiten sind gesichtet worden. Deshalb bin ich euch gefolgt. Von meinen Spionen habe ich erfahren, dass beide Heere nach Reisenden Ausschau halten, die auf der Suche nach einem neuen Land den Teppich überqueren. Schiandia unter dem Bücherschrank und die Stadt des südwestlichen Stuhlbeins sind scharf auf jenes Land. Denn wer es besitzt, dürfte mächtig genug sein, die gegnerische Seite endlich zu besiegen. Mit anderen Worten, die Heere suchen nach dem Volk des gefallenen Streichholzes, genauer gesagt, nach euch. Fortsetzung nächste Woche. 12. November 1965 Ein Lager war aufgeschlagen worden, und abgesehen von einigen x-beinigen Wächtern nahmen alle reisenden Teppichbewohner an dem Kriegsrad teil, der vor Glörks Wagen abgehalten wurde. Es musste etwas getan werden. Glörk hielt eine Rede, wobei er immer wieder an seinem Schnurrbart zupfte und wild gestikulierte. Es sieht also folgendermaßen aus, sagte er zum Abschluss. Wenn uns die Heere finden, die uns nach Baines Meinung suchen, sind wir hoffnungslos unterlegen. Schließlich sind wir Pioniere, keine Soldaten. Erst einmal schwiegen alle am Tisch. Schließlich trat ein Teppichbewohner namens Blind vor und hüstelte verlegen. Vielleicht sollten wir besser umkehren, sagte er leise. Nein! Snibbrill sprang auf und knallte die Hand auf den Tisch. Eine Umkehr kommt nicht in Frage. Wir haben bereits einen weiten Weg hinter uns. Es gibt kein Zurück mehr. Haben wir nicht von dem neuen Land geträumt? Dann müssen wir bereit sein, dafür zu kämpfen. Gegen alle Heere des Teppichs sollte dies notwendig sein. Wer stimmt mir zu? Gleug und Pismayr standen auf und traten hinter Snibbrill. Langsam folgten die anderen. Schließlich erhob sich auch der verlegene Blind. Bain, der sich nicht zu dieser Gemeinschaft gehörig gefühlte, blieb sitzen, putzte seine Flinte und pfiff leise vor sich hin. Niemand hatte ihn je fluchen gehört oder gesehen, wie er erstaunt mit den Ohren wackelte. Gut, sagte Snibbrill. Ich habe einen Plan. Irgendwo dort draußen warten die Heere auf eine Gelegenheit, uns anzugreifen. Wenn es zum Angriff kommt, sind wir verloren. Aber mit einer Taktik rechnen sie vermutlich nicht. Womit? fragte Pismayr. Dass wir zuerst angreifen. Die Wagen bleiben weiter in Bewegung. Aber wir schicken einige Spione voraus. Wenn sie etwas entdecken, können sie die anderen warnen und die Feinde unter Umständen am Näherkommen hindern. Pismayr, du wirst hier gebraucht. Du auch, Glörk, keine Widerrede. Bain? Darauf habe ich gewartet, sagte Bain und zog den Riemen des Gewehrs von der Schulter. Wir machen uns besser gleich auf den Weg. Snibbrill ergriff seine Armbrust und einen Köcher voller Bolzen, befestigte zwei Schwerter und eine Keule am Gürtel, klemmte sich ein Messer zwischen die Zähne und nahm einen Speer in jede Hand. Bain lächelte und legte alle Waffen bis auf die Armbrust und das Messer beiseite. Ein Wanderer trägt nie zu viel, sagte er. Wir sind dem Gegner ohnehin zwei zu zweitausend überlegen. Kurze Zeit später hatten sie beide ein Haar erklommen und zwei Lianen losgeschnitten. Bain hatte Snibbrill diesen nützlichen kleinen Trick gezeigt. Daran schwangen sie in die Dunkelheit. Fortsetzung nächste Woche 19. November 1965 In der Nacht war der Teppich ein gefährliches Gebiet. Kleine Knopfaugen starrten aus jedem Schatten und seltsame Geschöpfe trampelten und schnaubten in der Dunkelheit. Nur hier und dort am Rand des Teppichs zeigte sich ein wenig Licht, dort, wo kleine Dörfer hinter starken Barrikaden schliefen. Jedes Mal, wenn ein ferner Snark heulte, zitterten die Dorfbewohner in ihren Betten und bemitleideten alle, die in einer solchen Nacht im Teppich unterwegs sein mussten. Snibbrill und Bain übernachteten in halber Höhe eines Haars. Einer passte auf, während der andere schlief. Etwas Großes und Schwarzes tanzte unten am Haar herum und knurrte drohend. Snibbrill wusste nicht, was es war, aber er atmete erleichtert auf, als es endlich verschwand. Wenn er nach unten spähte, glaubte er Lichter zwischen den Haaren zu erkennen, und manchmal erreichte dumpfer Trommelschlag sein Ohr. Plötzlich wurde das Licht bei einem Haar heller, und Snibbrill sah hunderte von Fackeln, deren Schein auf Rüstungen und Speere fiel. Er weckte Bain, der eine ganze Weile durch sein Fernrohr starrte. »Das schian-dianische Heer«, raunte Bain schließlich, oder zumindest ein Teil davon. »Für mich ist es groß genug. Was jetzt?« »Sie scheinen hier für die Nacht lagern zu wollen. Wir warten also besser bis morgen früh. Andererseits...« Bain blickte nachdenklich auf die Streitmacht hinab, die ihr Nachtlager aufschlug, Zelte errichtete und Feuer entzündete. Würzige Gerüche stiegen von den Feldküchen auf, und Snibbrill dachte traurig an die kargen Rationen in seinem Rucksack. »Ich frage mich, warum es so viele sind«, überlegte Bain. »Ich traue ihnen nicht. Ob die Wagen in Gefahr sind?« »Sie befinden sich etwa einen Zoll südlich von hier und sollten sicher sein.« »Bei den galoppierenden Snarks! Sieh dir das an!« Durch den dunklen Haarwald nahte ein zweites Heer, besser gesagt die zweite Hälfte des ersten Heeres, und zwischen den Soldaten entdeckte Snibbrill die Wagen. Auf dem ersten saßen, ziemlich unglücklich wirkend, Pismeyer und Glurk, letzterer von Stricken umwunden. »Wie haben Sie das nur geschafft«, stöhnte Snibbrill. »Vermutlich mit einem Hinterhalt«, brachte Bain zwischen zusammengebissenen Zähnen hervor. »Warte, bis ich sie in die Hände kriege. Ich zeige Ihnen, was ich von einem Überfall auf unschuldige Reisende halte.« »Was geschieht mit Ihnen?« »Vermutlich bringt man sie nach Schiandia, um sie dort zu verhören.« »Und wir begleiten sie.« Einige Stunden später, als sich das ganze Heer mit den Gefangenen auf den Weg zur Stadt machte, wurden Suchgruppen ausgeschickt, die sicherstellen sollten, dass niemand den Soldaten folgte. Aber sie bemerkten nicht die beiden grauen Gestalten, die sich weit über ihnen von Haar zu Haar schwangen. Fortsetzung nächste Woche 26. November 1965 Die Stadt Schiandia war vor langer Zeit aus einem Staubkorn gehauen worden. Es gab dort viele schwarze Türme, und eine hohe schwarze Mauer mit einem einzigen Tor umgab die ganze Anlage. Der Teppich in der Nähe der Stadt war dunkel. Das Schiandianische Heer marschierte durch das große Tor, alle Soldaten in schwarz-goldenen Rüstungen. Das Geräusch ihrer festen Schritte hallte von den dunklen Wänden wieder. Die erbeuteten Wagen rollten ebenfalls durch das Tor, das sich mit dumpfem Donnern hinter ihnen schloss. Zwei Augenpaare spähten aus den Haaren unweit des Tores. »Ich sehe keine Wächter«, flüsterte Snibbrill. »Ihr werden nie Wachen aufgestellt. Man vertraut der hohen Mauer, aber ich kenne da eine Möglichkeit.« Bain verschwand auf leisen Sohlen im nahen Dickicht, und Snibbrill hörte, wie er dort etwas von einem Haar abschnitt. Dann lief Bain plötzlich los, eine lange Stange, das abgeschnittene Haarstück, in beiden Armen und nach vorn gerichtet. Die Spitze der Stange traf den Boden vor der Mauer, und Bain wurde am anderen Ende hochgehoben und flog über den Wall hinweg. Wenig später war Snibbrill ihm gefolgt. Zusammen mit Bain hangelte er sich an einem Sims entlang, bis sie ein Fenster erreichten. Sie blickten in den großen Saal. Und als erstes entdeckte Snibbrill den gefesselten und von fünf Soldaten bewachten Glörk. Auf einer Stufe der Treppe, die zum Thron des Kaisers emporführte, stand der ebenfalls gefesselte Pismayr. Trotzig starrte er den Kaiser an, einen dünnen Teppichbewohner, der eine Krone und ein langes Gewand trug. »Zum letzten Mal! Wo befindet sich das Land?«, kreischte der Kaiser. Pismayr schwieg. »Sag es mir!« »Nein!« »Wachen! Ich habe genug von diesem Mann! Bringt ihn ins Verlies zu den anderen! Wir kitzeln bald die Wahrheit aus ihm heraus!« »Schluss damit!«, rief Snibbrill. Alle Anwesenden im Saal blickten überrascht auf. Bevor sie begriffen, was geschah, wurde dem Soldaten, der Pismayr am nächsten Stand, auf die Zehen getreten. Während er schmerzerfüllt umherhüpfte, nahm ihm Pismayr das Schwert ab und durchschnitt damit seine Stricke. Glörk machte unterdessen kurzen Prozess mit den Soldaten in seiner Nähe. Bane und Snibbrill kletterten in den Saal hinab, und daraufhin ging der Kampf so richtig los. Die vier standen beisammen wie »Nun, wenn sich Teppichbewohner an einem Lagerfeuer Geschichten erzählen, sprechen sie mit gedämpften Stimmen vom Kampf im großen Saal.« Es war bald vorbei, aber weitere Soldaten hämmerten an die Tür. »Wo geht es zu den Zellen?«, keuchte Bane und zog Pismayr vom Kaiser fort, der auf seinem umgestürzten Thron hockte und schrie. »Hinunter!«, sagte Glörk und wies auf einen dunklen Tunnel. Die vier liefen hinein, als hinter ihnen die Tür des großen Saals aufbarst. Ein Gefangenenwärter, der sich plötzlich vier wilden Kriegern gegenüber sah, ließ vor Schreck die Schlüssel fallen und floh. Glörk und Pismayr stürmten von Zelle zu Zelle, schlossen die schweren Türen auf und befreiten rachsüchtige Teppichbewohner. »Die Wagen stehen noch auf dem Hof!«, rief Snibbrill. »Folgt mir!« Fortsetzung nächste Woche 3. Dezember 1965 Die Befreiten brauchten nicht lange, um sich einen Weg zum Hof zu erkämpfen, wo ihre Wagen standen. Sie waren an den Kampf in der Enge gewöhnt. Und wenn es nötig ist, haben Teppichbewohner scharfe Zähne und Krallen. Snibbrill, Glörk sowie Bane und auch Pismayr, der gerade beschlossen hatte, Soldat zu werden, stürmten die Stufen hinauf, die zum Wachturm am Tor führten. Einige Soldaten hielten sich dort auf, jedoch nicht lange. Snibbrill packte einen, als er vorbeihastete. »Öffne das Tor!«, verlangte er. »Vergeuden wir unsere Zeit nicht mit halben Sachen.« Bane hielt dem Gefangenen den Lauf seines Gewehrs ans Ohr. »Verrat uns, wie man das Tor öffnet, wenn ich bitten darf. Oder ich schieße dir den Kopf von den Schultern.« Er sagte es ganz ruhig, aber der Soldat schluckte und drehte langsam die Winde, die das Tor öffnete. Als das Fallgatter sich hob, rollte der erste Wagen durchs Tor und die anderen folgten, so schnell es eben möglich war. Alle Soldaten, die so dumm waren, den Kampf fortzusetzen, wurden gefesselt und ins Gebüsch geworfen. Als der letzte Wagen Schiandia verließ, sprangen die vier Kämpfer von der Mauer und landeten auf der Ladefläche. Die Verfolgungsjagd war ein Ereignis, an das sich Snibbrill zeitlebens erinnern würde. Die Wagen waren nicht dafür gebaut, besonders schnell zu sein, aber sie rollten mit derartiger Geschwindigkeit durch den Teppich, dass Snibbrill jeden Augenblick mit abspringenden und durch die Luft fliegenden Rädern rechnete. Und weit hinter ihnen hörte er das her. »Was jetzt?«, rief er, als sie sich an dem heftig schwankenden Wagen festhielten. »Gute Frage«, erwiderte Bain. »Ich glaube, wir sind zur schaukelnden Brücke unterwegs. Es gibt dort eine Kluft im Teppich und ein einzelnes Haar führt darüber hinweg. Ich denke, es ist gerade breit genug für einen Wagen.« »Meine Güte«, rief Pismayr. Das Haar war breit genug, aber als sich Pismayr bei der Überquerung über den Rand des Wagens beugte, starrte er durch den Teppich hindurch. Anschließend wagte er keinen einzigen Blick mehr nach unten. Als sie die andere Seite erreicht hatten, sah Snibbrill zurück und stellte fest, dass sich die Soldaten anschickten, ihnen über das Haar hinweg zu folgen. »Das lasse ich nicht zu«, brummte er und sprang vom Wagen. Er lief zur Mitte der Brücke und zog sein Schwert. Bain beobachtete ihn dabei, verließ unbemerkt den Wagen und verschwand zwischen den Büschen. Snibbrill stand allein in der Mitte des Haars und schwang das Schwert. Es gab keinen Zweifel daran, was er mit dem Soldaten anstellen würde, der als erster die Brücke zu überqueren versuchte. Fortsetzung 10. Dezember 1965 Für einen friedlichen Teppichbewohner saß Snibbrill ziemlich wütend aus, als er langsam über die schmale Brücke trat. Die vordersten Soldaten wichen zurück und stießen dabei gegen die Hinteren, die nach vorn drängten und sehen wollten, was dort geschah. Unterdessen hatte Bain in die Hände gespuckt und das Ende der Brücke gepackt. Er verdrehte die Augen, und seine Muskeln wölbten sich deutlich sichtbar, während er das Ende der Brücke anhob, bis es sich über seinem Kopf befand. Seine Füße versanken im Teppich. »Komm zurück, Snibbrill«, rief er. »Ich werfe die Brücke in den Abgrund!« Snibbrill schwang noch einmal sein Schwert, und der Soldat ganz vorn wich hastig zurück. Dabei wurde er vom Speer des Hintermanns fast aufgespießt. Dann hastete Snibbrill zum Ende der Brücke. Als er dort vom Haar heruntersprang, holte Bain tief Luft, nahm seine ganze Kraft zusammen und stieß die Brücke beiseite. Sie kratzte über den Rand der Kluft, verharrte für einen Augenblick und stürzte dann in die Tiefe. »Von jetzt an machen wir nicht mehr Halt«, erklärte Bain, als sie sich auf den ersten Wagen setzten. »Wir verlassen das chiandianische Gebiet, und wahrscheinlich trauen sich die Soldaten nicht, uns in unbekannte Gebiete zu folgen. Aber wir müssen auf der Hut sein. Es würde nicht allzu lange dauern, den Riss zu umgehen und uns zu folgen. Und wenn die Rabauken müde werden, dann ladet sie auf und zieht die Wagen selbst. Wir dürfen nicht anhalten. »Was ist mit dem anderen her?«, fragte Glörg. »Bisher scheinen wir ihm entgangen zu sein. Sind wir sicher?« »Das weiß man im Teppich nie.« »Gibt es überhaupt so etwas wie Sicherheit?« »Seid bereit, noch entschlossener zu kämpfen.« »Was erstrebenswert ist, liegt nicht einfach so am Wegesrand.« Eine Zeit lang schwiegen sie, hörten das Knarren der Wagen und den fernen Trommelschlag, der zu den Hintergrundgeräuschen im dunklen Bereich des Teppichs gehörte. Snibbrill bemerkte noch etwas anderes. Fernes Gebrüll und Augen, die manchmal aus Löchern hervorstarrten. Bain sprach nicht darüber und Snibbrill fragte nicht danach. Manches blieb besser unerwähnt. Plötzlich »Seht nur!«, rief Pismeyer. Die Wagen rollten um ein Haar und stießen fast mit einem Heer zusammen, das aus der anderen Richtung anrückte. »Ja, ich seh's«, sagte Bain grimmig und warf einen Blick über die Schulter. Auch von hinten kamen Soldaten. »Schiandir und das südwestliche Stuhlbein, beide zusammen.« »Ich fürchte die Antwort, aber ich muss trotzdem fragen«, sagte Pismeyer. »Heißt es, wir und eins der Heere gegen das andere? Beide gegen uns oder alle gegen alle?« Fortsetzung nächster 17. Dezember 1965 »Hier sollten wir besser nicht bleiben«, befand Snibbrill, als sich die beiden Heere näherten. Er wendete den Wagen und verschwand mit ihm zwischen den Haaren. Die anderen folgten ihm, und als der letzte Karren vom Weg verschwand, trafen die beiden Heere aufeinander. »Ihr«, rief der schiandianische Kommandeur. »Ihr«, rief der Oberbefehlshaber vom südwestlichen Stuhlbein. Die Soldaten vergaßen die Wagen und stürzten sich in den Kampf. Inzwischen entfernten sich die Karren immer weiter von den beiden Heeren und rumpelten einen langen Hang hinunter, so schnell, dass die Rabauken kaum mehr den Boden berührten. »Wohin fahren wir?«, rief Pismeyer, um das Pfeifen des Windes zu übertönen. »Wenn ich das nur wüsste«, erwiderte Snibbrill. Vor ihnen klaffte ein Loch im Teppich, und die Wagen erreichten eine düstere, große Höhle. Hier und dort leuchteten kleine Lichter auf, als die Teppichbewohner Fackeln entzündeten, und bald wandte sich eine Lichterkette durch die Höhle. »Wo sind wir hier?«, flüsterte Glörg. Seine Stimme hallte von schwarzen Wänden wieder. »Ich glaube, dies sind die Höhlen von Unterlage, dem Land unter dem Teppich«, entgegnete Pismeyer. »Kommt und seht es euch an!« Snibbrill und Pismeyer kletterten vom Wagen und schritten zu einer Höhlenwand. Dort hob Pismeyer eine Fackel. Überall an der Wand zeigten sich seltsame Malereien. Einige Bilder stellten Tiere dar, die Snibbrill noch nie gesehen hatte. Aber die meisten erkannte er. Snarks und Rabauken. In einer primitiven Zeichnung war eine Snark-Jagd zu beobachten. An anderer Stelle erblickte Snibbrill das Bild eines Teppichbewohners mit Keule. »Solche Höhlen gab es auch beim gefallenen Streichholz«, sagte Pismeyer, »aber sie waren nicht so groß. Niemand weiß, wann diese Bilder gemalt wurden, doch es muss lange her sein. Es heißt, unsere Vorfahren lebten einst hier unten.« Tagelang zogen sie durch die Dunkelheit und folgten dem Verlauf der Haupthöhlen. Eines Tages erreichten sie eine Stelle, wo die Haupthöhle in drei andere Höhlen überging. »Und jetzt?« fragte Glörg. »Wir scheinen uns verirrt zu haben.« »Ich glaube nicht. Komm und sieh dir dies an.« Snibbrill stand am Eingang der linken Höhle und betrachtete etwas, das in den Fels geritzt war. »R. Der W. P. Zwei.« »Robinson, der Wanderer. Pismeyers Ururgroßvater war hier.« »Natürlich. Er war der Erste, der das Land entdeckte. Aber was bedeutet zwei?« »Vermutlich zwei Zoll. Es sind nur noch zwei Zoll zurückzulegen. Das können wir in wenigen Tagen schaffen.« Fortsetzung nächste Woche 23. Dezember 1965 Nur noch zwei Zoll bis zum Neuen Land. Und das war ein Glück, denn viele Wagenräder waren angeschlagen und drohten zu brechen. Außerdem waren die Vorräte geschrumpft, und die meisten Teppichbewohner konnten sich vor Erschöpfung kaum mehr auf den Beinen halten. Aber der Gedanke an das nahe Ziel der langen, beschwerlichen Reise verlieh ihnen neue Kraft. Sie schoben die knarrenden Wagen durch die Düsternis von Unterlage und sangen das triumphierende Kampflied des gefallenen Streichholzes. Über Einschlag und Faden, über Kette und Schuss, das Lied der Streichholzleute hat viel zu sagen. Über ihr bekanntes Geschick mit dem berühmten Bogen, gebaut aus krummen Haaren, mit einem Bindfaden daran gezogen. Sie sangen das Lied in der alten Teppichsprache, in der es viel besser klang. Bain und Snibbrill stapften einen Hang hinauf, dorthin, wo ein fernes Licht auf eine Öffnung hinwies. Niemand von ihnen sprach. Aber Snibbrill wusste, dass Bain sie beim Erreichen des neuen Landes verlassen würde. Welche Seltsamkeiten Bain gesehen, welche Orte er besucht hatte. Er war überall auf dem Teppich unterwegs gewesen und hatte sogar die riesige glänzende Ebene des Linoleums erblickt. Je nach Laune war er Soldat, Herumtreiber, Jäger und Entdecker gewesen und hatte sein Lagerfeuer dort angezündet, wo es bis dahin überhaupt kein Feuer gegeben hatte. Von einem solchen Mann war nicht zu erwarten, dass er länger an einem Ort blieb. Snibbrill war traurig. Dann Sieh nur, rief Bain. Sie gelangten zum Ende der Höhlen und standen auf einem Felsvorsprung, von dem aus ein natürlicher Weg nach unten führte. Vor ihnen erstreckte sich das neue Land. Große Haare wuchsen dicht an dicht, mit kühlen Lichtungen, wo Herden seltsamer Tiere grasten. Von oben kam Licht, das ein Muster auf dem Teppichboden bildete. Es ist wunderschön, sagte Snibbrill. Dieses neue Land gehört euch, erklärte Bain. Auch dir? Nein. In gewisser Weise gehört mir der ganze Teppich. Aber ein einzelner Teil davon kann nicht mein sein. Plötzlich war Bain verschwunden. An jenem Abend entzündeten die Reisenden ein großes Freudenfeuer, doch Snibbrill war nicht nach Feiern zumute. Zusammen mit Pismayr stand er im Schatten und träumte von den unerforschten Weiten des Teppichs. Pismayr sah ihn an und verstand. »Weißt du«, sagte Pismayr unschuldig, »ich glaube, hier werden alle gut zurechtkommen. Glörg wäre ein ausgezeichnetes Stammesoberhaupt. Und ich, meine Güte, muss ich es dir ins Ohr brüllen. Du weißt, dass du nicht hierbleiben kannst. Du hast zu viel vom Teppich gesehen und das Wanderfieber hat dich gepackt. Geh und verliere keine Zeit mit Verabschiedungen. Auf dem Wagen habe ich einen Rucksack für dich zurückgelassen.« Snibbrill sah ihn eine Weile an, lächelte und war weg. Später, als die Feier so richtig in Schwung kam, riefen alle nach Snibbrill, damit er eine Rede hielt, aber niemand konnte ihn finden. Ein ganzes Stück entfernt im Teppich schloss eine laufende Gestalt zu einer anderen auf, die mit einem großen Gewehr über der Schulter dahin stapfte. »Ich habe dich erwartet«, sagte Bain. »Euch allen fröhliche Weihnachten«. Noch eine Geschichte über das Teppichvolk. The Bucks Free Press, Januar bis März 1967. Liebe Leser, ihr erinnert euch sicher an das Teppichvolk, das sich auf eine große Reise begab, viele Zentimeter weit durch unerforschte Gebiete des Teppichs, bis hin zur anderen Seite, um dort ein neues Leben zu beginnen. Was geschah dann? Nun ja, nichts Außergewöhnliches. Die Leute lernten andere Leute kennen, säten und ernteten, richteten sich friedlich ein. In der langen Geschichte des Teppichs spielten sie keine große Rolle mehr. Aber einige von ihnen brachen auf, um neue Abenteuer zu erleben. Was zur langen Reise der Hugo führte, der Entdeckung des Läufers, ihr werdet sehen. Eines Tages erreichten Snibbril und Bain den kleinen Ort Faden am Lino, einen Hafen am Rand des Teppichs. Von dort machten sich große Schiffe auf den Weg, die den Boden befuhren, und segelten am Rand des Teppichs entlang. Ein Bodenschiff sieht aus wie eine Galeone auf Rädern und hat große Segel für den Wind, der über den Boden weht. Wir müssen uns Arbeit suchen, sagte Snibbril. Können wir hier einen Job finden? Ich habe das Linoleum nie zuvor gesehen. Hm, erwiderte Bain. Viele Leute hatten sich am Kai eingefunden, und ein kleiner Mann, der auf einem Fass stand, rief ihnen etwas zu. Er trug einen langen rot-gelben Mantel und einen Schlapphut. Ich sage euch, der Boden ist flach, verkündete der Mann mit weithin hallender Stimme. Jeder Narr kann das sehen. Ich, Christopher Pilgarlik, sage euch, wenn man immer weiter segelt, erreicht man einen ganz anderen Ort. Wer meldet sich freiwillig? Leider kann ich nicht viel bezahlen. Wir sollen so weit segeln, dass der Teppich gar nicht mehr zu sehen ist, erwiderte einer der Seeleute. Jeder weiß, dass dort draußen wilde Ungeheuer lauern und man an großen Brocken Bohnerwachs zerschellen kann. Worüber reden die Leute? fragte Snibbril. Wie üblich, der alte Pilgarlik, antwortete einer der Matrosen. Hat wieder mal einen seiner komischen Einfälle und hält den Boden für flach. Ich segle ganz bestimmt nicht mit ihm. Als die Schaulustigen gegangen waren, traten Bain und Snibbril zu dem Kapitän, der traurig auf dem Fass saß. Du brauchst Abenteurer, sprach Snibbril ihn an. Matrosen genügen bei solchen Reisen nicht. Du brauchst Männer, die bereit sind, sich in Gefahr zu begeben. Und zwei der Besten dieser Art stehen vor dir. Außerdem bin ich noch nie wilden Ungeheuern begegnet. Ich fürchte, wir bekommen genug von ihnen zu sehen, seufzte Bain. Aber auch er heuerte an. Christopher Pilgarlik war Wissenschaftler und hatte sich Folgendes überlegt. Da der Boden so groß war und der Teppich so klein, musste es noch etwas anderes geben. Er nannte es Läufer. Pilgarlik beherzigte Snibbrils Rat und verkündete, dass er Abenteurer suche. Erfahrung sei nicht nötig. Es dauerte nicht lange, bis die Ersten über den Landungssteg stapften und an Bord von Pilgarliks Schiff gingen, das er gebraucht erworben hatte und das Hugo hieß. Einige der Abenteurer trugen Augenklappen, Schwerter und Schilde, andere Pelzmützen und Pistolen, die hinter den Gürteln steckten. Sie bildeten eine Mannschaft, die Aufgaben zu erledigen wusste, und zwar schnell. An jenem Abend legte die Hugo ab und segelte mit sanfter Brise auf das weite Linoleum hinaus. Es dauerte nicht lange, bis die Lichter von Faden am Lino hinter ihm kamen. Am nächsten Tag befand sich die Hugo allein auf dem Linoleum. Angetrieben von einem leichten Wind aus dem Süden, rollte sie auf ihren vier Gummirädern ins große Unbekannte. Der Teppich lag achtern, weit entfernt. Christopher Pilgarlik stand am Steuerrad, summte vor sich hin und beobachtete den westlichen Horizont. Snibbril war zum Krähennest hinaufgeklettert, und Bain lag auf dem Deck und rauchte seine Pfeife. Die übrigen Besatzungsmitglieder saßen herum und prahlten mit ihren Erlebnissen. Es war sehr friedlich, obwohl sich die Hugo-Regionen näherte, in denen sich noch nie Teppichleute aufgehalten hatten. Ich frage mich, ob es auf dem Läufer Bewohner gibt, dachte Snibbril, und wenn es welche gibt, ob sie etwas dagegen haben, dass wir ihren Läufer betreten. Pilgarlik meint, der Läufer sei viel haariger und wilder als der Teppich, und vielleicht gilt das auch für seine Bewohner. Der Boden glitt vorbei und sah immer gleich aus, abgesehen von gelegentlichen kleinen Bonawax-Brocken, auf denen Palmhaare wuchsen. Dann bemerkte Snibbril etwas am südlichen Horizont. »Land in Sicht!« rief er, und kurze Zeit später waren sie dorthin unterwegs. »Ist das der Läufer?« fragte Bain. »Solange sind wir doch gar nicht unterwegs.« Snibbril beobachtete die Küstenlinie. Kokoshaare ragten dort auf. »Es muss die Kokosmatte sein,« sagte Pilgarlik. »Sie ist auf einigen alten Karten des Bodens eingezeichnet. Seit vielen Jahren war niemand mehr dort.« Sie beschlossen, einen Abstecher zur Kokosmatte zu machen und sich ein wenig die Beine zu vertreten. Die Hugo segelte nahe an die Kokoshaare heran. Bunte Papageien krächzten und flogen übers Schiff. Gedämpftes Grunzen und Brüllen drang aus dem Haarwald. »Eine recht wilde Gegend,« befand Bain. Bald darauf saß die Mannschaft der Hugo am Rand der Kokosmatte und aß Kokosnüsse, während Pilgarlik ihre Position mithilfe von Glühlampe und Fenstersims bestimmte. »Wusch!« Ein Pfeil flog aus dem Haarwald und bohrte sich in Pilgarliks Hut. »Wir werden angegriffen,« rief er, »zurück zum Schiff!« Weitere Pfeile trafen den Rumpf der Hugo, als die Mannschaft an Bord kletterte. Bain und Snibbril spähten über die Reling. Es war nichts weiter zu sehen als die Schatten zwischen den Haaren. Langsam entfernte sich das Schiff von der Küste. Weiter vorn kamen große Kanus, von Pedalen angetrieben und mit Holzrädern. In jedem Boot saßen Eingeborene, die mit Kriegsbemalung und Federn wie Kannibalen aussahen. Und sie hielten geradewegs auf das Schiff zu. »Schneller!« rief Bain. »Sie kommen näher!« Pfeile flogen über das Deck der Hugo, als sich das Bodenschiff von der Matte entfernte. Hinter ihm wurden die Gesänge der Krieger in ihren pedalbetriebenen Kanus leiser. Wind zischte in der Takelage der Hugo, und der übliche Wind, der immerzu über das Linoleum strich, wurde plötzlich heftiger. Riesige Staubbälle rollten am Schiff vorbei. Das Schiff war in einen Bodensturm geraten. »Die Segel einholen! Die Segel einholen!«, schrie Pilgarlik, aber es war zu spät. Alle klammerten sich irgendwo fest, als der starke Wind die quadratischen großen Segel aufblähte. Der Sturm packte das Schiff, dessen vier Gummiräder den Boden kaum mehr berührten. Gewaltige Fusselwolken zogen erschreckend schnell vorbei. Dann erhob sich ein Geräusch, das den ganzen Raum zu füllen schien. »Wumm!« Snibbrill blickte auf. Die Hugo schien gegen ein Hindernis gestoßen zu sein. Jemand hielt sich an einem seiner Beine fest, und Pilgarlik saß auf ihm. Die Hälfte der Masten war gebrochen, das Schiff war nur noch ein Wrack. Snibbrill linste über die zerschmetterte Reling. Offenbar trieben sie in einer großen Ansammlung von Fusseln dahin. Als er den Blick hob, ein Berg aus Holz ragte vor ihnen auf. Bane stand nicht weit entfernt auf einem Hügel aus Staub und starrte nach oben. »Ich glaube, dies ist eins der Tischbeine«, erklärte er. »Ich habe ihre Existenz nicht für möglich gehalten.« »Mein armes Schiff«, stöhnte Pilgarlik. »Steig endlich von mir herunter«, verlangte Snibbrill. Als alle wieder auf die Beine gekommen waren, stellten sie fest, dass sich die Schäden an Bord trotz des schlimmen ersten Eindrucks in Grenzen hielten. Doch es würde einige Tage dauern, bis das Schiff repariert wäre. Als Bane das hörte, wurde er unruhig und brummte vor sich hin. Er hielt es nicht länger an einem Ort aus und schlug bald darauf vor, ein Stück am Tischbein hochzuklettern. Pilgarlik, Bane und Snibbrill überließen der Mannschaft die Reparatur des Schiffes, packten Vorräte für einige Tage zusammen und begannen mit dem Aufstieg. Ein Tischbein mag euch Lesern glatt erscheinen. Für Snibbrill und seine beiden Begleiter war es jedoch so zerklüftet wie ein Berg. Sie stießen auf Holzwurmlöcher groß wie Höhlen und wichen ihnen vorsichtig aus. Auf einem schmalen Vorsprung einige Zoll über dem Boden begegneten sie einigen Ziegen, die silberne Glocken um die Hälse trugen. Die Luft war dünn und klar, und weiter oben ertönte Gesang. Sie kletterten an einem Splitter vorbei und entdeckten weiter vorn, dicht am Abgrund, ein Kloster, das aus Staubkörnern erbaut war. Mönche verließen das Gebäude und kamen ihnen entgegen. »Ihr sucht also den Läufer«, wandte sich der große Lama an Pilgarlik. »Ich denke, wir können euch helfen. Mit unseren Teleskopen haben wir weite Teile des Linoleums beobachtet.« Ein lauter Gong unterbrach ihn. »Der schreckliche Holzwurm, der schreckliche Holzwurm kommt!« Die Mönche eilten zum Kloster und trieben ihre Ziegen vor sich her. In der Ferne war ein kauendes Geräusch zu vernehmen. »Was hat es mit dem schrecklichen Holzwurm auf sich?«, fragte Pilgarlik. Die drei Kletterer standen allein auf dem Vorsprung. Snibbrill zog sein Schwert. »Ich weiß es nicht«, sagte er, »aber ich schätze, wir finden es gleich heraus.« Bane lud sein Gewehr. »Es ist der Urgroßvater aller Holzwürmer«, brummte er. »Da kommt er«, rief Pilgarlik. »Knack!« Ein Splitter brach ab, als sich die Kreatur durchs Tischbein fraß. Etwas weiter oben duckten sich Snibbrill, Bane und Pilgarlik hinter einen Holzspan und starrten auf das Ungetüm. Der Körper war von weißen Schuppen bedeckt, und das Maul steckte voller spitzer Zähne und Holzbrocken, die das Geschöpf nachdenklich zerkaute. Denkt daran, die Teppichleute sind so klein, dass ein Salzkorn für sie größer ist als ein Haus. Der kleine Holzwurm erschien ihnen riesig wie ein Drache. Das Wesen kroch über den Splitter, und Snibbrill wich zurück. Als der Wurm das Maul öffnete, schlug er nach dem hornigen Kopf. »Hier hast du's!« Der Holzwurm glotzte ihn verblüfft an. Dann schnappte er zornig nach Snibbrill, der zur Seite sprang. Dadurch stieß der Kopf des Ungeheuers ins Leere. Es rutschte auf dem glatten Holz ab und stürzte in die Tiefe. Im Triumphzug wurden Snibbrill und seine Freunde zum Kloster gebracht, wo der große Lama sie fragte, was sie so weit vom Teppich fortgeführt hatte. »Zum Läufer wollt ihr also«, murmelte er, nachdem Pilgarlik ihm alles erzählt hatte. »Oh, das ist eine gefährliche Reise. Es gibt Schlimmeres als den Sturm, der euer Schiff beschädigt hat und vom Öffnen der Tür verursacht wurde. »Wir wissen natürlich, dass der Boden flach ist, denn wir sehen ihn. An eurer Stelle aber würde ich zurückkehren.« Snibbrill jedoch wies auf ihre Entschlossenheit hin, die Reise fortzusetzen. Um seine Dankbarkeit für die Tötung des Holzwurms zu zeigen, schenkte der große Lama jedem von ihnen ein Körnchen Goldstaub und forderte die Mönche auf, die Besucher sicher zur Hugo zurückzubringen. Am nächsten Tag legte das Schiff wieder ab, rollte auf seinen vier Gummirädern vorwärts und ließ das Tischland bald hinter sich zurück. Sie segelten durch eine seltsame Welt mit fantastischen Ausblicken auf beiden Seiten. Einen ganzen Tag brauchten sie, um die gewaltige Klippe eines Geschirrschrankes zu passieren. Die Hugo rollte unter einem Stuhl hinweg, der wie eine gewaltige Höhle aussah, doch vom Läufer war weit und breit nicht. Eines Morgens näherte sich der erste Offizier, Pilgarlich, gefolgt von den meisten Besatzungsmitgliedern. »Meine Leute und ich, wir möchten umkehren«, erklärte er. »Die Nahrungsmittel werden knapp und das ganze Unternehmen erscheint uns zu gewagt.« »Unsinn«, erwiderte Pilgarlich, »dies ist eine wissenschaftliche Expedition. Dabei kann es gelegentlich ein wenig gefährlich werden. Außerdem sind wir so weit ins Unbekannte vorgestoßen, dass eine Umkehr töricht wäre.« »Wenn ihr nicht zur Rückfahrt bereit seid, nehmen wir es selbst in die Hand«, sagte der erste Offizier. Er ergriff einen Belegnagel. Bain hob seine Donnerbüchse. »Ich erschieße den ersten Meuterer«, drohte er. Bain sprach nicht oft und offengestanden, die Crew fürchtete ihn. Alle redeten durcheinander und niemand bemerkte die leichte Erschütterung, die das Schiff durchlief. Snibbrill sah als erster auf. »Läufer voraus«, rief er. Die Besatzung der Hugo eilte zur Reling. Das Schiff war auf dem Läufer aufgelaufen, während sich die Männer an Bord gestritten hatten, und große Haarbüschel neigten sich über das Deck. Seltsame Teppichvögel mit schimmerndem Gefieder krächzten und pfiffen hoch über dem Schiff. Zwischen den Haaren funkelten kleine Augen und beobachteten die Hugo. Natürlich fand der Streit an Bord sofort ein Ende. Der Landungssteg wurde hinabgelassen und Kundschafter gingen an Land. Pilgarlik hielt Vorsicht für angebracht. Er hatte die Eingeborenen der Kokosmatte nicht vergessen. »Hiermit erhebe ich Anspruch auf diesen Läufer, und zwar im Namen von«, sagte Pilgarlik, als er an Land ging, »im Namen von allen.« »Ja, ein Land, das allen und niemandem gehört. Also haben wir ein Recht darauf, hier zu sein.« »Oh, keine Sorge, ich binde mein Taschentuch an einen Stock. Möchte jemand mein Bild malen?« Ein Besatzungsmitglied machte ein Foto mit einem zusammengebastelten Fotoapparat. Das Bild war falsch herum, braun und unscharf, aber Pilgarlik störte sich nicht daran. Bain ging mit einigen Crewmitgliedern auf die Jagd, und an jenem Abend aßen sie Rotwildbraten und gebackenen Schiffszwieback mit Eiersauce. Selbst Herbert und Fred, die Anführer der gescheiterten Meuterei, vertraten den Standpunkt, dass der Läufer seine Entdeckung wert sei. »Ich meine, wir sollten ihn erforschen«, meinte Bain, als Snibbrill und er nach dem Essen an Deck gingen. »Diese Gegend beunruhigt mich. Es ist zu still hier. Solche Stille wird von Leuten verursacht, die nicht bemerkt werden wollen.« Am nächsten Tag führte er einige Freiwillige tiefer in den Läufer hinein. Pilgarlik kam mit, auch der Koch namens Orkney, Henry der Steuermann und der Schiffsarzt Dr. Plumbley. Sechs seien genug für eine Expedition, befand Bain. Sie nahmen Proviant für zwei Wochen mit, und bis an die Zähne bewaffnet, machten sie sich auf den Weg. Der Dschungel schien sie zu umschlingen, als sie hintereinander über einen Wildpfad schritten. Der Läufer war ganz anders als der Teppich. Die Haare wuchsen in Büscheln, und dazwischen gab es jede Menge buntes und giftiges Gestrüpp. Die einzigen Geräusche waren das Kreischen der Vögel und das Pochen der Schritte von sechs Männern. »Ich glaube, es gibt Leute, die gern hierher kämen, um sich häuslich einzurichten«, sagte Snibbrill nach einer Weile. »In diesem Gebiet scheint alles viel üppiger zu sein.« »Ja«, brummte Bain. »Aber vielleicht gibt es schon Bewohner.« Snibbrill wollte antworten, als ihn etwas am Kopf traf und alles schwarz wurde. Jemand rief etwas, und als Snibbrill die Augen öffnete, lag er unter einem Busch und hatte eine große Beule am Kopf. Er war allein. Irgendetwas war mit den anderen passiert. Sie schienen verschwunden zu sein. Hier und dort hatte sich ein kleines Haar verbogen, und das eine oder andere Staubkorn lag nicht dort, wo es eigentlich hingehörte. Keine großen Hinweise, aber wenigstens so etwas wie eine Spur. Snibbrill schien man inmitten der allgemeinen Aufregung übersehen zu haben. Er ergriff sein Schwert und lief voller Unbehagen los. Die Nacht senkte sich auf den Läufer herab, und er war mehrere Zoll weit von allem Vertrauten. Die erste Nacht verbrachte Snibbrill zitternd auf halber Höhe eines Haars, an dem er hinaufgeklettert war. Als der Morgen graute, glitt er zum Boden hinunter und überlegte, was er unternehmen sollte. Die Rückkehr zum Schiff kam nicht in Frage, denn die einzige Spur im Dickicht des Läufers stammte von den geheimnisvollen Angreifern. Er beschloss, ihr zu folgen. Nach einem Frühstück aus Eiern und Obst brach er wieder auf. Ringsum erwachte der Läufer zum Leben. Bunte Eidechsen huschten vor ihm über den Weg, und Papageien krächzten hoch über ihm. Er kam an einem Geschöpf vorbei, das mit dem Kopf nach unten an einem Haar hing, und begegnete einer kleinen Wombat-Familie, die ihm verwundert hinterherstarrte. Der Pfad führte immer tiefer in den Läufer hinein, und Snibbrill musste eine weitere Nacht hoch oben an einem Haar verbringen. In der Dunkelheit raschelte und knisterte es von den Bewegungen unsichtbarer Geschöpfe, und Snibbrill hielt den Mund festgeschlossen, damit seine Zähne nicht klapperten. Als er erwachte, saß ein kleiner, grüner Papagei auf seinem Kopf. Der Vogel blickte blinzeln zu ihm herab und sagte, »Wenn ich jemals zum Schiff zurückkomme, ach, sei still, hätte ich doch nur nicht angeheuert, was auch immer mit Snibbrill geschehen ist.« »Oh, wenigstens leben sie noch«, rief Snibbrill. »Ich nehme an, du hast sie sprechen gehört. Wo sind sie?« Der Papagei legte nur den Kopf zur Seite und flog davon. Snibbrill sprang zu Boden und folgte ihm. Der Vogel verließ den Weg und flog zum Rand des Läufers, der nicht weit entfernt war. Snibbrill befand sich ein ganzes Stück südlich des Schiffes. Er kehrte zum Weg zurück und wäre fast mit ihnen zusammengestoßen, mit Bane und den anderen. Krieger des Läufers führten Christopher Pilgarlik und den Rest der Gruppe durchs Dickicht. Sie waren zweimal so groß wie die Teppichleute, hatten rote Haut und trugen einen Kopfschmuck aus Federn. Jeder von ihnen war mit einem langen Schild und einem gefährlich aussehenden Speer ausgerüstet, und sie sangen ein Kampflied, während sie marschierten. Snibbrill folgte ihnen, huschte von Haar zu Haar. Der grüne Papagei landete auf seiner Schulter und schlief ein. Sie kamen durch ein Tor und erreichten ein Dorf aus Haar-Hütten. In der Mitte erhob sich ein goldener Tempel, der wie eine Pyramide geformt war. Dorthin brachten die Krieger Bane und die anderen. Eine große Menge Leuferianer umgab sie. Snibbrill schlich hinter eine Hütte und beobachtete das Geschehen. Ein großer Krieger mit prächtigem Kopfschmuck hob anzusprechen. Er wirkte recht freundlich. Ein alter Mann humpelte aus einer Hütte. »Ihr kommt vom großen Kanu?«, fragte er auf Teppisch. »Ja«, antwortete Bane. »Warum hat man uns hierher gebracht?« »Einer von uns fehlt.« »Wir euch begrüßen im Läuferland.« »Ich, Tumi, einst mit einem Bodenkanu aufgebrochen und den Teppich erreicht habe. Mir leid tut, euch hierher gebracht zu haben, aber zu eurem Besten ist.« »Viele andere Stämme in Läufer.« »Wir, der Rumbelow-Stamm.« »Manche Stämme, nicht freundlich zu Fremden, machen großen Eintopf.« Snibbrill wollte sich gerade zeigen, als ein Pfeil dicht neben ihm die Wand der Hütte traf. Große Krieger mit schwarzen Federn kletterten über die Schutzmauer des Dorfes, und die Rumbelows ergriffen ihre Speere. Aber die Feinde waren in der Überzahl und nahmen den ganzen Stamm gefangen, zusammen mit Bane und den anderen. »Meine Güte«, murmelte Snibbrill, »das hat uns gerade noch gefehlt.« Hinter dem Stamm betrat er den Dschungel und verbarg sich in den Schatten. Snibbrill folgte den beiden Stämmen durch den Läufer und sprang dabei von Haar zu Haar. Er fühlte sich irgendwie von den Ereignissen ausgeschlossen. Der feindliche Stamm brachte die Rumbelows sowie die Forscher von der Hugo zu seinem Dorf, wo die Krieger ihre Gefangenen an Pfählen festbanden. Feuer wurde entzündet und Gemüse vorbereitet. Alles wirkte recht bedrohlich. Snibbrill versteckte sich hinter einer Hütte und zerbrach sich verzweifelt den Kopf nach einer Lösung. »Wenn wir dieses Abenteuer lebend überstehen, begebe ich mich nie wieder auf Entdeckungsreise«, sagte Pilgarlic zu Bane und versuchte, seine Fesseln zu lockern. »Ich wüsste gern, was Snibbrill widerfahren ist«, entgegnete Bane. Snibbrill versteckte sich gar nicht weit entfernt. Er kroch in die Hütte und fand dort Federschmuck und Kleidung. Er hatte gerade einige Teile übergestreift, als zahlreiche Eingeborene hereinkamen und sich für den Kriegstanz umzogen. Sie alle hielten ihn für einen der ihren. Er verließ die Hütte zusammen mit den Kriegern, nahm an dem Tanz rings um die Gefangenen teil und ahmte die Bewegungen der Eingeborenen nach. Da er viel kleiner war als die anderen, wunderten sich die Krieger über ihn. Immer wieder um die Pfähle herum ging es, und Bane fühlte sich zunehmend beunruhigt. Dann sprang plötzlich der kleinste Krieger vor und durchschnitt die Fesseln. »Ich bin's«, raunte der kleine Krieger, »verschwinden wir rasch von hier!« Ein wilder Kampf folgte. Bevor alle richtig begriffen, was geschah, waren die Gefangenen frei und stürzten sich ins Getümmel. Die feindlichen Krieger waren so überrascht, dass sie schon bald überwältigt waren und zu Gefangenen der Rumbelos wurden. Der Häuptling des Rumbelostammes und Tumi, der alte Dolmetscher, dankten Snibbrill von ganzem Herzen. »Ihr müsst uns unbedingt besuchen, wenn ihr wieder vorbeikommt«, sagten sie, als die Gruppe das Dorf verließ. »Ich hoffe, ich komme nie mehr in die Nähe dieses verdammten Ortes«, stöhnte Christopher Pilgarlich. »Wir wären fast im Kochtopf gelandet!« Sie beschlossen, zur Hugo zurückzukehren und stapften durch den dichten Haarwald. Es war Bane, der das Drei-Penny-Stück entdeckte, als er ein Haar erklomm, um ihren Standort festzustellen. »Vor uns ragt ein gewaltiger, goldener Berg auf«, sagte er, »den müssen wir uns unbedingt ansehen.« Kurz darauf erreichten sie eine goldene Wand. Und als sie hochgeklettert waren, fanden sie sich auf einer Münze wieder, die für sie so groß war wie ein Feld. Seltsame Schriftzeichen waren darauf abgebildet. »Dies ist wahrhaft erstaunlich«, rief Pilgarlich. »Wer könnte so etwas erbaut haben? Welche Kunstfertigkeit? Wer hat dieses Wunderwerk geschaffen?« »Manchmal fallen solche Dinge aus dem oberen Raum«, erklärte Bane und senkte die Stimme. Ein silbernes Objekt dieser Art fiel einmal auf die andere Seite des Teppichs. Am nächsten Morgen war es verschwunden. Alle sahen auf. Was auch immer sich dort oben befinden mochte, es war viel zu weit entfernt und verbarg sich im Dunst. »Glaubt ihr, glaubt ihr, dieses Ding könnte verschwinden, während wir darauf stehen?« fragte Snibbrill voller Sorge. »Offentlich nicht. Vieles fällt aus dem oberen Raum herab. Zum Beispiel riesige Krümel. Und die bleiben immer liegen.« »Wir könnten ein Vermögen machen, wenn wir etwas hiervon nach Hause bringen«, sagte Pilgarlich sehnsüchtig. »Nein«, erwiderte Bane, »wir sollten es besser nicht anrühren. Wenn man sich mit dem oberen Raum einlässt, wird es gefährlich.« Sie setzten den Weg zum Rand des Läufers fort, bis sie schließlich die Masten der Hugo erkannten. Die Mannschaft wollte gerade den Anker lichten, weil sie die Forscher für tot hielt. Snibbrill und die anderen gingen an Bord und genossen eine gute Mahlzeit, bevor sie die Segel setzten. Bald war der Läufer nur noch eine dunkle Linie auf dem Linoleum, und alle dachten an Zuhause und an den Teppich. Selbst die Kokosmatte erschien plötzlich gar nicht so schlecht. »Ich glaube, eines Tages wird jemand zurückkehren«, sagte Snibbrill und beobachtete, wie der Läufer immer weiter hinter ihnen zurückblieb. »Es ist kein schlechter Ort. Einige der Eingeborenen waren recht freundlich.« »Mag sein«, räumte Bane ein. »Aber daheim ist es doch immer am schönsten.« »Da bin ich ganz deiner Meinung«, pflichtete ihm Pilgarlich bei. »Ich auch«, fügte Snibbrill hinzu. »Ich auch«, fügte », fügte Ernst. »Äih Bane ein. » »Ich auch schon alles.